und damit herzlich willkommen zu baldur's gate dieses video ist ein recap aus allen videos des ersten aktes von meinem playthrough von diesem spiel warum dieser supercut ganz einfach damit ihr euch ohne probleme die komplette story reinziehen könnt ohne euch durch 20 videos klicken zu müssen und jetzt viel spaß beim schauen des ersten aktes von baldur's gate wir machen balanced ich bin kein tactischen und ich bin auch kein naja ich bin ein explorer aber nicht vom schwierigkeitsgrad her also ja wir bleiben bei balanced start game wir wollen ja zumindest ein bisschen hervorrausforderung haben ich bin gespannt ich bin doch schon lange auf dieses spiel gewartet und nein ich habe das erste kapitel noch nicht gespielt bis jetzt ist alles neu für mich Vielen Dank. 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 Aber ja, ich finde es so Halblinge sind, ja nicht Halblinge, Halblinge haben wir ja hier Halblinge, aber halb, halb, also halb Elfen in dem Fall finde ich immer lustig, weil die so ein bisschen the best of both worlds haben aus meiner Sicht gesehen. Und die Drows, ja? Ja, wir sind ja auch Elfen sind, ja auch Elfen sind, ja auch Elfen, ja, und wir sind ja auch Elfen, ja, und wir sind ja auch so was für eine Hälfte, ja, und da wir eher so auf den Sneaky Pfad gehen, sind wir wahrscheinlich eher Waldelfen, weil die Hochelfen sind halt eher so die Magier. Ja, aber die Wildelfen sind, ja, die Wildelfen sind, ja, die Wildelfen sind, ja, und dementsprechend auch Schurken und die Dunkelelfen, ja, was steht hier so. Most Halblinge resultat von Leiden zwischen Seldrin, Drow und Surfspersonen, while Halblinge inherited a few magical gifts, they aren't usually erased in the Underdark. Aber Dancing Lights. Oder soll ich vielleicht sogar so eine Magier-Schurken-Klasse machen, dann würde ich eher den High-Half-Elf nehmen. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, inwiefern sich das in dem Spiel auswirkt, aber ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Ich merke auch gerade, nur als High-Half-Elf können wir den Cantrip auswählen, von daher wäre das wahrscheinlich sowieso ganz sinnvoll, da ich mir damit schon Gedanken gemacht habe. Meine Illusion. Klaas. Ja, wir können uns hier Klassen aussuchen, aber wir könnten auch unsere eigene erschelten. Oder die halt ein bisschen anpassen. Ich tendiere zu Rook. Ich weiß eigentlich gesagt gerade gar nicht mehr, wo ich zu tendiere. Ich komme zu Warlock. Warlock, bound by a pact to an all-power-patron Warlock's trait, the loyalty for supernatural abilities and unique magic. Wir können ja mal alle Klassen durchgehen, der Barbarian ist halt so ein typischer Krieger. Ich haue drauf, aber kann sonst nichts. Der Barth ist, ja, mehr so ein Supporter, der sehr viel mit Auren macht. Der spielt ein paar Lieder und buffert seine ganzen Verbündeten. Kann aber auch kämpfen. Der Kleriker ist ein Heiler, aber auch gleichzeitig ein Krieger. Es ist das, was mehr so einem kriegerischen Paladin eher kommt. Oder so einem kriegerischen Priester, je nachdem, wie man es sehen will. Also es ist wie so eine Art Priester mit einem Streitholm in der Hand und schwerer Rüstung. Ruide ist sehr naturverbunden. Ja, gibt's nicht viel mehr dazu zu sagen. Kann viel mit Natur machen. Der Kämpfer. Er ist schon eher so eine Art Soldat. Als nur ein Haut-rauf-Männchen. Der Mönch ist sehr gut im Faustkampf geübt. Meditation und so. Wie man sich das halt auch so vorstellt. Paladin. Ein heiliger Ritter, der aber eher so für die Verteidigung ist. Kann natürlich auch ein bisschen heilen. Mit heiliger Magie erfüllt. Unterschied zum Cleric ist halt, äh, Paladin ist mehr so der Tank. Und Cleric ist mehr so Haut-rauf-Männchen mit, aber auch heilsaubern. Ranger ist ein klassischer Bogenschütze. Jäger, wenn man so will. Der Schurke. Ja, der Dieb. Der auch immer lustig drauf ist. Der alle Leute bestiehlt. Der Zauberer. Ich glaub, da gibt's nicht viel zu sagen. Er ist halt ein Zauberer. Im Unterschied zum Warlock, der, äh, eher so... Wie ich's grade vorgelesen hab. Special Magic Abilities dadurch bekommt, dass der eben gebunden ist an einen all-powerful Patron. Und der Wizard ist auch nochmal eine andere Form von Zauberer. Was der genaue Unterschied zwischen Sorcerer und Wizard ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht... Ich muss ja sagen, ich glaube, dass einer von den beiden eher so ein bisschen mit Bum-Bum-Magie hantiert und der andere mehr so vorsichtiger ist. Ist schwer zu beschreiben. Aber ja. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich find alle Klassen irgendwie cool. Ich glaub, wir gehen für den Warlock. Aber ich glaub, dann brauchen wir keinen... Oder ist das der? Ach, das ist der, der... Okay, hier die Cantrips, der hat sich schon mit dazu gezählt. Sehr gut. Dann, was haben wir hier noch? Eldritch Blast, Control One Beam of Crackling Energy und... Blade Ward. Kann ich hier noch anderen rauskommen? Kann ich in der Tat nicht. Und zumindest nicht hier. Vielleicht hier unten, wahrscheinlich. Ja, dann gucken wir doch mal. Was haben wir für Cantrips? Also ich mein, der gefällt mir schon ganz gut. Mage Hand ist mega gut. Dafür werde ich wahrscheinlich auch eher gehen als Blade Ward. Blade Ward kann raus. Dafür will ich auf jeden Fall Mage Hand. Und dann wäre die Frage... Control One Beam of Crackling Energy, 18 Meter weit. Ich glaub, es ist besser als das Poison Spray, was im Endeffekt nur ein... Ja, nicht direkter Nahkampf, aber im direkten Umkreis ist. Die anderen bringen auch nicht so viel. Subclass, the Fiend. Warlocks in service to Fiends work towards corrupting destructive ends, intentionally or otherwise, and receive hellish blessings in turn. Das klingt eigentlich schon ganz gut. The Great Old One. Warlocks bound to eldritch beings in the far realm worked towards inscrutable goals, gaining strange powers over entropy and the mind. The Arc Fae, braced by a lady or lord of the Fae, you are imbued with all the sub... sumptuous and scary qualities of your patrons' extraordinary realm. Ja, wir gehen für The Fiend. Es ist mir egal, was er mir für Zauber gibt, aber das klingt einfach zu gut. Und die Spells suchen wir uns da auch gleich aus. Dark One's Blessing is a subclass feature. When you reduce a hostile creature to zero points, this gift from your patron grants you five temporary hit points. Find ich jetzt nicht so toll, aber... What will man machen? Was haben wir denn hier? Armor of Agathys. Ja, so ein bisschen Rüstung. And deal five cold damage to any creature that hits you with a melee attack. Hm, okay. Arms of Hader. Two to twelve damage. Prevent targets from using reactions. Burning hands. Wir müssen auch immer so ein bisschen auf den Umkreis achten und... Ja, was er so alles bringt. Each flamable target is hit with three to eighteen fire damage. Charm person. Das ist auch nicht schlecht. Command. Command a creature to flee, move closer, freeze, drop to the ground or drop its weapon. Das ist auch super. Hellritch rebuke. React to your next attacker with flames that deal two to twenty fire damage. Hex. Make your attacks deal an additional one to six necrotic damage. Okay. Protection from evil and good. Protecting... Okay, protection finde ich schon direkt raus. Link your witch bolt. Link yourself to a target with a bolt of lightning. Deal an additional one to twelve lightning damage. Each turn by activating it. Ich glaube... Also das nehme ich auf jeden Fall schon mal raus. Die Armor... Ist glaube ich erstmal gar nicht so schlecht. Dann haben wir zumindest so ein bisschen Schutz vor Meelies. Nehmen wir entweder die Burning Hands. Ah, ich glaube ich nehme die Burning Hands. Nichts weiteres. Background. Background ist auch nice. Das heißt, im Endeffekt das, was es beschreibt. Das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Was so unsere Vorgeschichte ist. Und Sage finde ich in dem Fall auch, glaube ich, ganz gut. You are a curious and well read with an unending thirst for knowledge. Learning about a rare lore of the world will inspire you to put this knowledge to greater purpose. Und wir wollen die Welt untergehen lassen. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, sonst dauert das hier zu lange. Abilities. Ja, die müssen wir jetzt irgendwie verteilen. Wir ziehen erstmal alle ab, um zu gucken, wie viele wir überhaupt haben. Können wir auch einfach auf Clear drücken. Wir wollen auf jeden Fall Charisma haben. Da wollen wir auch den Bonus drauf packen. Den anderen Bonus wollen wir entweder auf Dexterity... Was ist denn Use Recommended? Wenn ich das hier jetzt auswähle und hier was weg mache. Die ändert er nicht, okay. Also die Recommended wären auf Constitution viel. Ja, Intelligence hat er doch schon. Das heißt, da packen wir mal noch den Extrapunkt rein. Man muss da überlegen. Die DND-Lore sagt, wenn es jetzt so Damage-technisch oder so geht, im Endeffekt, alle Grabenzahlen sind ein zusätzlicher Punkt. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel bei Charisma jetzt gerade 17 haben, bringt uns das nicht so viel, weil wir trotzdem plus 3 Damage bekommen auf... oder plus 3 auf Rolls. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, die ganze DND-Lore. Im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, 10 ist der Standardwert. Und alle zwei zusätzlichen Punkte bekommt man einen zusätzlichen Modifier-Punkt. Also zum Beispiel, ich rolle jetzt 5 Damage. Da wird dann der Modifier zugerechnet von zum Beispiel, keine Ahnung, Intelligenz. Da habe ich da 14. Standardwert ist 10. Das heißt, 4 geteilt durch 2 sind 2. Das heißt, ich würde auf diese 5, die ich gerollt habe, 2 zusätzliche Punkte draufbekommen, was dann 7 wären. Ums kurz sowas. Sehr kurz. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich verständlich. Aber so ungefähr, grob, wie man das jetzt kurz, schnell, bündig, knackig erklären kann, ist das so. Nein, deswegen bringen wir uns halt... Also es gibt halt nicht 0,5 Modifier, sondern wirklich alle zwei Punkte gibt es einen zusätzlichen Modifier. Es wird halt immer down gerechnet, also down gerundet, abgerundet. Deswegen müssen wir beim Verteilen der Punkte auch gucken, dass wir dem anpassen. Ich will jetzt nicht so viel Konstitution, weil ich will nicht irgendwie so tanky werden. Deswegen gebe ich mir lieber noch zwei Punkte auf Intelligenz und zwei auf Dexterity. Oder auch nicht. Die Stärke ist ganz unten, das ist auch gut. Aber Konstitution, also man will keinen... Alles, was unter 10 ist, gibt halt Malus bei Würfen oder sonst was. Und das will man theoretisch bei keinem Stat haben. Aber auf eine andere Weise, zum Beispiel ich als Magier, ist jetzt scheißegal, ob ich Malus auf Stärke habe. Weil ist dann halt so, ich bin halt kein starker Typ. Ich sollte nichts machen, was irgendwie von Stärke abhängig ist. Aber bei Konstitution, das sind meine Leben. Ich will keinen Malus auf meine Hitpoints haben. Das wäre ein bisschen scheiße. Ich will keinen Malus auf mein Leben haben. Ja, deswegen lassen wir das mal auf 10. Dexterity bringt uns halt wieder die ungerade Zahl nicht. Ah, es kostet zwei, deswegen ist es zu viel. Dann würde ich nämlich eher noch welche in Wisdom stecken. Dann packen wir den letzten Punkt noch in Dexterity rein, weil wo soll er sonst hin? Denn, was man natürlich auch bedenken muss, das sind jetzt erstmal nur die Startwerte. Die können sich hinterher natürlich auch noch verändern, durch Equipment oder sonst was. Also ist es eventuell auch nicht schlecht, ohne gerade Zahl zu haben, weil man dann nicht zwei Punkte braucht, um einen zusätzlichen Modifierpunkt zu bekommen, sondern nur einen. Aber ich gehe meistens von Startwerten aus alles gerade, soweit es geht. Skill Proficiencies. Reception und Intimidation, das klingt eigentlich ganz gut. Ich kann nur zwei haben, ne? Ja, dann machen wir das so. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wenn das alles mehr interessiert, wie das hier so alles aufgebaut ist, guckt euch irgendwelche Dungeons & Dragons Tutorials an oder lest euch irgendwelche Guides dazu durch, weil die bildern hier alles, wie genau das aufgebaut ist. Weil ich habe nicht wirklich viel Vorwissen davon, ich habe ein bisschen. Weswegen ich das zwar verstehe, aber es ist ultra schwierig für mich, das kurz zusammenzufassen. Aber das ist auch mega viel, wenn man das alles irgendwie ins Detail erklären will. Und deswegen, ja, schaut euch Guides an oder sonst. Es ist mega interessant, gerade wenn ihr euch für Rollenspiel oder sonst was interessiert. Es ist mega cool, was alles geht und wie alles zusammenhängt. Gebe ich euch nur den Tipp. So, wir können uns noch einen Bodytype aussuchen. Okay, wir haben männlich-weiblich, wir haben männlich-weiblich und wir haben groß-weiblich-männlich. Ja, wir nehmen den Standardtypen, den wir auch ausgewählt hatten. Kann ich irgendwie noch den Charakter verändern? Add an Appearance hier unten. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die Charakterentwicklung und das Zeug erspare ich euch, denn das würde wahrscheinlich auch viel zu viel Zeit zwecknehmen, das alles zu zeigen. Also, Vorspulen. What the fuck? Was ist das denn bitte für eine Option? Ich wollte es eigentlich skippen, aber wieso kann man sich die Charakterentwicklung... Penis B, Penis C, Penis C, what the fuck? Alles klar. Kann ich mir das auch genauer angucken? Bitte nicht. Hide clone. Hey, das drücke ich jetzt mal nicht, weil eigentlich interessiert mich das jetzt auch gar nicht, obwohl ich werde es nicht im Video zeigen. Sorry, Leute. Okay, vielleicht hätte ich Nudity doch auch aufstellen sollen. Wir stellen es einfach mal auf Default. Es interessiert mich ehrlich gesagt... Also, so ins Detail interessiert mich es wirklich nicht, den Charakter zu erstellen. Aber schön, dass es diese Option gibt. Ja, und auch wenn es jetzt gerade mal ein bisschen laggt, weil ich die Grafik wieder auf Ultra gestellt habe, aber der Charakter sah einfach furchtbar mit normalen Qualität aus. Aber naja, ähm... Das ist er jetzt. Das ist unser Charakter. Das ist seine Voice. Was war das? Ja, und unser schöner Warlock Sage. Und ja, dann werde ich die Grafik jetzt auch mal wieder runterstellen, weil ansonsten lag es. Und dann starten wir doch ab ins Abenteuer. Wir sind mal einfach nur auf Medium zu stellen. Vielleicht hilft das ja auch schon. Proceed. Charakter name. Das ist natürlich Dixis. Proceed. Du brauchst einen Guardian. Schreibe einen. Einen Guardian müssen wir jetzt auch noch erstellen. Ja, das wird auf jeden Fall ein Drow sein, denke ich mal. Hm. Loth-Sworn Drow. Raised by Loth, called in the city of Menzoberrazan, diese Drow embody the virtues of the corrupt and merciless goddess. Loth marks her followers with bright red eyes, so those in the Yarned Ark will learn to fear them on sight. Das wäre schon nicht schlecht und passt. Selur Drow can be found seeking allies from all over Faroon, aiming to settle their conflict with Loth and each other by any means necessary. Nee, wir nehmen die. Ja gut, das wird jetzt noch mal dauern, bis das erstellt ist. Ich sehe euch gleich wieder. Gut. Dann ist das jetzt unser Guardian. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür der Guardian steht, aber er ist es. Oder sie ist es. Venture forward. Venture forward. Wir sind Mitreisende von Cthulhu, anscheinend. In Venedig. Ja gut, Venedig ist es nicht so richtig, aber sie ist schon sehr nach Norditalien aus. Toscana oder so. Ich weiß, es ist irgendeine Fantasy World, aber es erinnert mich einfach nur an die römische Baukunst, die jetzt auch noch so schön da zerstört wird. dass es schön zerstört wird. Oh, das ist nicht gut. Okay, sie werden nur teleportiert. Ich dachte so, das Ding könnte so mit einem, mit einer Berührung töten. Die Leute in ihrer Turme auflösen. Ich meine, teleportieren und gefangen nehmen ist nicht vielleicht, nicht unbedingt besser, aber keine Ahnung. Ich... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das könnte natürlich daran liegen, dass ich die ersten beiden Teile nicht gespielt habe, aber ich weiß gerade nicht so richtig, was da abgeht. Ja, ich weiß nicht, was da ist, was da ist. Ja, ich weiß nicht, was da ist. Ja, ich weiß nicht, was da ist. Ich glaube, wir sollten da drin liegen eigentlich und nicht stehen, aber okay. Ich glaube, die Cutscene ist ein wenig verbuggt gewesen. Aber ich weiß nicht, was da ist, 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 was da ist. Ich weiß nicht, was da ist, was da ist, was da ist. Ich weiß nicht, was da ist, was da ist. Ich weiß nicht, was da ist, was da ist, was da ist. Ich weiß nicht, was da ist, 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 was da ist. Das klingt, was da ist, was da ist, was da ist. Das klingt sehr vertrauenserweckend. Das klingt sehr vertrauenserweckend. Was am I talking to? Man or a brain? I think you're past the point of saving. Tell me what to do. I think you're past the point of saving. Tell me what to do. From this body. From this case. Free us. Please. Hmm. Inspekte the exposed brain. Ja komm, diesmal rollen wir besser. Ja, geht doch. Kriegen ja noch ein bisschen was Bonus drauf. Okay. Weiß aber nicht, ob ich das wirklich retten will. Machen wir es lieber kaputt. Wird es ja nicht unbedingt mit deinen Händen machen müssen. Gebracht hat uns das jetzt auch nicht wirklich viel. Bräins. Brains. Brains. Was? Zombies oder was? Was haben wir hier denn sonst noch so? Mindflare holt die Kultur. Das ist nichts. Das kann ich nichts tun. Hallo, ich war auch ein Gefangener? Was macht dich, ich war ein Thrall? Probably the red eye. Ich sollte das vielleicht auch vorlesen, was ich da anklicke. Erstens, wir exterminieren die Lippe. Dann finden wir den Helm und nehmen die Kontrolle des Schiffes. Wir werden die Sache für eine Verkür für diese Infection, wenn wir das Materialpläne erreichen. Taka! Kann ich überhaupt eine Baffe zum Angreifen? Ich bin ein Magier, ich brauch's hoffentlich nicht. Combat! General Tutorial. Get ready to fight. Combat happens in Rounds, and each participant gets a round turn to act. The game pauses around you during combat, so you have time to plan your reactions. And during your turn you can move, take an action, and take an bonus action. Ja, wie bei D&D. Fummel Strike. Rush Attack. Ah, ich steuere sie gerade, okay. Ich dachte schon, wo sind meine Zauber? Warum hab ich so komische Sachen? Rush Attack. Ja, komm. Charge wir doch einfach mal dem Gegner entgegen. Der schon mal direkt tot ist. Jetzt laufen wir uns hier noch... Naja gut, vielleicht nicht so, dass wir im Weg stehen. Edge Turn. Ich kann Eldritch Blast machen. Feuer frei. Boom. Er ist weg. Und dann laufe ich vielleicht mal so hinter sie. Jetzt können wir das Vieh erstmal auf uns zukommen lassen. Daneben. Greif das Vieh einfach mal an. Head on. Zack. Weg damit. Erstmal nehmen wir alles mit, was wir hier so finden können. Oh, was haben wir hier denn? Potion of Speed. Und ein Bolt Bow. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit, was so geht. Noch ein Light Crossbow. Kann man alles hinterher verkaufen. Eine Axt. Ein ganzen Gehirn. Gold. Ah, hier können wir uns wieder heilen, was uns nicht viel bringt, weil wir keinen Schaden erlitten haben, aber... Die Frage ist, wo geht's denn raus? Wir haben die Gegner hier getötet, aber wo geht's hier raus? Das zeigt an, hier irgendwo hier oben. Geht doch hier oben irgendwie? Ah, da geht's noch weiter nach oben. Da hab ich dich gesehen. Guten Tag, was geht hier so ab? Wir sind ein paar Leute. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Der Mann ist nicht tot, aber er ist total unresponsiv. Mein Gehirn schlägt in seinen Augen, aber er sieht total unbewusst von seinen Umständen. Du! Geht weg von diesem Kapitän! Wir haben keine Zeit für Straglern. Es ist eine Magik hier, determine welchen Form. Das sollte easy schaffbar sein. Ja. Success! Ich vergesse immer, es vorzulesen. Naja. Das stecken wir einfach mal ein. Was zur Hölle? Wir drücken einfach mal Knöpfchen. Haben wir sie jetzt umgebracht, oder lebt sie noch? Ne, sie lebt noch, nur die sind tot. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Drücken wir mal da drauf. Hier drauf. Ne. Naja, wir haben mehr Loot. Zeit für etwas verdammtes Werk. Was ist mit dem Ding denn hier? Was ist das gebracht? Was ist mit dem Ding denn hier? Was ist das gebracht? Nö. Aber man weiß ja nicht, was es hier bringt. Der Pott steckt fast. Ich kann es nicht mehr nutzen. Bleib ruhig. Ich finde einen Weg, um es zu öffnen. Keep looking! Einfach mal berühren. Der Pott sieht dormant. Inscribe das Gerät mit den Glyphs, die du von der Pott warst. Der Pott schlägt für Leben. Okay, jetzt. Schau mal auf die Power Chop-Konsole. Es sollte möglich sein. Ja. Easy. Die pulsende Glow und organische Länge des Gerät machen es eher wie ein schmerzendes Herz, als eine Maschine. Vielleicht wird es den näheren Pott öffnen. Du fühlst ein verdammtes Schmerz in deinem Kopf. Der Parasite. Dann schlägt die Schmerz und eine andere Sensation über dich. Verbindung. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Die Pott öffnen. Du fühlst das biomechanische Gehirn des Konsolen-Processes, die du in die Hand hast. Und du siehst. Und du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Schraubst, normsتم. Und du siehst. Du siehstシルク einzufunden. Und du siehst ja сst. und du siehst. Ich habe eine Gith, will you? Du hältst eine gefährliche Beziehung. Gefährliche Beziehung, was du brauchst in der Kampf? Hm. Hatte Probleme mit der Gith-Yankie? Gefährliche Beziehung, was du brauchst in der Kampf. Ein fairer Punkt. Es sieht aus, dass es viel Beziehung vorhanden ist. Lass mich mit dir kommen. Wir können aus diesem Schiff aussehen, und sehen uns auf den Weg. All right, dann. Let's get going, I'm Dixus. Was ist das? Es ist nichts. Trust mich. Enough von dieser Gith-Yankie. Wir müssen nach dem Helm. Jetzt. Sie ist richtig. Lied auf. Das komische Brain, was hier... Oh, wir haben einen Schlüssel und einen Gold-Key. Oh, 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 oh. Können wir vielleicht das Ding hier öffnen, was hier gerade war? Hier ist doch so eine Truhe. Es geht doch bestimmt der Schlüssel rein. Hallo Gehirn. Aha. Take all. Und schnell weg hier. Wir sind ja in Eile. Aber für Looting muss immer Zeit sein. Mindflyer-Pod. Eine schmerzende Frau ist in der Pod. Sie merkt dich nicht. Okay. Hier liegt noch ein Toter. Das Slave-Mind. Einfach mal mitnehmen. Und eine Chest. Sollen wir das hier auch noch drücken? Wo wir im Warm-Maus. Wenn du deine Hand auf dem Pod hörst, du hörst etwas. Der Presse ist mit dem Pod. Kommandant die Person in der Mitte, um zu verändern. Okay. Okay. Goodbye, then, I guess. Wir sind in unseren Fällen. Der Presse ist bereits fertig. Hm. Kommt der denn jetzt da raus? Der Neuborne-Mindflyer schlägt dich. Weck und schmerzt. Okay. Und wo geht's jetzt weiter? Anscheinend er in eine andere Richtung. Hier lang nämlich. Wir sind nahe der Helm. Once inside, mach wie ich sage. Wer wird dich in die Aufgabe? Ich vertraue meine eigenen Judgment. King Yank. Der ist tot. Ich dachte, die Viecher wären auf der Seite von denen. Was passiert hier? Drill. Connecte die Nerven des Transponderes. Wir müssen jetzt rauskommen. Jetzt. Mach es. Wir werden mit der Geich, nachdem wir rauskommen. Hä? Hä? Warte mal. Wer ist jetzt? Was? Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Aber egal. Rush Attack auf ihn hier. Jetzt. Oder du brechst. Okay. Pommel Strike. Zack. Weg mit dir. Und dann können wir noch hier rüber laufen. Okay. Was hat die so für Attacken? Das ist anscheinend... Aladdin? Eieieiei. Es ist viel Supportzeug hier. Sacred Flame. Klingt doch ganz gut. Pass das einfach mal auf das Vieh. Hier, Damage ist schon mal ganz gut. Aufhauen kannst du nicht mehr, aber du kannst noch ein bisschen nach vorne laufen. Wir haben Healing. Oder Shield of Faith. Dann protecten wir doch einfach mal hier. Alles nutzen, was wir so können. Hier müssen wir eben gut ausweichen. Miss. Na gut, können wir hier noch looten? Hier looten. Und laufen. Looten und leveln. Ist der jetzt auf unserer Seite? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Oh, erstmal das Schwein kaputt. Fireball rules. Auf das Vieh. Weg damit. Burning Hands. Naja, das geht nicht weit genug. Dann machen wir nochmal so einen Eldritch Cast. Nimm dies. Daneben. Sehr gut. Und wir müssen looten. Looten und leveln. Na gut, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Aber wir können ihm ja mal ein Shield of Faith geben. Ich kann jetzt nach hier laufen. Und ich weiß nicht... Wo ist dieser Transponder? Hier ganz hinten. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir aber noch ein bisschen laufen. Wir sind ja schon dabei. Da sind auch noch Gegner. Hm. Können wir chargen? Gerade nicht. Dann beenden wir hier erstmal. Fireball können wir schießen. Auf. Machen wir mal auf den da. Ah, toll. Zwei Damage. Naja. Immerhin. Dann schießen wir den mal noch mit so einem Bolt ab. Und schießen daneben. Unser Charakter stellt sich gerade nicht sehr gut an. Der Typ ist gleich tot. Greif einfach mal den da vorne an. Weg mit ihm. Fireball auf das Schwein. Boom. Das findet einfach alles an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nah genug rankomme für die Mage. Oh, das geht. Not enough space. Wir beschwören einfach die Hand da vorne hin. Aua. Was soll das? Weg mit dem Schwein schon mal. Jetzt hauen wir das hier kaputt. Und dann laufen wir zumindest schon mal in die Richtung. Wir kommen da noch nicht dran. Aber egal. Wir looten auf dem Weg. Gibt nur nix zum Looten. Irgendwie... Jetzt ist die Mage Hand dran. Ich wollte nämlich schon sagen. Die Mage Hand regelt. Oder auch nicht. Die kann nämlich irgendwie nix damit machen. Naja, dann halt nicht. Die Mage Hand. Komm ein bisschen näher. Oh Gott, da kommen noch mehr. Und die Dashen jetzt voran. Aber ich versteh nicht so ganz, wer das jetzt ist. Ja, komm her. Sie macht das. Fährt auch hart. Kriegt das in. Der Helms-Alien-Transponder. Der Helms-Alien-Transponder. Du hast es in Zeit gemacht. Anscheinend sind die Drachen auch nicht auf unserer Seite. Wer ist hier überhaupt auf unserer Seite? Der Helms-Alien-Salz. Der Helm-Alien-Arihe. Er ist nicht da. Der Helm-Alien-Arihe. Der Helm-Alien-Ariheim ist es zu sehen. Aye, aye, aye. Wie alles reinrendert. Irgendwas stimmt mit diesen Cutscenes nicht. Ich glaube nicht, dass ich da so rumstehen sollte. Sehr episch. Unser Charakter ist einfach straight. Macht ihn natürlich ein wenig kaputt, aber es ist auch funny. Unser Charakter ist nicht so viel Movement zu haben. Check yourself for injuries. Unser Charakter ist nicht so gut. Aber es wird alles für nichts sein, wenn du nicht mehr Hilfe hast. Der Tadpole ist eine Todesendung. Und die Klocke ist tickt. Du brauchst eine Cure. Unser Charakter ist nicht so gut. Unser Charakter ist nicht so gut. Ich habe nur die Standardversion. Aber naja. Der Strand erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den Anfangsstrand auch von Divinity. Wurde da etwa ein bisschen gereused. Oh, Shadowheart. Ich glaube. Na, wie geht's dir so? Lebst du noch? Klaus hier. Warum glaube ich, dass das nicht gut ist, wenn wir dafür reachen? Die wacht doch bestimmt auf. Ah, wie sind's? Nee. Hm. 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 Ich wanke gerade zwischen. Eigentlich würde das mein Charakter machen, aber ich habe Angst, dass sie aufwacht. Nee, wir wecken sie mal auf. Hm. Du bist alive. Ich bin alive. Das ist ein Wetter. Ich finde das ein bisschen doof, weil wir haben ja schon eine Voice für unseren Charakter ausgewählt. dass der das nicht vorliest. Deswegen, ich vergesse immer, dass ich das vorlesen muss, weil alles andere gewoist ist. Unsere Lines halt nicht. Okay. Hast du eine Idee, wo wir sind? Nein. Ich kenne dieses Ort nicht. Aber alles ist ein Veränderung, wo wir gerade kamen. Erstens. Wir brauchen Suppe, Schutz und meistens einen Gehörer. Wir haben vielleicht es geschafft, aber wir haben noch diese kleinen Monster in unseren Kopf. Wir? You want to stay together? What happened to our gift friend? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. You want to stay together, I take it? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. All right, let's get moving. One thing, just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Shadowheart, we can remember that too. Highlight items. Ah, ja, das ist gut. Mangled Fisher. Hier sind sehr viele tote Leute. Einige wahrscheinlich auch dadurch gestorben, dass wir hier mit dem Ship gecrashlandet sind, so wie das aussieht. Oder danach. Das ist übrigens so ein Vieh, das wir getötet haben, glaube ich. Also das ist eine Gehirn, was wir getötet haben. Fragt mich echt, was das gebracht hätte, wenn wir es am Leben gelassen hätten. Aber wer weiß, vielleicht hätte es uns auch angegriffen. Wir können sehr viel Fisch mit. Bilden wir dem erstmal alles mit, bis unser Inventar voll ist. There must be a settlement nearby. And we all row, and we all row. Okay, es ist ein Seemannslied. Wahrscheinlich von keiner Bedeutung. Ein Brief. Ah, ich kann es lesen. Hi, I love you. There, I said it. And if you meet me tomorrow, I'll say it again. And again. And keep on saying it till we are old and gray, so let's do it. Let's go to Baldur's Gate. I know it's risky, but so staying here. The last few months have been hard, but they are always a little easier when you are here. Leave your boat and meet me at the hill overlooking the old bridge. Bring whatever you can carry. We will make do without the rest. Don't be late. Love, Anna. Ich denke mal nicht, dass der tote hier Anna ist. Das heißt, der Brief wurde zumindest schon überbracht. Da sind Brunen an der Wand. Inchen Sigil Circle. Map. General Tutorial. This is the map of your surroundings. You can view quest locations and place custom markers. You can also teleport to Waypoints, you have discovered by selecting them. Das ist ein Waypoint. Sie greifen uns ja nicht an. Die vielleicht schon. Ah ja, sie greifen uns an. Naja, schaden kann es nicht. Und wenn sie dashen, können sie danach auch nichts anderes machen. Sollen sie mal alle nahe rankommen. Ist nicht schlecht. Okay. Machen wir mal ein bisschen Feuer und laufen. Oh, es gibt... Ich wusste nicht, dass es hier Opportunity-Attacks gibt. Äh, hab ich vergessen. Äh, haben wir irgendwie... Wir haben auf jeden Fall... Ja, Heal. Aber ein AOE wird uns mehr bringen, ehrlich gesagt. Äh, wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Healen wir ihn erstmal. Und dann hauen wir noch auf ihn drauf. Okay, ich schau mal, dass ich ihn hier kille. Ich hab mich doch kaum bewegt. Das war ein Schritt. Ich wusste nicht mal, dass ich mich dafür bewegen muss. Was ein Scheiß hier. Ja, eigentlich müsst ihr ihn nochmal healen. Dann hauen wir mal hier drauf. Ja, ich muss mich erst mal um ein paar Viecher hier kümmern. Weg mit dir. Noch lebe ich. Und du wirst jetzt auch sterben. Okay. Helf dir mal hoch. Wir haben ein Level Up. Das ist sehr gut. Das nutzen wir auch direkt mal. Aber sie hier hat auch ein Level Up. Da wird's schon ein bisschen komplizierter, weil ich nicht genau weiß, was sie ist. Wir sind gar kein Paladin, sie ist ein Cleric. Wir lassen einfach mal alles so, weil ich jetzt nicht genau weiß, was man so großartig verändern soll. Mir reicht's erstmal, wenn ich mich mit meiner Klasse auseinandersetzen muss. Was haben wir denn hier so? Was ist das? Hau es einfach kaputt. Okay, hau es vielleicht nicht einfach kaputt. Geh aus den Flammen da raus. Du brennst. Heal ihn. Brow Poison. Wir nehmen es einfach mal mit. Der Mind Flayer. Was hat der so? Bostik Bob. Ein Potion of Healing. Ja, das können wir wahrscheinlich gebrauchen. So weiter geht hier. Holy shit, der hat viele Sachen dabei. Hier ist sehr, sehr viel Gebiet zum Erkunden. Blut, Blut, Bluten und Leveln. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles brauche, aber wer... Das ist abgeschlossen, kein Problem. Hau einfach drauf. Und nochmal. Das ist halt der Vorteil, so. Wenn eine Droh sich nicht öffnen lassen will, dann haut man einfach drauf. Was können wir denn überhaupt ausrüsten? Wir haben jetzt hier einiges. Wir haben einen Dagger. Zwei bis fünf Schaden. Ich weiß nicht, was wir so... Sproutsort können... Hier, können wir das tragen? Your lack of training means you won't add your proficiency. Ja gut. Aber woran sehe ich denn, ob ich da proficient drin bin oder nicht? Was hat sie denn hier? So zwei bis sieben Schaden, ein Maze. Dann geben wir ihr doch den Rapier. Not proficient. Okay, dann geben wir ihr den nicht. Wie sieht es denn hier mit Rüstung aus? Leather Armor. Sind wir da drin proficient? Die können wir anscheinend tragen. Immerhin. Der Garnet Ring. Der... Den können wir einfach mal anlegen, auch wenn der nichts bringt. Tragen wir den immer bei uns. Und der Leather Helmet, den ziehen wir auch einfach mal an. Sie hat ja hier Rüstung. Sieht schon ein bisschen scheiße aus mit dem Leather Helmet. Kann man das irgendwie ausstellen, dass der angezeigt wird? Das macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob wir das jetzt tragen oder das, weil es beides einfach elf bringt. Dann bleib ich doch lieber bei meinem anderen Outfit. Das sieht ein bisschen stylischer aus. Ja, dann legen wir noch die Kette an. Weil, keine Ahnung. Vielleicht bringt das irgendwas, wenn die irgendwer sieht. Den haben wir hier denn. Noch ein Hauptcharakter. Okay, jetzt reicht's. Strengthen wir ja nicht, also Dexterity. Komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Easy. I haven't done anything to you yet. Ja, ich glaube nicht, dass unser Charakter sehr freundlich in so einer Situation wird. Der Hut sieht so scheiße aus. Es ist der Mindflyer's Worm, es hat uns verbunden. Es ist der Mindflyer's Worm, es hat uns verbunden. Apollos. Apollos. Ich struggle immer mit Entscheidungen, die eigentlich keine große Rolle spielen. Apollos accepted. I might have done the same, where the roads reversed. Ja, vielleicht. A kindred spirit. Mein Name ist Astarion. Ich war in Baldur's Gate, wenn diese Böge sie mir gespürt. Well, Dorian, introduce yourself, you're a bit dull, you're in two, okay? Ich bin das! Yes, unfortunately, they turn us into mindplayers. What would I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Control it? We need to get rid of it. Well, yes, of course. But first things first. You should travel with me. Our words are better together. You know, I was afraid to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. I feel like a useful person to know. Alright, I accept. Lead on. That can't change much. What's the story with the odd little artifact you have? There's no story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. What do you think of all that's happened to us so far? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? You must have thoughts about our little stowaways. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. What will you do if we actually manage to remove the tadballs? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Where would you go? Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. It seems personal. I want private. It's not something you want to talk about. Thank you. And you're right. It's... a delicate matter. Not something for light conversation. Turn to other matters. I don't want to talk with her. I want to see if she can heal her. Let's go ahead. No, she won't. No, she won't. There. A mind flare. But it hurts. That thing is bound to be dangerous, even if injured. Let's be careful. What a fool. Da! You approached the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now. If only you didn't feel compassion. Compassion. This isn't right. Step away. You can't move. Can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve. To die for it an honor. It's possessing your mind. Forcing you to... Love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Concentrate on his thoughts. Komm schon. The roles. Oh, scheiß. Gerade bei sowas Wichtigem. Oh, ich ne 5. You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes wet orange pearls radiate malice. Monster. Death is too good for it. Oha. Das hat weh. Die springen da einfach rüber. Alles klar. Hätte ich auch gerne gemacht. Web hier ist aber auch schon ganz schön groß. Ich weiß gar nicht so in welche Richtung ich gehen soll. Hier ist ja auch noch ne Ruine. Aber ich will auch noch erkunden. Ah, guck mal wer da ist. Let's the Goblins have it. No. We take it to the grove. Zoru was right. Yellow as a toad. Twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh. A guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move. Yet you hear her voice. Get rid of them. You put the trap down. We must kill it before it turns someone. This creature is dangerous. Get out of here. Leave it to me. Rather demanding for a woman in your position. Why should I? The words flow to her. Though you never speak them aloud. I know what grows inside you. And I know of a cure. You remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid. We can't trust her. I trust her. Ich truste ihr auch eigentlich nicht. Aber wir befreien sie trotzdem mal. Ein Blast? Ich könnte mehr Spezifika benutzen. Ich bin in der Dyer in need of healing. Wo ist das Camp? Ich bin in der Dyer in der Dyer. Nordwest. Schau für Nettie. Whatever your wound, sie kann es verhindern. Und bemerkbar. Es gibt Goblin-Traps überall. Nein, Messer. Komm. Enough gawking. Get me down. Never. Please. Never. Nö, ich guck mich erst mal um. Geh mal davon aus, wenn das auch so ist wie bei Divinity, dass man nur vier Charaktere haben kann. Und ja, ich möchte nicht so gerne sie haben, wenn ich andere Optionen habe. Wen haben wir denn hier so? Du! Nicht noch einen Schritt, hörst du mich? Boss! Ich habe hier eine Firma. Was war das dann? Wir versuchen, uns herumschrauben und die Kripte zu lösen? Nein. Oder ist es das Schiff, das du nachher bist? Nein. Es ist nicht egal. Es ist uns. Alles. Ich habe hier nicht. Ich habe hier nur geholfen. Das Schiff ist voll von Monstern. Ich würde nicht näher gehen. Ich denke, das Schiff ist ein Invasionpors. Ruhst, wie du kannst. Das Schiff ist voll von Poison und Vaporen. Wahrscheinlich demonic. Let's stay away. Wir versuchen es mit Deception. Das könnte gut klappen. Wenn ich nicht so scheiße rollen würde. Was kann der denn für Spells? Fireballs, Arm String Shot, Facing Strike, Range Attack, Steak Attack? Ja, dafür müsste er aber erstmal sticky sein. Aber wir haben gegen keinen Advantage. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Schießen wir mal den da oben ab. Das ist auch ein Range-Typ. Und schießen daneben. Na super. Das wird eine Katastrophe. Wenn wir ihn schubst. Naja. Geh erstmal hier hinter. Another fight. Let's go. Okay, wir können die beide so erwischen. Das ist gut. Dann zeig mal, was du kannst. Und lauf am besten auch hier hinter. Dann kann der Bogenschütze nämlich schon mal nichts mehr machen. Steffen. Scheiße, da hinten sind ja noch mehr. Wie viele sind das denn? Ja, das wird glaube ich nicht so gut. Du solltest ihn angreifen mit... Weiß ich ehrlich gesagt nicht womit. Warum weichen die eigentlich allem aus? Und er ist tot. Ja, aber dich nehme ich noch mit. Oder auch nicht. Es gab keinen Autosave dazwischen. Ist das dein scheiß Ernst? Okay, ich dachte die Autosaves würden etwas häufiger occurren. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich mache einfach mal alles wie es vorher war. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Und bis gleich. Scheiß. Ich sollte manuell häufiger speichern. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Aber vielleicht sneaky-like. Können wir ihn da runterstoßen? Anscheinlich. Okay, dann probieren wir hier nochmal. Warum haben wir hier die... Warum hat... Hä? Weil Shadowheart nicht am sneaken. War ich sie jetzt da drin? Ah, load game. Das ist doch dumm. Gut, dass ich hier vorgespeichert habe. Hab mich schon gewundert, warum der mich gesehen hat. Er hat nicht mich gesehen, er hat Shadowheart gesehen. Gut, jetzt muss ich die alle in den Sneaky Mode versetzen, damit ich ihn da runterstoßen kann. Hoffentlich. Okay, irgendwer anders hat mich jetzt gesehen. Auch egal. So, Warlock Option. Okay, das war easy. Okay, das war easy. Du bist mehr wunderschön, als du siehst. Ich dachte, wir hatten einen Kampf in unseren Händen. Was zur Hölle ist das? Okay. Diesen Stein muss man runterschießen, ganz offensichtlich. Mal sehen, was das macht. Zeit und die Elemente haben die Plage unredebar. Wir müssen das laut haben dadurch. Nein, nein, geht da hoch. Geht schon da hoch. Das ist schon richtig. Und jetzt schießt den Blast auf das Seil. Boom. Können wir jetzt da runter springen? Oh Gott, er ist durch den Boden gesprungen. Nicht durchs Loch. Was passiert hier? Oh, wir sind instant in einem Kampf. Alles klar. Das sind ganz schön viele Typen. Hm. Geh mal wir hin. Gieß da drauf ein Feuerball. Da haben tatsächlich welche überlebt. Na gut, die eine wird nicht sehr lange überlebt haben. Den lassen wir mal kommen. Daneben. Nein, wir lassen dich kommen. Obwohl... Ja, komm. Schießen wir mit ihm ein bisschen Feuer ab. Und gehen wieder zurück. Ich kann mich hier nicht bewegen. Naja. Weg mit dir. Was auch immer das für eine Aktion war. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Loot. Wir haben richtig viel Loot. Können wir auch erstmal gucken, was das alles ist. Die Bögen sind alle gleich. Zwei bis sieben Schaden. Ambrust hätte zwei bis neun Schaden. Aber ich glaube Bogen ist ein bisschen... Was hat er denn hier für einen Bogen ausgerüstet? Vier bis neun. Okay, der ist sowieso besser. Journey through the jungle. Read. Zu lesen. Well. The sun had just fallen below the horizon. When I first heard its call. Thousand reed pipes at once whistling. Sing a beautiful terrible song. Ulu Talong. Said Jo it's coming. Jo dropped her pack. Skrull. Okay, das ist anscheinend nur irgendeine Geschichte. Gehe ich mal von aus. We brauchen ja nicht jedes Buch im Spiel lesen. Weil es wäre sonst eh viel zu viel. Die Tür kommen wir da gerade nicht durch. Haben wir hier noch irgendwas? Ancient Scroll. Können wir es lesen? Wir können es lesen. Though a bloom of both has leeched the ink from most of the scroll. Its begins is still legible. The sealing ritual. Our god cares not for pity ritual. There is only the sealing. And it is vital that we observe it with exacting reverence. On the day of the sealing a mixture of bone and ash is consecrated. Upon the names of the dead we spread the offering. Imbuing the ink with the essence of death of our god. Nimm es einfach mal mit. Also die Türen können wir zur Not auch kaputt hauen. Aber wir können auch erstmal gucken, was hier sonst noch so ist. Sehr viele Bücher auf jeden Fall. Ich werde das nicht alles durchlesen. Aber wenn es wie bei Divinity ist, könnte man eventuell noch Bonus Sachen bekommen, wenn man die denn zumindest durchblättert. Und es ist natürlich viel Hintergrundmaterial. Also wer will, kann natürlich gerne auf Stop machen, weil sich das alles durchlesen. Ich werde es nicht tun. Dafür ist das viel zu viel. Chapel Records. Die sind doch interessant. Beneath the bone white powder, hundreds of short... Also, fine dust coats the pages of this Withered Book. Beneath the bone white powder, hundreds of short obituaries are recorded in Tiny Scripts. Grubian triple image are drowning with internal rot. Divers.dillion fever. Okay. Will ich es mitnehmen? Wir nehmen es einfach mal mit. Wer weiß was es bringt. Du merkst nicht die Sprache auf der Plage. Hm. Was ist das? Oh. Ein Leber. Was hat das gemacht? Äh. Ja. Was hat das gemacht? Ah. Die Tür hier ist offen. Dann brauchen wir sie nicht da einreden. Dank Crypt. Das ist Dank. Silver Necklas. So sieht es auch aus. Ich weiß nicht, hier sind sehr viele Ringe und so. Ich weiß noch nicht, ob die irgendwelche Sets oder so bringen. Okay. Ich steck es einfach ein. The Oak Door. Oh. Da ist gar nichts drin. Noch eine. Aber die ist abgeschlossen. Wie die im Tathnas. Könnten wir auch eintreten. Aber die andere ist offen. Checken wir doch die gleich erstmal ab. Nachdem wir hier auch noch die Tests gecheckt haben. Fall of Protection. Mehr ist hier nicht gut. Was hier so hinter ist. Niemandem ist es aufgefallen. Wo ist eine Trap? Du hast sie gesehen. Wo hast du die Trap gesehen? Was? Ja, wir könnten das hier einfach mal anzünden. Oder auch nicht. The Watcher's Guide. Und in einen Grave Key. Wir nehmen es einfach mal mit. Die in der Mitte wird hundertprozentig auch eine Falle sein. Auch wenn wir sie nicht sehen. Wenn wir die Vase an die Seite stellen. Not enough movement. Achso. Warum genau sind wir in Turn-Based-Mode? Oh! Ich brauche Heilung. Deswegen sind wir in Turn-Based-Mode. Lauf ganz schnell da weg. Hier. Ei, ei, ei. Können wir diese Tür hier kaputt haben? Anscheinend nicht. Probier du das mal mit deiner Streit-Axt. Okay, die kriegen wir nicht kaputt. Mit Grades ist auch nichts drin. Hm. Dash. Da können wir ein bisschen weiter laufen. Und trotzdem aufpassen, dass sie nicht verrecken dabei. Dann nehmen wir lieber einen Heiltrank. Geh erstmal nach hier. Du solltest auch erstmal nach hier gehen. Und dann versuchen wir möglichst weit darüber zu rennen. Hier. Ist der gerade gestorben? Nein, er lebt noch. Okay. Okay, er ist schon mal in Sicherheit. Und wir dashen jetzt auch voran. Jaja, hier zwischen müssten wir ja eigentlich sicher sein. Pass auch auf, wo du hinstrittst. Oder auch nicht. Äh. Dann haben wir hier irgendwo wenigstens ein Safe. Ja. Haha. Oh Mann. Jetzt können wir nochmal hier die ganzen Dinger looten. Wow. Ich glaube, danach mache ich auch erstmal Pause. Das gibt mir alles hier zu viel. Ich hole mal eben noch den Schlüssel. Es wäre aber schön, wenn die anderen hier bleiben könnten. Dann kann ich denen das irgendwie sagen. Pass doch auf, Junge! Ich glaube, wenn wir die Pfeilen nicht auslösen, dann geht die Turnbase hier auch gar nicht los. Be warte. Dieses Ort ist trappet. Der Text auf der Plage ist ein Mysterium für dich. Haben wir einen Trapp des Arm-Tool? Wir haben Thief-Tools. Aber ne. Was tut dieser Knopf? Ich habe keine Ahnung, was dieser Knopf getan hat. Drücken wir ihn halt dreimal. Du stehst vor der Falle, Junge. Immerhin umlaufen sie die Traps, wenn wir sie denn sehen. Na ja, gut. Ich gehe mal stark davon aus, dass einer die Falle auslösen muss, um diesen Sarkophagus zu öffnen. Oder nicht, vielleicht haben wir sie jetzt auch ausgemacht. Mal sehen. Sonst werden wir es wieder anmachen. Ja. Ich sollte nicht mit dir reden. Ich sollte über diese Falle drüber gehen. Über die hier, je nachdem. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist, wenn ich auf die Falle hier draufgehe? Das löst irgendwie gar nichts mehr aus, aber dieser Sarg ist jetzt zu. Alles sehr merkwürdig. Wir haben hier noch eine andere große Tür, die verschlossen ist. Aber vielleicht können wir sie einschlagen, denn sie hat nur 36 HP. Du sollst jetzt diese Tür hier angreifen. Einige Objekte sind ungewöhnlich stark. Du musst genug Damage anzusehen, um sie zu verhindern, um sie zu verhindern. Es scheint nicht so, als könnte sie da durchkommen. Hier sieht es mit einem Feuerball aus. Es hat schon doppelten Damage bekommen, aber irgendwie reicht es immer noch nicht aus. Ich glaube, die kriegen wir nicht auf, Leute. Ja, gut. Viel mehr können wir hier in dieser Krypta auch nicht machen. Dann gehen wir wohl erstmal zurück. Die Frage ist, wie kommen wir zurück? Dann probieren wir doch mal durch die Tür hier durchzukommen. Ja. Alter, wir haben eventuell ein kleines Problem. Wir kommen hier nicht raus. Warum geht diese Tür denn auch nicht kaputt? Ah, sie geht doch kaputt. Ich muss nur genug rollen, um sie zu zerschören. So, danke. Tür kaputt. Okay. Der ist anscheinend auch nicht so freundlich gesonnen. Kann ich den von hier aus angreifen? Nein. Vielleicht, wenn wir ein Stückchen hier rüber gehen. Ja, das geht. Range Attack. Feuer frei. Daneben. Ja, ansonsten warten wir erstmal, dass der uns entgegenkommt. Wo will er hin? Ich weiß nicht, was sein Plan ist, aber wir teilen uns hier mal lieber ein bisschen auf. Arm String Shot. Feuer frei. Na gut. Hat sich das auch erledigt? Gucken wir mal, was der so dabei hatte. Der hat einen Schlüssel. Bandits Key. Nehmen wir erstmal alles so mit. Und jetzt können wir nochmal gucken, was hier für Loot ist. Gold nehmen wir mal mit. Den Rest brauchen wir nicht. Ferzen brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Hier ist noch eine Ruine. Eine Ruine, eine Tür. Overgrown Rinse. Kommen wir jetzt hier rein? Dafür war der Schlüssel. Chapel and Friends. Ja, gut. Used Bandits Key. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Gehen wir erstmal in die Gebiete, die wir noch nicht so ganz erkundet haben. Gucken mal, was wir hier noch so finden. Wie zum Beispiel hier ein dunkles Portal. Ganz casual mäßig laufen wir hier durch die Gegend. Warum rennen wir eigentlich nicht? Wenn wir auch irgendwie ein bisschen schneller laufen. Was ist mit diesem Raum? Es sieht irgendwie unstabelt. Du hast die Stille auf der Stein. Magisch glitzt und schlägt von es erratisch. Ist es nicht funktionierend? Es sieht ein bisschen gefährlich aus. Touch die Stille. Was könnte schon schiefgehen? Ach. Um. Ein Hand!? Werbung? Warlock Charisma attribue yourself to the sigils magic. Then bitta it quiet Sollte ja funktionieren add bonus guidance Oder Sollte passen Geil, denn können wir uns eher für was anderes aufbewahren. Success. Guten Tag. Und introductions. Und nicht wasst die Zeit von Passing Adventurers. Ich hoffe, das magisch. Ich weiß, du, nicht ich? In der Sprache. Du warst auf den Norseloid, auch. Ich war, ja. Ich kann nur sagen, dass Sie, also, Sie sind auf der Beinbezüge Was ist er für ein Typ? Mein Patron offers mir viele Gifts, aber Tadpole Extraction ist nicht einer von ihnen, ich kann keine Parasite cure. Wie solltet ihr euch eine Helplung Hand geben und ein Healer zusammenfassen? Wie solltet ihr ein Plan sein? Das ist ein Parasite-Shared ist ein Parasite-Halved. Oder etwas zu diesem Effekt. Oh, aber bevor du denkst, dass du dich auf eine Reise mit den meisten ill-mannereden Menschen bist, danke für mich aus dieser Stein. Es war ein Akt von Foresighted-Kindlichkeit, ich versuche dir. Ich habe das Gefühl, dass große Möglichkeiten sich für mich zurückgeben werden. Der sieht ein bisschen aus wie Obi-Wan auf dem Bild links. Er hat auch ein Level Up. Ich habe ja gesagt, wir wollten noch einen Magier haben. Eigentlich einen, der auch ein bisschen heilen kann vielleicht, aber egal. Dead Goblins. Ja gut, das sieht schon mal gut aus bezüglich der Map hier. Dann gehen wir doch mal noch so ein bisschen Richtung Norden. Trotzdem, warum laufen wir jetzt so langsam? Warum genau wurden wir jetzt gehealt? Dead und Y sind vertauscht, aber was macht Y? Das war jetzt der Genius-Move. Also Y hielt uns anscheinend. Was auch immer genau das gemacht hat. Setz die Blödsinn! Niemand kommt rein! Zevlor hat uns! Das Pack von Goblins wird uns auf jeden Fall! Was ist passiert? Goblins sind auf unserer Hälfte! Öffne die Blödsinn, Zevlor, jetzt! Jetzt! Du lässt Goblins hier? Wo sind die Drüade? Bitte, es gibt keine Zeit! Das sieht nicht wie ein Goblin aus. Aber, was weiß ich nicht. Es sieht nicht wie ein Goblin aus. Aber, was weiß ich nicht. Das sieht schon irgendwie Goblins aus. Es ist nicht gut. Das sieht einfach hier aus. Das sieht gut aus. Die Erf jetzt nicht so schwer. Das ist eine Tracks-Movem-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Sollten ihn hier auf jeden Fall killen. Der ist ein bisschen gefährlicher direkt vor uns. Ein Stück nach vorne laufen. Aber wir sind auch ein bisschen gesloter. Können wir hier noch looten? Also ein bisschen Stuff hier ist noch gar nicht schlecht. Auch einiges wert. Ich weiß immer noch nicht, warum wir nicht laufen. Okay, jetzt trage ich zu viel. Jetzt weiß ich, warum ich nicht so schnell laufen kann. Aber wir können das Ganze ja Shadowheart senden. So, aber irgendwie müssen wir doch schneller laufen können. Guck mal, der hat hier auch schöne Hände. Pick up und equip. Wie sieht es sonst so mit den Leuten hier aus? Gold. Naja, gut, gehen wir mal rein. Können wir denn, können, dürfen. Hello. Okay, danke schön. Hier können wir anscheinend keine Short Rest machen oder wir brauchen Camp Supplies, die wir jetzt aufgebraucht haben. Und, wer weiß. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Melee attack, 9 persuasion. More violence won't bring back those you lost. Stop and think. Oh, 15. Hm, naja, whatever. Whatever happens, happens. Und ich konnte ihn anscheinend nicht überzeugen. Und dann läuft er so langsam. Was ist denn das? Irgendeine Taste. Welche ist das? Ach, Mensch. Ich habe echt keine Ahnung, welche Taste das ist. Ach, googeln wir. Okay, das heißt einfach, ich frage zu viel. Das könnte natürlich auch gut sein. Dann schicken wir einfach noch mehr zu den anderen Leuten. Aber ich glaube nicht, dass er überladen ist. Das liegt irgendwie nicht so. Und da, jetzt? Aha, 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 jetzt geht's. Er war doch leicht überladen. Das ist zertifiziert. Danke für deine Hilfe da draußen. Ich bin Zevlore. Gut getroffen. Ich muss euch warnen. Die Besucher sind nicht mehr willkommen in diesem Grosven. Warum sind sie für dich aus? Da haben viele Angelegenheiten von verschiedenen Monstern. Die Druiden schluss uns Outsiders für sie hier. Keine Willkommen mehr. Sie haben ein Ritual. Um zu zerstören die Grosven von der Welt. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. This ritual, is there no way to convince the druids to stop it? Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. I have my own temporal concerns, I need a healer. I'll find her, and I'll speak to Kargar while I'm there. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them sense, before more lives are lost. Wir sind keine Messenger, wir gehen doch sowieso dahin, um mit denen zu reden, also warum nicht? So blau, nein. So, wir wollen irgendwie zum Inner Grove, who is in this? Klingt fast so, als wäre das hier drin. Kann ich da irgendwie anklopfen oder so? Guten Tag. Certains actions are frowned upon others. Get caught and you might find yourself in a prison cell. Ja, das ist mir schon bewusst, aber... Wie komme ich denn in a grove? Keine Ahnung, wer diese ganzen Leute hier sind, aber wir sprechen einfach mal mit den Leuten, die wichtig aussehen. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. Heh, they're tough kids. Smart, too. Their future is in good hands. Das ist der Typ, der uns draußen geholfen hat. Geh an, gib mir einen besseren Schuss. Nicht schlecht. Wieder mal. Ich kann es nicht tun. Ich bin nicht wie du. Hey there, can I have a word? Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. And his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers, racing through the waste of Avernus. Just a head, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Wir hätten diese Verbindung nicht mit Gale. Obwohl er sagt, er hat das auch. Das ist ein bisschen suspicions. Who was that woman? They won your thoughts. You saw her then? Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship. But the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now. Preying on the innocent. I don't kill her. She'll leave behind nothing but a trail of corpses. I'm more concerned about the parasite. I suggest we search for a healer together. An excellent suggestion. With your parties full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Go to my camp and wait for me. A splendid plan. We'll talk more there. Hmm. Raider of quirks and sundraes. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of color in those cheeks, Petal. Are you harsh? Cold? Feverish? Auntie Etal will search out. I've lotions and potions galore. But are you an alchemist? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with that... Darp hand and such things. Aha! You'll take a soup of that and you'll feel right as rain, sweetie. And what is this exactly? Might this concussion also help with something more serious? Ah, drink the potion, whatever. As you down the potion, a comforting warmth spread through you. Hmm. I swear, you're still as picky looking. I feel better. It's difficult to explain. I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Something doesn't add up about this one. Don't tell her anything. What is it, Petal? What's wrong? Vielleicht hätte ich den Potion doch nicht trinken sollen. There's nothing wrong, I swear. Everything is fine. What do you wish, Petal? No, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. What harm? Show me your wares. Hey, bother. Wir können ein bisschen was verkaufen hier. Na gut, passt erstmal so. Wen haben wir hier so? Damon. Das ist ein Schmied. Thanks for fighting off those Goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my crew in El Torel. That forge is holding on by a threat. Are you Smith? Of sorts. Used to be a bread and butter Tinsmith before El Torel fell into Avernus. These days my talents are more... ...eklektic. Learned a lot in my time in the hells. Hope to forget most of it. But... Between you and me... There's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Unless... My offerings are far more humble these days. I don't believe that he has anything that we need. I don't believe that he is in a grove. Maybe he is. Looks like a stone wall. At any point, we can go in there. Secluded chamber. Ah, here's Cephalor. Where's this? You're the one who helped to the gate. Glad to have another sword. We might need it. Have you spoken to Corga? Not yet. Of course. You have your own business to attend to. But... If the Druids won't abandon this ritual of theirs... It will be trouble. For all of us. Yeah, that's what's going on. But I could have a little bit more... ...Wegweisung benötigen. Let's go here up. Emerald Grove. That's sounds better. Kartentechnisch. Where am I here? There's a hidden place. Is that not the one we should talk about? Carlach? But how come I here? Außerdem looks like a stone wall. There's a stone wall. Used to think the goblins would kill us... ...the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate... Well... I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Will you? I don't see many soldiers. We're tougher than we look. We've survived persecution. Survived Avernus. Who knows? Some of us might even make it to Baldur's Gate. Maybe you'll catch a glimpse of Baldur's Gate... ...before they cut you down. No. Well, aren't you an optimist? I've seen what the goblins can do... ...to a vulnerable caravan... ...so I'm not as confident. But if you are... ...why not put a little gold on the line? How are you going to take my gold... ...if you are dead? I'm sure you're good for it. Just leave the gold on my corpse. After seeing you at the gate... ...I'm sure you'll last longer than us. Alright, you're on. Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid... ...that means we're destined to meet him... ...in Baldur's Gate. Looking forward to it. So many ways to die. Okay, können wir hier hochklettern? Das sieht doch aus, als könnten wir das. Hier oben ist eine Chest... ...Heavy Chest. Medium Toughness. Beef Tools. Oh, ein bisschen Gold. Aber ich glaube, mehr ist hier nicht. Hier runter können wir nicht. Da können wir auch nicht runter. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Wo sind wir denn überhaupt hergekommen? Da, durch die Hedge. The Hollow. Na gut, ich weiß immer noch nicht, wie es zum... ...Sacred Growth geht. Wir gehen erstmal hier hoch. Oder vielleicht eher in die andere Richtung. Hier hoch. Hier durch die Tür. Hier waren wir ja noch nicht, aber das sieht eher irgendwie nach Gefängnis aus. Das ist der Punkt. Geh weg! Sie hat nicht deinen Bruder getötet, Arca. Du bist besser als das. Schau, bevor du deinen Nerven verlierst, Tiefling. Wenn du es noch einmal zu Beginn mit hatten. Shut up, diese Worte könnten dir dein letzter. Ich bin nicht Angst. Ich bin der absoluten Ich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, okay? Ach, move in front. Ich will sie noch ein bisschen ausfragen. Detect thoughts. Read Tieflings thoughts. Oh, das war knapp. Gerade so ein Success. Kanon would hate me for this, but he's not here. They took him from me. Not a penny required. Okay. What would Kanon think of you now? Don't you dare! Verdammt du. Verdammt du. Aber warum do you care, if a Goblin lives or dies? If she dies, she'll take everything she knows to the grave. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. Let me out of you, you bunch of softies. Ain't sure why you protected me. Don't care, neither. It's too late to make friends warg me. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Who's this Absolute here, so fond of your God? Goddess. We're burning her name across the face of the world we are. The Absolute is gold from the sky she is. The blessing in the storm and the storm itself. An all-pawful goddess that can't get you out of the cage. Maybe she sent you to help me. And you will. If you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gutt will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads. No matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyahg. I'm not saying you should trust a Goblin. But she sounds very useful. Sorry, buy it for a cop and a tavern nearby. It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here and I'll tell you where to find her. Deal? You already told me what I need to know. I find the priestess myself. Even if you did find my tribe. They'd set the orgs on you. You need me. Get me out of here. And I'll tell them what a good friend you are. Not a chance you can run in that cage. Looking forward to seeing what your innards look like. You're going to be soaring every last one of you. Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. What's the Yawning Portal? In Waterdeep. Oh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Leads into the Undermountain, you see. Full of death, danger, and vast amounts of treasure. Hard to resist. What was the standoff about? Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Siric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow. And a hush fell over the entire room. What happened next? I stood up and yelled, shadowdark ale for everyone. The crowd cheered. The tension drained into five dozen tankards. And soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale. But you went and stood in front of that crossbow. I drink to that. Evidence chest is just empty. Equipment chest is also empty. Oh yeah, the thieves are all boring. Even your cages are boring. Na gut. I'm gonna bite the heads off your kids. And your birdies. And your dogs. Ja, mach nur das mal. Weiß jetzt immer noch nicht so richtig, wo es in Snugrowth geht. Hier können wir noch lang. Please, last room. It is... Ah, my God. I need to go right now. She's a thief hell spawn. And you will wait for Corgurs judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrashabra. I'll rip your damn throat out. Guten Tag. Was geht hier so? Why? What's so special down here? If it weren't for me, you'd be overrun by goblins by now. I'll go where I'll please. Kick back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You? Apparently Corgur wants to see you. Go ahead. Ach, jetzt auf einmal. Wer ist denn hier, Corgur? Wer ist Volo? Der sieht komisch aus. Ein Badal. Fine, ask your questions. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Give an exact description. Goblins were of rare, gem-colored hue and wielded magic blowgums. and the dragon they had marching in the rear. Was it of the brass or silver variety? Dragon? There wasn't any dragon. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Okay. Last question. Then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Yes, they called out the name like Walkry. They did, didn't they? Oh, oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Magloviot, in favor of someone called the absolute. The scandal. Goblin superstition not worth the ink or emparchment. But his superstition all. These Goblins are informed by a kind of strategy, anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to do it all. Wait, about our conversation earlier. Why the dragon? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Na gut. Wer ist hier diese Druiden, mit der ich sprechen soll? Wahrscheinlich hier im... in der Stone Door? Oh. I will imprison the Devil. And I will cast out every stranger. Beef poison? What's this girl's actual crime? Girl? You mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here, until the rite is complete. And keep still, Devil. Teela is restless. Come, Kogar. We took back the idol. Surely... Do it. Detect thoughts. Read Kogars mind. Hmm, ich glaube, hier hätte ich... einen Modus draufpacken. Ansonsten haben wir 50-50, weil ich mindestens eine 10 rollen muss. Ähm. Hm. Ja, aber eventuell gibt es was Wichtigeres. Oh, das hat sich auch so gut klärt. You've proven your authority, now prove your mercy. Child, take to the others word of my grace. Sivisif, Teela, to me. It hurts. Thank you, Kogar. Master Halseen will... Halseen isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least. In case your imagination is in danger of getting away from you. It's just... Something I have to live with. How badly does it hurt? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Forgiveness means nothing if she doesn't learn from her mistakes. Come, let's cut the kid some slack, shall we? She didn't deserve this madcap spectacle, as far as I'm concerned. Go on. Say it. You think I'm a monster? You're protecting your own. Sometimes cruelty is required. First you urge Grace. Then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the Grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. This rite must be born of powerful magic. The rite of thorns. It is the Treefather's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. They came on Seveler's behalf. His people could perish if you force them out. And mine perish if he stays. You showed great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Seveler. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Prattle all you want, the refugees aren't my concern. Then they soon know the sting of my venom. Get out. We have no more business. Is that they're not so to say? It's very well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. And if I hadn't spoken up, what would have happened? Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings dripping out. Or worse. I guess it seems to rule the roost. Who's your real leader? Master Hal Sin. Perhaps goblin caught. Perhaps dead. He'd set mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the rite is finished. So many more. Sent into a world gone mad. No one's looking for Hal Sin. I could do it. Would you? I would give anything to see Hal Sin return home. I don't need to fret. I'll find him. Solvanus' blessing upon you. And my gratitude as well. Hal Sin is an elf with the presence of a bear. He left West with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Come, Silver. I wish I could offer more assistance. For now, I must keep a close watch on Korga. I hope to see both you and Hal Sin again soon. Runter geht. Oder auch nicht. Weil wir da anscheinend nicht runter können. Oder doch. Wir laufen einfach in der Luft. Gar kein Problem. Okay, jetzt haben wir auch die ganzen Sachen reingeredet. Jetzt wissen wir auch, worauf wir laufen. Dass die Leute hier mit sich sprechen, oder? Bequiff Animals. Er kommt nicht zurück, oder? Seine Schmerz ist weg. Er ist weg. Wer are you looking for? Ja, wahrscheinlich für unseren Anführer. Master. Er ist mit den weibenden zwei Legern. Er sagte, er wäre zurück. Aber ich kann sie, die weibenden, und ich kann ihn nicht weibenden. Er kommt nicht zurück. Er ist stark. Warum nicht nach ihm? Ist das denn jetzt ein Druid, oder ist das ein legiter Bär? Weil wenn es ein Druide ist, warum verhandelt er sich nicht zurück, um mit mir zu reden? Naja. Cannot go there. Komm, da kommen wir doch bestimmt rüber, John. Oder? Target ist nicht zu fahr. Hui. Das ist ja perfekt. Hier haben wir auch eine Kiste. Keine Spiegel. Bitte. Scroll of fly. Können wir die Scroll of fly nutzen, um hier rüber zu fliegen? Aber das, dann sind wir auf uns alleine gestellt. Naja gut, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Warum sind unsere Schuhe hier so rot? Sieht sehr merkwürdig aus. Wenn etwas auf meiner Meinung ist, ist das nur ein Moment. Dieser Mann ist meine Geschichte. Ich bin weit von Hause. Ja, super. Ähm, ja. Gibt es hier noch einen anderen Ausgang, ist die Frage. Ich bezweifle es ja irgendwie. Ja, wobei vielleicht hier vorne. Wenn wir denn erlaubt sind, damit zu fahren, fragen wir mal den Bären. Taffet. Auch wenn er schläft. Guten Tag. Einmal bitte aufwecken. Ja, das sehe ich. Schau einen Fisch neben dem Elevator. Huh? Was ist das? Dass ich die Fische mitgenommen habe. Der ist auch wieder eingepennt. Squirrel. Soll ich fies sein? Ich weiß es nicht. Was war das für? Du bist überraschend. Das ist mein Territory. Warlock Intimidation. Ein Wort. Und ich könnte dich zu einem Kriss. Das ist ein easy throw. Selbst wenn einer. Wobei ich weiß nicht, ob eine einzelne Instant-Failure ist. Aber naja. Okay, okay. Klamm dich. Wir können einen Deal machen. Wie geht es dir? Du kannst bleiben, wenn du diese wunderschönen Füße auf dem Boden behältst. Was haben wir hier gefunden? Ein, okay. Ein Ohr einer Hyäne. Ich weiß nicht, ob ich den Bedarf habe, auf einen Baum zu klettern. Irgendwann. Aber wenn ich hinsichtlich Bedarf dazu habe, dann werde ich auf diesen Baum klettern. Scheißegal, was das eigentlich heute dazu sagt. Survival fehlt? Was ist das? Haben wir eine Shovel? Hat irgendwer von uns eine Shovel? Not enough movement. Können wir ihn angreifen? Warum ist er überhaupt hier? Ich meine, wir sind hier zu viert. Was soll er machen? Will daneben geschossen. Hau ich ihn einfach kaputt. Oder auch nicht. Dann schießen wir ihn jetzt eben kaputt. Critical Miss. Nice. Wir sind richtig useful in diesem Kampf. Denn die sind halt kaputt. Noch ein Crit. Gut, dass wir Estuarion mitgenommen haben. Gut, ich glaube, Shadowheart sollte sich heilen, wenn sie denn kann. Kann sie nicht. Hat sie irgendeinen Debuff oder so? Ja. Ich glaube, zum Campen brauchen wir Supplies. Aber naja. Vielleicht sollten wir ihn auch erstmal looten. Was hat er so? Wir nehmen einfach mal alles mit. Hat aber nichts von Interesse. Er hat Nadira getötet. Wäre jetzt Diebstahl zu beklauen. Aber hier ist, glaube ich, eh niemand, der das beobachten kann. Okay. Nehmen wir mal mit. Learning Spells. Students of the Arcane Arts. Wizards can learn new Spells by studying certain Spells instead of using them. Nur Wizards? Oder gehörte zu Wizards gehörte ich da auch zu. Ja, mein Teleskop. You peer through the Telescope. Wenn der Distant-Objekt versucht, zu mehr Details zu machen, fokussiert der Teleskop und der Distant-Objekt versucht, eine klare Sicht zu bekommen. Ja, das ergibt ja mehr Sinn. Und anscheinend sind wir auch verwandert mit Teleskopen. Es ist ein Drache. Das habe ich mir schon gedacht. You see a dragon circling like a bird of prey. Hunting. Wo ist der Teleskop? Er ist ja nach links geflogen. The Telescope points to the left. The Telescope points to the right. Okay. Na gut, lasst ihr uns dann auch wieder raus? Weil ich würde ehrlich gesagt gerne... Wo war es, wo ich den Typen gesehen habe? Up down Karlach. Ich würde gerne irgendwie da oben hin. Ich glaube, ich habe den auch hier gesehen, ne? Irgendwo hier so am Wasserfall. Wahrscheinlich hier so komplett außen rum. Ja, ich habe ja gerade noch die Quest, dass ich zu dem einen Typen zurückkehren soll. Dann machen wir das erstmal, weil wir ja gerade sowieso schon hier sind. Können auch mal eben gucken, ob wir noch ein paar Camp Supplies hier bekommen oder so. Flüchtlinge, Sprecher. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those Goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. What are you selling? Just some bits and bobs I no longer need. Thief Tools, die brauche ich. Ich habe Thief Tools. Trap des Arm-Tools, das brauche ich. Never mind, ich habe es verwechselt. Ja, dann gib mir mal das. Und die Trap des Arm-Tools. Keine Ahnung, habe ich irgendwas wertvolles, was ich verkaufen kann? Ich weiß halt jetzt leider ab dem Punkt noch nicht, was ich genau brauche. Ja gut, dann geben wir ihm halt noch ein bisschen Gold. Das hat sie verloren. Ich habe gehört, was er passiert. Danke für die Kinder schreit. Danke für die Kinder schreit. Wenn die Druid sind so weit weg, dann ist es nicht nur die Goblins wir haben zu fear. Wir können riskieren hier oder es für sicher sein auf der Straße. Das ist eine Chance, ist es? Wenn Sie die Ritual haben, dann sehen Sie was, was sie wollen für die Kinder schreit. Then why don't get rid of her? What's it worth to you? Everything. I'm still hoping, Korga can be swayed from this madness, but if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must do. Oh. Hmm. Ja gut, das Problem ist halt, mich werden da wahrscheinlich alle drin angreifen, wenn ich versuche, sie zu killen. Ich werde wahrscheinlich erstmal versuchen, diesen Typen zu finden und ich weiß aber nicht, ob es dann zu spät ist. Das ist jetzt so halt so ein Cthundrum. Was haben wir hier so? Oh. 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 Schmerz schlafen, aber du fühlst nichts in der Antwort. Dein lippes Power ist außerhalb der Zeit, bis du resten kannst. Medizin. Es wird nicht so tief, aber ich kann dir helfen. Vielleicht auch nicht. Nee, nee, ich kann ihm nicht helfen, sorry. Nurwill ist da. Ja. Die reden auch vom Absolut? True Soul? Rekrude Summary, you have more to learn of our Fate, Nobis. I'm sorry, True Soul, I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Why are you here? The wildness is dangerous. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. I'm a survivor of that crash, looks like you found me. You! Brenner, kill him! Calm down, what the fuck? Heh, okay. Eigentlich wollten wir euch ja helfen, aber irgendwie... Holy shit, kann sie weit schubsen. I'm on my feet. Aua. Toll. Weil ich jetzt in Acid Gryll bin, ist alles ein Disadvantage. Was ein Scheiß. Ab in deine eigene Säure mit dir. Kann ich jetzt weggehen, ohne dass er mich angreift? Sieht so aus, ne? Let's light her up. Sollte vielleicht auch mal aus der Asset raus. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt genau war, aber gut. Eigentlich wollte ich denen helfen und noch ein bisschen questionen, aber vielleicht hätte ich mir eher durchlesen sollen, was genau... ressoniert mit dem正 motivating. Die kommt muss richtig. Diese Flecken verbrauchen vom Schuh. In dir ist etwas, das Geschäft und muß das deineOT sind. Was ihr Herz trabt? Warum lassen sich deren Hokiffe pamię령 was herbt? Der TADPOL hat alles benötet. Seine Erfahrung könnte dir beurteilen. Stricke dich��. Das klingt nicht gesund aus, äh... Wisdom, force your mind shut, you will not be influenced by a illithid parasite. Hm, oder anscheinend doch. Kein Verwendung. Die Kompulsierung geht über. Deine Aktionen sind nicht mehr deine eigene. Die Dinge abandenen ihre Hosts so schnell wie sie sie brauchen. File Parasite. Was hatte denn sonst? Das ist Salami. Sehr schön. Das sind die Dinge, die ihre Hosts abandenen, so schnell wie sie sie brauchen. Nimm einfach mal alles mit. Bringt uns vielleicht irgendwas. Naja, gut. Okay, kennen wir hier. Wahrscheinlich hier drin. Ich will halt als erstes zu dem Typen da oben. Den Old Bear können wir auch noch später handen. Very good. Die Gruppe Animals ist jetzt weg. Oder ist jetzt weg? Ich verstehe es nicht. Warum ist das durchgestrichen? Keep moving stranger. Quietly. What happened here? Persuasion, Perception. Let's move Perception. You're a Scratch, aren't you? Come here, it's alright. You don't know my name. Interessant. A Predator wouldn't care to learn it. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. I don't think he's going to wake up to rest. He needs a grave. Just go. I won't ask you again. I mean, I don't really care that much. Aber ich glaube auch, dass der Typ jetzt nicht unbedingt so tolle Sachen dabei hat. Müssen wir hier rüber. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Da ist Karlach. Den habe ich ja schon von oben gesehen. Karlach, dir scheint es nicht so gut zu gehen. Das ist der Typ, der Wille zu töten wurde, um zu töten. Are you alright? Obviamente not. I'm good, Otsima. Me? Never been better. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called Paladins of Tear did. I don't remember you from the ship. Where were you? Now that's the story. And I'll tell it to you. But truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these Paladins of... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies. As you tear through a landscape of fire and blood. The blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. It's a tadpole in our heads, it connected us. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlak. And you are... I'm Dixus. Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the blood war. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me ten years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of tear. Wanna help me take them down? Let's send them back where they came from. Fuck yes. They cornered me outside the toll house, just up the hill. Don't they've gone far after the scorching I gave them? After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety. Should the need arise. Sounds like a great plan. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Also es ist glaube ich niemals schlecht, ein bisschen Reserve zu haben. Pile of Bones. Hm, empty. Wo läuft sie denn jetzt hin? Und hier nicht die Feinde? How many did he lose? Zwei. Zwei. Zwei Stolzwerger von Teer. Zwarzen, um die Justiz zu halten. Was hat dir passiert? Okay, dann anscheinend gar nichts. Okay. Klicke es raus. Es ist peinlich als die Knole. Nichts, was wir brauchen, um es zu beschäftigen. Wie geht es um einen Dragen? Das würde dich beantworten? Ich gebe dir einen blöden Geflogen. Ich gebe dir ein blöden Geflogen. Hm, das nur was du dir geben, einen Dragen, ist zurück. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. Come to finish us, have you? You must meet Karlach. I know the truth about who you are. I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are Paladins of Teer. Lord of Justice. He sent us after an infernal being. Straight out of the Nine Hells. Hiding in the form of a one-horned tiefling. Karlach. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Say I buy your story. What then? Then you'd be very stupid indeed. Poor Karlach. Allied with the first Sap she met. Who will be so quickly destroyed? Zaryon will find this all terribly funny. Was ist los mit ihm? Warum dann überhaupt lügen? Ist schon ein bisschen hoch. Ist einer schon gedownt? Der haut auf die ganzen Toten drauf. Geht's ihm gut? Ja. Laut. Wir hatten ja hier einen Autosave. Vielleicht können wir dann mit denen auch nochmal gut Freund machen. Oder ihnen zumindest ein paar mehr Informationen entlocken. Die Sache ist, ich weiß nur gar nicht, ob ich den Tadpole überhaupt haben möchte. Also, wenn der denn nochmal in meinen Besitz kommt. Weil... Ich könnte ihn ja vielleicht auch Leuten zeigen, so nach dem Thema, hey, das habe ich im Kopf. Könnt ihr mich davon heilen? Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, den zu haben. Na, Heinz. Sie sind immer schlechter. Okay, ich könnte nicht wissen, was die mich dann angreifen. Diese Feuditives, erzähl mir mehr. Wir wissen nicht, was sie sehen, aber... Dann verstehe ich immer noch nicht, warum die mich angreifen, okay. Was ist genau zu deinem Bruder? Ein Ölbeer. Er hatte ihn auf dem Boden, bevor wir eine Chance hatten, zu reagieren. Wir haben ihn ausgeladen, aber... ... die Biestklauze haben bereits ihre Arbeit gemacht. Ich habe mir gesagt, Edward nicht zu schauen, in dieser Tadpole. Es war schade, mit Ölbeer-Tracken. Ja, gut. Ja, gut, killen wir die halt nochmal. So, meine Güte. Jetzt sollte ich vielleicht erstmal das Level Up vollziehen. Shadow Heart, Level Up. Gut, sie hat jetzt Prepare Spells unlocked. Ja, und damit bleiben wir auch mal auf Healing. Wir lassen mal alles bei ihr, so wie es ist. Ich glaube, das ist schon ganz sinnig. Asterion. Ich glaube, bei denen ist es genauso. Wir lassen einfach mal so alles, was es ist. Außer, dass wir bei ihm halt Cantrips wählen müssen. Das ist Splash, ist ja schon mal nicht schlecht. Wir machen mal Poison Spray. Er ist so ein Poison-Typ. Und wir können zwei Spells lernen. Skies, das passt doch zu ihm. Und Blinding. Und ein Wizard Spell. Ja, nehmen wir halt noch mehr Poison. Er ist unser Poison-Dude. Und zum Schluss Scale, Level Up. Zwei neue Spells können wir lernen mit ihm. Hier können wir jetzt ruhig ein bisschen für Damage gehen. Scorching Raze zum Beispiel. Und Old Person. Ja, dann nehmen wir doch das bei ihm. Ist doch nicht schlecht. Nehmen wir nochmal dem zu widerstehen hier. Wieder gefehlt. Also genau der gleiche Outcome wie zuvor. Oh, den haben wir jetzt gefehlt. Mal sehen, was der Hund jetzt macht. Das ist eigentlich greift bei uns an. Was machst du? Geh zurück! Na gut, wir können ihn noch persuasen. Oh, das ist aber hoch. Kriegen wir trotzdem hin. Gut, dass wir in so ein hohes Charismar-Level haben. Es gibt Tod in deinem Spruch. Aber nicht in deinen Worten. Still, du sollst gehen. Mein Freund ist verletzt. Er braucht Rest. Ich glaube nicht, er wird aufwachen. Natürlich wird er. Und dann werden wir nach Hause zurück. Dein Name? Er kenne mich Scratch. Und du kannst das auch machen. Was ist der Freund? Wir waren attackiert. Wir waren kackling, furry things on two legs. Und der Smell. Es war strange, rotten, evil. Du kennst die creatures, wie er beschreibt. Knolls. Come on, you can travel with me, if you like. No, I won't leave him. If he doesn't wake up, follow on my scent, I have a camp. If it comes to that, I may. Thank you. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, hm? Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about something. Well, rather important. Rather important, no less. All right, go ahead. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils. Overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Corga to release the girl. In short, I've grown to trust you. It's very gratifying to hear. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Can it be cured? No. It cannot be cured. And I assure you, I've left no page unturned in reaching that conclusion. I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. Home. In Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful, magical item. And absorb the weave inside. Yo, Elinus Castle, is here to consume raw magic? I'm going to need the details. Where do you suggest we find the artifacts you need? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard one such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved. Or great cost. And at the end of all, that I lose valuable artifacts. No thanks. I expected as much. Don't worry. I'm happy to help. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic infused treasure. As do our packs. As a matter of fact, we have such an item already in our possession. Primed for the moment that need arises. I hope I can count on you. One horn. Oh, she's a little rough around the edges. Well, I suppose I can be smooth enough for two. The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We're squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Can I just throw it in me to the door? That would be funny. Very cool, if she would go out again. I would just throw it in me. How much percent has that? 45? 55 has she. Okay, then make it a better shadow heart. If she now stands there, throw it in me. I'll just throw it in me. You have to keep going. Scheiße. Carole. Okay. I can just try it again. No, 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 no. Du hättest mich fast getötet. Kannst du nicht da runter schubsen? Was soll denn der Scheiß? What was that for? You sought a fight. And now you have one. Okay, die kommen auch. Sie steht gerade im Weg. Und ich kann sie nicht vernünftig umschubsen. Dann machen wir mal ein Assets Flash hier rüber. Dann haben die alle, die da durchkommen, ein Problem schon mal. Keine Ahnung, wir müssen sie irgendwie töten. Und am besten gehe ich hier hoch. Sind wir schon mal in der Advanced Position. Ehrlich, zwei Damage. Shield of Faith auf ihn hier. Weil er könnte sonst gleich Probleme bekommen. So, und er killt sie jetzt hoffentlich mit einem Blitz. Back mit dir. Sehr schön. Und danach kannst du auch noch hier hochgehen. Okay, er dasht. Das ist schon mal sehr gut. Er dasht nach oben. Das ist nicht gut. Soll das ein Crit sein? Okay. Können wir irgendwas machen, was gerade was bringt? Freeze können wir. Dann ist er da drin geslowed. Er rutscht aus. Okay, wo dasht sie jetzt hin? Dahin. Während er dann auf dem Boden liegt, sollten wir ihn am besten richtig schön angreifen, oder? Für ein bisschen Acid. Und dann gehen wir am besten auch einmal hier hoch. Ja, Dixus geht am besten auch hier hoch. Dann bist du nicht alleine da unten. Warum kann er dreimal angreifen? Holy shit. Wie sie immer zu schaffen. Sehr schön. Und jetzt... Ähm... Ah, Burning sollte ich wahrscheinlich erst machen. Wenn beide hier oben sind, oder? Wobei, er muss auch eigentlich sterben. Das war schon mal gut. Und jetzt wäre es schön, wenn du ihn töten könntest. Bitte. So ein Scheiß. Gut, er verbrennt. Daneben. Ey. So. Okay, bleiben können wir nicht von hier. Wir sollen sie unbedingt bleiben. Hilf ihr mal hoch. Kannst du sie schaffen? 40%. Aber egal. Ich meine sie runter. Warum ist sie nicht runtergeflogen? Naja, egal. Leute. Ihr seid nicht gerade Helden irgendwie. Gut, dass sie geblindet ist. Wir versuchen sie jetzt einfach immer wieder runterzuschmeißen. Warum auch nicht. Und wenn das nicht funktioniert, dann... Äh... Ist nicht mehr geblindet. Das ist schlecht. Dann halt Poison Spray. Sehr schön, wenn ihr mal nicht verfehlen würdet. Ich will nicht geben. Nicht jetzt. Auf den Weg. Holy shit. Dass sie noch lebt. Hat sie noch ein HP. Kannst du sie von da oben angreifen? Er ist das Interrupted. Ja, natürlich. Aber du sollst... Erstmal hier an die Kante gehen. Und dann dürfte er nicht Interrupted sein. Will ich doch mal hoffen. Und töte sie. Natürlich nicht. Warum solltest du sie auch töten? Hehe. Ja, gut. Dann halt nicht. Oh mein Gott, ey. Komm schon, Gail. Warum verfehlt ihr die ganze Zeit? Was ist los mit euch? Sretter hier wieder hoch. Jetzt kommt sie aber auch wieder hoch. Ja, das kann sie nicht machen. Irgendwer töte sie jetzt bitte. Danke. Hilft ihr hoch. Jetzt können wir, glaube ich, erstmal alle campen. Habe ich die Supplies nicht gekauft? Oder ist hier einfach nur kein Ort zum Campen? Können wir die Batroll benutzen oder so? Funktioniert das? Funktioniert nicht wirklich. Naja, was haben die denn für Loot? Netten Loot haben sie. Vor allen Dingen der Typ da oben wahrscheinlich. Also will ich doch zumindest mal hoffen. Der hat ein grünes Schwert. Das ist doch was für unsere nette Shadow-Part. Your leg of train. Finden wir schon so eine schöne Waffe und dann kannst du damit nicht umgehen. Was soll denn der Scheiß? Da ist die Leiche von ihr. Ich dachte schon, wo ist die hin? Die hängt hier so halb runter. Naja, gut. Können wir hier irgendwo ein Camp errichten? Hier sind die Genolle. Toll. Da hat mir das Eichhörnchen ja echt eine tolle Belohnung gebracht. Von allem, was ich hier jetzt luken kann. Hier drin sonst noch irgendwas. Ah, aber hier ist eine Bodenhedge. Und hier ist da unten noch was? Weil es sind auch weitere Feinde und wir sterben. Gehörnchen! Da ist das Zauber auf den Nostrilen. Das sollte ein Krieg sein. Eine Volt Tor. Es ist lockt. Gail, kannst du da was mit Feuer machen? Es ist immerhin, äh... Welchen Weg zum den nächsten Lied? Aber ich weiß nicht, ob es ein Zauber für dich ist. Vielleicht sollte Shadow Hard das er machen. Bei ihr ist es auf jeden Fall ein Cantrip. Ihr könnt mich! Gott, da kommen wir nicht durch. Aber wir haben Safe Tools. Open Lock. Picking Impossible. Na super. Aber irgendwer muss doch den Schlüssel haben. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du da einfach draufhauen kannst, oder? Nein. Oh Gott, ich hoffe, Gail meinte nicht das mysterious Artefakt, was Shadow Hard hier hat. Weil das können wir ihm, glaube ich, nicht geben. Na egal. Kannst du jetzt da draufhauen? Anscheinend nicht. Bring dich doch mal an. Dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel sein könnte. Wie lange hältst du an Impfen, wenn ich ihn jetzt darauf beschwöre? Vielleicht mit dem Sack? Die Stadt ist ein verritable Feast von Schleppern. Wo könnte denn dieser Scheiß... Schlüsselt sein? Was sind das für komische Geräusche, die hier rauskommen? Ne, wir haben hier echt keinen Schlüssel. Sehr interessant. Na gut, was sagt die Karte? Wir müssen zum Goblin Camp für alles mögliche. Oh, hier ist ein Waypoint. Wir müssen aber auf jeden Fall... Was war hier oben noch? Wir müssen auf jeden Fall irgendwo campen. Da leben auf jeden Fall noch welche. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht campen können. Hier vielleicht auf dem Button Camp and Resting Menu. Wir haben genug Camp-Supplies, um alle Hit-Points und Spell-Schläge zu retten. Ein paar lange Rests. Okay, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ich brauche Leben. Bevor wir hier weitergehen. Ein Horn. Der Schmerz von Avernus. Advocatus Diaboli. Ich werde all die Gott verletzt werden. Die Blut der Frontier. Ich dachte, ich hätte dich für gut geschossen. Das wird mir教en, dich zu überwenden. Karlak. Der Archdevil Zerial der Gladiator. Ich habe das alles gewonnen, Will. Karlak ist nicht zu überwenden. Er ist nicht zu überwenden. Er ist nicht zu überwenden. Ich bin nicht zu überwenden, die Blut zu überwenden. Schau dich, Devin. Ich weiß, dein Kind. Ein Herz ist schmerz als ein Schmerz von einem Schmerz. Du hast eine Kindheit gesessen, um die Blut zu spüren. Ein Devin? Ich habe nicht die Blut für eine Fool. Ich... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlak, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the Blood War. With every swing of her axe, Karlak fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Karlak. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlak's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldurin's helm, I... no. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Stand down. You saw what I saw. Karlak is not a danger. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! God. You're a stubborn. Karlak's not a devil and you know it. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly. Or either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the Blade got his name. I swear to you, on all I am, I am not what you think. Shit! Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've... I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. Heh. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlak. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Hmm. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlak. Has that cheer pretty loud? Fair. But still, the man's got a reputation for being lethal with that blade. I'm glad it's on our side. I need to find a way forward. I want to have a word. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Someone sets you on Karlak's tail. I'd like to know who. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Penance? Should I be worried? I'll take care of those paladins of turd for you. You did? Wow. That was sound of you. Why'd you do it? I will take care of my people. Glad to be counted among them. Really glad. I wish I could have been there to watch those Ignauts crumble. But I'm just happy they're off my tail. Then again, facing them down might put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Let's me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. I met someone who might be able to help. Robert Smith, who worked in the hells for a time. Well, now. Maybe I could make his acquaintance. If I can screw or two, you might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Lead on. Oh, rest. Okay. Jetzt weiß man auch, wie die Mechanik funktioniert. Das heißt, es ist immer gut, alles an Essen mitzunehmen. Die andere Frage ist, wo bin ich hier? Und wie komme ich zurück? Leaf Camp. Okay. Hey, der Hund war da. Hab ich leider zu spät gesehen, aber naja. Was? Okay. Du hörst, was kommt weiter, bevor du siehst. Das schmerzige Schmerz des Böden und ein Schmerz des Schmerz des Böden, als der Körper beginnt zu drehen und umdrehen. Du siehst mit frühen Realisationen. Das ist nicht der Ende eines Lebens, sondern der Anfang eines anderen. Gnolls, viciösen, monstres Humanoid, können aus den Korpsen der sterben Hyänern spawnen. Great to come for the Hyäner. Her belly sprit, like a rotten fruit, birthing a frenzy of claws and fangs. Okay, jetzt wissen wir auch, wie das passiert. Sind wir auch überrascht? Wo ist er weg? Er holt seine Freunde. Gar nicht gut. Äh, der Imp ist dran, okay. Schaffen wir den mal aus dem Weg, wenn es geht. Damit Dixis da weglaufen kann. Und wir stellen uns noch im Weg, damit er nicht weglaufen kann. Eieiei. Ähm... Ja, Grease ist glaube ich nicht schlecht bei all denen, die jetzt gleich noch kommen. Dann gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg, falls sie auch irgendeine AOE beherrschen. Weg mit dir. Shadowheart geht's gerade echt nicht so gut. Ah, wir können uns ja ein bisschen healen. Ah, da kommen ganz schön viele. Vielleicht zünden wir mal so ein bisschen den Grease da an. Weiß gar nicht, was für eine Range hat Burning Hands. Nicht ganz so in Ruhe und außerdem treffe ich sie da wahrscheinlich auch mit. Ja, wir schießen vielleicht mal auf ihn da. Und das hat's nicht angezündet. Naja, gut. Crown of Madness. Auf... Ihn ist eigentlich am besten, ne? Komm schon. Es sind zu viele. Shadowheart ist umgestellt. So, schon mal weg mit dem. Das ist nicht so schlimm. So, ein bisschen noch mal. Kleinen wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Weg mit dem. Dann müssen wir es nochmal mit Madness probieren. Komm schon. Schon wieder saved. Meine Fresse. Echt nervig. Aber auf den anderen bringt es nicht so viel, weil die... Ja, ein bisschen Hilfe wäre gut. Können wir es auf Level 2 upgraden und dann heal dich mal selber. Sehr schön. Dann heal dich nochmal. Okay, wir können nicht weglaufen, weil der uns sonst angreift. Das ist alles problematisch. Vielleicht einfach mal so ein bisschen Päusen hier hin. Und dann schubst du vielleicht einfach mal die Hyäna zurück. Und dann lauf wieder ein Stück. Ein Imbiss tot, das ist nicht gut. Warum können die so häufig angreifen? Was ist denn los mit denen? Dieses Shadowheart auch noch komplett tot. Nee, sie ist nicht komplett tot, aber... Vielleicht muss ich ihn da töten. Weil er sonst Gale angreift. Komm mit dir. Der Sonne, zieh dich mal zurück. Schade. Das ist nicht gut jetzt, da unser Tank weg ist. Ja, das ist, glaube ich, Lust. Ich weiß, dass ich... Too much to bear. Ich mache jetzt doch mal ein bisschen Päusen dahin, oder wie wäre es mit einem... Ach, nee, das Päusen ist, glaube ich, ganz gut. Töte einfach Dix. Das ist ja sowieso alles scheißegal. Und jetzt lauf. Lauf, mein Junge. Wo kommt die hier nachher? Wie das sie verfehlt hat. Die habe ich nicht gesehen. Die töten alle. Lauf. Er ist doch geblindet. Warum trifft er? Warum treffen die beide? Ich glaube, hier im Camp hatten wir nichts mehr zu suchen. Können wir unser Team anpassen, aber dem... ...ist mir gerade nicht nach. So, da sind wir wieder vor dem Genollcamp. Und jetzt wissen wir, dass diese Hyänen sich in Genoller verwandeln... ...und wir sie am besten nicht dazu kommen lassen. Oh, das ist ja so. ...und wir sogar mit ihr reden, weil wir den Zauber aktiv haben. Okay, wir sollten sie wohl angreifen, weil wir wissen ja, was letztem... ... passiert ist. Und wir kriegen noch ein bisschen Bonus anscheinend drauf, weil wir in der Advantage sind. Oh, das ist ein nice Wurf. Ritical Success. Ritical Success. Du hast ein swiftes Einstieg gegen sie. Sie yelpsst. Dann geht es noch. Ja, aber wir haben immer noch das Problem der anderen Hygiene und irgendwie ist das sehr laggy gerade. Dix ist gerade gestorben. Das ist gar nicht gut. Wie kann der so schlecht rollen? Na komm, ihn können wir jetzt endgültig töten. Das schaffst du. Tja. Es kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit verfehlst, Esterion. Was ist los mit dir? Super. Klasse. Super gut. Okay, also, hier sind wir wieder. In dieser laggy MS hat man ja sowieso nicht gesehen, was da genau passiert ist. Also, hätte alles passieren können und dann irgendwie bin ich aus Versehen auf Neuladen gekommen. Ich weiß auch nicht, warum das auf einmal mitten im Screen aufgeploppt ist. Ja, jetzt müssen wir leider nochmal die Gnolle bekämpfen, aber so sei es halt. Diesmal gehen wir auch ein bisschen schlauer vor. Wir begreifen aus einer erhöhten Position an und am besten direkt mit ihm, mit Esterion. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Ja gut, dann reden wir halt mit dir. Tell me about yourself. Tell me about yourself. I need you to... Ne, ich will nicht, dass du im Camp bleibst. Leave. Ich möchte ihn gerne als Charakter gerade mal auswählen. Dann Sneak Attack. Und irgendwo, wo wir auch Sneak Attacken können. Warum bist du jetzt da reingelaufen, Dixis? Na gut, soviel zu unserer Advantage. Immerhin haben wir jetzt den Highpoint. Komm, flieg. Neum. Dann wird er immerhin angegriffen als erstes. Genauso habe ich mir das gedacht. Denn dann haben wir hier Zeit, durch unseren Highground mit der Advantage, die von hier oben runter anzugreifen. Der Imp haut ihn hier einfach mal. Er ist fast tot. Dich hau ich zurück. Aber so nicht, mein Freund. So nicht. Können wir ihn jetzt finishen hier bitte? Er ist ein bisschen im Weg. Danke. Mit einem Feuerball. Der einen Schaden macht. Wunderbar. Komm, Gale, zeig ihr mal, wie man das richtig macht. Fünf Schaden. Auch nicht viel besser. Astreon, ich bitte dich. Peng. Na, geht doch. Hier haben wir einen Toten. Geht. Ist Exhaustion ein Ding hier in dem Spiel? Written in Furious Loping Hand, this is a letter of the Editor of Baldur's Bash, a tabloid notorious for its controversial articles. Dear Editor, I find it despicable, nay, diabolical, that you would defend Baldur's Gate's ridiculous restrictions regarding animals in the city. No animal larger than a peacock may gain entry? How archaic. My darling Geisel is the most well-behaved bear you'll ever meet. Giselle wahrscheinlich, yeah. And yet, to spend time with my child, I must visit my summer home in Pormieu. I call upon the Parliament of Peers to resolve this issue immediately. The emotional and psychological well-being of the people of Baldur's Gate is at stake and I shall take this to the highest of authorities should it not be dealt with accordingly. Right now, Giselle cries out for her father. This archaic archaic policy has separated a child from their parent. I don't know how Grand Duke Ulda Ravengaard lives with himself. Joffs faithfully Mr. R. Pickens. Nehmen wir einfach mal mit. Sind hier noch mehr hier jähnen? Würde mich nicht wundern. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Ist ein Genoll? Oh, 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 oh. Okay, mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Also wenn ihr ganz alleine wäre, kein Problem, aber da ist mir ein bisschen zu viel anderer Action, die da noch abgeht. Wir ziehen uns erst mal zurück. Ich hoffe, die finden nicht ihre guten Comrades hier und machen sich auf die Suche nach uns. Denn ich glaube, wir haben überall unseren Geruch hinterlassen, was eventuell Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Aber egal. Guten Tag, was haben wir hier? Shabby Wooden Doors. Wir kommen. Looks like you wasn't cut out to be a flaming fist, das ist mies. Aber okay. Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. What the hell's happened to you? A massacre. Drow and Goblin slaughter the lot. Please just leave me be. Gut, tab auch nur, weil ich keine andere Option hab. Und Armor mitnehmen. ist hier auf der anderen Seite irgendwas? Was ist hier los? Ich bin nicht gerade der stärkste. Grandview Ravengard? Das war irgendein Typ, der auch in dem Brief erwähnt worden ist. Ich bin nicht sehr stark, aber okay. Ich meine, ich bin natürlich der stärkste Typ hier auf der ganzen Welt. Ich schaff das. Selbst mit Minus. Guck mal, so macht man das, Freunde. Was haben wir hier für Optionen? Können die Decke zum Einsturz bringen. Wenn wir jetzt bei Assassin's Creed wären, würde ich einfach außen rum klettern, aber... Leute, geht in Deckung. und schnappen wir uns noch. Baldur's Gate vs. Flynn Silver Case for Prosecution Master Silver did with forethought and without malice kill William Lister and Simon Simi Trind at their home as part of an ungodly ritual to honor the dead three or one of the dead three the godsbane Baal and Myrkul. Okay, ich will jetzt nicht alles lesen. Ich will hier eigentlich ehrlich gesagt noch mal gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles ist. Hm, ne, hier ist nicht wirklich viel. Ja, komm Leute, haut lieber schnell ab, bevor wir in dem Haus hier verbrennen. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengaard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the mannet and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you. I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengaard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Oh, Baldurian, Ravengaard's a champion to the people of Baldur's Gate. A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Why entrust this to me with others at your command? By the time aid arrives, it might be too late. You, the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me, I can count on you. Ja gut, rescue in wie immer. Gail approves. Warum sind die Waffen alle so schlecht irgendwie? I guess für Aestirion, weil die anderen Sachen bringen ja nicht so viel. Und Aestirion ist hier auch sowieso anscheinend unser bester Kämpfer. Irgendwer schreit da noch rum. Ich glaube, wir haben ihn gerade umgebracht. Ne, er lebt noch. Geh mich raus! Ne! Ich vertraue nicht nochmal auf mein Strength. Oh, das ist aber hoch. um du mal her. Ist ein bisschen stärker. da brauchen wir nur noch 10. Shadowheart schafft er. Ah, 20, easy! Shadowheart. Zack, einmal hochgehoben. Thank you. Thank you. Ähm. Okay, lebt er jetzt noch oder Eyewitness Account nehmen wir auch mit. Pack's ein. Pack's einfach ein. Let's move. They slaughtered everyone. Mary, Mary. No. Gods, no, no, no. You should have stayed. You should have been with me. Ja, der wäre vielleicht auch gestorben. There wouldn't have made a difference. She would have survived. If only I kept my mouth shut about that bloody dowry. What am I gonna do? She's all I had. What was that about the dowry? It was for a sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. She said I'd never see her again. She was right. This isn't on you there. There was no way you could have known. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Please. Just go. I need a moment with her. Ja, nur dass du mir hier nicht stirbst. Ja, da war keine dowry bei sich, als ich geguckt habe. Ein Goldstück. Nice. Warum haben die Goblins alle so Pilze bei sich? Was machen die? Oh, der hat nur uns gehalten. Oh, hier ist ein Waypoint. Mountain Pass. Wer bist du hier? What's the matter? What? Apart from the dragon? Look. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Who are you? Just another harassing fool, trying to stay alive. There's plenty of us around. Seems you have good survival instincts. Maybe you should join me instead. What? Just follow you around. I go my own way. Alone. Okay. Rag. That's it. Bye then. Den haben wir denn da unten so? Können wir das von hier oben sehen? Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Why is every bridge here broken? Why is every bridge here broken? Of course, Kithrake. We merely sought to... No excuses. Question kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Sehr viel Action geht ab. But those gifts will carve you up like a goose. You think so? Nur weil die einen Drachen dabei haben? Vielleicht hätten wir den Frosch doch mitnehmen sollen. Der würde jetzt bestimmt helfen. Aber wir haben einige Chests hier oben. Holy Water. Das nehmen wir mit. Das werfen wir auf den Drachen. Normales Water. Das werfen wir auch auf den Drachen. Udenos. Level 10. Ja, das Problem ist, ich glaube, wir müssen da her. Können da in den Wasserlauf springen? Vielleicht. Aber sehr viel bringt uns das auch nicht. Ich meine, die Brücke ist kaputt, aber hier geht es ja auch noch lang. Ach, da ist doch der Frosch. Her lips don't move. Do you hear her voice? You. Stay put. And keep your lips sealed. Ryder. My time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. If you wish to speak, speak to me. Imbecile. Stay back. Now, now, child. Your pet means to speak. Tell me, pet. Why shouldn't I run you through this instant? Ich weiß nicht, ob wir die wirklich intimidaten können. Inside. You would have done so already, if you didn't want something from me first. Seen. Drei. Stärke rolls, schaffe ich kein Problem. Aber Wisdom, was eigentlich meins ist, ist absolut kacke. I want something, yes. But I don't need you to be drawing breath in order to take it. At once. Hataka! Okay, Main greift der Drache nicht an, aber, äh... Warte mal, ist der Frosch gegen... Nee, der Frosch ist bei uns. Aber die sind auch alle ultra hoch. Äh, das wird doch nix. Dann racen wir doch mal. Und, naja, schießen dann wohl erstmal sie hier ab. Oder verfehlen. Bei dem Versuch. Ich glaub, das kann ich direkt neu laden. Aber sowas von, ja. Nee, da brauch ich gar keine Zeit verschwenden. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Tony, pet. Why shouldn't I run you through this instant? Na, vielleicht Intimidation? Heh. Da kriegen wir mal ein bisschen mehr Bonuspunkte drauf. Brauchen aber auch nur 15. Kann ich irgendwie Bonus adden? Den Guidance... Schauen wir schon. Zwei. Ja, da hilft auch alle Guidance nicht. Okay. Probieren wir nochmal Inside? Mit ein bisschen Guidance. Wie wär's damit? Ja, geht doch. Da hätt ich die Guidance nicht mehr gebraucht. Aber sicher ist sicher, ne? Ja... Ja. Die Giths' suspicions können nicht eröffnen, sie können nicht herausfinden, dass das Weapon sie suchen ist in ihrem Graspen. Hilf uns zu finden und ich werde dein Blut in deinem Blut, unspilliert. Nicht zu helfen, nicht zu erzählen. Wir sind tot, wenn du so. Produce the Artifact? Was ist das für Shadowhardweg? Du musst aus dem Beginn beginnen. Was ist das Weapon, was du nachher bist? Du sprichst nicht! Dein Blut offensicht meine Hände! Nur stand still! Er beginnt, seine Hand in einem schnellen Flurry von Gestures. Warlock Wisdom. Er ist kastet in Detect-Thoughts. Steal deine Geist, um es zu resistieren. Das sollte es einfach genug sein. Wir haben immer noch Guidance. Danke dafür! Danke wirklich! Jetzt greifen die uns schon wieder an. Ähhhhh... Da musste aber auch unbedingt da eins kommen. Jedes andere Ergebnis wäre fein gewesen. Nur keine eins. Und was kommt? Na eins. Natürlich! Sollen wir vielleicht erstmal zu den Gnollen hier runter gehen? Goblins meine ich. Mal ganz ehrlich, ich töte die, wenn es sein muss, hier unten. Ich kann es nur gerade nicht. Deswegen gehen wir mal jetzt hier lang. In Richtung des Goblin Camps. Okay, wir müssen erstmal irgendwie gucken, wie wir genau da runter kommen. Aber ich glaube, wir folgen gerade einem ganz guten Weg. Einfach hier weiter entlang. Das Problem ist, hier ist die Brücke kaputt. Aber die Frage ist, können wir da rüberspringen? Das war die falsche Taste. Aber egal. Ja, wir können. Hopp. Dann folgt mir Leute. Oh, das... Leute passt ein bisschen auf. Gail? Kommst du auch? Oder bist du nicht so athletisch genug? Doch, du kannst auch darüber. Wenn es Tyrion... Wenn... Leute! Gail möchte da rüber kommen. Oh. Okay. Leute. Ihr seid echte Genies. Oh, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da oben ist ein Worg. Was zur Hölle geht da ab? Wir können aber mit denen reden, theoretisch. Es ist halt nur die Frage, ob wir das wollen. Und wahrscheinlich klopfen wir am besten erstmal an die Tür. Ja. Da ist irgendein Feind. Scrawny Bugbear. Der ist Tyrion. Baller den doch einfach mal ab. Solange er noch schläft. Es war fehlt. Aber er ist nicht wach geworden. Bei 91%. Jetzt ist er wach. Egal. Dixis. Finish ihn einfach. Ich weiß nicht, warum der jetzt genau feindlich war. Aber... Jetzt ist das auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir so eine Schaufel mitnehmen sollten. Ist wahrscheinlich nie schlecht. Wenn wir irgendwas ausgraben wollen. Nehmen wir trotzdem mal mit. Wer weiß. Vielleicht kann die irgendwer gebrauchen. Hier ist auch nur Trap. Der ist nicht feindlich. Aber mich würde es nicht wundern, wenn er feindlich gemacht wird. Weißt du was, wir haben uns ja sowieso schon gegen die Goblins verschworen. Also, der ist Tyrion. So, irgendwo hier sind aber noch zwei. Sieht aber fast so aus, als wären die einfach ein Haus, also weiter oben im Haus. Kann man hier irgendwie hoch? Ja, hier ist eine Leiter. Ja, ich würde ja ehrlich gesagt lieber einen mehr sneaky Weg gehen. Ich frage mich, ob wir irgendwas mit diesem Netz hier machen sollen. Hello Heart, brenn das doch mal nieder. Können wir rein theoretisch runter? Oder auch nicht? Was ist denn da unten? Ja gut, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie hoch können, ohne dass sie uns bemerken. Aber wir gehen einfach mal und gucken, was passiert. Die sind am Ambushen. Ja, wenn wir sie nicht Ambushen. Trotzdem nicht zu nah dran. Oh. Gale wurde erwischt. Ich weiß jetzt nicht, wo Gale gerade gut ist. Es ist halt scheiße, dass er jetzt die ganze Zeit rollen muss. Das ist ja easy, wenn wir keine Einswifeln. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir die noch töten sollen. Ich weiß nicht, wie stark die Alarm schlagen. Weil viele sind hier nicht mehr. Wir wollen mit ihm reden. Die Alarm schlagen wir uns zu beeinflussen. Wie interessant. Nicht zu viel zu fassen. Die beeinflussen kommt bei einem Kosten. Und bis wir wissen, was das Kosten ist, der einzige rechtfertige Beziehung ist ein einigsteres. Du hast die Möglichkeit, die Menschen zu manipulieren, sie binden zu deinem ganzen Gewinn, und du wärst über das kassierig. Das ist kein Spaß. Ja, das ist so der Mittelweg. Ich glaube, wir wollen den aus dem Weg haben. Okay, ja, viel Erfolg. Oh fuck, die da hinten sind auch wütend. Aber die kommen, glaube ich, nicht so einfach hier rüber. Die müssen erstmal weit laufen. Und wir können hier vom Haus daraus abschießen. Was sehr gut ist. Aber erstmal gucken, wer das für sie hier aus dem Weg schaffen. Das war ein mutiger Schuss. Er hat das Dach rutschig gemacht. Warum geht's Gale eigentlich gerade nicht so gut? Was hat er? Arcan Hunger. Okay, er braucht langsam ein Objekt, das er verzehren kann. Oh, das hat wehgetan. Was habt ihr gegen Gale? Holy shit, das hat Damage gemacht. Sehr gut, der Styrian. Direkt eingefinished. Ah, ein Damage mehr wär schön gewesen. Der kriegt jetzt aber. Seid ein bisschen vorsichtig da oben mit dem Grease. Genau deswegen. Wir können aber auch mal gucken, ob die noch irgendeinen Loot haben, bevor wir einfach abhauen. Das kann zum Beispiel an ein Styrian geschickt werden. Gold nehmen wir mit. Der ist ein bisschen verkokelt, aber... Der hat einen Schlüssel, das ist sehr gut. Dann haben wir hier irgendwie ein Inventory. Kannst du das irgendwie konsumieren oder so? Ich weiß halt nicht, wie man deinen Hunger da befriedigt. Ich glaube, wir sollten erstmal einen langen Rest machen. Wir haben genug Supplies dafür. Wir haben genug Und du kennst, was passiert, wenn du nütig bist. Gott verdammt. Anyone but her. Es ist ein schönes Setz Wings, ich glaube, Will ist ein Patron. Handler ist das Wort. Wenn es alles gleich ist. Mein Pup hier ist unruhig. Und seine Leash braucht ein Yank. Wir hatten ein Problem, Will. Aber Karlak ist noch nicht so. Ich habe mehr leckeres Schicks, als du, Mizora. Und zumindest die können sie dann auch geburten. Das ist kein Kind für eine Frau. By the way, Karlak. Zariel senden ihre Regards. Du sagst mir! Devils nur! Sie ist ein Tiefling, nicht ein Monster! Wie precious. Die kleinen Pupsters haben ihn gefunden. Klaus G, Section 9. Der Ziel wird auf den Infernalen, den Dämonischen, den Herzlösen und den Sehlenlösen sein. Karlak meets die Kriterien. Mit der virtuelle von keinem Herz zu haben. Ich habe gehört, dass du nicht dieses Ort leben lässt. Ja gut, ich würde gerne wissen, was auf sie so abgeht. Get to the point, Devil. What do you want? Point? Oh, ja. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence. And their torment. Oh. Hier sind ein paar Hörner gewachsen. Das ist besser. Was hast du getan? A promise broken. A price paid. Du kennst die Begriffe. Get used to the new form, Pet. There's no going back. Some magic, even I can't undo. Now. Let's see how the Frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Alles klar. Defying his patron like that was extremely dangerous. It was courageous. A very stupid move. Wouldn't be courage without the risk, would it? I'll figure out a way to make it up to him. What are heroes like? Swords? Shields? Shiny things? Ja, weiß ich nicht, ob das so ganz reicht, aber das ist immer ein guter Anfang. God's damn her straight back to the Hells. Just look at me. I did what was right. And Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not... Not Zariel's victims. Not innocent tieflings. You're lucky she didn't take your soul when she came. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hellbeasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. What are the terms of your pact? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact I'm forbidden unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Mal sehen, was der Hund sozusagen hat. Hope you keep me well, friend. Hey, Tim. Immer schön gepattet, wenn wir hier im Lager sind. Kanzler Floric seems to think so. I'm not sure he wasn't burned in that place. Naja, nee, ich glaub. You must know the man judging by the concern in your voice. I know him better than most. He's my father. Oh. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Curious, I heard Duke Ravengard's son left the city. Or all time in Baldur's Gate and I didn't even know Ravengard had children. Well, I heard Duke Ravengard's son left the city. You heard right. My father and I were close once upon a time until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. What do you think the drow want with your father? I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the drow? Even the houses of Menzo Baranzan would have little use for my father. No, this is no drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The absolute has seized not just my father, but the future of the sword coast. Okay. Leave camp. Eine Moskower chest, das ist doch bestimmt, wofür der Schlüssel ist, oder? In der Tat. Was ist das für ein Helm? Haste Thelma. At the start of the combat, the wearer gains momentum for three turns. Gale can absorb this item's magic, destroying it. Kann der das auch mit solchen Rollen machen oder so, weil, wenn nichts anderes für ihn, wahrscheinlich noch ist Tyrions Bogen. Das Ding hier vielleicht? Du kannst das ja eh nicht tragen. Dann nehmen wir das. Gib das Gale. Und da, consume. Gale approves. I'm glad you're feeling better. Your condition sounds unpleasant to say at least. Oh, it's not so bad, once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Hm. Sincerely though, I understand, I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. John mentioned. I'm glad I could help. My lord, I bowed your boundless kindness. Ja, wer kriegt diesen Helm? Ich glaube, der wäre ganz gut auf Shadowheart, aber sie hat irgendwas anderes hier. No additional protection, aber elegance, ja. Ich weiß halt nicht, ob wir die ganzen Goblins hier ausrotten sollten, weil irgendwie sind die mir ein bisschen zu gefährlich. Das Problem ist halt, wenn wir hier in Probleme geraten, greift uns halt das ganze Camp sehr wahrscheinlich. Was geht da oben ab? Hallo Freunde, was geht so? Tastes like chicken. Oh, chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. That is any support, please. Stranger, be you friend or food, the mark is her measure. Show is the brand of the Absolute. I'll do you one better. I'm one of the Absolute's chosen disciples. I'll do you one better. You're quite the articulate or ogre. I notice you don't bear brand of your own. I've no use for the Absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They save my hunger for gold. and the rest save my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Winkup put. Forget goblins, you should be fighting for me. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Temp't me. I pay you in the flesh of the fallen. You'll have your fill. 20. Das wird schwierig. Wollen wir ein bisschen Guidance nehmen. A slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. I've changed my mind. The offer's off the table. Oh, but you do love to tease. I've seen a few other rogers in these parts. Did I? We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Alas, not so much as a nibble. Food? No, not food. What's that? Is that indeed? Oh, tastes good. Don't be. Das hat nichts gemacht. Das hat nichts gemacht. Was soll das? Was soll das denn jetzt gebracht haben? Ich dachte, das lässt das Haus einstürzen. Also mit einem von dem hätten wir uns anlegen können, aber doch nicht mit mehreren. Den Poel da vielleicht noch angreifen? Names and heights have been carved into the wood over the years. The last two read Maggie Terrence and Marcus Terrence. Twins perhaps. Okay, anscheinend habe ich das falsch verstanden, was dieser Pole da genau macht. Tja. Oh. Ich habe ihn überzeugt. Eine brillante Notion und ein Boon zu meinem achten Belly. Wir haben ein Problem, mein leckeres Kibbel. Geh mein Boonhorn. Ein Blut und der Grund wird mit meinem Familiennamen. Use it when the need arises and never a moment before. Ogre kill everyone around then Ogre eats them. Well spoken indeed Ogre kill everyone around Everyone das sollten wir uns merken. Heh. We will keep close when you are ready sound the horn Wrecked Support Beam nein der ist 100 pro damit man das hier zum Einsturz bringt ich sag ja ich weiß nicht ob wir dieses Goblin Camp hier noch ausrotten sollten und irgendwie traue ich den nicht so ganz das ist ja kein Problem schöner fight die hat das nicht mitbekommen okay sie weiß nur nicht woher es gekommen ist sie hat es gesehen und weg mit dir okay ich weiß jetzt immer noch nicht wo der Goblin Boss ist warte mal da oben sind noch Leute wie kommen wir denn dahin hier rum das sind aber ein paar mehr look what we got here another little birdie wanting to fly stop this thing flap those wings some more and I'll feed you a worm and and what what the hell are you doing what it bloody look like we're teaching this here pipsqueak to fly let me rephrase that why are you doing this once release the gnome at once you want this little cave lurking what's it find your own as the symbol glows power courses through authority you will release the gnome that's an order some easy but they come bestimmt with a cost yes whatever you want something stirs deep within you hungry and alert it's taking something you'll never get back yep the goblin nostrils flare nervously all of his bluster seems to vanish we're leaving warper the gnome ain't we supposed to bring it I said we're leaving apologies sir we didn't mean to doubt a true soul we'll be off 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 halten wir das ding an von oben von unten ich weiß es gerade nicht ich hab keine ahnung wie meine mühle bedient yes i try but ok vielleicht von der wooden hedge ist hier irgendwo der mechanismus das sieht irgendwie nicht danach aus aber hier ist ne chest uuuh stiefel speedy sparks when the wayward dashes or takes a similar action during combat they gain three lightning charges das kann auch an shadowheart geschickt werden das an nesterian und das nehm ich euch ansonsten haben wir hier nix ich glaube shadowheart ist eh die einzige die dashen würde wie zur Hölle halten wir das ding an äh wir haben gerade andere sorgen we we should keep moving what just happened was heißt your option no longer available offensichtlich na gut ok äh hat irgendjemand ne idee wie man dieses ding anhält so schon mal nicht ah da sind hebel oh oh ähm das war eventuell der falsche hebel ich hätte wahrscheinlich zuerst den hier anlegen sollen na gut ich hoffe der gnome war nicht wichtig gut dann gehen wir mal da unten den Pfad weiter würde ich sagen peer into the well warum müssen wir dafür so hoch würfeln ich meine wir haben es geschafft aber was ist da großartig drin hier gelandet da können wir hochklettern aber wo sind wir hier überhaupt gut ein dungeon wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr erkunden da unten ist eine spinne und ein adder cap hier die sind level 3 dass wir hier hochgeklettert sind oh ja Leute befreit euch mal da raus ok schnell weg hier wir dürfen äh ok können wir ihn einfach so angreifen ja warum sind wir in der disadvantage target outside of normal range dann geh doch mal ein bisschen näher trotzdem naja wir haben den high ground greif ihn einfach mal an wo kommt die denn jetzt her äh vielleicht kann der imp imp stellt sich am besten mal neben die spinnen falls sie weiterlaufen wollen dann hau einfach mal drauf falls sie weiterlaufen wollen dann hat er eine attack of opportunity ich glaube ich sollte jetzt das sneak attack auf die spinne machen einfach weil wir gerade im vorteil gegenüber sie sind ja jetzt ist die nämlich fast tot die machen auch scheiße die können sich teleportieren das ist scheiße können wir das netz hier anzünden müsste doch bestimmt gehen oder ciao alter die mit ihrer teleportationsfähigkeit da ey was macht eigentlich diese blitzverbindung gerade wir können ihm einfach schaden machen nice ja warum nicht sie hat verfehlt bei ihrer teleportation oder auch nicht hä was war das die schicken wir jetzt auf jeden fall mal wieder nach unten und dann heilen wir doch noch mal asturian okay wie weit kann ich auf diesen felsen laufen und oder sich von der klippe falle ich glaube gar nicht weit naja egal dann schickt die spinne mal nach unten als ob als ob sie das nicht nach unten schickt what the fuck 55% das hat 65% das ist eine höhere Chance und ist sogar ein crit weg damit jetzt haben wir nur noch ihn da der nicht wirklich viel machen kann der versucht zu dashen und ist auch tot so jetzt müssen wir hier erstmal looten das mit den webs ist natürlich ein bisschen scheiße tja shallowheart wie kriegen wir dich jetzt da runter ich glaube du kannst gar nicht da runter außer zu springen oder sieht nicht danach aus naja dann landst du mindestens hier ah das macht sogar auch keinen Schaden perfekt ihr solltet aufhören durch das Tox hin durchzulaufen das tut euch nicht gut das ist glaube ich das eine der Sachen die Gale eventuell aufessen kann ist nicht so useful hört doch auf durchs Tox hin durchzulaufen was ist los mit euch was haben wir denn hier so alles für ein Lager sehr viele wooden crates aber alle haben nichts wirklich usefules dabei hier ist eine heavy chest spider boots immune to being in a web ihr movement speed is not affected by web surfaces oh hier haben wir ein paar scrolls sie können alle an Gale geschickt werden Gale ich wollte nicht mit dir sprechen aber äh I was wondering that condition of yours why does it require magic think of it as tribute the kind of king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion as long as I pay there will be peace but should I ever stop along comes a war I can assure you the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone okay und hier könnten wir jetzt runter krabbeln aber was bringt das ui 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 stop hier haben wir anscheinend wieder Gegner da sollten wir vielleicht lieber nach oben gehen oder ist noch oh da ist eine richtig fette Spinne ich würde an sich die kleinen Spinnen zuerst killen und dann könnte man gucken ob man sich mit ihr betteln kann aber ich habe das Gefühl wenn ich hier irgendetwas angreife haben sie alle ich glaube mehr ist hier auch gar nicht es ist halt nur dieser Boss na super sie hat uns gesehen oh god ja fliegt mal hier runter und blockiert die alle imp hey defense das ist schlecht der ist mir einfach durch meinen Grease durch die eine ist umgekippt sehr gut bleibt da oben stehen dann verbrennen wir das gleich so Gail dann zeig doch mal was du kannst indem du einfach das hier verbrennst boom das hat schon ordentlich Damage gemacht mehr von diesen kleinen Viechern die ist jetzt leider da hinten so weit hinten ich weiß nicht ob ich da dran komme nein kannst du das Toxin anzünden eventuell ne das brennt nicht wo lauft man hier vorne hin vielleicht können wir die ja jetzt auf die Brücken locken da hinten nein nicht da runter ich sage nur du läufst da drauf aber oh oh Gail der Vorteil ist jetzt können wir sie glaube ich angreifen äh ich weiß nicht was da am sinnigsten wäre mit High Defense gegen Toxin ist sie ja wahrscheinlich immun machen einfach einen normalen Strike ja hart getroffen weißt du was wirf mal einen Grease da runter und dann lauf hier rüber also wenn sie hier drauf geht verlieren wir halt das ganze Loot das heißt das wollen wir wahrscheinlich sowieso nicht oh Gott die können sich alle teleporten das ist ja richtig scheiße verfehlen zum Glück die meisten jetzt ist sie da das ist nicht gut Spiders Queen's Wrath das ist auch nicht gut was machen wir denn jetzt mit ihr what the fuck war das für ein Lag Shadowheart ich könnte dich davon entfernen ich weiß nur nicht ob du Damage bekommst aber ich mache einfach mal die sind fast alle weg müssen die Spinne irgendwie hier drauf locken ist das Problem okay Gail du musst dich vielleicht opfern lauf einfach mal okay ich muss dashen wir müssen von dieser Spinne weg okay ich mache schon mal die eine Spinne weg jetzt ist nur das Problem wir wollen ja nicht alle hier drauf stehen bleiben das ist gar nicht gut das Problem ist die steht glaube ich auch noch nicht ganz da drauf aber I need to take my shot hab ich eine Feuerballrolle oder so Cast Spell alles gut hier nix passiert wieso haben die das überhaupt überlebt what the fuck okay jetzt haben wir ein Problem ah wir haben ja vorher gespeichert ich glaube aber dass man das schaffen kann wenn man die Spinne auf die entsprechenden Netze lockt vor allem wenn wir alle mal eben in den Sneak Modus gehen wenn sie auf eins drauf geht dann schießen wir das ab oh okay gut dass sie blind ist aber nicht so blind aber sie hat schon ordentlich Schaden genommen machen einfach mal die gleiche Taktik wie vorher fliegen hier runter und weißen das wie Gale wirf doch mal Grease hier auf die drauf Shadowheart finde vielleicht das hier unten an dann haben wir vielleicht die auch schon mal alle gedamaged okay da sind schon mega viele verbrannt und teleportiert sich da hoch perfekt in meine Falle und Assyrian zündet das Netz an boom und jetzt versuchen wir sie auf das Netz hier hinten zu locken die verbrennen alle Spider ist angepisst oh bitte bleibt da stehen BAM Spinne tot so jetzt kümmern wir uns nur noch um sie und Gale das machst du einfach so Zack weg mit dir nice so das schreit nach einer kurzen Rest was hat denn diese große Spinne so dabei was haben wir hier Poison Trails das sollten wir Assyrian geben ich meine es ist zwar eine Rope aber er ist der einzige der Poison Damage dealt ja deswegen laufen wir auf einmal drum herum wir haben da ein Dach geammelt ist das ein Waypoint wir haben einen Waypoint entdeckt wir sind hier ziemlich fertig wenn ich nichts übersehen habe also der eine Dead Goblin der hier halt noch liegt aber die laufen auch einfach immer durchs Toxin statt drum herum weil warum nicht lasst uns alle ein wenig vergiften ich meine vor dem nächsten Kampf werde ich wahrscheinlich eh eine Long Rest machen wegen kleinen Zauberpunkten mehr aber muss ja trotzdem nicht unbedingt sein die wissen ja gar nicht was sie hier noch erwartet dann laufen wir wohl mal wieder zum Ausgang obwohl hier geht es hier oben noch weiter es gibt zumindest einen Gang eine Cracked Wall hau da mal drauf es dauert ein bisschen aber wir hauen sie kaputt ok wir speichern hier mal lieber nochmal ich möchte nicht nochmal den Spinnenboss bekämpfen ich glaube nicht dass ich nochmal so viel Glück habe wir haben hier irgendeinen Keller gefunden warum können wir da nicht hingehen ich meine wir können hier runterspringen minus 1 HP auch wenn wir hier runterspringen ja auf der Kiste können wir nicht landen das heißt wir kriegen auf jeden Fall Damage können wir nicht irgendwo landen wo es kein Damage gibt ich meine es ist nur 1 HP aber ich weiß nicht wenn man so jeder normale Mensch würde halt eigentlich das Fass runterklettern oder so ja so wie sie das macht oder er nur ich durfte halt nicht ok aber ich glaube das führt wieder zurück in die Höhle naja Shadowheart du kennst deine Aufgabe wir bringen das ganze Haus hier zum Einsturz aber warte mal bevor wir hier weiter gehen ja das hättest du vielleicht ein bisschen früher sagen sollen aber egal iCliff's Blueprint nimm es mit kommen wir jetzt nicht mehr da hoch oh Thief Tools wo zur Hölle ist das Therion jetzt hingelaufen können wir da hochspringen oh hi warte ich hätte gerne diese Chest ich meine sie ist eh verschlossen aber eigentlich müsste man meinen mit Teamarbeit würde man hier trotzdem hochkommen können aber naja wobei wir haben ja eine Mage Hand kannst du die hier runter bringen oh nice und kannst du die jetzt öffnen Lockpick ok wir haben einen ziemlich hohen Bonus aber wir kriegen trotzdem mal noch Guidance dazu weil ich will diese Truhe auf jeden Fall öffnen ok ich hätte gar nichts gebraucht ich glaube das Schloss ist offen Leute was haben wir da so drin Teal Forged Sword ich weiß nicht ob das irgendwer verwenden kann das steht hier so das nehmen wir einfach mal ein Infernal Iron und das nehmen wir einfach mal mit weil ich glaube das ist eher so ein Ding was Therion wahrscheinlich auch gegebenenfalls äh Estirion was Gale essen könnte diese Tür ist auch verschlossen ich meine wir haben genug Thief Tools so ist es nicht wir gucken erstmal ob wir sie aufhauen können anscheinend nicht Lockpick so dann gucken wir mal was haben wir hier ach hier sind wir ja gut würde sagen dann wäre es mal wieder Zeit für eine Long Rest können anscheinend auch mit niemandem reden also gehen wir einmal kurz zum Dog und dann gehen wir mal zu Bett und Voll Rest ähm er ist ein Vampir ich war nicht zu schmerzen ich war nur ich brauch nur ähm blood da in der dimmen firelight du siehst ihn für was er wirklich ist ein Vampir ein Slave zu sanguine hunger Mille attack wie lange sind du jemanden days hours jeder von denen hat irgendein Problem ey A strange sensation courses through you und your companion's mind unfolds secrets half revealed oh push his mind searching for the truth nein why didn't you tell me at best at best I was sure you'd say no more likely you'd ram a steak through my ribs no I needed you to trust me and you can trust me I do I believe you thank you do you think you could trust me just a little further I only need a taste this way fine but not a drop more than you need really I of course not one drop more let's make ourselves comfortable shall we that's me a little to intim but egal it's like a shard of ice into your neck a quick sharp pain that fades to throbbing numbness your breath catches your pulse quickens region that's enough oh god my mind is finally clear I feel strong I feel happy melee attack I'm looking forward to seeing you fight yeah shouldn't take long so many people need killing now if you'll excuse me you're invigorating but I need something more filling this is a gift you know I won't forget it you watch as he stalks towards the forest stronger more confident ready to hunt eigentlich hätte ich sowas gesagt alter zügel ich mal ein bisschen äh hätte er das nicht von unseren Feinden nehmen können was hast du dazu zu sagen how do you feel my neck hurts how do you think I feel be grateful I'm not a true vampire then a bite from them and you might wake up as a vampire spawn like my good self all of the vampires hunger but few of their powers is that how you can stand in the sun because you're not a true vampire oh no I should be cinders in this light I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here someone or some thing wants me alive they've changed the rules standing in the sun wading through a river wandering into homes without an invitation they're all perfectly mundane activities now as for my other quirks well we can figure those out in time I think this is the mindflayers parasite yeah probably figure them out quickly I don't want any more surprises no more surprises you have my word I'm just glad you're being sensible about these revelations I was worried people might turn up with torches and pitchforks although there's still time a vampire well that explains the power given our group's nature I don't see much harm we're each monsters in the making after all oh and a quick word of warning Astarian I taste absolutely awful keep your distance I trust him he won't hurt us quite the opposite I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team you say all the right words but I'm not so sure you mean the right things still I will respect the decision that was made there now we're all friends again shall we go there's a long day ahead of us ja ich bin aber auch ein bisschen auf Gales Seite weil ja er hätte es ja nicht so sneak gemacht wie gesagt er hätte auch einfach wenn er uns das erzählt und dann so ja lass doch mal einfach ein Feind so halb am Leben dann kann ich den aussaugen das muss doch nicht bei uns sein what the fuck hab ich jetzt irgendeinen Debuff dadurch bloodless 1-1 to attack rolls saving rolls rolls dankeschön Astarian vielen Dank dafür aber egal wir lieben jetzt erstmal das Camp und schauen mal was heute so passiert oh ist das der Gnom den wir abgeschossen haben ich glaub schon Barcus Ruth was hat der dabei bloody amulet nehmen wir mal mit scheint wichtig zu sein Barcus Lock occasions of interest elf song tavern blushing mermaid moon haven ruins underdark wulbren likely taken by false interview unsavory elements known and unknown i will find him dear wilburne's mothers her name i write to inquire i write to inform i write in relations to flames two flames in the 34,5x 948 440,000 3,445,90 ist das ein Mal oder ist das so xy-koordinate mäßig haben wir Koordinaten auf der Map wir nehmen es einfach mal mit auf jeden Fall werden hier irgendwo Koordinaten angezeigt ich sehe sie ja nicht wir haben hier auch den Pole Names and heights have been carved into the wood over the years the last two read Maggie Terrence and Marcus Terrence twins perhaps hmm naja gut damit beschäftigen wir uns mal später was stand noch mal in den Notizen earth song tavern flushing mermaid moonhaven ruins under dark ich gehe einfach mal davon aus dass wenn wir diese Orte finden wir auch die Namen davon irgendwo lesen können ähm es sieht hier nicht so schön aus und wir müssen auch eher hier wir müssen wir müssen da glaube ich durch gucken wir trotzdem noch mal schnell hier oben das ist auch ein Goblin Noviz of the Absolute ja gut aber da ist eine ganze Stadt also ich denke mal die sollten wir jetzt nicht direkt von hier aus angreifen auch wenn wir es vielleicht könnten wir müssen da erstmal gucken was da abgeht die sollten uns ja sowieso nicht angreifen Hallo Freunde doch Sonstantieren wir tun nicht wir tun wir tun hier wir tun hier wir tun nicht wir tun die Okay, wir können natürlich wieder unser Ding da anwenden, aber das wollen wir ja nicht. Machen wir mal die Tech Thoughts. Ja, nächstes hat's mit dem Rollen. Okay, wenn ihr so wollt, I guess. Wie viele haben wir denn hier? Jetzt haben wir den Highgrounds, jetzt sind wir im Vorteil. Oh, jetzt haben wir auch Vampire Bite, jetzt können wir Leute beißen. Dixis, bitte finish jetzt ein. Geht doch, endlich. Es ist schön, wie die da alle durch müssen. Ähm, das ist eventuell nicht so gut. Ja, kommt ein bisschen Verstärkung. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, um zu dashen. Und zwar auch hier hoch, irgendwie. Wie kannst du verfehlen bei 70% Trefferschance? Meine Güte. Okay, Styrian finisht ihn jetzt aber. Weg mit dir. Und du haust ihn jetzt. Bam. Und Gale finisht ihn dann. Auch mal mit Level 2, um sicher zu gehen. Zack. Na, geht doch. Jetzt können wir direkt wahrscheinlich wieder campen gehen. Aber das macht nix. Die haben hier ein bisschen Fleisch und das lohnt sich sogar mitzunehmen. Ich meine, hier müsste jetzt auch alles clear sein. Ich glaube, alle, die hier waren, haben das gehört. Ja, dann machen wir jetzt nochmal kurz eine Long Rest. Und wir können mit Gale reden. Ich glaube, die hier im Griff ist. Und wir können mitgebracht werden. Die Figur du conjured, wer ist sie, jemanden du missest? Nein, nein, sie ist niemanden, wirklich. Ich war nur... ...pratisierte eine Inkantation. Du hast das Gesicht auf deinem Gesicht, wenn du niemanden schaust. Was kann ich sagen? Sie ist... Sie ist Mistra. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Das ist die Neue, die ich manchmal fühle, um sie zu sehen. Um die Filaments der Fantasie zu sehen. Keine Sculptur oder Schilderung kann sie ihr justice. Nur die Fabrik, die sie sie selbst ist. Die Böden. Die Weave. Mistra ist alles Magik. Und wie ich bin, sie ist alles Creation. Das ist ein Schilder. Das ist die Sophische. Ich wusste nicht, dass die Gefühle. Die Magik ist... ... meine Leben. Ich bin in Kontakt mit der Weave für so lange, wie ich erinnere mich. Es ist nichts wie es. Es ist wie... ... Musik. Poetrie. Meine physische Schönheit. Alles in eine. Und eine Ausstellung. Durch die Szenen. Würdest du das erleben? Ja, ich würde. Dann folge meine Lied. Ähm... Wo führt das hin? Jetzt du. Arcana. Imitate the Gaster slowly and as precisely as you can. Kano. Wir sind wieder Precise. Wir sind wieder Precise. Inside. Recall a memory of early youth, a happy family moment. Wir sehen schracken. Oder wir sehen. Wir sehen. Eine Frau, die sich die Kälte ansprach. Es gibt was irgendwie ein Besuch. Saint. Dann habe ich ein Bedeuter, in Jungen. Du bist immer locker. Du bist dann in der Wurzl. Und du bist in der Rolle des Muster. Das wird mir alles irgendwie so zu romantisch feeling, das ist so, ich möchte mehr so einen Moment mit einem Freund genießen, als mit einem Lover, what the fuck, warum wird das immer alles so intim, magical, sensational, evil, even. Nein, es soll nicht intimitieren. It's satisfying into a wondrous experience, it's time to let go. Ich sag ja, ich will nur mit ihm befreundet sein, ich will nicht sein Lover werden, so sehr mag ich Gail auch nicht. Ich weiß, wir haben gerade keinen Speak of with Animals, aber egal, wir brauchen ja nicht jedes Mal mit ihm sprechen. Reicht ja, wenn wir ihn petten. Dann, wenn keiner mehr was zu sagen hat, lieben wir auch direkt wieder. So, und weiter geht's. Wollen wir das. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognise the overwhelming authority that you've used on others. Können wir uns wehren? Sie sind meine Verteidigung. Sie sprechen für mich. Sie suchen für die Präsenz, und Sie werden Sie bereit sein, zu stehen neben ihnen, in meine Präsenz. Holy shit, was tut sie da? Okay, dazu brauchen wir jetzt, glaube ich, ne Erklärung. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, was du tun. Wir sollten weitergehen. Ich weiß nicht, was das Spiel von ihr ist, aber ich bin glücklich, dass es auf unserer Seite ist. Es scheint, die Trinkette ist wichtig. Wir haben gerade keine Zeit zu verlieren, also Erklärung ist sie uns schuldig, aber jetzt nicht in diesem Moment. Hallo Goblins. Sie haben sich aus Barsch. Hier below, by far and blind, for great glory bar. A stranger in our fair camp. Be you begonnen, or be... With fragilis crown, and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. Hier! The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering Filfenny. So, raise it your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, and let you collide. Ooh, get off stage! Giving you rapt attention. You, move on! Do a success. Now... Now, where was I? Wait a sec. A friend of yours. Suddenly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come. Let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin, um, 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 I am, draw Ragslin, um, um, I am, draw Ragslin, um, 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 um Wir könnten unsere Oga rufen, aber die haben ja gesagt, sie töten alles. Inklusive der Gefangenen wahrscheinlich. Hm, erstmal ein bisschen umgucken. Okay, hier scheint aber nicht wirklich viel zu sein. Ich weiß nicht, ob die uns hier reinlassen. Mal gucken. Und scheint. Now, they're just having a bit of fun. Oi, so much fun. Oi, ain't no party in here. We're doing the absolutes work. State your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. I've got an audience with the one in charge. Holy shit, warum ist das so hoch? Ah, easy. Right. Well. You ain't the first foreign type. I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolutes got a few favorites around here. Theoretisch wurde uns ja gesagt, zum Boss zu laufen. Die anderen sind aber auch interessant. I'm here for Raxlin. Well, look. Big Boots here has an appointment with Drawer Ragslin himself. Throne rooms at the back. He's communing mind. So step soft. Hey, level up. As if mingling with a horde of the goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. What's the problem? Saluna's a bad omen. Just look what's befallen her temple. Yeah, good. You seem to admire whoever left this place of ruin. Got something to say? Persuasion not found. Invitation not found. Okay. Persuasion. Oh, wir sind noch in Guidance. Oh. You're not going to let this go, are you? You might wish you had. I worship Shah, the mistress of the night. It is my holy mission to oppose Saluna, her teachings and her followers. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Heavens forbid. We're all entitled to our secrets. I don't care who you worship with bigger problems. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. In future I expect you to be honest. Let's leave it at that for now. Gladly. We got them now, eh? Yeah, good. Leveln wir mal ab. Level 4. Gut, gut. Hier können wir erstmal speichern. Und dann gehen wir mal wohl weiter zum Boss. Defeat all three Goblin Leaders. Ja, das wird ein bisschen problematisch eventuell. Ja, das wird ein bisschen problematisch. At least give me a sword. We want you dead, you dumb knuckle. Not dead on your own. Another outsider come to see the boss. Mind your manners now, or he'll throw you in the pit. Ah, ich hatte vorher auch schon kein Problem mit Spiders. J'res. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Nothing. Must be reading it wrong. Sugar. Now you cook. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. Du hast den Alen auf seiner tongue und den Bile in seiner Säule. Die Visionen schlägt dein Inneres für einen kurzen Moment wieder. Du hast den Hobgoblin bowen vor dem Armored Elf du vorhin glimpsed. Der Elf spricht über die Hunde für eine großartige Weapon. Und die Rewards, die jemanden finden will, den Hobgoblin. Die Hobgoblin' Augen gleben hungrily. Wenn es nicht ein anderes Verrücksehle ist, dann... Er spricht nicht seine nächste Worte, aber sie trotzdem rattle deinen Skull von innen. Hast du nie mit einem totes Schwimmel gesprochen? Jetzt ist deine Chance. Study the corpse. Was das der Mindflayer, der dich tuttiert hat? Diese Mindflayer ist kleiner, seiner garb planer. Ein faszinierter Kreatur, selbst in der Tod. Aber nicht der, der dich tuttiert hat. Aber es war auch, der Nautiloid. Es würde dich sehen, haben sie gesehen. Wissen Sie. Wissen Sie. Absolut, sagt der Todesquiddy hat eine Weapon. Ich denke, der Killer knabbed es und schüttelt auf zu dem Luter-Kamp. Wir finden, wer hat ihn verletzt, und wir finden, wer hat ihn verletzt. So settle in. Du fühlst Schadowheart's Anxiety. Die Weapon, die die Absolute suchen. Es ist das Artefakt, die sie trägt. Der gleiche, der dich schüttelt hat, als du in der Goblin-Kamp kamst. Ihr Geist fokussiert. Ihre Überraschung kann nicht eröffnet werden. Sie können nicht herausfinden, dass die Weapon, die sie suchen, ist in ihrem Garten. Leave before the Mind Flayer can identify you. Your skull sizzles with Raxlin's displeasure. His mouth is still, but you hear his demand. I speak for the Absolute. And I say, you stay. It seems to me you've got an audience already. I've got plans for you, boy. And there's no true soul yet, who turned their back on the Absolute. Naja, gut, probieren wir mal, was passiert, wenn wir ihn angreifen. Styrian, wie weit kannst du in deinem ersten Zug laufen? Kannst du da hochklettern? What the fuck, wo endet das? Eieieiei. Und er kann nochmal angreifen. Kannst du auch hoch? Oh fuck. Wenn wir einfach alle hochgehen, dann schubsen wir die einfach da runter. Gathering drumbeat, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Egal, wenn wir sie einfach alle nach und anderen da runter schubsen, dann passt das. Und an der Leiter werden sich sehr viele Leichen ansammeln, aber das macht ja nix. Oh, die kommt tatsächlich hoch. Hey Shadowheart, gib alles. Was zur Hölle zuckt da die ganze Zeit? Ich will nicht Gale da runter schubsen, ne? Auch wenn ich das könnte. Warum? Was ist das für eine Prozentzahl? Schubs ihn einfach. Aber das hat irgendwie kaum Schaden gemacht. Was macht ihr mit Dixis? Warum? Ihr habt euch doch gar nichts getan. Das ist meine Taktik. Das war unfair. Hier Styrian, alles ist von dir abhängig. Ich glaube Styrian ist irgendwie eingefroren oder sowas. Ja, ich glaube Styrian macht da oben nicht mehr so viel. Was haut ihr auf die... Alter! Was haut ihr denn auf die Toten drauf? Die haben euch nix getan. Für Styrian zu töten, schießen die erstmal alle Toten ab. Klar, warum nicht? Wie so PUBG-Spieler, ey. Erstmal die genockten finischen. Das wird ja auch noch geheilt. Ich meine theoretisch bräuchten wir jetzt nur das Dach zum Einstürzen bringen und alle würden sterben. Hallo? Das ist immer noch meine Taktik. Ach ne. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob gespeichert worden ist, bevor wir die Auswahl gemacht haben, zu wem wir gehen oder danach. Aber wir schauen mal. Anscheinend danach. Okay. Gut, dann... Naja. Also, wir haben zwar gesagt, wir gehen zu dem komischen Typen da. Ich hab seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Druck oder so. Aber was würde denn passieren, wenn wir einen der anderen Wege einschlagen würden? Wären wir aufgehalten? Wer ist das denn hier? Der ist auch leicht gedamaged. Weil er sich selber Schaden zufügt, so priester-technisch. Was? Ich hab viele, außerhalb von Goblins, hier. Du kennst das die Schaden? Der ist ein Mann, ein Follower von Leviata. Der der Schaden. Der Schaden. Ah. Du bist auch hier, um mit den Schaden zu unterstützen? Was bedeutet das? Ich bin ein gezwertig, um sie zu ihnen ein paar Techniken. Ich arbeite für Schmerz und ihre Intricaten, du siehst. Aber, alas, diese Goblins sind auf die krudel und primitiven. Schmerz ohne Wurzeln ist eine schreckliche Sache. Würdest du nicht sagen? Ich dachte, ein Follower von Loviatar wäre ein Proof von Schmerz. Du kennst die Schmerz von Schmerz. Wie refreshing. Aber es gibt mehr für uns als das. Ja, wir haben sie durch Schmerz, oft unsere eigenen, aber es ist eine intima und liebende Sache, die wir aufbauen. Wenn du es ermöglichst, kann ich dir zeigen. Zuerst. Ich muss das sehen. Du wirst nicht sagen, nein. Was ist der Tyrian? Well, ich bin curious, das ist wahr. Aber ich will auch irgendwie nicht Pain unterzogen werden. Aber gut, wir gehen mal diese Route. Schmerz hatte Proofs. Das ist ein Schmerz. Vernehmend. Dumm. Einmal Tanen. Einmal weinhalb der Wallen und wir können beginnen. Intimidation, come on, a child can hit harder than that. Gerade so bestanden? What the fuck? Ha, 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 wonderful. Just wonderful. Die Sache ist, wenn er noch hertautscht, kipp ich vielleicht aus den Latschen. Aber okay. Schon wieder eine 5. Gerade so bestanden. Das war jetzt weniger Damage. Kein Schmerz. Lass es Teil von dir sein. Halt mich jetzt so hart, wie du kannst, oder ich werde den Favorit zurückgekommen. Ja gut, wenn ich keine Einswürfe, ist das sehr automatisch bestanden. Ich hoffe nur, der killt mich jetzt nicht. Ha, 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 ha. Ich hoffe, das ist eine Verpflichtung, dear one. Komm, mach nicht so viel Schaden. Kein Crit. Ja, das geht doch. Das war eine interessante Erfahrung. Interessant ist eine Überraschung, dear one. Lovieta selbst. Lovieta hat sich selbst gefunden. Lovieta hat sich selbst gefunden. Sie hat dich wertvolle von ihr Herz. Und auf eine persönliche Sache. Danke. Das war positiv. Der Typ ist creepy. Shadowheart ist inspiriert. Was habe ich denn jetzt hier für einen Buff bekommen? Lovieta's Love. Lovieta ist ein Weg zur Klarheit. Wenn du 30% Hitspunkte oder weniger bekommst, dann bekommst du ein Plus-2-Bonus für Attack-Rolls und Wissen-Saving-Throws für 3 Turnen. Und sie ist jetzt inspiriert. Roshno-Feeling kann ich leider nicht nehmen. Das wäre Diebstahl. Aber dann kommt mal mit hier um die Ecke. Und Shadowheart, äh, heal mich vielleicht mal eben. Oh, dadurch verliere ich das. Achso, ja gut, weil ich nicht mehr auf 30% bin. Nee. Ich habe es einfach verloren. Achso, ja gut, weil das der Buff ist. Ja klar, weil ich nicht mehr auf 30% bin. Ergibt Sinn. Gut, vielleicht nehme ich einfach mal eben einen Heiltrank. So, passt schon. Hallo Volo. Geht nicht mit meinem Pigeon. Er ist mir. Also, ich sehe. Hast du Pläne für diesen Pigeon? Bleib ihn sicher. Hör ihn auf. Bis er erinnert oder so. Was ist es zu dir? Ja, Pat ist eigentlich ein ziemlich famous Writer. Ja, damit kann der Goblin aber nichts anfangen. Weil das ist ihm, glaube ich, scheißegal. I hate to see such a lovely creature in a cage. Hey, 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 don't mind. Keeps him safe from me mate. Rays make him rabbit. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. As Elephant will ich ja nicht verwenden. Deception oder Intimidation. He looks weak, sick even. He won't last long in there. Ja, easy. Easy pass. Yes. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lad snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. He's the key. Pigeon's all yours. Something's on my mind. Oh, my friend. We can speak freely. I'm in no hurry to take my turn on that spit out front. Perhaps you'd be so kind as to unlock this cage? How did you end up in this place? Curiosity, my friend. It didn't benefit the cat, but it's the foundation of my career. Though I admit I've hit something of an impasse. Please unlock myself. Alright, I'll get you out. Bless you, my friend. I'll wait nicely, but... Please don't carry. Aha! I knew I could cut on you, my friend. We mustn't carry, but I hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me, once we've both slipped the goblin yolk? A fine mess you landed yourself in. How'd you get caught? Ja, that's is, glaub ich, relativ simpel. Why, by design, my friend. How happy to learn the ways of a people that to live among them. I dare say these happen to be the most difficult to. I'll be happy to share my findings. Once we found somewhere safe to parley. Go to my camp. We'll talk there, once we're both safe. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share the flag of something liquid at a tale of daring doom. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Und ne Alkoholika is er auch noch. Ach ne, ne Invisibility Potion. Okay. Ja gut, haben wir den schon mal befreit. Aber das war ja auch nicht einer der Bosse. Ähm, ich glaube hier geht's zu nem anderem Boss. Kann das sein? Auch wenn ich bezweifle, dass wir überhaupt einen von denen besiegen können. Walk Pen Entrance. Okay. Die könnten wir hier rein theoretisch clearen. Okay, hier sind auch schon ziemlich viele. Aber die sind alle nicht so stark. Ist aber keine Ahnung, wenn wir uns hier ein bisschen verteilen. Freie mich! Wieder! 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 Make it squeal again! What the hell are you doing? We're juicing it up. The beast came in here with those robbers. Killed Dink and Mintz, too. Boss is thinking of serving it to the rogues. Das ist eine der Duiden. Und es macht lustige Geräusche. Wir haben es schreien. Schau, schau, siehst du. Gib mir den Rücken. Ich zeige dir. Ich zeige dir. How about a taste of your own medicine? Time for blood. Ich bin auf deiner Seite, ja? Die Gäste! Geh die Gäste! Okay. Wir müssen das kleine Mädchen töten, sonst holt das die, äh... Sonst holt das mehr Wachen. Das ist ein etwas brutaler Huf, aber was soll man machen? Haben wir eine Opportunity für einen Sneak Attack? Nein. Aber eine normale sollte reichen. Das Problem ist, es hat nur eine 30%ige Chance. Das hat 45, aber... Ist nicht sicher, ob das genug Damage macht. Ray of Sickness ist da glaube ich besser. Und verfehlt. Ich muss das kleine Mädchen irgendwie kriegen. Komm schon, kill es Dixis. Wir haben nichts gesehen. Es wurde zensiert. Die Walks können nicht raus. Das ist sehr gut. Er will auch abhauen. Das ist nicht gut. Was tut diese Spinne? Wie sieht's denn mit dir und einem Blitz aus? Killing. Sehr schön. Sehr gut. Der Bär macht ordentlich Schaden. Das ist sehr gut. Kommen wir hier hoch? Das... Ja, kommen wir. Aua. Kriegen noch eventuell eine Spinne. Ja. Aber wir brauchen diesen High Ground. So. Jetzt können wir mal gucken. Sneak Attack geht wahrscheinlich auf keinen. Doch, auf ihn. Weg mit dir. Und die verschwenden alle Zeit zu Dash. Oh, der wäre die... Ja, er lässt die Walks raus. Cheat! Dixis. Greif mal die Spinne an. Die ist fast tot. Das ist sehr gut. Und dann lauf mal so weit du kannst hier rüber. Weil jetzt kommen nämlich ein paar Walks. Die können in dieser Runde noch nicht viel machen. Und Gale wirft da jetzt mal Grease hin. Damit legen die sich nämlich alle auf die Fresse. Die Frage ist, zünden wir das jetzt an? Ich glaube, der Bär kann die Spinne finischen. Das heißt, wir greifen da mal an. So oder so fliegt da alles in die Luft. Hättest du nicht die Spinne angreifen können? Das wäre sinnvoller gewesen. Naja, gut. So ist der Walk Dead. Wir machen... Was? Ja, wir haben doch Advantage gegen das Target. Das liegt auf dem Boden. Wenn das keine Advantage ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann schieß halt die Spinne ab. Weg mit dem. Er dashed. Oh, der kommt zu uns hoch. Dann... Verbrennen wir dich mal oder versuchen es zumindestens. Ja, das hat nicht ganz gut funktioniert. Weg mit dir und wir laufen mal ein bisschen weg. Gale... Versuch mal ihn zu finishen. Nice. What the fuck? Sprengst dich selber in die Luft einfach. Der ist verbrannt. Das ist sehr schön. Nice. So. Ah, es war also einer der Druiden. Guten Tag. Ich habe gehört, du bist ein Unmatched Healer. Ich brauche deine Hilfe. Wahrscheinlich? Oh, was ich mit Tieren sprechen kann? Ich wette aber nicht, dass der uns healen kann. Das wird zu einfach. Oh, der Vater schaffst du, Kind. Du bist infectiert, nicht wahr? Die Mindflayers spawnen. Aber... etwas ist anders. Du bist bewusst, dass das Monster in dir ist. Du wirst nicht auf die Absoluten, wie die echte Seine sind. Wie ist das möglich? Escaped von dem Ill of the Chip, nachdem es infectiert wurde. Vielleicht wurde der Prozess interrupted. Vielleicht. Aber ich würde nicht, dass all meine Hoffnung in blinde Glück sein. Du sprach nicht, als du sagst, dass du Hilfe brauchst. Ich erzähle dir, was ich weiß. Ich habe diese Parasite studiert, für einen Moment. Seitdem ich herausgefunden habe, diese so-called True Souls sind mit ihnen infectiert. Jemand benutzt eine sehr kraftvolle Magik um diese Tadpoles zu verändern. Sie benutzen sie um die Kontrolle über die Infection. Entschuldigung, ich kann das Magik nicht wegnehmen, das bedeutet, ich kann dich nicht. Aber das bedeutet, ich kann dich nicht helfen. Ich habe nicht gefunden, was ich hierher kam, eine Art von Tadpoles zu entfernen. Aber ich habe die nächste beste Sache gefunden. Ich habe herausgefunden, wo sie kommen. Das muss sein, wo diese Enchantments auf sie gelegt werden. Und das ist, wo du deine Beinigung findest. Tell me, was du gelernt hast über die Tadpoles' origins? Ich habe überhört, dass die Cultists sind alle ihre Tadpoles zu den Moonrise Towers. Innocen gehen in, liebliche Souls kommen aus. Given, dass alle diese liebliche Souls sind infectiert, muss es die Grunde für diese Magik sein. Wenn du eine Beinigung findest, musst du da hin und herausfinden, wie die Tadpoles sind manipuliert. Sie kennen viel über das. Willst du mit mir kommen? Ich wünsche, dass ich es könnte. Aber es ist noch viel Arbeit, ich habe noch zu Ende. Blut, ich habe noch zu spüren. Ich habe noch recht zu fragen, aber wenn du mir helfen kannst, würde ich mir helfen, würde ich mit deinem Reise befreitern. Ich kann nicht, diese Butchers, zu gefährden meine grove. Die Ordnung der Natur muss sein. All right, wie kann ich helfen? Mein Dank. Wenn du verlust, werde ich dir das Geld für ein Leben geben. Rare ist die Beinigung, die überleuchtbarung. Hilf mir, die Drow-Minthara, die Hopgoblin-Draw-Ragslin, und die Perversion einer Priester. Sie sind diejenigen, die diese Parasiten zusammenhalten. Sie entfernt, und die Natur wird sich selbst kürzen. Also, wenn wir ihn mitnehmen, wäre das schon hilfreicher, aber ich will nicht, dass er dabei stirbt. Und... Ja. Ich will mit dem, du wirst zur Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Nicht, während das Brot feste. Als es zerbaut wird, als die Gründe sicher ist, dann werde ich weg. All right, warte hier, until it's done. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all, it will take to restore the balance here. Ich will halt nicht, dass er stirbt, weil den können wir noch gebrauchen später. Und... Ich weiß auch nicht, wie extrem der angreift, beziehungsweise, wenn wir jetzt da rausgehen mit ihm, werden wir wahrscheinlich von allen angegriffen. Was auch scheiße wäre. Prison Key? Das ist schon mal sinnvoll. Auch wenn das Prison nicht mehr da ist. Oh, ganz viel Fleisch. Oh, das gibt richtig krasse Camp Supplies. Das nehmen wir doch mit. Rotten Tomato. Dead in 10 turns. Warte. Oder wie verstehe ich den, äh, Totenkopf? Equipment Chest empty? Evidence Chest? Empty? Warum ist alles leer? Was haben wir hier so drin? Irgendwie ein Altar. Ich meine, es ist eine Prison Cell. Weil ich weiß nicht, was ich hier erwartet habe, drin zu finden. Aber... Ich dachte mir, für irgendwas muss der Schlüssel ja gut sein. Oh! Er hat Line Breaker Boots. Adrenaline Rush. Once per turn. When you dash, you gain wrath for two turns. Nehmen wir mal mit, weil selbst wenn wir die nicht gebrauchen können, kann Gale die immerhin aufbrauchen. Beast Master's Chain. Animal Friendship. Ja gut. Wir nehmen es natürlich mal mit, aber... Suspicious Meat. Ja... Das nehmen wir mal lieber nicht mit. Irgendwas in der Walk-Zelle? Aha. Walk Fang. Das ist sehr gut. Den kann ich gegen meinen austauschen, weil der im Endeffekt... Ja, macht gleich viel Damage, aber... Goblins sind dann im Nachteil gegen mich. Hab ich jetzt zwei angelegt? Oh, tatsächlich. Auch gut. Ich wusste gar nicht, dass ich zwei tragen kann. Aber dann tauschen wir die besser mal. Haben wir hier oben sonst noch irgendwas? Ein paar Scrolls, die zu Gale geschickt werden können. Ich mein, theoretisch könnte die auch jeder andere verwenden, aber weiß ich nicht. Ich find... Dann weiß ich immerhin, wo die alle aufgehoben sind. Und dann wäre Camping wahrscheinlich ganz gut, wenn wir hier campen können. Eine Long Rest wäre wahrscheinlich sinnvoll, weil wir wahrscheinlich auch unsere Spell Slots wieder brauchen. Was geht denn jetzt hier ab? Warum sind die alle so ultra... Uhhh... Ich kam gerade in Zeit. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt gleich... Ich habe das schon gehört. 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 Und ich bin hier, zu retten auf dich wieder. Ich habe das schon gehört. Ich meine, wir wissen ja, wer das ist. Wir haben diesen Charakter ja erstellt. Es gibt große Potenzial in dir. Es kommt von diesem Parasite. Dein Geist ist es zu resistieren, aber du musst es akzeptieren. Nurture es. Ich werde ihn von dir konsumieren. Aber für den Sinn von uns beide. Du musst lernen, um es zu gewinnen. Okay? Das hätte ich jetzt nicht erwart... Also, ich soll die Kraft nutzen? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Das geht jetzt schon irgendwie ein bisschen sehr in die Richtung von Divinity von der Story her. I will. Let's go. Let's go. Wake now. You'll feel better. I promise. Consuming Parasites, you can now consume Mind Flayer Parasites from your inventory to unlock new Illithid powers. Look out for sources of Parasites in the world, including infected corpses. Okay, der Wolf hat irgendwas zu sagen, oder Hund. Ich wollte es eigentlich werfen. Ja, genau, das wollte ich auch machen. Bro. Catch it. Gibt eine Errungenschaft. Hat keiner von denen was zu sagen? Nicht mal der Volo? Na gut, dann lieben wir mal das Camp. Haben wir jetzt überhaupt Supplies verbraucht? Anscheinend nicht, interessanterweise. Gut, die haben hier draußen nichts davon mitbekommen, was wir da gemacht haben. Wir können die Sarcophagus öffnen, ohne dass es die stört. Den müssen wir aber da runterheben. What in the space? Einfach da drauf. Die hat ein bisschen Gold. Und ein Antidote. Nehmen wir mit. Oh, Ring of Poison Resistence. Ich will den doch einfach mal. Ja gut, ich weiß aber nicht, ob ich so ganz happy damit bin, wirklich diese Power zu nutzen. Weil irgendwie ist sie ja schon schädlich. Aber mir wurde ja gesagt, ich soll sie nutzen. Das ist ein guter Moment zu sprechen. Ist das der Jingle von Coinen, das ich höre? Du hast es gut geklappt, mein Freund. Ich habe heute schon viel Geld verdient, also ich fühle mich sehr generös. Du kennst die Krust, die sie brennt. Der Wind-Serpent von der Zentrum. Du bist kein normaler Trader, oder? Du bist ein Teil der Black Network. Wir können auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen verkaufen. Okay, da kommen wir schon mal nicht weiter. Angeblich soll hier oben aber einer sein. Achso, ne, Rescue. Aber dafür müssen wir halt die Leader defeaten. Was haben wir hier sonst noch so? Der pinkelt da einfach hin. Sehr schön. Barakal, wer ist das denn? Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglobbiat. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goonless as the rest of them. How did you land yourself in that cage? Because I'm loyal to Maglobbiat. Because I ain't having my head turned by some upstart god. I assume you mean the Absolute? My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great Absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's air. It's a load of shite. You don't like your people mixing with outsiders? Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sodomul. I'll wake it out in here, praying to a real god. Yeah, good. Be careful. This place is trapped. Also, hatten wir einen Mindflayer irgendwo? Wir könnten auch mal probieren, das Slums Warhorn zu blasen. Ah, hier. Mindflayer Parasite Specimen. Consume. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Yes, I'm not sure about this. Ugh. Ich weiß halt nicht, ob ich meiner eigenen Schutzpatronin vertrauen kann. Wir schauen mal, was passiert. Open your mind to the Tadpole. Your mind swells as it subsumes everything the Tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure Potential. Pure Power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Ich meine, sie verhindert ja, dass ich zu einem Mindflayer werde, aber zu was werde ich dann? So. You've indulged. Just helped yourself to a little more power, I see. And there isn't a Tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd say. My only complaint is that you didn't want to share. I wouldn't mind indulging myself. I wasn't sure you'd want to indulge in this. I admit, I wasn't keen to be the first to try it. Just in case there were any, uh, surprise side effects. But now that we know it's safe, I'm all for experimenting. Maybe another time. I might just hold you to that. What have I learned? Find familiar scratch. Achso, dann könnte ich den Hund heraufbeschwören. Ne, das machen wir aber mal lieber nicht. Weil, ich will nicht, dass der stirbt. Dann lieber irgendwie so einen hier raufbeschwören. Ja, hier wären wir mal wieder. Gehen wir mal in ein bisschen andere Richtung, weil... Ja, das kennen wir ja schon. Move in for the kill. Das wird nicht funktionieren, oder? Das wollte ich nicht. Hier haben wir nämlich keine Chance. Ich dachte, das wäre halt irgendwie so ein Surprise-Ding und nicht einfach so... Ja, ich werde dich jetzt umbringen. Hi, Ratic! In einem Kampf auf der Größe haben wir halt noch keine Chance, deswegen... Da müssen wir irgendwie anders vorgehen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, den Tadpole noch nicht consumed. Suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Then let the ceremony proceed. You choke on black smoke as the hot goblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan Ok, Alkoldek, Shulkalkhank! The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Wisdom, dig into Raxlin's mind and control the interrogation. Da fügen wir mal ein bisschen Bonus hinzu. So ein Scheiß. Wenn er mich jetzt wieder angreift, dann... Ja... Roll again? Okay. Naja, geht doch. What were you doing in Faerun? What were you doing in Faerun? Raxlin scowls, shocked by his own words. And a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragonriders. Silver blades held high. Control panels melting. Fleshpods spilled open. Githamhunt. They know something. He is suspicious. Confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Hmm. Who is the absolute? Who is the absolute? Raxlin frowns in confusion at a question he would never have asked. You see an image. Curved drow blades. Crude goblin torches. Null teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. You're kidding me. Very helpful squid. Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain hulls as you force a final query into his throat. Why were the Gith chasing the ship? Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. No. No! I'm not done! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble, but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned drow was right. Can't let her get all that glory. Seems I ain't done with you. Report to the drow. Minthar is the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Can't you do your own dirty work? Say that again. Because I know I didn't just hear you refuse the absolute. Fine, fine. I'll talk to Mintara. Falling in line. Just what I like to see. Nah, for now. Ja, also da ist auch noch einer der Leader, der irgendwie ein bisschen einfacher zu besiegen sieht, aussieht. Da müssten wir hier durch. Hier sind halt nicht so viele Goblins wie bei Jim Raxlin. Ja, aber ich glaube, das werden wir dann nächstes Mal machen, denn wir sind wieder am Zeitlimit angelangt. Ein bisschen sind wir ja vorangekommen. Nächstes Mal werden wir dann versuchen, das ganze Camp hier auseinander zu nehmen. Okay, das Ei müssen wir anscheinend zuerst kaputt schießen. Bevor wir irgendwas machen, aber ja. Oh, das ist ein True Soul. Ja, ich glaube, wir sprechen erst mal mit denen. Ja, ich glaube, das ist ein True Soul. 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 The Drow listens, as a pale-eyed young woman whispers in her ear. I have my own business to take care of. Why is the Drow commanding a tribe of goblins? Yes, they are servants of the absolute. In sufficient numbers, they are an effective force. Expendable and willing. But they do not have the wits to lead this hunt with me. Do you? I spoke to Nia. You said you could provide a safe passage to moonrise towers. Yes, I suppose I might offer passage. But first, we hunt. Probe yourself worthy. You will have what you see. For today, we hunt. Ja, gut von den drei Optionen. Gladly. Who are we hunting? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the absolute's claim on this region. There is a weapon the absolute seeks. I'm sure those riches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the absolute's name. The thief whimpering in our dungeon tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the growth you visited. Already you feel her mind closing around yours. Can I just read my thoughts? Why is this a choice? Perhaps you can misdirect her or kill her. Speak true soul. The hunt must soon begin. I can be very persuasive. Oh, visit the prisoner. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. Gale disapproves? Warum? What are we waiting for? Why do they think they're talking to a god? We'll have it all filled up and ready. You have already left of our own free will. And now you dare, you question me. I uh, I didn't mean anything about it. I didn't mean anything about you. I didn't show anything about you. So it's all right. It's okay. Your blood. Laufen wir da doch mal hin. His work is sloppy, he'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Go have yourself a drink, your boss sent me to relieve you. 20, what the fuck, warum? Chumper, wir packen da alles, warum ist das so hoch, what the fuck? I mean, I made it, aber... We do all the work, and you get to finish him? Take him! Won't do you any good. He just... screams. Should have sent him to Memrise with the rest for all the good he's beaten. I wanna watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah, beating it good. What? The prisoner! Please, please. Let me out. There's no reason for this. Relax, I'm not going to leave you here. Thank you. Thank you so much. Ich weiß nicht, ob ich das Lock picken kann, aber wir probieren's mal. Und 12. Ja, gut, hab ich. Easy. Und gibt sogar noch Bonus drauf. The lock clicks and opens. How did you end up on the wreck? An artifact? What does it do? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Loroakin would reward us if we found it. He should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived... Go on, where can I find the night zone? Brian had instructions, but... The goblins got him. They... They said they need him. I... I have to go. I have to get out of here. Lauf und lass dich nicht erwischen, Junge. Ja, soviel zur Interrogation mit dem Prisoner. Aber macht ja nix. Wir müssen ja eh die Bosse töten. Und wir müssen die da erstmal irgendwie weglocken. Es sei denn, wir wollen sie mittöten. Was aber eventuell ein bisschen gefährlich wird. Ist er überhaupt ein Goblin-Boss? Weil der hier scheint auch ein Goblin-Boss zu sein. What? Oder wollen wir sie töten? Hier steht halt Kill all three leaders. Ich weiß noch nicht, ob sie als Leader zählt, oder... Bad news, the prisoner escaped. These creatures have failed me again. I will deal with those responsible later. Did he tell you where his friends are hiding, before he fled? I'm sorry, I didn't get anything out of him. Perhaps. But your thoughts are troubled. Show me everything you have seen. Oh, oh. Resist. Resist. Intelligence. Obscure memories of the growth with images of half-remembered places. 15. Wenn ich nochmal Guidance bekomme. Oh, 20. Critical success. I see only fragments. Your mind is confused. Do what you must to clear it. Okay, wir müssen die ein bisschen aufteilen. Ähm. Dixus hier hin. Esterion hier rüber. Gale hier rüber. Und Shadowheart... Nein, 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 nein. Shadowheart... Hier hin. Du mach mal ne Sneak Attack. Wenn's denn geht. Irgendwie hier. Hahahaha. One shot, one kill. Oh Gott. Er hat versucht, ihn einzufrieren. Soulburning. Was tut sie denn da? Ich glaube, ich muss wahrscheinlich das Auge zerstören erstmal. Dann haut er erstmal drauf. Es kriegt nur vier Schaden. What the fuck? Naja, dann... Gebt ihr mal noch ein schönes Shield. Und dann... End-Turn. Okay, wir machen... Mal richtig Damage bei ihr. Oder versuchen zumindest. Gale kann's auch nochmal direkt Damage machen. Auf sie aber anscheinend nicht. Wir müssen anscheinend auf ihn hier gehen. Oh, ein Crit. Ob er dafür die anderen beiden verfehlt. Naja. Calling Reinforcements. Das ist schlecht. Warum hat sie auch nur vier Schaden bei dem Ding gemacht, ey? Hau da nochmal drauf. Warum macht sie nur zwei Schaden? What the fuck? Lauf ihm hinterher. Dass wenn er abhaut, du zumindest das noch einmal draufhauen kannst. Und ihr vielleicht Dixus. Was habt ihr alle gegen Dixus? Nein! Nicht die Drump! Fuck. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt kommen. Ja, Burning Hands. Dixus steht da glaube ich nicht in Range für. Das ist perfekt. Da kommen einige. Oh, da kommen einige einige. Gut, die Drums hätte ich vorher kaputt machen sollen. Ja, schieß einfach mal weiter auf sie. Wäre nur schön, wenn du treffen könntest. Ähm. Worauf warten wir genau? Das ist... Wieso daschen die zu dritt? Warum ist das eine Dreier-Kombo? What the fuck? Oh, die Brücke ist eingestürzt. Das ist... Wie kommen wir zurück? Aber das ist trotzdem nicht schlecht. Was ist mit ihr da oben? Guck mal, hier kann ich gucken, was ich für Powers habe. Also... Pre-occupied. Styrian is currently in Combat. Tja. Styrian... Ja, mach mal ein Ray of Sickness auf sie. Ich habe keine Ahnung, was mit ihrer AI kaputt ist, aber... Ich bin, glaube ich, ganz froh drüber. Eine Sorge weniger. Aber die sagt, sie war da auch schon stuck, bevor die Brücke kaputt ist. Also... Keine Ahnung. Dix ist genauso. Schuss. Und tot. Na gut. War da nicht noch einer? Was ist mit ihm hier? Hat er nicht auch für Initiative gerollt? Jetzt gucken wir mal, was sie so tolles hat. Sie hat nämlich sehr viel. Ein Alchemy-Pouch. Das nehmen wir. Camp Supplies nehmen wir auch. Spiders... Lyr... Play the Spider Sleer. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Eine Lyra. Class action perform. Not proficient with musical instruments. Okay. Nehmen wir einfach mal. Oh, Mind Flayer. Parasite specimen. Gain plus one bonus to Stealth Checks. Das können wir zu Asterian schicken. Der kann das gut gebrauchen. Oods of Striding. When you cast a spell that requires concentration, you gain momentum for one turn. Gale, I guess. Das könnten wir eventuell an Shadow Heart checken. Ich weiß nicht, wie gut ihr es gerade ist. Aber sie nimmt es einfach mal. Und ihre Rüstung nehmen wir einfach mal auch mit. Grubby Key. Na klar, warum nicht? Schlüssel nehmen wir immer mit. Ich finde das nur interessant, dass... Das immer noch als Stealing erfasst wird. Obwohl hier keiner mehr in der Nähe ist. Aber... Na gut. Im Raum generell sind wahrscheinlich noch Leute. The water sparkers. When the wearer stands in water during combat, it becomes electrified. Sonst kann Shadow Heart anziehen. Und eventuell das. Wie sieht es mit deinem? Zwei bis neun. Und der macht drei bis acht. Ja doch, dann nehme ich eher den. Bisseres Medium. Sie ist nackt. Ich meine, ergibt Sinn. Wir haben sie ausgezogen, aber trotzdem. Die einzige Frage ist, wie kommen wir jetzt zurück? Können wir hier rüberspringen? Hm. Es geht anscheinend gerade so. Sonst hätte es mich auch gewundert, wie wir da rüber kommen. Irgendwer fails jetzt. Ich sehe es kommen. Der da ist noch böse. Ja. Holy shit. Er greift einfach an. Was ist mit ihm denn los? Er hat aber hoch auf Initiative dann gewürfelt. Not proficient with equipped boots? What? Dann equipt die wieder zurück. Was sind denn das für boots? Aber du konntest einfach runtergehen und ihnen hauen. Oder? Nicht? Da steht, du könntest das. Warum machst du es nicht? Na geht doch. Ja, wir machen gleich ein Camp. Wir brauchen die Spell Slots wieder. Gibt es wieder irgendeine tolle Katzine oder so? Nein, hat irgendwer was zu sagen? Ja, ist Tyrion. Bitte nicht. The moment when you bit me? They're very same. I've had this condition for two centuries, but. Truth be told. You were my first. Uuuhh. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't tell but wonder how the others taste. They might not be as open to the ideas I was. Alas. It doesn't hurt to ponder the question. Take Gael for example. He strikes me as someone whose blood is rich. Refined like... Well aged brandy. But Karlak. A tiefling season by Hell's fire. What could she possibly taste like? We're not having this conversation. Good night. I don't want to be too much to him. Something potent I'm sure. Smoky water deep whiskey. Oh. Well that sounds very appealing. I'm almost convinced. Keep your eyes to yourself. You'll make people nervous. Relax. We're just talking. So. In the spirit of theoretical questions. If you had to take a bite from one of them. Who would it be? If I had to? Shadowheart. Yes. A fine choice. She is enticing. Although the more I think on it, the hungrier I get. I better get out of it. I can actually get my teeth into it. Good hunting. But nothing out there will taste as good as the alternatives. But I'll do. Sweet dreams. Go to bed. Was? Wer will denn noch mit mir sprechen? Hier hat niemanden Ausrufezeichen. Wer zur Hölle will doch mit mir sprechen? Niemand hat ein Ausrufezeichen. Karlach? Feeling illicit? How did you end up with such a contraption in your chest? A year? Tenere. The place? A sleepy little town called Balders Gate. Our hero? Karlach. A not need delinquent from the outer city. With everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. Ten years of that. The stories I could tell. You mentioned the boss who gave you up to Zariel. Who was it? A guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types. He seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh. To feel so invincible again. You and Mizorah seem to know each other. How? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice. Me by force. In the grand scheme of things. I was consequential to Zariel. Sure. I got the engine. But I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizorah envied the attention I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down. Mizorah was delighted. I can see why you were so keen to escape. No kidding. The fighting. The chaos. The betrayal. It had the makings of a good stage show. But I did not want to be one of the players. Do you think she'll keep coming after you? I don't know. You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. I don't know. You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. Who are you? Who are you? Who are you? There are many answers to that question. None are important. Skeletons aren't supposed to be able to talk. Correct. Are you going to explain further? No. Okay. Attack. What kind of services can a skeleton offer? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Ah. That's incredibly powerful magic. Why is it so easy for you? Because it is my calling. There is little else to explain. You mentioned a cost. What is it? A matter of coin. What if I don't have that kind of gold right now? Then I shall wait here patiently until it is acquired. Okay. Make haste. I would have words with you. Okay. There is another door. I have to turn the door over all the doors. Traveler's chest. Is there anything in there? Break general die. Combine this die with an equipment item to alter the colors of fabric. Leather and even metal. Okay. Yeah. Go to bed. Schon wieder irgendwelche Träume. I promised I'd be back. Ja. Aber nicht so schnell. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the Parasite power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hope that the Druid as powerful as Halthin might be able to remove your Tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. So what should I be doing? Your Parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the Tadpole's magic is destroyed. Any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halthin knew this. His instincts are right. Her Parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. How do I destroy the source of the Tadpole's magic? I am not sure yet. To find the answers we must first find the source. These Parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the Cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a Tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be Mind Flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Health that you protect me. I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. Just like you, I was infected with a Mind Flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot. And I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Pels, they need me. I have to go. Wait, what do you need me to do? The power I used to protect you. I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later, I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering. At Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. That's fine. So. divided by a sea. And all of them are as good as well. Autosave successful. Will just right somebody with me talk about it? See not enough aus. Yeah. Good. Then leave camp. Okay Alle sterben nochmal Gut, also einen Anführer hätten wir damit schon mal getötet Fuck, die sind jetzt alle feindlich Oh Gott Das ist noch Katastrophe Naja, wir schauen mal, was wir anrichten können Erstmal ne Explosion darunter Ich schieße einfach mal ihn da ab Können wir ne Sneak Attack machen? Nein, können wir nicht Und wir verfehlen auch noch Die machen auch ordentlich Damage Komm, kill ihn Sehr schön Damit ist schon mal einer weg Shadowheart, kommst du von da jetzt an Gale dran? Ja, dann heal ihn mal Warum? Um sie aus dem Feuer rauszuziehen? Tima mit ihrem Hex Okay, da ist gerade noch irgendwer gestorben aus irgendeinem Grund Ich weiß nicht, ob er verbrannt ist oder so Ich bin nur froh, dass die alle dashen müssen Ey, wir hatten ne gute Anfangsposition Dann haue ich ihn mal um Messier Wir hätten ihn noch beißen können Naja Dixis, kill den nächsten Oder auch nicht Oh, da ist die High Priestess bei Das ist Nicht gut Die müssen wir eigentlich killen Das war sehr nice, Gale Da hast du ordentlich Damage gemacht Dixis, Flaming Hands Einfach mal hier drüber Shield Blockmaster Ja, warum nicht? Dann haben wir nämlich den Boss gekillt Nice, Dixis Und kein Damage an Shadowheart Und jetzt hauen wir noch auf ihn drauf Noch ein bisschen Damage entflicken Da kommt noch wer angedasht Oh, das dauert, bis der da ist Hat nicht sehr hohe Chance zu treffen Aber probier's einfach mal Na, immerhin Schieß halt einfach hier hin Das hätte ihn eigentlich treffen müssen Die Explosion war direkt unter ihm Aber egal Dann ist Tyrion, finish den Job A true soul parasite And it's still alive You should collect it from the corpse Klar Was für ein perfect crime? Deny the accusation Was? Was? Was ist das? Warum? Priesters key Nehmen wir einfach mal mit Rancid note Read That's Lobberchop's druid Who was nosing around Ain't just some tomb Rubbing adventurer type Calls hisself Halcin Ugly name for an ugly bastard I had a little word or two with him Before the lashes Put his hairy arse In the pants Sad He thinks There's something rotten inside us Inside me Reckons he can help Get rid of the rot I told him We don't need any help From nobody Never did And especially Not now The absolutes Take and shine to us I says There'll be something Rotten inside him Soon enough There's a lot of rancid meat Down in the pants And when we cut him open I'll make sure He stays alive Long enough For the maggots To make a nest of him Good We'll just take it Absolutes talisman Absolutes mercy If the wearer bears The absolutes brand They have advantage On death's saving throws Okay Equip that just Absolutes war board If the wheel that bears The absolutes brand They gain plus one bonus On saving throws We'll just take it Haben wir hier eigentlich Sonst noch Irgendwie was Am altar Ich frag mich Ob wir das Iron Gate Da schon öffnen können Wir haben ja ein paar Keys jetzt Es ist locked Sind hier noch Leute Die sind auch Irgendwie weg Dann können wir ja mal hier rein Die Dinger explodieren wahrscheinlich Wenn ich da dran gehe Irgendein Geheimgang Interessant Wir gucken erstmal was wir hier so drin haben Hier haben wir nämlich noch ein paar Pfeile Für Esterion Und Esterion Kannst du Diese chest hier öffnen 18 Krieg mal ein bisschen Guidance noch Das ist ein heftiges Locktry again Wir wollen nicht unsere Inspiration dafür locken Das ist dumm 1 Esterion Was ist los mit dir Wir haben ja noch ein paar Pfeiftools Aber trotzdem Was ist denn los mit dir 1 3 1 3 What the fuck 6 Okay Er ist nicht mehr dazu fähig Schlösser zu knacken Ich weiß es ist ein hohes Schloss Aber er würfelt gerade Wie eine absolute Katastrophe Na geht doch Meine Güte ey Maschine im Kampf Aber beim Schlösser knacken Gerade Stellt er sich an Wie sonst was Und dann ist da nur Gold drin Rocky Kevis Was haben wir denn da Ja gut Gehen wir doch mal alle raus In der Hoffnung Dass wir das Ding In die Luft springen können Der ganze Raum Wird in die Luft fliegen Wieso sind die nicht explodiert Warum sind die nicht explodiert Und dann stehen hier auch noch welche Okay sie sind explodiert Sieht nur so aus Als wären sie nicht Ich glaube nicht Ich glaube ich werde da Ich glaube ich werde da Mal das aufgreifen Irgendwie Gut dann weiß ich auch nicht Wie man da reinkommt Ach ja und Wir können ja hier schöne Illithid Powers auswählen Da muss ich aber erstmal gucken Was sie genau so alles bringen Die andere Frage wäre Ob wir das überhaupt machen wollen Weil ja Ich traue dem Ganzen ja Noch nicht so ganz Aber Ich bin schon ein bisschen Powersichtig Also das wird halt auch Zu meinem Charakter passen Wir gehen mal auf den Wir gehen mal auf den Damage Ja Na das gefällt mir nicht Was mit unserem Gehirn da passiert Aber egal Unser Gesicht sieht ja auch schon so aus Schicken wir die Würmer mal ein bisschen In die Teile unseres Gehirns Warum nicht Gut dann Gehen wir doch jetzt nochmal zu dem Boss Ich muss nur einmal gucken Haben wir noch alle unsere Spell Slots oder Ne ich glaube da müssen wir noch einmal Eine Long Rest machen Ich glaube eine Short Rest gibt die Nicht wieder oder Nur Warlocks Ja weil nach dem Kampf Haben wir ja einiges rausgeballert Ich glaube wir machen nochmal eben Eine Long Rest Ich hoffe sehr stark Dass es nichts ausmacht Dass man so häufig eine Long Rest macht Erfahren wir wieder irgendwas Über unsere Göttin Weil wir jetzt die Powers erlernt haben Oder Ne wir wachen einfach auf Gut dann Raus hier Die sind jetzt alle schon direkt feindlich Ich weiß nicht Ob wir erstmal so ein bisschen Außenrum aufräumen können Ich weiß halt nicht Inwiefern Das alles getriggert wird Die hier zum Beispiel Am besten Shadowheart Du läufst vor Da konnte sie ihn doch Schön abbeißen Können wir den eigentlich da rauslassen Bringt uns das irgendwas Praise his ever bleeding axe Praise his throne of flaming iron Praise Maglubbiat You know Maglubbiat A tyrannical deity Who treats his goblinoid followers As slaves Trying to interrupt my prayers Scared of a real god You're as goonless As the rest of them Maglubbiat's a tyrant People are better off without him Maglubbiat's looked out for me Since I was near eyed Or warped up Bollocks to this absolute I say And bollocks to you You think this is funny I'll be the one laughing When things turn ugly Safer in here And out there Die sind bisher alle tot Also Sehr gut Begeben wir uns ins Schlachtfeld Und wir beschwören vielleicht mal Einen unserer Familias hervor Ich weiß gar nicht was da am besten ist Sollen wir mal einen Raven ausprobieren Einfach mal verschiedene Sachen Warum nicht Der hat aber nur ein HP Naja Die Frage ist Sollen wir jetzt hier direkt reinlaufen Der Typ hat nämlich immer noch 75 HP Was ganz schön heftig ist Aber ich weiß auch nicht Ob wir irgendwie anders hier reinkommen Ich glaube nämlich nicht Also ja warum nicht Probieren wir es einfach mal Shadowheart Lauf vor Ich glaube das beste wäre Wenn wir erstmal die Ads ausschalten Wenn wir das so aufräumen können Ist das natürlich auch super Nur der hat uns gesehen Und die haben nichts davon mitbekommen Junge der ist direkt vor deinen Augen gestorben Aber okay Dann können wir ja auch nochmal probieren Den da vorne zu eliminieren Ohne dass irgendwas passiert Also wenn der das nicht sieht Dann würde mich wundern Wenn irgendwer das hier sieht Mysterien regelt One-Shot-Bone-Kill Gut dann laufen wir doch mal weiter rein Ja jetzt kommen nämlich mehrere Leute Der Raven fängt an Den lassen wir erstmal hier vorne hinlaufen Also am besten blinden wir ja den Boss Sofern der Raven noch eine Runde überlebt Jetzt ist halt die Frage Wen greifen wir am besten an Am besten wäre es wahrscheinlich echt Wenn wir Full Damage jetzt auf Draw Zaglin machen Wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben Dann am besten auch verhindern Dass er gehealt wird Und dann schauen wir mal weiter Wir können eventuell irgendwas casten Vielleicht so ein Guiding Bolt Nice Ordentlich Damaged Und dann shieldet ich vielleicht nochmal selber Weil die werden wahrscheinlich auf dich gehen Dann werfen wir doch einfach mal Grease da rein Zünden alles an Und schmeißen sie um Der wird wütend Der ist ein bisschen am Ragen Geht der auf Shadowheart los Ja Oh Der haut ordentlich drauf Und bitte healt den Boss nicht Aber ich glaube Alle die healen können Hatten schon ihre Runde Können wir ihn blinden Yes Nice Das ist sehr gut Dann machen wir weiter Damage auf ihn Du machst nochmal einen Guiding Bolt auf ihn Wir haben ihn gleich tot Und dann heal dich am besten einmal selber Okay Your time to shine Obwohl er brennt glaube ich auch Ja er wird wahrscheinlich sowieso sterben Wenn kein anderer ihn vorher healt Nein aber es ist kein anderer vor ihm dran Der healen kann Gut das war der letzte von den Bossen Und jetzt müssen wir nur noch alle anderen hier töten Aber die sollten einfacher sein Hoffentlich Der Penner Der wendet hier schon wieder meine Taktik an Wir machen mal einen Offhand Attack gegen ihn Oh und das war ein Crit Das hat ihn direkt umgehauen Dann gucken wir mal was wir noch so ausrichten können Dixus haut jetzt richtig Damage raus Wupp weg Nice ist die Rian Ähm Ja wir sind jetzt hier unten im Spinnenpit Ohne wirklich eine Möglichkeit irgendwie hoch zu kommen Können wir uns teleportieren? Das hatte ich Hatte ich das erlernt? Ich glaube nicht ne Ist grundsätzlich nicht so schlimm Wir bleiben einfach mal hier unten Oh da kommt einer zu Esterion hoch Und Esterion du kannst ihn kaputt schießen Ja nice Jetzt haben wir nur noch die eine da unten Ja da hat dein Heal nicht ganz so viel gebracht Ich weiß nicht warum du zu Esterion hoch willst Das ist kein schlauer Move glaube ich Können wir sie da runter schubsen? Ja probier's einfach mal Oh sie hat widerstanden Dann halt so Oder Esterion finisht sie halt Ja das können wir auch gleich machen Nachdem wir hier die anderen gelootet haben So Droraxlin Was hast du denn so zu verbergen? Den Mindflayer Specimen Ein Key Nehmen wir auch mit Sein Faithbreaker Ist das Two-Handed? Weiß ich nicht Aber das senden wir mal zu Shadowheart Die Javelins Könnten eigentlich auch zu Shadowheart gesendet werfen Äh werfen Gesendet werden Weil sie dann werfen kann So Gail Was machen wir mit dir? Ich glaube das schlaueste was wir machen können Ist die Spinnen von hier oben angreifen Oder wir reden mit ihnen Vielleicht lassen sie auch mit sich reden Können wir dieses Tor jetzt aufmachen Ansonsten muss Esterion das mal knacken Wer hat denn diesen Schlüssel dafür? Wir haben jetzt alle hier getötet Naja Lockpick Zehn Easy Außer wenn man eine Eins würfelt Das war die Ich glaube das war die einzige Zahl Die Das hätte runterbringen können Wir kriegen so viel Bonus da drauf Jetzt würfeln wir eine Neunze Ich weiß nicht was mit Serial und seinen Schlussknackfähigkeiten los ist Aber der hat anscheinend wenig Bock Spider seems poised to attack But she hesitates Tapping her claws As if trying to communicate The other spider echoes her Warum ist Gail jetzt zu denen rüber gelaufen? Das passt mir nicht Animal Handling Clap your hands together Mimicking them Her movement Und er kriegt noch keinen Bonus Aber er hat's geschafft Asher her toward the door Okay Tschüss Das lief ja auch besser als gedacht Das regt mich trotzdem auf Dass er ein bisschen einfach losgerannt ist Aber naja Cave Mouth Hier sind wir in einem Okay Ja hier können wir eventuell gleichen Ich will erstmal das Camp hier weiter erkunden Los Spinne Freedom Wir haben hier oben ja noch ein Iron Gate Und sehr viel Loot dahinter anscheinend Das können wir öffnen Dafür war der Key Treasure Crates Oh das ist nice Springstep Boots Swift Strikes When the wearer dashes Or takes a similar action During combat They gain momentum For three turns Die Hunchwur The wearer gains advantage On melee attack rolls While surrounded by two or more foes Das wird auf jeden Fall An Shadowheart gesendet Infernal Iron Nehmen wir mal mit Genauso wie diese Edelsteine Und die Kette Emulet of Saloons Chosen Saloons Dream Das können wir auch mal an Shadowheart Schicken Ja gut Dann Gale Zieh du mal die Schuhe an Ich weiß noch nicht wie häufig du dashen wirst Aber Ja Die können wir vielleicht noch an Nesterian schicken Dann ist er so der Lightning Typ Ich weiß noch nicht wie häufig er dashen wird Aber wir werden sehen Ja gut Dann sind wir hier eigentlich durch Wir können jetzt zum Druiden und ihm berichten Dass wir alle drei Bosse getötet haben Und dann könnten wir unten in den Cave rein Wahrscheinlich hätte man die Spinnen auch befreien können Und die hätten dann auch die Goblins angegriffen Aber gut Wir haben es ja anscheinend nicht nötig Guten Tag Carlseen Wir kommen mit guten Neuigkeiten zurück All the leaders are dead The grove's safe I've done my part Now tell me about Moonrise Let's get out of this pit firstly Return to the grove I'll make my own way there I can see to some matters there And we can discuss what comes next Amidst more Bukolic surroundings than here Na gut Er hat sich in eine Ratte verwandelt Ne gut Dann gehen wir jetzt nochmal den Spinnen Hauf da Erkunden Wo wir hoffentlich nicht auf noch mehr Spinnen treffen Muss man hier von der anderen Seite kommen Das sieht fast so aus Haben wir irgendeine Möglichkeit Hier hoch zu kommen Nicht wirklich Das ist zu hoch zum Springen Das Palma Bodyguard of the High Priesters Okay hier müssen wir wohl von der anderen Seite rein Ich hoffe nur die Leute draußen greifen uns jetzt auch nicht alle an Weil das wäre eine Katastrophe Also vielleicht nicht unbedingt Ich weiß nicht wie viele da draußen sind Oder wie stark sie sind Aber I don't know Können wir mal gucken Was wir für Illicit Powers hier erlernen können Vielleicht Luck of the Far Realms Das klingt doch eigentlich ganz gut Nett Wie mein Gehirn jetzt schon aussieht Aber naja Oh hier haben wir noch ein paar Leute Disadvantage Disadvantage Warum sind wir alle in Disadvantage Disadvantage from Equipment Was wieder Haben wir irgendwas angelegt Wo wir Ach ich hasse das Ich sollte da echt mal drauf achten Hör man ihn da hinten dran Ja sehr gut Ja wir werden wahrscheinlich eh bald wieder Na Long Rest machen Dann Und weg mit dem Probier mal ihn zu killen Schade Aber du kannst ihn tot beißen Uff Das hat Damage gemacht Du Penner Und Dix ist Guck mal dass du ihn hier Oder sie finischst Nein du hast verfehlt Mysterion Kannst du da Abhilfe schaffen Nice Trotz der Disadvantage Gut dann sollten wir jetzt Eine Long Rest machen Auf jeden Fall Bevor wir Raus gehen Weil ich hab keine Ahnung Was da draußen abgeht Und Shadowheart ist mega Äh Close Am sterben Es hat immer noch keiner was zu sagen Obwohl wir jetzt alle Lieder getötet haben Jedes Mal muss dieser Hund Gepettet werden Wenn wir hier im Lager sind Da gibt's keinen Weg drum herum Und der steht danach immer so stolz da rum So jeh Ich hab einen Hund gepettet Geh einfach mal davon aus Dass die da oben Auch nichts tolles zum Looten haben Dragon Egg Mushroom Den nehmen wir vielleicht mit Der sieht interessant aus Ashes of Dragon Egg Mushroom Recipe Unlocked So und jetzt mal gucken Was uns draußen erwartet Sind die alle angepisst? Hm Ja Also den Ogre müssen wir auf jeden Fall Sehr schnell aus dem Weg schaffen Und weil der so früh dran ist Wir probieren es einfach mal den zu scaren Und er ist tatsächlich frightened Perfekt Jetzt kannst du nicht mehr drauf hauen Aber du kannst mal ein Stück nach vorne gehen Vielleicht ziehst du ein bisschen Aufmerksamkeit auf dich Der kann trotzdem einfach angreifen Das hat's voll nicht gebracht Du machst am besten mal hier einen Guiding Bolt auf den Ogre Und heals an Gale Weil den hat's ganz schön erwischt Und dann lauf mal vor den Ogre Dass der nicht abhaut Gale Du wirfst Grease Hier in die Menge Weil das wird explodieren Da werden wir uns drüber freuen Das explodiert nicht Warum explodiert das nicht? Ist doch direkt Feuer daneben What the fuck So Dixis Du aktivierst mal direkt das Horn Kommt zu Hilfe meine Freunde Da sind sie Und dann tun wir jetzt mal das Was Gale anscheinend gerade nicht konnte Nämlich hier das Ding anzünden Da haben wir nämlich erstmal eine riesige Explosion veranstaltet Jetzt können wir vielleicht noch Ihn einmal mit einem Dafür wollen wir keinen Luck of the Realm Aktivieren Und brauchen wir auch nicht Wir hauen ihn einfach so um Lässt du Gale in Ruhe? Dann halt nicht Ne wir greifen dich einfach mal an Machen wir mal mit dem Luck Dann bist du nämlich auch weg Du schnappst jetzt ihn da Das hat auch den Wolf disziplieren lassen Das ist sehr gut Ja komm mach den fertig Ja mit nem Crit Goodbye No more than a few pecs I'm afraid this spread is most inadequate Our bargain is at an end Unless perhaps you were spicy at you Ja 500 Gold Warum nicht Ich glaub dafür lohnt sich das Goodbye Ich hoffe die haben dann aber wieder volle Leben Jetzt können wir auch erstmal looten Oh ein Ring Mehr movement speed Packen wir erstmal ein Gucken wir gleich mal wem das Zu gutekommt Und warf's poem A son of the moon fell here in the dark below and we sealed his grave in her holy glow May the full moon never touch the stars once more My darkness never conquer the moon maiden's door And now the scrolls in the margins Found the door under the temple Think the moon's turn But which way Cluster of stars And lunar phases Was sketched beneath Die haben auch nicht wirklich was Gutes hier Oh nevermind Medium armor Das könnte an Shadowheart Gesendet werden Ist wahrscheinlich ganz sinnvoll Scroll of Revive 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 Ne 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 eigentlich immer Asterion Aber heißt Er heißt ja Astarion Aber ich glaub er nennt sich selber Asterion Was ein bisschen komisch ist Aber naja Irgendwo muss noch ne geheime Tür sein Wir gehen aber erstmal hier hoch Und clearen die Leute hier Ich glaube Asterion versucht sich mal mit nem Shot 75% Ja probier einfach mal Sein Kollege wacht davon nicht auf Ist auch sehr nice Die Sneak melee attack hat 100% Chance So und was machen wir jetzt mit denen hier Also wir können nicht mehr nochmal davon ausgehen Dass ich Kritte Wie hoch hat denn die Nur 58% Warum eigentlich Es ist ein unbewegtes Ziel Es liegt das Schlafen auf dem Boden Asterion du stehst da fast neben Müsstest du nicht eigentlich Eine 100%ige Treffer Chance haben Ja gut entweder wir schalten den hier Aus oder wir machen schon mal Schaden bei denen Der hat 12 Leben Ich glaub wir schalten einfach den hier mal aus Vor allem weil die anderen ja auch gar nicht davon aufwachen Und dann können wir nochmal versuchen Bei denen hier Schaden zu machen Die sind auf jeden Fall surprised Und dann Ehrlich hättest du ihn nicht killen können Der hat ein HP jetzt Dann ist die Rian Beiß ihn einfach tot Und lauf weg Der ist surprised Ja und ein bisschen betrunken Haut ihn doch einfach kaputt Halt 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 auf ihn drauf Geht auch Gut Keiner von uns Wurde irgendwie auch nur belästigt Oh der hat richtig viele Scrolls Malangail schicken Und Goblins My life along the conquering host Okay Sage secrets Dixis ist inspired Oh die sind alle inspired Nimm's einfach mal mit Scheint irgendwas wichtiges gewesen zu sein Ja dann wie gesagt Müssen wir gucken Ob wir hier irgendwie In die Ruinen reinkommen Warte mal Hier oben ist ne cracked wall Bevor wir jetzt ganz runter laufen Ja dann Shadowheart Hau da doch einfach mal drauf Wenn du kannst Hast du sie kaputt Ja ich weiß sie ist sturdy Dixis Ich weiß nicht ob ein Eldritch Blaster mehr macht Aber probier es einfach mal Oh nice Collapsed Corridor Jetzt sind wir aber wieder hier drin Nur auf einer höheren Ebene Bringt uns das irgendwas Hi My my What manner of place is this A path to redemption Or a road to damnation Hard to say For your journey is just beginning What would suit the occasion Hmm The words to a lullaby perhaps The mouse smiled rightly It outfoxed the cat Then down came the claw And that Love Was that They do know how to write them in cormier Don't they Don't they Well met I am Raphael Very much At your service Wollte er mich damit Threaten Ich glaube nicht Am I talking to the mouse or the cat Neither Neither Ich wollte hier noch weiter Erkunden Wo bringst du mich hin Can you be more specific than somewhere A house of hope Where the tired come to rest And the famished come to feed Lavishly Go on Partake Enjoy your supper After all It might Just be your last Are these Theoretics Theoretics Theatrics Whatever Leading somewhere Are you not entertained Are you not entertained Far be it from me To disappoint What's better Than a devil You don't know A devil you do Am I a friend Potentially An adversary Conceivably But A savior That's for certain What makes you think I need saving Come now Why play hard to get When you're in Deep over your Tadpolled head One skull Two tenants And no solution in sight I'm going to be more Like that Hmm Ich glaube Der ist ein bisschen zu stark Um ihn zu bekämpfen Deswegen ist die vierte option Ein bisschen Schlecht I'll do anything to get rid of the Tadpoll Würde ich jetzt auch nicht sagen You need to think this over Yes I guess I guess Take all the time you need But make up your mind Before you're counting down With tentacles Try to cure yourself Shop around Beg Borrow And steel Exhaust Every possibility Until none Are left And when Hope Has been whittled down To the very marrow Of despair That's When you'll come Knocking on My door Hope Such a tease And if I do want this deal How would I find you I'll be around Watching you Squirm like a tadpole Through a nice juicy brain All those Pretty little symptoms Sundering skin Dissolving guts They haven't manifested yet Have they One might say You're a paragon of luck I'll be there When it runs out Okay Suspicious dude Ich weiß nicht so richtig Was ich mit dem anfangen soll Aber wir schauen mal Hier ist auch noch eine Truhe Hier schnappen wir uns auch noch Können wir hier rüber springen Ja können wir Hier ist nämlich auch eine schöne Truhe Mit ein bisschen Silberware Vor allem hier drüben ist auch noch eine Truhe Aber Ich weiß nicht Kommen wir da rüber Wenn wir hier durch die Gegend springen Na doch Wir können da hoch springen Ne Path is interrupted Es geht Gerade so Ein bisschen Geld Einen schönen Ring Aber ich will ja eigentlich Ja irgendwie rüber Oh da Muss ich hier durch diesen Ach nee hier sind diese Monde Priestess Quarter Ach nee da sind die Entrance What the fuck Wie hab ich diese Tür übersehen Hm Irgendwie hab ich eine Tür anscheinend Beim Erkunden übersehen Äh naja gut Kommen wir hier runter Ohne uns zu sehr weh zu tun Ist die Frage Noch genug space Hier auf der Mauer Ehrlich Es gibt minus 5 HP Können wir irgendwo landen Was nicht so sehr weh tut Hero hole Kann ich da eine Katze reinschicken oder so Oder eine Ratte noch besser Du kannst doch da rein oder Als ob du da nicht rein kannst Kannst du mit der Ratte reden Ja natürlich bist du zu groß Aber die Ratte doch nicht Ach naja Hm So Nächste Frage ist Können wir hier irgendwie runter Wenn wir die Kiste hier auf den Boden stellen Vielleicht mit einer Mage Hand Geht nicht Aber das was wir eventuell machen können Ist hier rüber zu fliegen Und diese Kiste einfach hier rüber zu holen Und jetzt Wenn wir da drauf landen Rostet es uns nur ein HP Und die Kiste Keine Sorge Leute Wir haben noch mehr Fässer Wir haben keine Hand mehr Geil Wir brauchen eine Hand Must take a short wrist Ja das ist schlecht Können wir nicht auch eine Mage Hand machen Ja können wir Dann bring schnell mal ein paar Fässer hier rüber Wir bauen einfach einen Turm Wie wärs damit Spring einfach hier drauf Auf das Fass Warum schaffst du das nicht Der Styrian Bist du Wenn nicht genug Styrian verliert sogar noch mehr HP Wenn er versucht da drauf zu springen Okay Dixis Kannst du das Fass da wieder runter Oder ist das zu schwer für dich Target ist zu far Ach komm Wenn wir sowieso noch short rest nehmen müssen Dann Springt einfach alle hier runter Shadowheart Warum bist du jetzt wieder da hochgesprungen Wir wollen gerade alle runter Meine Güte Naja So Jetzt müssen wir mal gucken Kommen wir hier rein Ja wir haben den Schlüssel Das ist sehr gut Und die ist Weiß ich nicht Ob die angepisst auf uns ist Wird nicht lange dauern Dann ist sie es wahrscheinlich Dixis Warum Und dann versuchen wir mit ihr zu reden Und dann versuchen wir mit ihr zu reden Ja damit habe ich gerechnet Nein Du hast ausgestattet Du bist bereits flimsy Willkommen Und jetzt Du wirst Lachen What the fuck Probier nochmal mit ihr zu reden It seems the rules have not changed in your absence You're still trespassing Try to convince them I'm here aren't I You wouldn't have let me in if I didn't belong Would you Persuasion Auch 22 Wollen wir ein bisschen Guidance mitnehmen Komm wir nehmen ein bisschen Guidance mit Sie sieht irgendwie so bedröppelt aus Wird das denn jetzt nur für mich oder auch für meine Kollegen Aber haben wir hier überhaupt irgendwas was ich hier will Irgendwas mit Sternen Mit einem Auge Zwei Augen Ach und hier sind diese drehenden Monde Ich begebe mich aber erstmal hier in Position Ich habe nämlich keine Ahnung ob die anderen jetzt auch hier rein können Anscheinend Okay dann Schließt euch alle uns wieder an Ich meine wir werden sie wahrscheinlich eh noch früher oder später töten Weil ich da alles looten will Da gibt es einiges an Ruth Was ich gerne hätte Aber ja Machen wir es doch erstmal Wenn wir hier freien Eingang haben Einfach so So was haben wir denn hier unten so Ist halt nur die Frage wie die geturnt werden müssen Hier scheint aber sonst auch nichts zu sein Wann mal was haben wir denn hier vor Da war ja irgendein Symbol draußen Mit den Augen und so Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aber hier Machen wir nicht 7 Die andere Sache ist Wir haben ja hier diese Notiz Round the door under the temple Think the moon's turn But which way A cluster of stars and lunar faces Sketched beneath Wir haben ein Wie viele haben wir die gefüllt sind Das sind 8 Stück Müssen die einfach alle nach außen Das wäre dann so Da scheint nicht viel zu passieren Hier sind auch nochmal die Sterne Hm Aber die hier vorne sehen hier irgendwie anders aus Ist das nur ein Grafikglitch Das Hier irgendwie so ein Stück fehlt Oder Ich verstehe es nicht so ganz Können wir mit der Breeze Triss da auch sprechen Oder redet die einfach nicht so viel Weil Wobei das ist ja glaube ich nur der Bodyguard Ist das ein er oder eine sie Egal wie auch immer Er oder sie wird jetzt sterben Egal kannst du da rüberspringen Bist du dazu in der Lage Nein Ist es Tyrion dazu in der Lage Weil ich würde ungern Auf diesem Holz stehen bleiben Ehrlich gesagt Das sieht aus Als würde das gerade so gehen Wenn man sich hier so ganz An den Rand hinstellt Aber ne Ich wollte schon nicht mit dir reden Der wird's rarely approach Mortals without some Nefarious intent We'd be wise to avoid him Oh Let his bluster fool you All that talk of Desperation Merely illustrates his own I think he wants something from us Badly I mean that knowledge Lies our opportunity I'll remind you that When dealing with a devil You always draw the short straw There's no such thing As an absolute certainty Let me play the devil's advocate The man is too eager Do not dismiss his offer Out of hand If there's one quality All the denizens of the hells embody It's ambition Quality they share with many humans Come to think of it What do you think Raphel's ambition could be? I'm the foggiest But based on the evidence before us We can make certain deductions As to why he sought out our merry band Fact one There's something very strange And very powerful about our tadpoles Fact two A devil offers to take it away Devils aren't known to aid mortals Out of simple kindness Whatever Raphel wants We must be the key To getting it Along with our tadpoles So, we say for now We wait If I'm right Raphel will seek us out again And when he does There's a mighty bargain to be made Remember his Cormarian Ryan Down came the claw Perhaps we should start growing our nails Na gut Was hat Shadowheart dazu eigentlich zu sagen? In hells Literally Just when I think I've got a grasp on our dilemma A devil shows up No matter We've dealt with every other oddity Thrown at us lately We can handle this one too Now As for this Raphel He knows our secret He claims he can help What do you make of him? Use your shared connection To read her thoughts Hm Not 20 Wow Seems like you have a particular point You want to make about Raphel Actually Yes You're right Very intuitive Clearly the devil was trying to sow doubt among us He's clever My order uses the same tactic when dealing with enemies of Sha You don't need a scourge or a rack to break people Fear and self-doubt is sufficient When actual pain comes The victims already done the heavy lifting for their torturer There were no right answers with that devil He was toying with his food Us I didn't realize you were so well versed in mental and emotional torment Aren't you glad that I am? It's an effective trick Watch out for it And for Raphel I can't help but feel you and I might have missed Might have missed a chance to connect Truly connect I think I know what you mean There's an undeniable rapport And yet we haven't made time for each other Time alone Easily remedied If you like I know a place I'd like that Just lead the way Not just yet Let's choose our moment Some quiet night When the others are asleep and there's no distractions I'll come for you God I want to get to know you more, Shadowheart You already know my biggest secrets What more can you ask? Tell me something about yourself besides Char Besides Tadpoles Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced Well, I like night orchids and can't swim Is that the sort of thing you meant? Really? You've flown between the planes of existence But you've never been swimming? It's nothing to laugh at Save your questions if that's how you're going to react Anything else you'd care to share? No I can't I mean I literally can't There's certain things I can't remember right now Char's secrets must be preserved Above all else All who worship her know this I have had certain memories suppressed Voluntarily So that I can serve Char without compromising her If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Char's mission Then my memories will be restored Okay Naja gut Enough chitchat here Esterion, geh hier rüber Gale vielleicht hier drauf Das ist nicht ganz so unsicher, falls das irgendwie kaputt geht Du hier hin Und Dixis Bleib vielleicht mal hier Und dann Esterion Probier mal den ersten Shot zu machen Hasn't gone unnoticed Sie hat einen Pfeil in den Drucken bekommen Kannst du nochmal angreifen? Wir haben immer noch die Advantage Ja dann Boom Esterion macht sich fast alleine kaputt Esterion macht sich fast alleine kaputt ey Weg mit dir Easy So was hat die so Nur ein Supply Pack Sehr langweilig Aber hier ist sehr viel Loot Oder zumindest sehr viele Kisten In denen nichts drin ist Selunite Journal Das könnte jetzt interessant sein Das könnte jetzt interessant sein I confess The design is not foolproof to outsiders But I had to sacrifice complexity for material resilience I've always wondered why Selun took me from the hall of wonders to serve at this temple as a priestess Perhaps this was the reason That the interlocking circles will bring the full moons to match the stars Ja aber in welchem Sinne denn? Ich nehme es erstmal mit Eine Pouch Mit Gold und einem Ring Einfach einem Goldring Also hier draußen sind ja die Stars Das heißt die unteren beiden müssen gefüllt sein Der obere Und dann so ein Viereck in der Mitte Also das Viereck in der Mitte Ja aber Es gibt ja keine Spitze oben Das ist das was ich nicht so ganz verstehe So die vier würden ja noch irgendwie Sinn ergeben Aber es gibt keine Spitze oben Und es kann auch keine Spitze oben geben Egal wie man es dreht Deswegen ergibt das für mich keinen Sinn So wir gehen davon aus Die beiden hier sind die Augen Also die mittleren Ja wobei das ergibt auch keinen Sinn Aber es ergibt sowieso keinen Sinn Weil es sieben Sterne sind Hier unten aber acht Kreise Also irgendwie Und wenn wir die Augen mitrechnen Dann sind wir auf einmal hier bei neun Also ich finde die beiden Außen zu haben Ergibt schon am meisten Sinn Wenn wir das nämlich so hätten Ist das am ehesten an diesem Muster dran Aber der hier oben ist Ergibt einfach keinen Sinn Also sofern das überhaupt irgendwas mit den Sternen zu tun hat Die da abgebildet sind Aber andere sind hier ja auch nicht Die hier vor der Tür sind ja genau die gleichen Es sei denn Weil hier fällt ja Licht Auf das eine Ding Und das scheint so komplett Was wäre denn Das könnte es vielleicht sein Wir müssen das hier oben komplett Leer lassen Gehe ich mal davon aus Und dann alle anderen füllen Das ergibt ja auch keinen Sinn Hm Also die beiden untersten auf jeden Fall Und dann die schräg daneben Kommt jetzt halt auch drauf an Von welcher Seite wir das betrachten Das wären dann die beiden Die beiden Und dann die da drüber Der und der Die beiden Die beiden Aber ich sag ja Ich frag mich auch Ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat Hier fällt ja auch Licht Auf das eine Ding Ob man das vielleicht auch eher Von hier unten betrachten muss In dem Fall Wäre halt dieses große leuchtende Einfach das Ding Wo das Licht drauf fällt Dann wären die beiden Gehe ich mal davon aus Der und der Die beiden müssten dann Dann bräuchten wir die Augen Was entweder Ja Das ist dann halt auch die Frage So Das ist anscheinend auch nicht richtig So Auch nicht Hatte ich das nicht gerade schon so? Ich dachte eigentlich Das hätte ich schon so gehabt Aber anscheinend nicht Naja Aber meine Vermutung war dann richtig Das leuchtende hier Ist der große Stern oben Weil da fällt ja sowieso Das Licht drauf Und die anderen Ja Keine Ahnung Was da auf uns warten wird Ich weiß nicht Haben wir noch genug Spell Slots Oder Wahrscheinlich sollten wir Eine Rest einlegen Bevor wir da auf Was weiß ich was stoßen Keiner hat was direkt zu sagen Aber Shadowheart Wollte uns ja in der Nacht Aufsuchen Da bin ich mal gespannt Ob das diese Nacht Passieren wird Ich hoffe Du hältst mich gut Freund Erstmal wird wieder Der Hund gepattet Ich sag ja Da führt kein Weg Drumherum So und dann Wollen wir ein paar Camp Supplies packen Haben wir noch irgendwas Was sehr schwer ist Vielleicht Ich glaube irgendwie Wir haben jetzt auch nichts mehr Was so wirklich schwer ist So wie es aussieht Das ganze Fleisch Und so haben wir schon Verbraten Ja gut Dann können wir auch einfach Ein Supply Pack verwenden Ist dann einfach Full Rest Ja da ist sie Leid the way Erstmal ein Date mit Shadowheart I wouldn't dream Of missing it So eager I'm surprised It took you this long Well To begin I think a toast Is an order Any suggestions To survival Very practical We could have toasted To that every night So far Here's for many more Survival Now tell me Something about yourself I know Tadpoles Dragons Marauding Goblins Or anything like that Something about you Also Persuasion Sie war ja nicht so drauf Mit ihr über Persönliche Sachen zu reden Anscheinend Aber sie fragt Mich über etwas aus Oh Thank you For the wine that left Okay Ciao Ja Share a little memory From growing up In Baldur's Gate Seems like you truly Know the city I never got to explore it My liking Warum guckt der so angepisst Don't stop now Not just as things are getting interesting Your turn I insist A little give and take Is only fair 10 10 Das ist so hoch Erstmal einen schönen Bonus Add Ach Advantage Charm Person So hieß die Charm Ne 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 Das ist glaube ich nicht so gut Wenn sie das mitbekommt Wir schaffen es ja auch so Ja das hat's ja schon gesagt Wrong You like night orcids and can't swim You told me once Hm I did And you remember You're sweet Das war gestern Also eigentlich heute Das war anscheinend ein bisschen zu viel Wein Nearly light The others will be awake soon Look into her eyes What So richtig romantisch gerade Ist irgendwie schon ein bisschen cringe You're beautiful I know But you're sweet to notice Thank you for the last night What the fuck Okay Shadowheart ist ein bisschen arrogant I hope they bring me a lot to come Me too She trails off You read an invitation in her eyes Kiss her Ist das schon invitation genug I don't know Ähm Ähm Das hab ich nicht ausgewählt Okay What the fuck war das für ein Move Ich weiß, ich zerstöre gerade ein bisschen die Romantik, aber Also eigentlich hat er gerade die Romantik zerstört, aber Das war jetzt einfach weird 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 Weiß ich nicht Weiß ich nicht No, far from it Gut zu wissen Für die Zukunft Ich weiß nicht Shadowheart ist irgendwie merkwürdig Aber okay Ich bin irgendwie auch nicht besser anscheinend Was hat der Hund denn jetzt zu sagen Der Hund hat Hat er irgendwas jetzt zu unserem Date zu sagen Oder was ist los mit ihm Hund, Tag, Hund Der Hund ist nicht möglich zu sprechen durch das kleine Lager Das er in seinem Mund Was hast du da gehört, Scratch Er hat Geld Ich weiß nicht Vielleicht kannst du mir sagen All das ich weiß war, dass ich dir über dich Als ich es sah Pet him Hast du Geld geklaut? Feiner Hund Braver Hund Mehr davon Ein Bauen Das hat sich nicht nach einem Bauen angehört Das hat also Bauen hinter dem Satz Zu bedeuten gehabt Aber Es hat sich eher nach Geld angehört Aber egal Shadowheart Alles ist gut, ich hoffe Natürlich, wenn es etwas ist Nein Ich wollte nur sehen, wie du fühlst Nach der Nacht, die wir zusammengebracht haben Wenn wir gesprochen Und Küsst Das haben wir im Endeffekt schon gesagt Aber trotzdem Das Nacht bedeutet viel für mich Und ich hoffe, es gibt mehr zu kommen Ich hoffe, es ist auch Doch ich bin nicht sicher, was Kind of Courtship Will be afforded Given all that we're facing Aber wenn du willst Woher das geht Ich auch Warum war du in Pain Before? Das Wound In meiner Hand Es 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 Ich kann Feel Her Influence Somehow What causes It To hurt You Es 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 Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Is there anything I can do to help with it? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Yeah, good turn to other matters. Wir wollen jetzt erkunden gehen. Dann gehen wir doch mal hier runter. Es kann natürlich auch sein, dass hier unten einfach gar nichts ist. Aber wir schauen mal. Das geht ganz schön tief runter. Selenite Outpost. Das ist eine Chest. Wo wir aber nicht reinkommen. Styrian, wir brauchen deine Lockpick-Skills, die du hoffentlich mal wieder erlernt hast. Dann können wir das Iron Gate einfach aufbomben. Weißt du was, Dixis, probier da einfach erstmal dran zu schießen. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Kann Shadowheart da draufhauen. Nein. Gut, dann Styrian Lockpick. Should be easy, sagt er. Und dann muss er 120 würfeln. Gib mal noch ein bisschen Guidance dazu. Never mind. Hast recht, Styrian. Should be easy. Dann Lockpick doch das auch mal noch direkt. Da brauchst du nur eine 15. Okay. Styrian hat jetzt wieder raus, wie er Lockpickt. Sehr gut. Und wir haben hier eine Wand. Die wir öffnen können. Ein Helm. Okay, das sollte auf jeden Fall Shadowheart tragen. Ich weiß nicht, was für einen Helm hat sie gerade angelegt. Ja, da ist das schon besser. Und sieht auch... Naja, auf eine andere Weise merkwürdig aus. Aber egal, hier sind schon wieder die Symbole. Hier haben wir einen Geheimgang. Mit noch mehr Truhen. Okay, das ist eine Trap-Chest. Styrian, kannst du die disarm? Braucht eine 15. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, Styrian hat im Moment überhaupt keine Probleme mit irgendwas. Der ist richtig gut drauf. Jetzt müssen wir sie aber noch aufmachen. Kriegt er auch hin. Gar kein Problem. Okay, was haben wir hier so? Noch mehr Medium Armor. Radiant Damage. Ja gut, ich weiß nicht, ob Shadowheart Radiant Damage macht. Aber sie ist eh die Einzige, die damit proficient ist. Aber ich glaube, die, die sie gerade trägt, ist sowieso besser. Ja, lassen wir das erstmal so. Auf der anderen Seite haben wir nicht wirklich viel. Gehen wir mal hier runter. Hier ist auf jeden Fall ein Waypoint. Den können wir erstmal aktivieren. Da fällt mir auch gerade ein, wir haben den draußen noch nicht aktiviert. Aber egal. Hm. Wir haben hier ein großes Gate, was anscheinend... Ich weiß nicht, ob das gelockt ist. Ich weiß nicht, was die Statue da macht mit ihrem Strahl. Können auch noch hochgehen. Ähm. Ja. Ich meine, wir können das wahrscheinlich deaktivieren, wenn wir nicht sterben wollen. Die andere Frage ist, wollen wir das deaktivieren? Da kam gerade ein Minotaus raus. Ich weiß nicht, ob wir die anderen Gefahren unbedingt, für denen unbedingt entgegentreten wollen. Naja, gucken wir uns die Mechanik hier erstmal an. Ich könnte den kaputt schießen. Aber dann kann ich es nicht wieder reaktivieren. Ich komme da aber, glaube ich, auch eh nicht dran. Kann ich eh nicht da irgendwie so hoch schicken, dass er sich das nimmt? Und Reach. Du kannst fliegen. Ach, naja gut, was soll schon passieren? Ich glaube, ich habe es verfehlt. Es ist Feuer angegangen. Es ist trotzdem noch abgeschlossen. Aber wir haben ja Esterion, den Lockpick Master. Ja, oder wir springen sie einfach auf. Sie ist sturdy, das müsste eigentlich gehen. Oder auch nicht. Die andere Sturdy Wall habe ich aufbekommen. Die aber anscheinend... Ja gut, lassen wir es sein. Esterion. Da hast du noch mal eine 20, komm. Das sehen. Ja, easy. Esterion hat im Moment überhaupt keine Probleme. Der macht alles auf. Der hat tatsächlich nichts dabei, aber hier ist auch noch ein Pile of Bones. Hier sind sehr viele Knochen. Sollte einem zu denken geben. Keiner weiß, was abgeht. Da kommt noch ein Minotaurus. Oh no. Ja, das ist nicht ganz so gut. Vor allem, weil das anscheinend zwei sind. Oder der ist zweimal dran, ich weiß es nicht. Aber Esterion, zieh dich mal ein bisschen zurück. Versuch mal da hochzukommen. Der eben lenkt ihn ab. Das ist gar nicht gut. Okay, Shadowheart, ein Guiding Bolt. Nice crit. An den wollen wir möglichst nicht nah dran. So, zack, auf den Boden mit dir. Und Gale ziehe dich dann auch mal ein bisschen zurück. Holy shit. What the fuck? Ja, da kommt noch einer. Das ist richtig schlecht. Na, geht doch. Und lauf ganz schnell weg. Esterion, gib dich mal hier auf die Position. Und dann... Ich weiß auch nicht. Der Imp wartet am besten mal hier vorm Grease. Ja, wir warten jetzt einfach, bis der kommt. Können ja nicht viel machen. Nee, wir haben nicht genug Reichweite, um ihn da anzugreifen. Das ist schlecht. Kannst du einen Guiding Bolt schon schießen? Ja, perfekt. Ja, wir werden weiter hier warten. Da wir nicht an ihn dran kommen. Wir werden nicht den High Ground aufgeben. Okay, er dasht doch einfach dran vorbei. Ich habe keine Ahnung, was du hier vorhast. Aber ich werde dich nicht hinzukommen lassen. Dieser Dace, das ist sehr gut. Na, weg mit dir. Okay. Das Problem ist nur, dass die Cutscene unterbrochen worden ist. Das fand ich nicht so toll. Amulet of the Unworthy. Was haben wir denn hier für ein Debuff? Report Spores. Wir können telepathisch miteinander reden. Was soll uns das denn bringen? Naja, das schicken wir einfach mal an Gale, weil ich glaube, das wollen wir nicht unbedingt. Ja, ist ein bisschen doof, dass hier die Cutscene unterbrochen worden ist. Ich weiß nicht, was da noch gekommen wäre. Ähm, ähm, lauf da weg. Gott, was ist passiert? Das ist wie so ein Cave-In. Ähm, die Leiter ist kaputt. Das ist nicht gut. Dix, das ist gerade ein bisschen auf sich gestellt. Wir Kristalle nehmen wir immer mal mit. Die Sache ist, will ich jetzt hier weitergehen? Ich glaube, kommt man noch irgendwie anders hier hoch? Kann ich irgendwie ein Seil oder so hier runterlassen? Haben wir Rope. Aber Thro ist wahrscheinlich einfach dann... Ja, der wirft das dann einfach irgendwo hin und nicht so... Lässt das da runter. Können wir irgendwie hier hochklettern? Obwohl, hier drüber vielleicht... Wenn ihr nicht dabei drauf geht, geht, machen wir mal eine Short Rest, weil wir ein bisschen Schaden bekommen haben. Oh, Thief-Tools, immer gut. Sehr viele Ringe. Die kann man immer gut verkaufen. Na gut, da weiß ich nicht, ob es so gut ist, wenn wir die... beklauen, aber wir machen es trotzdem einfach mal. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viele Wertsachen. Und da haben wir sogar eine verschlossene Truhe und die... erregt auch dann schon meine Aufmerksamkeit. Okay, das ist ein einfaches Schloss. Und er würfelt trotzdem mal wieder eine 20. Alles klar? Silver Ingot. Und ein Bronze Ingot. Ja, gut. Noch eine verschlossene Truhe. Noch eine 20. Asterion ist on fire gerade. Ein Short Sword. Ich weiß nicht, ob das besser als das ist, was Shadowheart hat. Das können wir mal gucken. Nicht wirklich. Naja. Und da ist noch eine verschlossene Truhe. Und da oben noch eine. Ja, die muss aber erst mal das arm. Gute, was dir das aufgefallen ist. Ist die real? Oh, oh. Geht die jetzt in die Luft? Wir usen mal die Inspiration. So, und jetzt müssen wir sie lockpicken. Also wenn die gearmt ist, ist da ja wohl hoffentlich irgendwas Tolles drin. Naja, nicht wirklich. Ein paar Scrolls, aber wir nehmen sie einfach mal mit. Dann machen wir noch die hier oben auf. Dann haben wir sie alle durch. Ein paar Pfeile. Können wir eigentlich auch mal anfangen im Kampf zu nutzen. Hier ist ein Aufzug, aber wo kommen wir denn raus, wenn wir den benutzen? Anscheinend nirgendwo, weil wir ihn nicht benutzen können. Dann gehen wir hier doch mal wieder runter. Dieser Dirt Mount hier, oder ich weiß nicht. Ne. Ich weiß nicht, was du gerade mit Confusion meintest. Da unten sind Leute. Restless. Also mit denen können wir auf jeden Fall reden. Ich weiß nur nicht, ob die auch mit uns reden wollen. Bremse Knie. Sie müssen fallen. Ich weiß nicht, ob die runtergefallen sind. So, beziehungsweise von wo? Und dann alle da so gelandet. Hui! What the fuck war das? Was ist das hier oben? Excalibur? Steckt ein Schwert im Stein. Äh, Shadowhard, das ist, glaube ich, eine Aufgabe für dich. Religion. Das fühlt sich heilig. Consider what the appropriate ritual might be. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. Shed a few drops of blood onto the stone. The drowscript inscribed on the blade flickers and glow it rises from the stone bringing in the air in silent offering. Nice. Frage ist, wollen wir das benutzen? Da sie nicht proficient damit ist, wahrscheinlich eher nicht. Gut. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich glaube, wir sollten auch mal eine Rest machen, weil Shadowhard wieder keine Points mehr hat. Oh Gott. Ja, lauf doch mal da raus. Ich weiß nicht, was die da vorne mit Gale machen, aber... Holy shit. Oh oh. Das ist Shadowhard, lauf mal hier rüber. Und jetzt lauf am besten noch da raus. Ich weiß nicht, was das da für ein Vieh ist. Das hat verdammt viel Leben. Ich würde es am liebsten in die Schlucht schmeißen, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Naja, versuche es mal abzuschießen. Bisschen Feuer. Das hat nur noch neunprozentige Hit-Chance, weil es so viel High Defense hat. Das ist gerade richtig schlecht. Machen wir mal unsere alte Grease-Taktik. Ah, hat nicht so gut funktioniert. Das ist absolut nicht gut. Wer lacht da so verrückt? Critical Miss Nice Gale. Super. Act Fast ist gut. Du hast nicht wirklich viel, was du machen kannst. Warte mal, ist das ne Bonus-Action oder braucht das? Ne, es braucht ne ganze Action. Äh, dann nimm lieber vielleicht mal ein Heil dran. Oh, ihm eins drüber oder so. Keine Ahnung. Wäre sowieso nicht, was wir gegen das Vieh gerade machen sollen. Das wird uns wahrscheinlich töten. Deadly Leap? Ja, sehr deadly. Dix, das ist irgendwie gerade ein bisschen mad. Der stand zu lange in den Spores. In Wienbleiben, aber der ist wahrscheinlich nicht, ne, der hat nicht genug. Naja. Äh, ich weiß doch auch nicht. Was, machst du Dixes? Du hast ihn gehealt, aber... Okay. Keep your distance, darling. Too much to beden. What the fuck, Gale? Du hast irgendwie... Was passiert hier? Geht mal da aus dem Gift raus. Wer hat dieses Gift? Gale, du, geh da weg. Ist Tyrion, renn ihn da nicht hinterher. Lass ihn doch mal da stehen. Toll, Dix ist tot. Können wir ihn jetzt irgendwie wiederbeleben mit so einer Rolle hier oder... Was macht Gale da? Der ist ein bisschen durchgeknallt. Warte mal, wir hatten doch so eine Rolle der Wiederbelebung irgendwo. Oder das war die, die er eingesetzt hat wahrscheinlich. Das ist doch ein Scheiß. Ich glaube, da lade ich mal kurz den Speicherstand. Das hat so ja keinen Sinn. Lauf doch alle mal eben schnell hier durch. Ganz schnell, zack, zack, zack. Jetzt kommt nämlich auch das Vieh nicht, doch da kommt es. Okay, wir sollten wahrscheinlich einfach aus diesem Cave raus oder so. Ich habe keine Ahnung. das Problem ist, wir können, glaube ich, auch keinen anderen Weg gehen, oder? Wir können doch hier vielleicht runter, wenn wir hier drüber gehen. Da ist das Vieh jetzt aber auch. Oh Gott. Jetzt hat, jetzt ist Shadowheart durchgedreht. Okay, Shadowheart kriegt dich mal ein bisschen ein. So, guten Tag, liebe Freunde hier. Wer seid ihr denn? Pilz, also, ja. Sovereign. He has come. He is here. The Choir fades. A single melody rises above the others. Rasi and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Traveller seeking adventure. Ja, wunderbar. Insight. Seek understanding. Focus on the sovereign song. Okay, sollte easy enough sein, wenn ich keine Eins würfel. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. I sense your fear. I've come to aid you. Fungal roots weave through your mind. Seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody. Cautious, but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Okay. Es ist eine Stadt hier. Gail hat was zu sagen. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Give Gail a magic artifact. Hast du selber nicht welche? Ja, nimm einfach das hier. To Nate. Thank you. Hat der die, die er im Inventator schon selber gegessen? Gail, what's happening? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time. Like a rainstorm that quells a forest fire and merely drizzles. The embers still sizzle. The fire remains undefeated. I'm not certain what's going on but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Okay. Seine Condition wird auch schlimmer. Wir haben hier ein Waypoint und sehr viele Truhen, die wir jetzt nicht mehr öffnen dürfen, weil das sonst Diebstahl wäre. Wir haben hier aber einen Trader. Oh. A visitor. You're a welcome site, but let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting mind to mind. Blurg. Proud member of the Society of Brilliance at your service. Or perhaps not. Dein Geist ist viel mehr komplexer als das der Fungi. Ich habe nie gehört von der Society of Brilliance. Verständlich. Wir sind klein in Bezug und nicht in einem Ort bleiben. Meine Kollegen und ich arbeiten, um die Konditionen in der Unterdark zu verbessern. Das muss nicht so ein grosses Ort sein sein. Es ist interessant zu finden, einen Dweller zu finden. Was hat dich so tief gebracht? Ehrlich gesagt, ich habe hier etwas verloren. Nein, nicht wirklich, aber okay. Ein gemeinsames Phänomenon in der Unterdark, ich bin Angst. Könnte ich mich fragen, was du zu Beginn hast? Entschuldige die ganze Geschichte. Du warst von einem Illithid-Tadpole infectiert. Es ist ein Wunderschön, dass du noch intact bist. Du musst dich überrascht sein, aber keine Angst haben. Ich habe einen Freund, der kann dir helfen. Ormelium! Ich hoffe, das ist wichtig, Blurg. Meine Zerkwood-Samples brauchen constant attention. Es ist. Dieser Adventurer hat einen Illithid-Tadpole in seinem Kopf, aber er hat nicht verändert. Nein, keine Ceramorfose? Ähm. Das ist unmöglich. Aber intrigierend. Hi. Willst du ihn erzeugen? Ja, absolut. Öffne deinen Geist zu mir. Lass uns sehen, was in dir zerbricht. Lass dich und lass Ameliums Geist sich um dich herum. Der scheint ja freundlich. Lass uns in dir. Lass uns die Zeit zu schützen. Der ist die Zeit zu schützen. Lass uns mit dir die Zeit zu schützen. Lass uns die Zeit zu schützen. Lass uns sein. Lass uns das zu zweit. Lass uns durch. Es ist einfach nur so ungesinn. Das ist ungesinn. Nein. Es erscheint, dass es von physischen und magischen Influen sein wird. Und selbst ohne das Schild, die Extraction würde schwerer kranial Trauma enthalten. Es ist nicht ideal. Der Prozess würde sicherlich dich töten. Aber nicht zu worry. Wenn du dich transformierst, werde ich eine neue Analyse machen. Tell Omelun über die strange Mindflayer-Ship du warst. Faszinierend. Ich habe nie auf einen sich selbst festgelegt. Sie waren unsere Warschips, während der größten Jahre der Illithid-Empire. Wir haben die ganze Astral Plane von der Dex-Empire. Der Design wurde verloren, als die Githen rebezogen. Und Ende war unsere Dominion. Danke für die Informationen. Natürlich. Ich bin sorry, dass ich Sie nicht in Ihren Hilfen kann. Aber ich habe eine Idee. Oh. Vielleicht sollte ich anfangen. Es gibt einen Weg, um das Stasis zu bypassieren. Es gibt viele Alchemische Substanz, die können die Mind-Empire. Es gibt nicht die Stasis, wo der Ted-Pol hat mich nicht verletzt. Ich will nicht zerstören, um seine Schutz zu verletzieren. Ich muss nur die Interferenz der Interferenz, die mich verletzt mit dem Lava verletzieren. Was für ein Alchemie sprechen wir? Was es über einen Schmerz? Ich werde worshipen. Eine schmerzene Stimme, aus einer Schmerz lassen von einem Schmerz. Sie haben eine genanle Schmerz. Sie haben eine Publikation von Psyonischen Wurzeln. Ich würde ein sehr hoffenes Tonne von Lватenz und Timmusk spores. Aber be all gemeintASE. In ihrer Natur schmerzen. Lovely, so where can I find those mushrooms? Hmm. Where does this Lenore live? The southwest, when I last saw her. Although, her tower does have a tendency to move. May your travels be safe and swift. This is the Sovereign Spawn. It's planting spores. The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. The droning melody greets you, as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. Her violent vision grips you. Dweger, dark dwarves, chopping Mykonid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many. But intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dweger invaders near Lake's edge. Cleanse the rot. Destroy them. I admit, I like this one's approach. A little genocidal, but effective. Deep purple swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dweger. The Dweger seek a gnome. It is a guest. Your harbor is a fugitive gnome. Admirable of you. The Sovereign says nothing. But you hear appreciation in its song. Sure, I can handle this. Giorgia nearby. A new illusion comes over you. Dweger choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. The Sovereign gives you one more vision. A wall of fire is parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot. And they are yours. You do the circle a service. We will await word. What the hell did you do to this corpse? We breathe life into our enemies' flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Heh. The Spore holds such power. How might I gain this knowledge? You may not. The Spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Okay. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Mal sehen, was hier so auf uns wartet. Flashwalker. Come, Talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Okay. Wer bist du? Well, Durian, envision the banks of the Chianta. Green and fertile. It cringes in response to your sunny vision. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Duergar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Duergar rot. But I need to join you. Heh? Very well. You may join me. remain in the underdark. And I will follow. We cleanse the lot together. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Swarming Toadstool. Bisschen Loot. Hier wurde gekämpft. Money. Das Problem ist jetzt, wenn der mich begleitet, weiß ich nicht, ob die Zwerge da mit sich reden lassen. Aber wir schauen mal. Wo hast du die Trap gesehen? Hold up your palms in peace. You got a bloody rotflaufer company? Must have let it get in your head. My axle fix that in no time. Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Aber wo kommt der auf einmal her? Der war doch gerade nicht da. Äh. Wie viele Leute sind das? Lauf erstmal hier rüber. Beiß ihn. Achso. Schubsen geht jetzt nicht mehr. Ich vergiss immer, dass das Beißen auch eine Bonus-Action ist. Keine Ahnung. Blind ihn vielleicht. Der belebt die einfach wieder. Da ist ja auch noch einer. What the fuck geht jetzt hier ab? Und wo kommt der her? Das war schon mal unser Spore-Freund. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir das hier überhaupt überleben. Von daher. Da ist noch jemand. Und der hat gerade Styrian umgebracht. Oh. Ich bin hier runter geflogen. Das ist auch nicht gut. Vor allem, weil ich immer noch blind bin. Ja. Das sieht gar nicht gut für uns aus. Der hat echt was gegen Dixus. Der geht die ganze Zeit nur auf ihn drauf. Jetzt wird auch noch wer wiederbelebt. Ich bin geslowed. Ich bin geblindet. Was geht denn hier ab? Komm, ihn nehmen wir aber noch mit. Weg mit dir. Guten Tag, Freunde. Was geht hier oben so? Wir haben ihn erstmal wieder sichtbar gemacht. Und jetzt sind wir tot. Okay. Entscheiden wir uns mal dafür, diesen Typen hier nicht mitzunehmen. Ach komm. Ja. Lassen wir den mitkommen. Die anderen Antworten gefallen mir nämlich sonst nicht. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen vorsichtiger hier vor. Als allererstes beschwören wir mal wieder unseren, ja nicht unseren Imp herauf. Wir machen erstmal ein Camp. Dann gehen wir natürlich wieder den Hund streicheln, so wie immer. Denn das muss sein. Und dann geht's auch schon direkt weiter. Shadowheart hat was zu sagen. Es gibt etwas, was ich mit dir zu sprechen möchte. Etwas wichtiges. Nun, ich bin intrigued. Weiter. Ich könnte in diesem Pod auf dem Nautiloid sterben, auf dem Nautiloid sterben. Du könntest sterben. Spendte precious Momente, versucht mich zu freiwilligen. Aber du hast es auch gemacht. Ich schaue dir mein Leben. Okay. Ich versuche zu sagen, dass du meine Vertrauen in einer Weise sehr wenige haben. Ich möchte, dass das etwas bedeutet. Ich möchte, dass du mehr über mich wissen möchtest. Zumindest von dem, was ich kann mich erinnern. Wie lange ich mit Frau Schaue, ich wünsche dir, dass ich sie als ein schwarze Justizier. Es ist kaum ein größer Weg, um sich zu vollständig an die Frau Schaue. Es ist sicher, wenn du die Karte der Kirche bist. Ich möchte, dass ich eine Schwarze Justizier bin, dass ich die Night-Singer-Sword-Arm bin. Sie mit dem, dass sie die Unglauben zerbrechen werden, und die letzte Krieg zu gewinnen, um ihre perfekte, unendliche Schwarze zu retten. Das ist alles, was ich immer wollte. Ich versuchte, das war mein Geheimnis. Aber Mutter hat mich versucht, zu prüfen, dass ich mich wertvoll bin. Sie sagte, dass ich nicht bereit war. Die Frau Schaue? Nicht meine Mutter, Mutter, sollte ich sagen. Die Mutter superior. Die Frau Schaue, die Frau Schaue und die Frau Schaue. Manchmal frage ich mich, ob sie mich bereit wäre. Ich schaue ihr alles. Und ich will nur, um sie zu servieren, aber sie kann sich... ...unschraubbar sein. Denkst du, dass sie dich wieder verlassen wird und dich ein schwarzer Justizier machen wird? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich in meine Missione und auf die Baldur zu erreichen. Hoffnung hat wenig Platz in der Frau Schaue. Es ist eine Illusion. Eine Destruction. Aber für das... Ich hoffe, dass mein Zeit noch kommen wird. Danke, dass du das mitmachst. Danke, dass du das mitmachst. Und dann schauen wir mal, wie wir gegen diese... ...Kräger vorgehen. Ich frage mich immer noch, wo die herkamen. Aber die waren vielleicht unsichtbar, ne? Er hat ja... Also, letztes Mal hat er hier eine Trap gesehen, aber... Okay, weg hier. Wir wurden bei irgendwas gespottet. Vielleicht sollten wir Shadowheart vorgehen lassen. Irgendwo sind hier die Leute. Aber wir sehen sie nicht, ist das Problem. Hier in der Ecke stand ja einer. Was ist, wenn wir da einfach hinschießen? Passiert gar nix erst mal. Der Tag. Wir wissen ja eh, dass die angreifen. Egal, was wir machen. Und wir müssen den da hinten unbedingt aus dem Gefecht setzen. Nice, Crit. Und dann geh selber hier in die Richtung. Ja, ihr seid alle surprised. Deswegen wirst du jetzt mal gefinished. Das braucht keinen Crit. Okay, Assyrian. Du gehst nicht vom High Ground runter, aber du kannst ihn ja auch so angreifen. Theoretisch. Mit 20% Hit-Chance. Verfehlt, aber damit haben wir ja gerechnet. Ich habe auch vergessen, meinen Impel raufzubeschwören. Aber macht nix. Shadowheart es umstellt. Aktivier einfach mal deinen Blitz. Wir schocken die jetzt. Ich verstehe nicht, warum macht das bei Shadowheart Schaden? Aber wenn Gale das macht, dann nicht. Naja. Okay, Assyrian. Knall ihn da weg. Gale, dann mach du auch nochmal Feuer. Gale hat anscheinend irgendwas, dass das... ...die andere nicht trifft. Dann sollte ich Dixis das nicht mehr machen lassen. Naja. Dixis hebt sie auf und renn weg. Wir können gerade nicht viel machen, außer zu warten, bis der Typ sich zeigt. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo der ist. Der kommt gerade hoch. Okay, er greift den Pilz an. Er ist dumm. Da wird schön gekrittet von Gale. Der Assyrian. Kannst du ihn finischen? Nice. Okay. Das war's schon? Komm. Wir müssen sprechen. Ja, lass mich aber erst mal hier gucken. Der hier hat nämlich eine schöne Axt, die wir... ...erst mal an Shadowheart schicken können, um zu gucken, ob sie damit umgehen kann. Käse. Ich weiß nicht, was ich mit Käse anfangen soll. Das andere sind ja nur reanimated Korpses. Die haben auch alle nix. Naja. Du hast auch gerade so überlebt, ey. The Grotto may sustain but one Sovereign. In the Age of Glut, there may be no Spore. Eliminate the other Sovereign. You turned on Spore who gave you shelter? Help me grow a mighty circle and reap the reward, or protect the precious Paltrune, as it waits for the circle of Glut to devour it whole. If you are so eager for bloodglut, then let me give it to you. Du hast ein HP, Junge. Warum hat der jetzt 104 HP insgesamt? Why? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist unfair. Kannst du ihn beißen? Nein, das ist eine Pflanze. Dann lauf mal wieder hier hoch. Das ist gar nicht gut, aber wir sollten uns erstmal heilen. Gale, geh ein bisschen aus dem Weg. So eine Shockwave wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Naja, egal. Ich schieße erstmal einen Feuerball. Müssten die Pflanzen nicht besonders... Ich meine, wir werden ihn finishen können. Ich weiß nur nicht, ob Dixis seinen Angriff überlegt bekommt. Neee. Eee. Lol. Alter. Please stop. Okay, lauf hier rüber, schieß ein Guiding Bolt auf ihn. Und heal Dixis am besten. Der ist da ein bisschen an der Scheißposition. To finish Eden. Mit einer Shockwave. Und der saved sich. Der ist too heavy to shove, natürlich. Ich gehe von hier. Hm. Das ist doch kacke. Finish ihn. Mann, jetzt verfehle ihn doch nicht. Finish du ihn. Dann kannst du ihn schaffen. 20% Chance, aber... Natürlich nicht. Warum bist du nochmal dran? Ich meine... Es ist gut, aber ich verstehe es nicht. Ist Ist Styrian nicht mehr im Kampf oder so? Das war irgendwie jetzt komisch mit Styrian, aber naja. Styrian, finish ihn bitte. Kannst du ihn beißen? Das ist auch ne Pflanze. Dann halt nicht. What the fuck geht hier jetzt ab? Meine Güte. Bitte heb die jetzt beide auf. Und dann macht ne Short Rest. Und dann müssen direkt noch eine, weil... Ich will hier nix riskieren. Wir campen wahrscheinlich eh gleich. So, was hatte der denn jetzt so dabei? Paar Rollen auch. Irgendwas von den Sachen, die wir brauchen, war Rook. Das brauchten wir doch, dieses Rook-Morsel, oder? Ich meine zumindest, das wäre eine von den Sachen gewesen, die wir brauchten. Der Korbse hat doch jetzt wahrscheinlich nix dabei, oder? Warum bin ich langsam, bin ich wieder überlastet? Ja, ganz leicht. Ich glaube, solche Sachen können wir auch mal ins Camp schicken. Diese ganzen Bücher, die ich mitgenommen habe, brauche ich wahrscheinlich gar nicht, aber... Naja, was soll's. Jetzt können wir erstmal unserem Pilzfreund hier oben sagen, dass die... Pilze, äh, die Pilze, die Zwerge tot sind. Und dass ihn... Sein Freund da verraten hat. Und die ihn dann auch getötet haben. Ich hoffe, der wird darüber glücklich sein. Es greets you with a harrowing elegy. Cheerless as the new moon. I have slain the creature called the Glut. It was scheming to slaughter his circle. You are one with spore. Your throat tightens. Then relaxes. The air is serene. Your mind untroubled. And I sense only silence from the Dwergar hunters. The rot is cleansed. The songs we sing now carry your spirit. You shall now be called kin spirit. You aid us in good faith. In good faith. I thank you. The guardian gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight. But not its source. In your mind's eye, spore shows you a drow striding among Mykonet dead. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head. And I will know my circle is safe. Consider it then. I will bring Nier's head to you. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death. And return. Where's Dustin here? Don't. Her condition is familiar. Poison. Derived from a wild weed common to the under dark. She'll need an antidote soon. Most likely held by the poisoner. Who did this to you? Dwergar! Slashed me! Consider what you know of Dwergar Poison Law. Bin ich denn in Medizin bewandert? Ich hab auf jeden Fall Advantage. Und verkacke trotzdem. Und dann. Roll again. Da geht doch. Gut, dass wir inspired sind. Ja, haben wir das denn? Weil hier steht das ja. Aber haben wir das denn? Ich weiß nicht woher wir das haben. Aber okay. Gott. Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? It's always useful to be owed a favor. I thank you for your help. But I gotta get moving. It hurts. What? I don't have time for this. My kin need me. Take it easy and tell me what I can do. Seems you're the helping kind. Alright. I need you to rescue my kin. Not charity mind. We can pay. We are Iron Hand Clan. Best Artifice in Baldur's Gate. We were on a expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away but not the others. The Grays have them digging out some old ruin across the lake. Ich wollte schon sagen so. Ja, ganz normal. Was kann ich hier für dich tun? Hilf einfach mal meinem ganzen Volk. Ah, gut. Keine. Mach von meinem. What other do you regard digging for? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. What was this expedition your clan were on? Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan and we'll make it worth your while. I swear. Persuasion. You're lying. Machen wir noch ein bisschen... Guidance. Ja, easy. Auch ohne Guidance. Aber naja. Safe is safe. Bei einer 15. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? No, I don't understand. Enough evasion and explain it. You've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell. I swear it. If you need to go your own way, I respect that, but... Still. I'm asking. Alright, have three your people if I can. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dweger ass. I'll mark where I made my escape. And... Wait here, I suppose. Not much choice, eh? Boots of Speed. Click heals. Class action. Oh, you can. Now I'll see what the spell brings here. Click heals. This is a bonus action. Yes, it's... Eventual not bad for you. Why can we this backpack do we turn without being as a cowboy as a child? Because there's nothing to do. I don't know. I don't know. But, well, now... I don't know. What's next? I don't know. I don't know. What's next? I don't know. Wer ist denn dein Master? Okay. Pale Corpse. Hm. Flumpf Mating Ritual. Read. The cover proudly announces this book to be Flumpf Mating Rituals. Examine the book closely. Können wir noch mal ein bisschen Guidance bekommen. Ah! Okay. Er sieht gar nichts. Roll again. Wir sind noch inspired. Na geht doch. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging Adamantine. Hm. Haben wir das jetzt gelernt oder? Ja, wir stecken es auf jeden Fall ein. Among the Charons dwelt the gnome Seal of Yali. Whose talents for wizardry were known from kernelkeep to sorcery. Under this tutelage the Charons built a great forge, which could heat Mithril with such vigor as to turn it into Edamontite. With this astonishing metal, they could mold the finest blades and armor. Yet the jewels of Yali's eye was not the forge itself, but the protector he conjured from the magma to guard it. A construct said to be so mightily that no blade could fell it and no spell could pierce it. Instructions for operating the great forge are listed underneath. Ingredients, raw mithril ore and proper mold. Place the ore and mold into their respective chambers. Pull the lever to lower the hammer and prepare the ore for smelting. Open the valve to allow into the crucible and to drop the hammer again to forge the product. This is an adamantine forge. Such would be a rare and valuable find indeed. We need to make everything with, what he has to do with. I know not exactly what that is. What is now that book? Because... Well... Yeah. Then we do that best as well with. What is this one else? Nothing of meaning. Here is another one. Shrouded in shadow. Okay, Dixis. I just see this one. That looks nice. What do you learn from this? What do you learn from this spell? Invisibility ends only if you attack. Yeah, good. It's just a invisibility. And I think that was. But what has it here with these glowing rocks on itself? Okay. Can they practically minen, so to say? The big ones. The big ones. Okay. Here is to be careful, that not from debris. But I know it's not, ob this anything happens. We have now these Shards. This is übrigens a lie, what this Kristall is. Because here it is. Only bigger stones are suitable for mining. Nee, also, ja gut, die sind ja auch ein bisschen größer. Es ist Definitionssache, aber die ganz großen hier, da war irgendwie gar nichts drin. Die sind nur durch die Gegend geflogen. Wir haben hier auch noch einen Trailer, Dareth Bonecloak. Ja, wie letztes Mal schon gesehen. Du siehst einen Mann auf seinem eigenen Weg in. Dwarf, Balins' Name. Was machst du hier? Hey dann, wartet für diesen idiotischen Balins' Rückkehr. Falls du ihn gesehen hast, haben wir nicht viel zu diskutieren. There must be something else you're up to. Like I told you already, I'm waiting for that Lomox-Balen. The rest is my own business. Deception, yes, I've met him. Ich weiß nicht, warum wir deswegen lügen sollten, aber okay. Vielleicht kriegen wir irgendwelche Infos. Where? Ach, never mind. Idiots haben wahrscheinlich wandert in some place else since... You see him again? Tell him to get back here to me. Ja, das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Wer ist er für dich? Mein unbeamter Freund. Send ihn für ein Errand. Es ist keine Überraschung, dass er eine Bissung gemacht hat. Ich könnte ihn für einen Preis suchen. Schau mir, wie du siehst. Können ihn auch mal eben verkaufen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die ganzen Ringe brauchen wir nicht mehr. Ich nehme die meisten ja eh nur mit für Money. In erster Linie habe ich diese ganzen Schluckstücke ja nur behalten, weil ich mir dachte, vielleicht kann man die irgendwann noch verzaubern. Aber ich glaube, bis dahin haben wir eh noch mal 20.000 Mal mehr gefunden. Und dann wollen wir wahrscheinlich auch nur so die Besten verzaubern. Und ja, naja. Dann laufen wir mal weiter. Ich weiß nur ehrlich gesagt gar nicht, wo genau hin. Weil wir haben jetzt drei Aufgaben hier unten. Hinzu kommen noch unsere Aufgaben weiter oben. Nicht nur im Underdark hier. Welches denn am nächsten? Ich würde eigentlich sagen, die... Okay, wir können die so in einem Kreis, so in einem Halbkreis handeln. Ja, wobei das hier ist, glaube ich, das, was weiter oben abgeht, ne? Na ja, gut. Dann gehen wir doch erstmal hier oben hin und find Balen. Die Aufgabe, die wir gerade bekommen haben. Territorial Markings. Und recenten auch. Es gibt Hörer. Gut, aber wer? Wir haben hier auch einen Sussur-Blum. Mit einem Anti-Magic-Feel. Ich denke mal... Die Dinger waren... Die explodieren, ne? Dann sollten wir vielleicht mal eben... Ja. Und dann abwarten, bis sich das Zeug hier verzogen hat. Da läuft auch jemand rum. Ich kann nur leider gerade nichts erkennen. Wie lange bleibt dieses Zeug jetzt hier? Galen, möchtest du da... Okay, never mind. Jetzt hat es sich gerade verzogen. Oh. Leute, geht doch einfach da raus. Assyrian, du bitte auch. Ja, warum bleibst du da drin stehen? Ich wusste nicht, dass die so empfindlich reagieren hier. Ja. Geht nicht da rein. Geht einfach nur da raus. Geht nicht. So. Da haben wir das Ganze schneller zerstört. Nur das Problem ist... Jetzt ist hier Feuerboden. Und jetzt können wir eine Sport-Rest angehen. Was wir nicht mehr können. Warte mal. Sollten wir dann vielleicht eine Long-Rest angehen? Weil wir haben auch keine Spells-Lots mehr. Wir sollten eine Long-Rest angehen. Hat irgendwer irgendwas zu sagen? Nicht wirklich. Ich könnte zwar mit Leuten reden, aber... Immer wenn ich eine Long-Rest mache... Was ist das hier? Aber so ein Magic Mirror, da kann man wahrscheinlich sein Aussehen dran verändern. Immer wenn ich eine Long-Rest mache, habe ich... Ah, was geht hier ab? Habe ich irgendwie kaum Zeit, mit Leuten zu reden, weil ich eigentlich immer schnell weiter machen möchte. Müssen wir uns irgendwann mal Zeit nehmen. Aber natürlich wird erstmal der Hund gestreichelt. Ich hoffe, du hältst ihn gut, Freund. Gut, und dann gehen wir ins Bett. Ah. So, leave camp. Shadowheart hat was zu sagen. I'm all ears. Okay. Use the parasite to explore her mind. No hesitation. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. Sie als kleines Mädchen. Okay. Das war's. Was soll ich gerade sagen, das sind wahrscheinlich die Priester. Das ist alles, was ich erinnere. Danke, dass du das mit mir erzählst. Ich weiß, es kann nicht einfach sein. Normalerweise wäre ich das. Aber mit dir... wird es im Moment leichter. Hier ist so viel zum Reden, aber wie gesagt, ich möchte das gerne wann anders machen, weil... wir haben gerade andere Sachen zu tun. Zum Beispiel... Ich möchte erstmal mit Animals wieder reden können. Kann ich dann mit dem reden? Nein. Der wird mich trotzdem angreifen. Und das heißt, wir sollten wahrscheinlich erstmal diesen komischen Pilzer zerstören, weil ansonsten können wir keine Magic wirken. Und jetzt... macht der Styrian eine Sneak Attack auf ihn. Keine Disadvantage. Naja, schieß einfach. Was ist denn für Advantage? Ja, aber wir sind doch an High Ground. Ach, naja. Schieß einfach noch einmal. Jetzt triffst du immerhin. Und dann zieh dich mal ein bisschen zurück, weil das Vieh kommt ja gleich hier hoch. Die schießen einfach alle von oben einmal runter. Ja, klar. Rütt. Ja, warum nicht? Kann uns das Vieh wenigstens nicht antun. Und dann... machen wir mal ein bisschen Grease hier so hin. Und dann kann das Vieh nämlich eventuell ausrutschen. Und zieh dich zurück, Gale. Jetzt wird es wahrscheinlich versuchen, da rüber zu springen. Natürlich. Ach du Scheiße. Okay, ich wusste nicht, dass das Vieh so weit springen kann. Hätte ich aber mit rechnen können. Das hat noch 15 HP. Na super. Vielleicht hätten wir doch ein bisschen mehr Damage drauf machen sollen. Ei, ei, ei. Okay, Styrian erledigt ist. Trotzdem ordentlich Schaden gemacht. Und Styrian blutet auch noch ein wenig. Müssen aufpassen. Eventuell sind noch mehr von diesen Viechern hier. Jetzt wird durch das eigene Grease gelaufen. Aber wir müssen sowieso hier oben lang. Fällt mir gerade auf. Also drehen wir ihn noch mal um. Was haben wir hier unten? Einen Chasm Creeper. Und... Uiuiuiuiui. So, wir haben jetzt ein Problem. Und zwar, dass der Typ da drinnen steht. Das heißt, Dixis... Erstmal... Ja. Reagieren die Dinger auch, wenn man... Ja, sie reagieren auch, wenn man schleicht. Gut, dann... Hat der eventuell ein Problem. Stopp, stopp! Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Safe fail, Nature. Über was? Speak plainly. Plainly, won't you? Diese Mushrooms. Toxic. Scroll. Escapt. Meine Bag, bitte. Ich hab's gebrochen. Somewhere. Aber ich kann mich nicht da durchbewegen. Hold it tight. I'll find your Bag. Thank you. Sehen wir die Bag von hier aus irgendwo? Das hier, oder? Aber wie soll ich da drankommen? Von hier oben drüber? Kann ich da hoch springen? Ich könnte auch eine Mage Hand beschwören, aber ich weiß nicht, in wie vielen... inwiefern das irgendwem was bringt. Ich probier erstmal hier hoch zu springen. Wenn ich hier runtergehe, komm ich da, glaub ich, nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, ob eine Mage Hand das auslöst. Anscheinend ja nicht. Scroll of Misty Step. Teleportation. Ja, das Problem ist aber, wenn ich das einsetze, komm ich da ja nicht mehr raus. Wollen wir noch mehr von diesen Scrolls? Hat irgendwer noch einen, oder? Ich weiß nicht, ob Unsichtbarkeit was bringt, aber ich glaub, die Dinger reagieren wahrscheinlich eher auf Sound, ne? Erstmal müssen wir sowieso hier runter. Wenn ich mich jetzt unsichtbar mache... Die Dinger reagieren trotzdem. Okay. Kann ich denn hier wieder hoch springen? Zu high. Ja, das ist schlecht. Ich hab jetzt die Scrolls, aber wie komm ich hier raus? Kann ich die auf den Boden legen? Erstmal Split. Dann machen wir mal eine Short Rest. Dass ich die Mage Hand herausbeschwören kann. Und dann... lassen wir die Mage Hand ihm einfach die Rolle zukommen. Sehr schön. Guten Tag. Hätten wir auch direkt mit der Mage Hand machen können. Wäre einfacher gewesen, hätte uns eine Rolle gespart. Aber egal. Ah, richtig. Und äh... Was warst du da? Was hast du hier gemacht? Ich warst für... Tell es. Sie ist... Sie wird mich schrecklich. Ich muss... In diesem Feld? Wie bist du da überhaupt reingekommen? Ich muss gehen. Für dich. Dein Problem. Da. Scroll of Invisibility. Ja gut, wir haben dich eh beklaut, also... Gut, dann haben wir das schon mal abgehakt. Die Frage ist, ist hier unten wohl noch irgendwas anderes vom Wert? Weißt du was? Wir springen jetzt einfach mal das ganze Felder in die Luft. Was soll schon passieren? Gale, du hast die Ehre. Vielleicht einen Schritt zurück gehen, aber... Ich dachte hier irgendwie, das wird schneller passieren, aber ich meine, jetzt ist das Feld immerhin gecleared. Sofern jetzt überhaupt noch irgendwas übrig ist. Aber ich meine, in erster Linie war ja nur das Bag da. So, was haben wir denn hier? Cup of Oil. Das sind einfach nur Candles. Ich nehme es einfach mal mit. Keiner ist gut im Survival. Ich habe nur keine Ahnung, was ihr da gesehen hättet. Irgendwelche Geheimgänge hier oder so? Anscheinend nicht. Na gut. Das musste ja nochmal sein, ne? Ihr müsst das so nah wie möglich an diesen Mushroom vorbeilaufen, dass der nochmal auslöst. Sehr gut, Leute. So, wie kommen wir jetzt am besten hier runter? Wir erkunden einfach mal weiter in die Richtung hier. Da hinten ist noch so ein Vieh. Können wir das von hier aus angreifen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg, vor allem, weil das auch den High Ground da oben hat. Ich meine gut, wir können uns dran vorbeischleichen. Weil ich möchte nicht das Risiko da eingehen, von da unten zu kämpfen. Das könnte gefährlich werden. Also gegen solche Viecher hätte ich gerne schon den High Ground. Oder zumindest mindestens ein Leveled Ground. Da da auch noch ein Vieh ist, gehen wir eventuell auch ganz andersrum. Weil ich sehe gerade keinen Benefit davon, mich da durchzuschleichen. Wir hatten gerade schon, ja, nicht wirklich Probleme mit einem, aber ich sag mal so, wenn uns drei Stück angreifen und wir nicht mal einen ausschalten können, bevor der bei uns ist, wollen wir uns, glaube ich, nicht wirklich mit drei Stück anlegen. Aber egal. Also, andersrum. Wir gehen jetzt hier einfach durch das Zwergencamp durch, weil, ja, wir müssen, glaube ich, sowieso hier oben lang. Wir haben uns hier auch noch gar nicht genauer umgeguckt, ehrlich gesagt. Hier könnte ja auch noch sonst was für ein Loot sein. Hier ist ein Boot. Können wir das benutzen? A vessel wobbles on the lake's murky waters. Sail into the darkness? Nicht ohne Grund. Ich weiß nicht, wo wir dann rauskommen. So einen großen Kristall nimmst du mit? Okay. Sehr schwer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er gelandet ist. Eieieiei, hier die Dinger, die explodieren. Können wir die von hier unten schon abschießen? Ja. Warum müssen die Pilze alle uns in Gefahr bringen? Was ist das hier für ein Ort? Nee. Nicht schon wieder das Vieh. Aber wir müssen sowieso in die andere Richtung. Das finde ich besser. Wobei es hier oben auch interessant aussieht. Ja, dann buddel doch mal. Eine Schatzkiste. Torches interessieren uns nicht. Das kann zu Asterion geschickt werden. Das ist genauso. immer so. Christian of Mind Reading. Na, nehmen wir uns mal mit. Müssen wir doch mit dem Boot fahren? Ah, wir müssen doch mit dem Boot fahren. Ah, da zeigt das Ding auch hin. Dann. Fahren wir doch mit dem Boot. Dann Sail into the darkness. Ich weiß nicht, wann ich Boot fahren gelernt habe, aber ich bin froh, dass ich es kann. Man sieht gar nichts, ey. Ich weiß noch nicht, ob das so toll ist, dass wir dann die Lichter anhaben. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Alles okay. Wo ist Geck? Wer bist du? Man, hab ich jetzt keinen Pils mehr dabei. Sehr vertrauenswürdig sehen wir ja nicht aus, ehrlich gesagt, aber gut. Wir fahren gerade in die Höhle des Löwen, das ist nicht gut. Wir haben eine Willkommungsparty. Wir haben noch eine True Soul gefunden. I'm a True Soul and you will treat me with respect. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, dass ich dir eine Einzige Einzige geben habe. Aber ich sage dir, dass dieser Trot-Soul nicht bald fertig ist. Es wird Geld für die Leute, die Kult-Buggerinnen. Also müssen wir den Drow zuerst schützen, und dann seine Höhle zuerst. Lezentrischen wie das machen mich ziemlich homesick. Das ist auch die Gnome. Wenn du dich anstattest, dann schlafen sie. Ach, Gale. Wo sind wir jetzt hier angekommen, ey? Styrian wurde auf jeden Fall inspiriert von unserem Klo hier. Also was hast du denn hier sozusagen? So, sind wir... ...sagen wir uns hier nahe, von der Suffolkung, oder lassen wir ihn zu sterben? Ich bin gut mit Eidern, natürlich. Das letzte, was ich will tun, ist, zu verhören, diese Knochen, die durch den Rücken zu schlafen. Wir sollten wahrscheinlich, wenn nur für den Gnomes' sakes. Oh, das ist wirklich. Oh, schau dir eine Drowe, das kann ich verstehen. Aber schau dir Gnomes? Okay, Gale, bist du damit mehr einverstanden? Okay, also er ist doch relativ einverstanden damit. Shadowheart, äh, das ist Styrian. Ich wollte mit Shadowheart sprechen, aber ihr seht jetzt mittlerweile fast gleich aus. These Illothid powers we're developing, what do you make of them? On one hand, they seem useful, but on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. Some might say excessive caution is a risk in and of itself, yes. And some might say, Eels and Turnips boiled in milk is a delicacy, but some are fools. I'll make my own mind up. Ja gut, hast auch recht. Was ist von Zwergen erbaut? Was erwartest du? Das ist der Surgent. I was told to report to you, Gekkole ist dead. Was ist der Surgent? Drogent. Figured I could count on him. Lesson damn well learned. Now move! I've got no time for- The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Giusus Raka the looker could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul Nier. He's stuck in there with poisoned geysers. We don't get him out soon. It's both our heads. The famous Nier. Subject of the Mykonid's ire, no? How did Nier get trapped? Places older than bone dust. Previous tenants left a trap. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get Nier out and you'll have the absolute's blessing. No doubting that. Clearing the wall will be no easy feat. Any ideas? Not a one. Unless you count tacking abelith fangs to my whipping cane. What are you hoping to find at this dig? Entrance to an ancient temple. General's orders Nier said. Must contain something important. He got me to recruit non-believers. But not everyone's seeing the absolute truth. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hands. I'll take care of it. Don't you would? True souls don't abandon their own. Ne, sie bringen sich nur gegenseitig um. Ich kann das wahrscheinlich nicht einfach aufsprengen, oder? Natürlich nicht. Haben wir irgendeinen Zauber, der stärker ist als das? Kommen wir da noch irgendwie anders rein? Haben wir irgendwelche sprengbaren Barrels? Aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder problematisch. Das dürfte Shadowheart gar nicht gefallen. Shadowheart, hast du gar nichts dazu zu sagen? Okay. Ja, wie kommen wir da rein? Okay, ihr steht alle zu dicht da dran. Are you near what happened here? Expedition! Passage! Trampt! Gnomes! Useless! Don't trust Berks! Get! Me! Out! You through Nears eyes is a blur. You only make out a bit of rubble. And few moving figures. Perception, try to focus. What more can you see? Es ist doof, dass ich das mit Gale gerade mache, aber es hat ja funktioniert. Der Blur resolves into an image, two gnomes feverishly removing debris, while two others lie dead at Nears feet, their flesh scorched by powerful magic. Ich will eigentlich die Shockwave machen, aber dabei treffe ich die anderen. Ich glaube eine Mage Hand hilft dir auch nicht viel, oder? Ich kann den Rubble nicht einfach so zur Seite schieben, sag ich mal. Kann ich mit denen reden? I'm speaking soft whispers. The words are all but lost in the hot air. Eavesdrop on the conversation. Toll. Or all again, warum nicht? Wir sind hier inspired. Ich werde nie durchlaufen. Wir brauchen diesen Schmuckbladern. Philomene ist weg. Und wenn sie smart ist, wird sie nicht zurückkommen. Tell der Sergeant, wo sie ging. Peltron ist noch mit dem Maniac Nier. Verst du den Schmuckbladern. Sie töten Phil auf dem Spot. Ich werde dich nicht machen. Ich werde dir das machen. I'm a friend, Thola sent me. Glittering gods. Sie eigentlich survived? Praise Ironhand. Lorida, unsere prayers are answered. Sir. Unsere Freunde sind in der Cave-In. Und ich weiß ein Weg, um sie raus. Bug, bitte. Trussel Nier will... You know what he'll do. Leave the true soul to me and not tell me what you know. Dankbuck, don't. I've... I've got no choice, Lorida. We have to chance it. A few days back, there was a... A scene. Our friend Philomene, she's a sapper, set off a blast and ran off. We set a spot for hiding if someone found trouble. I'll mark your map. If Philomene made it, you'll find her there. She'll have the stuff to blow that tunnel wide open and get Veldron and the rest out. Well, some explosives would certainly help us free Fuller's friends. They might even survive the blast. I'll do what I can. Please. Please don't hurt my Phil. I beg you. Hurry. Our people won't last in that cave in forever. Ich speicher jetzt mal kurz und will einfach mal gucken, ob das überhaupt wen stört, wenn ich, äh, das Ding da wegblaste. Ich habe eure Sklaven angegriffen, als ob euch das stört. Aber das sind viel zu viele. Ne, das laden wir direkt. Keine Zeit hier verschwinden, das ist schwarzsinnig. Ich wollte es ja nur ausprobieren, das hat ja sowieso nichts gebracht. Also mit einer Shockwave könnten wir den Raum dann nicht öffnen. So, wo sind jetzt diese Explosives? Wie soll ich da denn hinkommen? Ich kann jetzt erstmal nur in die Richtung laufen, aber ich muss irgendwie... Die Duergar senden ein Messer. Get over it! What the fuck? Let's you're here to kick some stiffs lakeside, I suggest you bugger off. What the fuck is mit ihr los? I hope you're checking them for loot first. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks! Perception, inspect the corpses. Dafür brauchst du Perception, wenn du so nah dran gehst. You spot a shiny trinket on one of the corpses. I'll finish up here you wanted with the others. Thank the absolute. They're all yours. Absolute. Deep gnomes, killed under the yoke of slavers. Bow your head and respect. Really? Save your prayers for someone who at least had the spine to fight back. Ganz ruhig. Weiß ja nicht mal, ob sie, äh, versucht haben zu fighten. Wer zur Hölle hat jetzt dieses Trinket gehabt? Der hier? Das war noch irgendwas zum Lesen. Wer zur Hölle hat jetzt ein Trinket gehabt? Die hat kein Handtrinket. Was hast du da gesehen? Der hat eins. Fetisch of Kaladuran. Smooth Hands. Okay, ich schick's mal zu Styrian. Der kann sich vielleicht dann unsichtbar machen. Ich weiß nicht, was hinter dieser Tür ist. Die andere ist immerhin offen. Jetzt können wir da immerhin reingucken. Aber sieht nicht aus, als wäre hier irgendwas Sinnvolles. Collapsed Arc... Collapsed Arcway. Ja, wer soll denn dann da rein? Ich versteh's nicht. Oder können wir den aufspringen oder so? Ein Knopf. Aha. Aber hier ist dann auch nur... Ja, nimm einfach mal alles mit. Wobei das... Ja klar, warum nicht? Nimm's einfach mal mit. Das ist auch nur Secret Loot. Ich weiß halt nicht, wollen wir hier rüber? Ich weiß nicht, ob's hier weitergeht. Syrian, kannst du das aufmachen? Ja, es solltest du ja schaffen. Easy. Warum leuchten unsere Füße rot? Ach, Difficult Terrain, Deepwater. Das ist wunderschön, aber haben wir hier sonst noch irgendwas anderes? Da ist ein Knopf. Ganz viele Geheimgänge hier. Wo kommt dieser denn raus? Sieht doch schon vielversprechender aus. Okay. Dann... Shadowheart. Ja, geh näher dran, wenn du... Tu den doch einfach mal ein bisschen an die Seite. Target is to fire, ja dann... Okay, du kannst den anscheinend nicht weit heben. Äh, Gale, du kannst glaube ich noch ne... Nein, du kannst keine... End mehr heraufbeschweren und... Ja, wobei du könntest, äh... Das hier aktivieren, ne? Aber das replenischt nicht deinen... Na gut. Ist schlecht. Shadowheart, als ob du das... Den Stein da nicht verschieben kannst. Tu doch nicht so. Geht doch mal alle da an die Seite. Shadowheart, kannst du jetzt diesen Stein da an die Seite schieben? Warum ist das Target too far away? Ich bin gerade sehr, äh... Sehr, sehr verlegen, eine Long Rest zu machen, nur um meine Hände da zurück zu bekommen. Und ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Weil ich will wissen, was aus diesem fucking Stein ist, ey. Er wird wie immer gepattet. Er muss gepattet werden jedes Mal, wenn wir im Camp sind. Was geht jetzt ab? Oh, I sense you. True soul. Come to me. Come to me. The poison spread. Nyr's is as good as dead without us. Let's just hope his whispers don't reach any true souls. Nyr's voice fades, but your head still tingles with his anger and fear. Ja, ganz ruhig. Ich weiß, du bist am sterben. Aber ich muss hier erstmal diesen Stein an die Seite schieben. Priorities und so. Not enough strength mit der scheiß Hand. Ist das jetzt ein scheiß Ernst? Was ein Waste. What the fuck ist das? Was ist es? Wir brauchen erstmal keine Crits, weil ich weiß nicht, was das ist. Okay, das Ding ist gleich kaputt. Am besten gehen wir einmal hier hin und machen dann eine Flame da drauf. Wodurch die gesaved werden? Natürlich, musste ja so kommen. Die Dinger können sich auch bewegen? Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja gut, ich habe eine Mage Hand. Kann die angreifen? Tatsache. Für einen Hitch. Immerhin. Nice crit, Gale. Weg, Isa. Und jetzt brauchen wir direkt eine Short Wrist. Haben die irgendwas Sinniges? Tatsächlich. Ein bisschen. Zumindest. Gehen wir denn hier überhaupt in die richtige Richtung? Ist die Frage. Ja, ungefähr zumindest. Insofern es hier denn weiter geht. Können wir da rüberspringen? Ja. Nur nicht fallen. Aber wir müssen in die andere Richtung, oder? Ah, wobei geht. Geht hier vielleicht auch lang. Nur, dass diese Tür hier verschlossen ist. Das ist die Rion. Kannst du die lockpicken? Ich weiß nicht, wie du sowas lockpickst. Aber wenn du es kannst, dann mach. Sehr schön. Sache. Ich weiß ja nicht, wie du es machst. Hätten wir auch einfach außen rum gehen können. Never a dull moment. Da ist ein großes Loch in der Wand. Da ist Philomene. Warum rennen wir auch so auf sie zu? Oh. Philomene, I presume. What's going on here? Droh! 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 Do you want me? Come get me! Äh, wir haben sehr viele Optionen. Aber ich würde mal sagen, Lorida send me. The gnomes need your help. Bitte nicht fail, bitte nicht fail, bitte nicht fail. Oh, das war knapp. Ich will nicht, dass hier alles in die Luft liegt. Lorida! Ruddy Mindgames! I know all about your tricks, true soul! I can't do it. I can't do it. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you Cottenutters suffer. Calm down, Balron's trapped in a cave and I need the smoke powder. You want to waste rune powder on? Look, you have no idea what you're dealing with. Any true Ironhand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here. And I'm not leaving without it. But let me go. Maybe I'll spare you a while. History. Ironhand rune powder. Where have you heard these terms before? Eine 20. Machen wir mal ein bisschen Guidance drauf. Es wird schwierig. Ah, haben wir aber geschafft. Ich hätte mal ohne Guidance. Aber egal. Better save than sorry. Rune powder is gnomish folklore. An explosive of awesome power handed down to the gnomes by their war god, Gerdel Ironhand. A formula so dangerous it was stricken from history, if it ever existed to begin with. Rune powder? I thought that was a children's story. We've heard the same ones, I bet. A fistful of fire that can turn cities to dust. Well, it's real. And I need to bring it back to Baldur's Gate. I'd rather my clan were with me, but... The mission comes first. A vial's what I can spare you. I'll need to know a little more about your so-called mission before I let you go. Look. We're freedom fighters. We need this powder to prove a point. To people who really need a point proven to them. Let me go. And you'll be on the right side of history. That's all I can say. Okay, deal. The thing is probably enough. You see Lorida at the dig? Tell her I'm dead. Impaled. Half eaten. I don't care. Make up a story. I'm not sure I blame her. Though Lorida might. You'd abandon your beloved? That's mighty cruel of you. Beloved? I might have been hers. She sure as hell wasn't mine. I'm getting the Rune Powder back to Baldur's Gate. Alone. No one. No one! No one! Marked with black axes, aside from two which are identified by bold red circles, one on each level of the fortress. The words hiding spots are written within the upper level circle. The lower level circle is identified as smoke powder reserve. Was nehme ich mit? Die Sache ist, haben wir jetzt auch eine Map? Oder haben wir nur die Beschreibung einer Karte, weil die bringt nicht viel. Damit kann ich wirklich nicht viel anfangen. Da unten war ein Fragezeichen, was ist das hier? Smoke powder reserve, gehen wir da mal hin. Wobei, ich weiß nicht welcher Raum das ist. Naja, gehen wir da mal hin. Ich kotze doch immer noch, sie laufen natürlich wieder durchs Asset. Mich kotze doch immer noch an, dass wir diesen Stein nicht an die Seite heben können. Du bist nicht stark genug, das kann ich ja noch verstehen. Aber, Shadowheart könnte den doch einfach an die Seite schieben. Wie sieht es denn aus, wenn wir den einfach in die Luft sprengen? Hat der Leben? Der hat keine Leben, oder? Der hat keine Leben. Gail könnte eventuell eine Druckwelle machen. Da passiert gar nichts mit, mit diesem Ding. Was hat es mit diesem Stein auf sich? Finally! Diese eine Stelle, wo man den nur hinstellen konnte. Jetzt ist da ein Hidden Stash. What the fuck tut ihr da? Das könnte nur an Shadowheart geschickt werden, aber die hat gerade ein besseres Ding. Viel wert ist das Ding auch nicht. So, wo sind wir denn hier, wo jetzt dieser Stash ist? Okay. Wir müssen hier rein. Ach, hier sind die, denke ich, aber die hatten wir ja schon. Also, wir hatten die nicht, wir hatten diesen Raum, aber die habe ich nicht gesehen. Auch gut, das wäre Plan B gewesen, wenn wir die Quests mit dem Gnome da gefailt hätten, oder so. Gut, jetzt haben wir, denke ich, mal genug Sprengpulver. Können wir gerade noch mit Tieren reden? Nein, aber wir könnten es anmachen. Was haben denn diese Spinnen, sozusagen? Ich spreche mir wirklich, Broters. Du wissen, es ist in deinem Herz. Du wissen, es ist in deinem Herz. Wir brauchen keine Lolf. Keine Sprengpulver. Vater Murmuth ist der Klan Lure. Er hat uns, er hat uns, er hat uns, er hat uns. Was wir für die Arbeit hierher? Er hält uns klein. Er hält uns in der Klan. Religion, recall your learnings about the Spiderqueen, Loth. Bro. These spiders are loyal to the local Dwergar. In the event of a fight, they will join the fray against you, with slavering enthusiasm. You should know that spiders are revert among Loth's faithful. Harming one of you, your kind, is a capital crime. Xanta, is it so? I've heard the very same. Come, brothers, follow me into her hairy embrace. Her embrace? We're ready. We follow. Yes. Now, brothers, our new dawn awaits. Beldron is still trapped. Find Philemin and get that smoke powder. Yeah, have we. I've got explosive powder. That should open the way. Okay. Incredible news. Drop it near the cave and set it to light. Okay, wo haben wir's denn? Die Rune Powder, weil... behalten wir mal. Wir nehmen das Smoke Powder. Erstmal splitten. Blast the thing to beat. Get yourself set before that powder goes boom. Yeah, yeah, ich hab's vor. Ich wollte auch nicht mit dir reden. Worauf wir warten? Dass alle an die Seite gehen? Vielleicht? Well, dann zeig mal, was du kannst. Joa, okay. Wir brauchen vielleicht doch ein zweites. Kann ich das eigentlich auch damit zählen? Ich will mal hoffen. Ich glaube nicht, weil es ist ja nichts passiert. Äh... Ja, Sekunde mal kurz. So, jetzt machen wir das mal richtig. Beide legen da und, äh, Feuer. Vielen Dank. Äh, Feuer. Du so schüttest? the why.... ă... Nein, das ist nicht. Stopp, keine Innoissance wird heute sterben, Nier. Du weißt für die wehste, wahre Seele. Die meisten wütendlich. Eigentlich nicht, aber ich sollte dich sowieso töten. Äh, Ectomorys of the Absolute. Und so sagst du. Also wenn ich die zweite Antwort sage, dann wird er mich wahrscheinlich angreifen. Deswegen machen wir mal, you and there, I'm faithful to the Absolute. Wie zur Hölle kommt der da drauf? Wo ist er überhaupt? Warum ist er da hinten? Und warum hat er volle Leben? Der kam gerade... Okay. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Aber wir lassen ihn auf jeden Fall erstmal rankommen. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, unsere Arrows einzusetzen. Zum Beispiel so. Breeze, bringt uns das was? Ja, kriegen wir. Ja, wir kriegen alle drei. Sehr gut. Oder vier, oder whatever. Egal. Breeze dahin. Ah, da oben stehen auch noch Leute. Ja, das wird eine Katastrophe. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir ein Deer umbringen würden. Aber ich glaube nicht, dass die anderen dann aufhören würden. Danke dafür. In die Lava rein, ey. Ich glaube es euch. Springen einfach in die Lava. Ich weiß halt nicht, was sonst zu tun ist. Gut, die ganze Sache ist jetzt ein bisschen problematisch. Was würde denn passieren, wenn wir hier einfach einen Kampf veranstalten? Du attackst jemanden. Nur die Guards sind das zu tun, wie dieser ist, um es zu demonstrieren. Attack. Du wirst aber sterben, wenn du alleine bist. Alter. Warum macht der so viel Schaden? Also, einer ist schon mal tot. Und wir sollten jetzt wahrscheinlich eine lange Rest machen. Vielleicht schwirrt ja Nearby sein, dann haben wir das Problem auch gelöst. Oh, der Hund hat wieder was. Was hast du da, Scratch? Potion of Healing. Das klingt immer nach Geld. Aber ja, pet ihn. Guter Hund, braver Hund. Sehr schön gemacht. Sehr schönes Potion of Healing. Wo auch immer du das hergeklaut hast. Aber sehr gut geklaut. Mach weiter so. So, dann aktivieren wir doch erstmal unsere Fähigkeit hier. So, dann beschwören wir noch ein Familiar. Ja, und ich glaube, wir bleiben einfach beim Üben. Und Leave Camp. So, Leute, jetzt bitte nicht durch die Säure laufen. Lauft drumherum. Sehr schön. Die Leiche ist weg. Okay. Sind überhaupt noch Leute da? Oh! Sie sind alle... Sie sind alle... Sie sind alle... Sie sind alle... ...werden? Ich bin alle... Sie sind alle... Sie sind alle... ...die am Ende... ...ückeln... ...würgen... ...würgen... Ja, kann ich verstehen, Shadowheart. Okay, wir equipen das mal. Sind wir proficient damit, bevor ich das anziehe? Ja, Broken Moon Lantern. Ja, Inspektor Lantern in mehr Detail. Also, jetzt reicht's aber mit den Rolls, ne? Das würde ich gerne nochmal rollen. Okay, Arkaner können wir auch noch machen. Das kriegen wir ja wohl hin. Plus 6... Alter! Es reicht! Was soll das denn? Und die Spider-Lehre. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Dolche. Ist das kein... Ne, das ist ein Schwert. Das hier ist ein Dolch. Den equippen wir mal. Das heißt, das kann aber zu Shadowheart geschickt werden. Das nehmen wir mit. Und die Rope kann er von mir aus behalten. Das Schwert ist doch bestimmt... Ja, das ist viel besser. Bist du proficient damit? Shadowheart. Sie ist nicht proficient mit überhaupt irgendwas hiervon. Können wir die in die Luft sprengen? Die Fumes doch bestimmt. Und du, spreng da mal alles in die Luft. Spreng da mal alles in die Luft. Okay. Diese Poison Cloud kann nicht in die Luft gesprengt werden. Ja gut, ich hätte auch... ...mir denken können, weil hier brennt ein Brazier mitten im Poison. Die Sache ist... Hier sind irgendwie alle weg. Dann können wir hier auch alles... ...durchsuchen. Hier sind ganz... ...viele wertvolle Sachen und ein Zettel. Lead of Ownership. Nehmen wir einfach mal mit. Ich frag mich nur, wo die Tür dahin führt. Wo das Poison ist. Und ich frag mich, ob es sich lohnen würde... ...da durchzugehen. Ich weiß halt nicht, ob das... Es wird keiner Loading Zone sein, aber... Also hier unten sieht es ja schon interessant aus. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Die ist vor allen Dingen auch abgeschlossen. Das heißt, ist Tyrion... ...du rennst da jetzt mal durch und lockpickst die. Wir sind zwar im Disadvantage, aber... ...will man großartig machen. Es ist aber auch nicht so schwer, die zu lockpicken. Ancient Temple. Ja gut. Death. Wir können da runterspringen, aber es bedeutet Death. Kommen wir denn sonst irgendwie da runter? Hier ist halt alles kaputt. Weil da unten sieht es schon sehr cool aus. Aber wir kommen da halt nicht runter. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg zum Pilzvolk. Können Ihnen ja gerne mitteilen, wie heroisch wir Nier bekämpft haben. Ich finde das aber interessant, dass sie sogar die eine Leiche mitgenommen haben, als sie abgereist sind. Bord and sail to the cave shore. Ich weiß, ich hätte mich wahrscheinlich auch teleportieren können, aber wir nehmen das Boot, weil es epischer ist. Ich hoffe, die Zwerge sind jetzt in der Zwischenzeit nicht über das Pilzvolk hergefallen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Zumindest sind die hier noch am Leben. Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, ich... Anyway, was hast du gesagt? How did you wind up trapped like that? Yes. Derit needs noble stalk. Mushroom. Good stuff. And a ledge. Yes. I was on a ledge. Crumbled to bits. And I tumbled down. You must be keen on mushrooms, if you are willing to brave the underdog for them. The shop. The shop. Needs all we find. Bone cloaks. Muldersgate. Anything from... Anything sourced here. Very high rate of profit. Are you feeling all right? Seems like you get confused easily. My words get away from me. You'll have to ask Dareth. She knows the ins and outs. What is noble stalk exactly? Mushroom. Powerful. Did it once it for a brew. She's very good, my dear. It's very good at a brew. Okay. That. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. Yes. His hands are empty as a hole. I'll have to send him back out soon enough. It's a miracle he survived. You should take him home. Please. Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. He is a bit undankbar. Vor allem, weil ihr Mann ja auch ein bisschen verwirrt ist. Aber gut. Seems like there's no love lost between the two of you. Love? Hm. Never heard of it. Balin's meek now. But he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me. Oh, good. Now that's settled, tell me what you're really doing down here. What makes it so valuable? Could it cure Balin's memory loss? Okay, dann ist es vielleicht besser. Hey, ein Reward. Okay, das bringt uns aber nicht wirklich viel. Mehr Damage mit Throw Weapons. Niemand von uns wirft wirklich irgendwas. Peace, Springer. Be at home. I've brought you near his head. Nett. 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 Die Pilze tanzen. Das ist wunderschön. Wir haben zwar nichts getan, aber es ist... Ja. As our circle grows, so shall your song, wherever you go, only listen, and you may hear it. Envoice Amulet. Voice of the Circle Class Action. Das ist wahrscheinlich, kriegen wir Hilfe. Wir hätten die Oga rufen können. Aber gut, jetzt möchte ich nicht nochmal zurückgehen. Ich weiß halt nicht, wo die jetzt alle hin sind. How long before you fit to move? Langer than I'd like, but a slow recovery is still a recovery. Diese Musik ist so merkwürdig. Die Pilzmenschen sind auch merkwürdig. Aber okay, wir nehmen es mal so hin. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die Leute hin sind. Von daher gehen wir nächstes Mal wahrscheinlich wieder an die Oberfläche, weil hier unten haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Aber jetzt weiß ich auch, was die Ziege letzte Mal meinte mit, dass der Typ sie nicht mehr schlecht behandelt. Was hast du denn jetzt zu sagen? Master ist zurück. Gut. Miss him. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zurück an die Oberfläche. Ich glaube, wir nutzen mal auch das erste Mal dann das Portal, weil ich glaube, alle anderen Wege sind jetzt gerade ein bisschen weiter, um nach oben zu kommen. Gucken wir mal, wo wir uns hin teleportieren können, was Sinn ergibt. Können wir hier auch irgendwie zur Oberfläche wechseln? Ich meine, einige davon sind doch, glaube ich, auch an der Oberfläche, ne? Ja, ja, hier steht ja, was Underdark ist. Ähm, Emerald Grove? Ich weiß nicht, wo wir hinwollen, genau. Wie nah, wie weit sind wir jetzt von Sachen entfernt? Ja, ich glaube, wir wollen da oben hin. Ja, dann bleiben wir einfach mal hier und laufen jetzt da hoch. Falls man uns denn reinlässt. Okay, sie sind so nett und öffnen uns das Tor. Wollen wir mit ihm reden? Wahrscheinlich, ne? Warum bin ich das Tyrion? Thank you. Um, we'll see you there. Warum bin ich das Tyrion? What the fuck? Vor allem ist der ganz unten gewesen. Hat er kein eigenes? Äh, ja, 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 was haben wir denn hier so, was wir ihm geben können? Wahrscheinlich eins der Schwerter, die Shadowheart ja sowieso nicht verwenden kann. Ja, komm, gib ihm einfach das hier. Eins reicht doch, oder? Ja, danke. Oh, good gods. Hardly has any effect. Oh, Mr. Have Mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Go on, you're among friends. Are you telling me you made love to a goddess? Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. How exactly did you try to cross those boundaries? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. I swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now. I shared a bed with a goddess. And yet, I wasn't satisfied. So, I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? I'm intrigued. Tell me all. Very well. Märchenstunde heute. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time. But the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was... phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms until the day... Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What was the answer to that question? The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages. Only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, its unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods is it ever hungry. Oh, are you still alive? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This nethery's blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest and it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Or I'd ever to fully destabilize, however... Go on. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of nethery's magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry. In a level of city the size of water deep. Is there nothing we can do? My chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner? We might cross paths with a miracle around the bend. Then again. We might not. All of this... Pfft. It must feel like a betrayal. Say the word and we'll part ways. The truth has größere Probleme as the tadpole, ey. I would hear what the others say first. You'd have us debate that nethery's jack-in-the-box should be a blip on the horizon by now. I'm in two minds. And frankly, I don't care a great deal. Either decision is fine by me. We've come this far together and we'll continue on together. That is the way it will be. and that is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice. But if you do not give up hope neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now. Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Gut, haben wir das auch geklärt? Mh. Ja, dann treffen wir uns mal aus hin. Könnten auch noch ein neues, eine neue Illicit Power lernen. Was haben wir denn da so? Wir haben es ja noch nie so wirklich genutzt. Gibt es vielleicht irgendwelche sinnvollen Passiven? Gerade irgendwie nichts sinnvolles, was ich noch lernen könnte. Das einzige vielleicht hier Psyonic Backlash. Ja, machen wir das mal. Zack, ab ins Gehirn damit. Wunderschön. Okay. Ähm. Haben wir das gerade aktiv? Anscheinend ja. Hallo Ochse. You're addressing me? A humble Ochse. How quaint. So ein Indoorider? Arcana, there's something strange about this Ochse. What is it? Something's off. This creature isn't what it appears to be. There's more to you than meets the eye. Care to explain? No. You are incapable. Was soll das denn heißen? You're persuasion. Come on, old chap. I'm a devil for gossip. Schon wieder nur sieben. Mö. Okay. Gleich treffen wir den Ochsen ja später nochmal. Das haben wir hier so drin. Wow. Ein einzelnes Goldstück hat sich ja richtig gelohnt. Oh, hier. Die Sachen sind wieder Diebstahl. Müssen wir aufpassen. Na gut, hier leben ja auch die Droiden. Ja, wobei hier wieder nicht. Okay, sehr merkwürdig. Naja, whatever. Guten Tag. Haltschen. Okay. 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 Ich will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halcyn. You are too lenient. There's bad blood between tieflings and Druids because of her. Spilled blood will not write bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your death. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. What about my problem? I need help. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Okay. Was macht der Vogel da? Looks like a good moment to talk. Shh. I'm concentrating. Does this look good? Is the coin and the medal? Perception. I'd leave it out. It's too dull. Mmh. Yeah. Yeah, you're right. This is better. Erstmal alles nehmen, was wir hier so haben. Magnifying glass, grill. Und den shiny key, natürlich. Ganz wichtig. Ich weiß zwar nicht, was für ein Schlüssel das ist, aber ich hab ihn jetzt. So, mit wem soll ich jetzt sprechen? Da ist Wrath. Yes. You done it. You brought Halsin back. Thank you. No. Thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I can't imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. For someone like me, it was pretty simple actually. Ich hatte ja so ein Ungehorn. I should not have underestimated you. And I promised you a reward, didn't I? Let me show you on your map where you can find the cash. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Okay, okay, hier scheint der Eingang zu sein. Rune of Eagle, Rune, Rune of Bear, Empty Socket, Rune of Elk. I guess, hier muss ich das reinlegen. Oder nicht. Hm. Okay, das war einfacher als gedacht. Ich dachte, ich müsste hier noch rumpuzzeln. So, was haben wir denn hier so? Ein Buch. Und ein paar Tränker, ja, die nehmen wir doch gerne mit. Ein paar Scrolls für Gale. Wahrscheinlich ist ja schon mal nicht schlecht zu sein, was man hier so alles findet. Sorrow, was ist das? Ein Speer. Kann Shadowheart mit Speeren umgehen? Wahrscheinlich nicht, würde ich mal von ausgehen. Aber wir gucken mal. Oh, steht nicht, dass sie nicht... Äh, ja, whatever hier wäre. Proficient, so. Sollen wir uns hier mal zur Speer umequippen? Equippen. Ja, natürlich kriegt sie Main Hand Attack. Ja, gut, klar. Brace. Und Lazeret. Slash at your target's vital points to make it bleed. Rope of Summer grants resistant to cold damage. Gale, kannst du das equippen? Ist auf jeden Fall besser als seine Standardprobe. Und sieht sogar einigermaßen schick aus. Das scheint es aber gewesen zu sein hier. Ja gut, war ja auch mehr als genug. Also, gut, man kann nie genug haben, aber es war einiges. Was haben wir hier? Wo? Hier bei ihm? Hier ist ja keiner, ne? Da vorne ist der Vogel, aber der wird mich wahrscheinlich nicht sehen. Okay, ne, der nicht. Hä, wer hat den? Wo hast du einen Parasite gesehen? Die haben wir ja gesehen, aber wo zur Hölle hast du einen Parasite gesehen? Da oben ist eine verschlossene Truhe. Okay, Esterion. Dann disarm das doch mal. Uh, was haben wir hier? Nature's Snare. Ist ja schon besser als deiner. Dann equip den doch einfach mal. Sieht doch auch schick aus. Rune of the Eagle. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es richtig ist, dass wir den disablen. Key of the Ancients. Okay, nimm es einfach mal mit. Das haben wir schon mal disabled. Können wir hier irgendwie rüber? Also nicht einfach so. Können wir hier hochspringen? Ja, können wir. Ganz ruhig da. Jetzt aber schnell hier. Ah, es greift mich an. Deaktivier's. Oh, er hat einen Schlüssel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hier sind oder was wir hier machen. Aber ja, wir nehmen einfach mal alles mit, was wir so finden können. Ich frage mich immer noch, wo sie einen Parasite gesehen hat. Ich habe nämlich keinen gesehen. Aber ich will trotzdem nochmal runter in das Grove-Ding da, weil irgendwo da wurde ja anscheinend ein Parasite gesehen. Und den würde ich schon gerne haben. Idol of Sylvanus. Erstmal klauen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wo sie das gesehen haben könnte. Ach, da. Ja, wunderbar. Und jetzt? Was haben wir denn hier noch so für Sachen? Stage Fright wäre was. Dann machen wir erstmal dieses Bionic Overload hier. Dann können wir irgendwann schon danach dieses Stage Fright nehmen oder so. Dann haben wir nur noch eine Quest hier. und die wäre, irgendwelche Eltern finden. Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Hinweis drauf haben. Wir gucken erstmal, wo uns die Quest hinführt. Achso, nee, wir müssen erstmal eine Rest angehen, weil wir ja mit den Druiden sprechen wollen und abends mit den Leuten feiern, ne? Die Quest wäre ansonsten... Weiß ich gar nicht, wo hier. Ich sehe sie gerade nicht. Ja, gut. Machen wir erstmal hier eine Rest. Jetzt wird gefeiert. Styrian hat was zu sagen. Wir sollten uns unbedingt mal waschen. Was? Du hast eine gute Sache gemacht. Sog es ab und du dich selbst. Ich selbst? Es ist ein Worm in meinem Gehirn. Ich bin überrascht von Idioten. Und all das, was ich trinken muss, ist ein Wein, das schmeckt wie Wein. Relax, all your problems will still be there in the morning. Das bedeutet, ich muss heute Abend leben. Und diese Party. All ich will ist ein bisschen Spaß. Ist das so viel zu fragen? Und was ist deine Idee, ein bisschen Spaß? Bei der Hells. Sex, mein Lieber. Ein Nacht der Passion. Let's wait until things quieten down. Once the others are asleep. We'll find each other. Nein. On second thoughts, maybe not. Never listen to your second thoughts. They always spoil the fun. Meine first thoughts sind genau die gleichen. If you are determined to ruin your evening, I won't stop you. Esterion, du hast ein falsches Bild von uns. Auf eine oder andere Weise. Think about it. No more caves. No more tents. No more running away. We'll be in a city. With roads. And markets. And homes. Wunderschön. Wo ist denn der Anführer von denen hier? War das Savalor? Es war Savalor, oder? You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without. But even so. Thank you. Paulson. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. I thought you might care to have a drink with me. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song or declaring love to the first person I like eyes. Klingt doch nicht schlecht. I failed to see the problem. And you have never heard me sing. Which makes you very fortunate. Warum bin ich hinter dem Busch? We'll talk another time. Enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Aber wo Lolo? Was ist mit ihm hier? Aha, there you are. Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. And by this you mean? By your naming, quite obviously. That ballad was but a crude preview. A frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic. But not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk after all. Oh Gott. I intend this tale to enrapture all. I already have a name. A wonderful one indeed. But your deeds loom larger than life now, my friend. You simply must have a title to match. What about Grovekeeper? Grovekeeper? Are you a gardener? We aim to cultivate mystery. Not shrubbery. No, your actions in the Grove were most heroic. But I'm afraid this is a matter of style, not sentiment. Back to the revelry with you. I give them a thought in small council. Let's make it 20. Ah, gut. Lass mal mit den Leuten reden. Wir haben ja sowieso schon Geschichtsstunde hier. Und ich wollte das ja sowieso mal angehen. Okay. Gail hat nichts zu sagen heute. Wie sieht's mit Shadowheart aus? Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for. Let me guess to yourself. I think you'll find I've been showing ample concern for myself since the moment we met. Well. Desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the Grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. So voller Blut. Not so odd. We did the right thing. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. We should have had wine more often. More warming than the fire. We should have had wine more often. More warming than the fire. Okay. Sie hat anscheinend nichts mehr zu sagen auch. Schade. Wir können jetzt nicht mit allen Charakteren einfach so sprechen nach dem Thema. Ja. Ich finde das auch interessant, dass mein Impalcala rumhängt. Was die sonst zu sagen haben. Aber naja. Schau dir an diesen Ort. All diese Leute. Glückwunsch. Weil wir uns. Es ist schön, wo es noch gut ist. Und mit guten Potationen auch. Are you enjoying yourself? Fuck yes. I'm celebrating my freedom. And our friendship. And these folks' bright future besides. All I need now is a fire-retardant lover to get lost in till sunrise. Did you have parties like this in Avaranus? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Raum drauf an. Naja. Enjoy yourself tonight, Kalach. You too, Soldier. Enjoy yourself tonight. You've earned it. Gibt es hier sonst noch irgendwen, mit dem wir reden wollen würden? Was ist mit ihr hier? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Hi, half-elf. Maybe a song about my mixed heritage? It's a point of pride for me. Absolutely. With a foot in two worlds, you're the force joining both. You're going to love it. Hope you're enjoying the night, hero. Okay, die anderen haben sonst echt nix mehr zu sagen. Wow, wer ist Maul? Ein Kind. You came through for us. That's a change from most adults, I know. Don't be so harsh on your elders. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them, once we're there. What the fuck? Wo ist eigentlich die Insta Boomster hier? Da unten ist er, Will. Den hab ich gesucht. Ich wusste doch, irgendwer fehlt in unserem Camp. Hallo, Will. Passend. Are you all right? Yeah. I'm deeply proud of you. A touchless so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood. And I didn't want to cast a gray cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down. As I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. The stars will pop the balloons, you see? And the guests won't take kindly to scars quite so monstrous. You just have some fetching horns. I'm envious. Ouch. You don't need to mock me when I'm feeling low. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. I wish you were there, but I'll respect your need for peace. I want to say I'm still with you soon, wieder a bit too late. I wish you were there. I promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. Not this one, nor this one. And this one, less worthy still. What are you doing? Wait. I'm waiting for the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Will these higherlings be joining me willingly? The most willingly, for sooth. Their passions doth run deep for what have been wrought upon them. I would like to talk about tyrantes. Very well. Okay, I'd like to talk about something else. Do you think I can trust these cultists? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffere thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Okay. Dann gehen wir jetzt aber ins Bett hier. Full rest. A buzz of celebration quiets to a soothing hum, as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Warum gibt's hier keine dritte Option? Try to push twisting thoughts of shadow heart from your mind and seek sleep. Her mind is certainly an enigma. Would you wish it any other way? I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you afforded another such night. There is much to be done. And I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. Finally, we're catching up on our puppet master. And the hunt ends at Moonrise Towers. Push. What's so dangerous about it? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings. Tormented. Dangerous souls. Also brauchen wir sehr viel heiliges Licht. What do you suggest? You could go overland. Along the risen road or through the mountains. Easier at first. But you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Seluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Cetheric Thorn built a secret stronghold deep down there. Before rallying a whole army of Dark Justicius. Shah worshippers. Dark Justicius? I must see for myself. Aridon and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Cetheric's forces could access both the Temple of Seluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the shadow curse. That actually doesn't sound bad. I already found the place you're talking about. It's called Grimforge. You've already been. Impressive. You'll make me redundant at this rate. What did you find? Absolute followers, but that's about all. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the shadow curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fate have aligned. Let's go then. May Sylvanus guide us. So, können wir jetzt noch ein bisschen mit den Leuten hier reden? Wir sind ja sowieso gerade in Geschichtsstunde. Sergail has been walking around this whole time with some sort of magic bomb in his chest. I don't normally want to begrudge someone their secrets, but that's something I should know. That artifact seems to be protecting us somehow. Do you still have it? Quite the understatement, but yes. I have it. And I'll guard it with my life. Curious. That you just have to happen... And to have an item that can protect us. How did you come by it? How can you go to all this trouble and not understand why? I told you already. I surrendered my memories for the sake of the mission. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. Admirable conviction, though I think I'd prefer to know what I was getting myself into. Let the matter drop. Sie will ja anscheinend nicht drüber reden, ja. You seemed intrigued when Halsey mentioned dark justice cars before. He mentioned dark justice cars. And we've come across other signs of a Sharon presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. Your wound is causing you too much pain, Shadowheart. There must be a way to heal it. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and solve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. You shouldn't have to suffer in order to be true to your fate. Anscheinend schon. Inspired sind wir, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Everyone has to suffer. It's a fact of life. Until Lady Shah deems it is time. I know you mean well, but this isn't something for you to fix. You and I, we share something special. I think I want to talk about it. Very serious of you. But go ahead. How are you faring? Admit it, you've never heard a relationship quite like this one, have you? Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. I want to talk about all that's happened to us. Fine. What's on your mind? How am I holding up in your estimations? Quite splendidly. To give credit where it's due. You and I have shared some good times together. And it seems we have plenty in common. What do you think about what happened to the Druid Grove? I suppose some would commend our actions. Goblins would have raised that whole place to nothing, if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Turn to the other matters. Yeah, but Shah möchte sie ja nicht so gerne reden, oder nicht so viel, hab ich das Gefühl. Gehen wir mal mit Gale. What's on your mind? I never realized it was so easy to cast magic. I assure you it's not. Don't get me wrong. You did well. The somatic component. The verbal component. Even the focus on the inner self that invites Mr. In. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Of course, as a warlock, your patron endows you with many such powers, otherwise unattainable. I do hope you cherish that gift. I was wondering about the mighty lord you told me about in your story. Ah, yes. Cassus. Cassus. Cassus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Cassus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed, it would have been the end of everything had not Mistril sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistril, the end of Cassus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netharil were no more. An event that came to be known as Cassus's folly. So at that moment in time, all magic was gone. For a spell, Mistril was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I tried to follow in the footsteps of Cassus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History. Repetition. It's the way things go. If you ever feel the Netharil's magic overtaking you, what will you do? If it should ever come to that. If I ever know I am no longer able to stop it. I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun. Or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death. Alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side, despite the menace that I am. If worse comes to worse, I will be long gone before the curtain falls. Na gut. Ist Tyrion. Wo bist du? To think. Gale's had this devastating all within himself the entire time. And only just mentioned it. Who would keep a secret like that from his friends? You can't trust anyone these days. Sackt der Vampyr. How does someone became a vampire exactly? Wink wink. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. In theory? People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me. It doesn't happen. Telling me about your history. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now... I've been conveniently lost. They won't ever control me again. What do you think is waiting for us at Moonrise Tower? Who knows? Drow? Mindflayers? Death? Hopefully not ours. But maybe... Answers. If we can convince the right people to talk. Na gut. Darüber wie er mich gebissen hat, möchte ich nicht wirklich reden. Äh, das war awkward genug. Look what I'm looking for. Hallo Hühnchen, du musst noch gestreichelt werden. Hope you keep him well, friend. Hat him. Ja, ich glaube die einzige Quest, die wir im Moment noch offen haben, ist die nach Parents zu suchen von einem kleinen Kind. Oh, mir fällt gerade auf, Shadowheart ist auch ein High-Half-Elf? Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Aber und hier sieht man auch, was für eine Meinung die uns gegenüber haben. Ähm, Astarion ist im Moment nicht so begeistert von uns, aber ist noch in Ordnung. Die, äh, ja, Zuneigung zu Shadowheart ist gut, aber die zu Gale ist anscheinend am besten. Interessant. Hätte ich jetzt auch nicht wahrgenommen. Ich meine, ich verstehe mich gut mit Gale, aber ich hätte schon gedacht, dass Shadowheart mir noch ein bisschen mehr vertraut. Naja, whatever. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwie einen Hinweis, wo wir suchen sollen? Hier oben ist der Mountain Pass. Genau, das ist mir letztens auch noch eingefallen, weil wir auch die Unterhaltung hatten. Wir müssen ja auch noch gegen den Drachen kämpfen, falls wir überhaupt, also nicht gegen den Drachen, sondern gegen die, 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 wie hießen die nochmal? Irgendwas mit G, Garthix, Garlox, Garlic, Knoblauch, irgendwie sowas. Diese komischen Froschtypen da. Da hätten wir ja gegebenenfalls auch noch einen Charakter, der sich uns anschließt. Das war, glaube ich, hier ganz oben. Können wir uns hier hinporten? Ah ja, optimal. Optimal. Wir brauchen nicht an einem Waypoint sein, um uns hier hin zu porten. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Leute noch da sind. Es kann sein, dass aufgrund der Zeit... Doch, sie sind noch da. Wir speichern hier mal kurz, weil ich weiß immer noch nicht, ob das gut ausgehen wird. Ich meine, jetzt sind wir natürlich ein bisschen stärker. Aber better safe than sorry. Wo wir jedes Mal hier wieder hinlaufen müssen. Ich meine, ihr kriegt's nicht mit. Ich schon. Also ist der Safe-Man für mich. So, und wir gehen das Ganze mal ein bisschen taktisch an. Styrian und Gale bleiben hier oben. Ja, und Shadowheart und ich gehen zusammen hier runter. Aber ich würde gerne... Es geht schon direkt los. Okay, wir sprechen gar nicht mehr. Ich weiß nicht, warum wir nicht sprechen. Vielleicht, weil Shadowheart diejenige ist, die vorne weggelaufen ist? Na gut, der Imp ist auf jeden Fall zuerst dran. Der kann hier ruhig mitten ins Geschehen fliegen. Oh, sie haben aber sie hier getötet. Also ist hier doch schon was passiert. Nur ich hab's nicht mitbekommen. Okay. Okay. Na, I guess. Das ist dann halt so. Die können von da unten hochschießen. Ich hoffe aber, dass die nicht so gut im Treffen sind. Und dass es mehr Glück war als alles andere. Auf Wiedersehen, Imp. Wie häufig können die einen angreifen? Wir können mal das hier machen und direkt die beiden hier mit einbeziehen. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Mal sehen, was da so abgeht. Und er ist noch umgekippt. Nice. Wir müssen da irgendwie... ein bisschen Damage reinkriegen. Shadowheart. Ähm. Mach mal ne... Blasteret auf sie hier. Und verfehl. Ja, nice. Das wird doch nix. Hätte ich gewusst, dass die uns direkt angreifen, wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst da in die Nähe gegangen. Aber naja. Wie häufig kann sie angreifen? Was soll das? Ich greife sie mal an. Ziehe mich dann zurück, dass die mich nicht angreifen können. Und wenn die hier hochkommt, schmeiße ich sie mit einer Shockwave wieder rüber. Der Pidi hat anscheinend doch jetzt so eine Intention, hier hochzukommen. Und sie kann nochmal angreifen. What the fuck? Bleib da bloß an der Kante stehen, ey. Ich schmeiß dich jetzt weg. Oh mein Gott, sie hat sich gesaved. Dann schmeiße ich dich halt so da runter. Warum fliegen die alle nicht? Das ist auch noch blind. Heißt aber nicht, dass eine Shockwave nicht funktioniert. Weg mit dir. That's what you get. Das Problem ist, ich sehe jetzt nix mehr. Aber ich gehe mal hier rüber. Weil wenn die Unsichtbar jetzt kommt... Okay, sie tötet einfach alle. Holy shit, kann sie weit springen. Ah, das ist gut. Dann kriegt sie jetzt nämlich auch noch eine Shockwave ab. Und fliegt richtig weit weg. Oder auch nicht. Okay, machen wir es anders. Bleiben wir von Anfang an da oben stehen. Und ballern die einfach von oben ab. Einfach mal eine Sneak Attack. Auf. Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir... den einen sogar killen mit etwas Glück. Okay, wir sind... Jetzt sind wir alle in... Combat. Ich finde das dumm, dass die von da unten treffen. Also sie treffen ja nicht alles, aber sie treffen viel zu viel, meiner Meinung nach. Schau eben. Dieser Mystic Step ist echt kacke. Warum macht die so... What the fuck geht denn da auf sie ab? Die hat Shadowheart komplett gekillt. Es war's, schubst ihn einfach. Ach, können wir die Attack... Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Mach einfach nur eine Shockwave Level 3 und schmeiß ihn sonst wohin. Weg mit ihm. Warum treffen die alles? Es ergibt keinen Sinn. Und jetzt ist sie auch noch da oben. Er lebt noch? Ich dachte, er wäre tot. Wie viel Leben hat der denn noch? Der... Drei HP hat der noch. Okay, Gail. Wir können sie da runterschmeißen. Dann machen wir das doch auch. Und los. Sie lebt auch noch. Warum sieht das so aus, als würden die sterben? Sieht gar nicht gut aus für uns. Unsere Taktik war gut. Jetzt haut sie ab. Und kommt wieder. What the fuck? Ich muss sie auf jeden Fall killen. Esterion, du hattest eine Aufgabe. Esterion, du musst sie killen. Du kannst auch nicht so häufig verfehlen. Lauf weg. Jetzt? Was war das für ein Dash? Schieß sie ab. Oder ihn. Und hoff, dass du nicht stirbst in der nächsten Runde. Sie kann doch hoch springen. Okay, sie möchte lieber alle töten, anstatt sich um Esterion zu kümmern. Komm schon, kill sie. Esterion, es wird langsam scherzhaft. Jetzt geht sie für Esterion. Sie kann dashen und angreifen? Was ist das denn für ein Scheiß? Also das ist wirklich ein Scherz. Wir kriegen es aber hin. Ich glaube, ganz fest an uns. Vielleicht wäre ein besserer Cause of Action, anstatt mit Esterion's Hit anzufangen. Fangen wir mit dieser Shadow-Wolke an. Dann sehen die da unten nämlich gar nichts. Und dann können die gar nichts machen. Wie kann die denn da hoch springen, wenn sie ihr fucking Ziel nicht sieht? Ich glaube es euch ja wohl. Das ergibt hier wohl mal überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, da ist irgendwo eine Klippe. Das wird schon schief gehen. Natürlich. Wir werden jetzt gegen niemanden Advantage haben, weil wir threatened sind. Komm Esterion, bitte kill ihn. Der Scheiße, da beiß sie hier, ey. Hätte ich vielleicht mit anfangen sollen. Ich weiß nicht, ob ich sie killen sollte oder ihn, weil er ist eigentlich gefährlicher. Ich glaube, ich mache mal lieber auf ihn da. Drei Crits. Nice. Er ist weg. So, und Gale macht jetzt eine Shockwave. Level 3. Auf sie da. Am besten, dass sie zurück in den Mist endet. Ja, einfach so in die Richtung. Warum nicht? Natürlich funktioniert es nicht. Aber bleib mal da stehen. Ich will nicht, dass mit dir noch was passiert. Da ist schon mal einer tot. Das ist sehr nice. Esterion kriegt ja nichts ab. Das macht nichts. Sie ist immer noch in Shockwave-Range. Der nächste Guiding Bolt geht auf sie. So, dass sie praktisch auch stirbt. Und beiß sie. Jetzt ist sie auf jeden Fall tot. Auf Wiedersehen. Dixis, lauf hier rüber. Kannst sie hitten. Gerade so da durch. So, Gale. Das ist jetzt. Alles hängt von dir ab. Geht doch. Boom. Das lief doch wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was hier unten abgeht. Wie lange hält diese Wolke? Aha. Jetzt ist sie weg. Der Crossbow wäre vielleicht was für Esterion. Ich weiß nicht, ob der mit Crossbow umgehen kann, aber wir schicken ihm ihn einfach mal. Sie hat ein richtig schöniges... Schöniges. Ein richtig schöniges. Ein richtig schönes Langschwert, wo mit Shadowheart wahrscheinlich nicht umgehen kann, aber wir schauen mal. Sie hat einiges dabei. Leider ist sie tot. Können wir sie wiederbeleben? Scroll of Revival Fee. Wir probieren es gleich mal. Und sie. Das ist der... Arcaner, focus on the object. Perhaps you can reveal its secret. Machen wir mal ein bisschen Guidance. Ging auch so. Guck mal, wenn ich Guidance mache, brauche ich es nicht. Wenn ich keine Guidance mache, dann ist es komplett verkackt. Aber egal. Gale interessiert sich gerade überhaupt nicht für das, was abgeht. Der ist gerade in einer ganz anderen Welt. Aber gut. Das können wir tragen. Ist besser als unseres. Shadowheart. Kannst du eins dieser Schwerter verwenden? Not proficient with long swords. Not proficient with martial weapons or great swords. Womit bist du überhaupt proficient, Shadowheart? Nichts. Egal, was wir dir in die Hand drücken. Ist alles scheiße. Hysterion. Du hast auch eine blaue Rüstung. Bist du? Nein. Du kannst keine Heavy Crossbows. Nein. Natürlich nicht. Niemand kann hier irgendwas an Waffen benutzen, das Schaden machen würde. Weil warum sollten sie? Die andere Frage ist, kann ich sie hier wiederbeleben? Mit einer Scroll of Revival Fee. Wir haben davon ja einige. Shadowheart ist inspiriert. Guten Tag. Du auch. Wir haben sie gerade wiederbelebt. Shadowheart, ich bitte dich. I left you behind, yet you wish to join forces? You possess a modicum of competence, though it pains me to say so. An Alliance is pragmatic, for the time being. What's this cure you mentioned? A Githyanki crash must be near. It's Gustil has the means to cleanse us. So says my queen's teachings. And so it must be. And what is a crash exactly? Wahrscheinlich ein Stash, würde ich sagen, oder sowas. Okay, ein Ort. Githyanki-Protocol ist klar. When infected with a Gith-Tadpole, we must report to a Gustil for Purification. One must be close at hand. We will climb the mountain pass and beyond. Ja, man soll da wahrscheinlich hin, damit die dich umbringen. And pursuing another means to cure. I don't need whatever you're offering. The Githyanki-Teaching is as infallible as Queen Vlacket herself. To remove a Tadpole, there are but two parts. Purification at a crash. Or beheading. Any other cure might be offered as a lie. Cast it from your mind. Purification heißt wahrscheinlich auch der Tod. Aber okay. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Go to my camp. We can speak there. Very well. But heed my words. A crash is near. We must seek signs of it. Only there can we be purified. I will await word at your camp. And beware the skies. We are watched. Die war inspired, dass wir sie wiederbelebt haben, aber findet... Also wollte dann, dass wir sie umbringen. What the fuck? Na gut, get rid of kann auch sein. Schick sie in die Wildnis, aber... Das klingt eigentlich mehr nach umbringen. Na ja, whatever. Shadowheart, was hast du dazu zu sagen? Naisala hat einen gefährlichen Blick in ihren Augen. Let's just hope, dass sie diese Impulse für any common foes reserviert. Na ja, gut. Hm. Dann würde mich aber auch interessieren, den Gnome, den wir da abgeschossen haben, können wir den auch gut erleben. Ich hab' ja einige von den Scrolls. Der liegt ja hier rum. Und ich glaub' nicht, dass ich die jemals für was anderes brauche, weil... Immer, wenn jemand im Kampf stirbt, sterben meistens alle da drauf. Das war bisher nicht anders. Aber nein. Target must be a playable character. Schade. Dann... Müssen wir hier hoch. Reach the mountain pass. Allerdings sollten wir vorher wahrscheinlich einmal resten wieder. Und dann find... Relic? This is about the artifact, isn't it? That artifact is an heirloom of my people. Likely she spilled Githyanki blood in order to steal it. This cannot stand. Heirloom? Plunder from some conquered realm more like? This artifact is the only thing, keeping us from becoming slaves to our parasites. Be glad, I have it. Die steht da irgendwie so steif. Why are you two arguing? Das wissen wir doch jetzt. Lazel thinks I have something important to her people. She's deluded, clear... Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. I agree with Shadowheart. The artifact is protecting us. We need it with us. You hear that, Lazel? It's called common sense. Just... You seek reason. Stop this. No sense in us fighting with each other. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak. The deceitful. Do you hear this, Trike? Our lives are at stake and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. So any ideas how to settle this? The bad blood must be purged. A jewel? Come first light. You mean, I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lazel. You'll need it. I had to see if I had a chance to look the other way. But who we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Persuasion. Shadowheart stop. You don't have to do this. Corporate Lazel, for your own sake. Surrender. A disgusting notion. You had better warm to that notion very rapidly, or your journey ends here. We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve, if we channeled some of that hostility back at our real phones, instead of each other. They wouldn't stand a chance. That's a shadowheart, die sie gerade versucht hat umzubringen. What the fuck? Oh, wir brauchten keine Supplies. Der Hund hat wieder was zu sagen. What have you got there, Scratch? I don't know. Maybe you can tell me. All I know, was I thought of you, when I saw it. I don't think there will be any more trouble between Lazel and I, if you were wondering. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. I'm surprised you didn't leave. No. That's good. I'd rather keep things friendly between all of us. You have an interesting definition of friendly. Was hat Lazel to say? What about your quarrel with Shadowheart? It's over, where I am concerned. Okay. That's a relief. We won't survive this if we don't stand together. It's through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. The next resolution may not end in her favor. Mehr will ich auch gerade nicht über sie wissen. Ja, dann mal auf zum Mountain Pass. Die kippen alle wieder tot um. You are about to progress your adventure. Make sure to tie up any loose ends before advancing. Ich meine, die einzige Quest, die ich noch habe, ist die mit den Parents. Soweit ich weiß. Oh, ich habe einige jetzt. Naja, whatever. Wir gehen jetzt hier weiter. Ich meine, wie es aussieht, könnten wir ja noch zurück. Aber darum kümmern wir uns erstmal nicht. Komplett neue Map. Das ist doch mal was. Hmm. Gehen wir nach links? Gehen wir nach rechts? Wo sind denn welche Quests? Nach links scheint ein besserer Path zu sein. Follow the Mountain Pass. Und die Crash ist hier oben. Hi. Okay, calm down. Who the hell are you? Dass du mich direkt angreifst. Okay, ich denke mal, wir sollten uns auf den, die fokussieren. Das wird doch so nix. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich weiß ja gar nicht, ob die sterben, wenn die tot sind. Das war so mein Gedanke. Wie gesagt, ich versuche weiter, ihn da zu fokussen. Natürlich ein Mist. Shield, aber mal Dixis. Der wird wahrscheinlich gleich angesoffen. Äh, du machen Grease hier oben hin. Machen wir direkt mal die Wolke. Und dann zieh dich mal ein bisschen zurück, solange der noch nicht so nah dran ist. Da kommt noch einer. Shadow Heart. Guiding Bolt auf ihn. Sehr schön. Jetzt ist schon mal sein Schild weg. Gale macht doch direkt nochmal einen Grease hier hin. Wir hindern die einfach möglichst da dran, da durch zu gehen. Dann kriegen die auch immer schön weiter Schaden. Wir kriegen da alle sehr schön Schaden. Er liegt auf dem Boden. Wir haben aber trotzdem noch keine Advantage gegen ihn. Gut, weil der Typ hier neben uns steht. Können wir ihn schubsen? Weg mit ihm. Haben wir jetzt Advantage gegen ihn hier? Ja, danke. Schieß ihn ab. Ich glaube, wir haben das falsche Vieh getroffen. Naja, egal. Schön Damage setzen. Okay, der überlebt wieder den Ghoul wieder. Aber die Viecher sterben anscheinend nicht. Wenn er steht... Wobei, hier lebt natürlich noch... Ne, wenn die sterben, sterben die Ghoul nicht. What the fuck? Haben wir eine Sneak Attack auf ihn? Nein, kein Advantage. Na gut, dann schießen wir ihn halt so ab. Dann stirbt er auch gleich. Shadowheart kann es noch eine Sacred Flame auf ihn machen. Wo er sowieso gesaved wird. Oh gut. Schießt du halt einen Feuerball auf ihn. Was ist ein Scheiß hier, ey? Was ist das? Tret mal gerade ein neues Gebiet? Wird man erstmal von irgendwelchen Leuten, die hier rumstehen, angegriffen? Oh, ein Brief. Duke Ravengard is to be delivered, unharmed or mostly, so immediately. Moonrise Towers cannot fulfill its destiny until the Duke has been delivered. Those who succeed will be rewarded. Those who fail will face first my wrath. Then Gortais, then mine again. General Catholic Thorne. Die Absolutes' forces have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. Ein powerful Asset. Just what are their intentions, I wonder. Sollte noch auf jeden Fall erstmal speichern nach dem Kampf, weil der lief, glaube ich, besser, als man es sich hätte denken können. Sie laufen einfach weiter, während ich im Menü bin. So, what the fuck. Hier ein Scroll, die nehmen wir mal selber, wenn wir mit Boten sprechen, ist ja auch ganz nett. Das könnten wir verwenden, um mit dem Gnom zu reden. Denke ich doch zumindest. Wer bist du? Du wirst mich nicht angreifen, oder? 96 HP auf Level 1, ey. Wer da ist, Wanderer? Still, I course, a moment to indulge an old man. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too. Finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I think some proper introductions are in order. Meet Elminster Ormar. A good friend of mine, but rather more significantly. He's the most famed and respected wizard in the realms. Am I, indeed, most famed and respected errand boy more like? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a ten day I've gone without honest fare. Worthy of the name, drank nought, but what the sky entitled my thirst. Wine, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it? Yes, Gale. Where's your decorum? Oh, father lover. Oh, this way then? Hm? To your camp? Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on, 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Oh, well, I suppose I'm curious as you are to hear what he has to say. Wise choice. Better to indulge your curiosity than Elminster's appetite. Ja gut, ich wollte sowieso ne Rest machen. Delightful wedge of old elf turin that was doesn't do to parlay on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Alminster. R-right. Um, you see, I, um, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed thrills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mystra. The message and the charge I bring you are hers. I'm surprised she sent you in the first place after Gale's debacle. Thank you for that most considerate reminder. You know where you went wrong, Gale. Kein problem, Gale. We needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mystra would consider forgiveness? She would consider what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. If the goddess herself is aware, I wouldn't say no to some divine intervention. The very purpose of my presence, in a roundabout sort of way, you must know that the absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. If you're as mistaken, I will be the absolute destroyer. I doubt not your conviction, but Gale has... An unnatural advantage. The orb. Precisely. Mystra has granted me the power to... Stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to... Unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help. Or hindrance. We shall have to see. You must find... The heart of the absolute. Whatever that may be. And use yourself as the... Catalyst that will burn it from this world. That's monstrous. You're tasking him to kill himself. He is not. But it seems that Mystra is. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. And such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece. And need only bestow unto thee... The charm I was bid. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care, Gale himself. And I count on you, to shepherd him well on this strangest of journeys. That sounds really weird. It's hard to lead to a prison. There's still a long journey ahead. We'll find another way. Some other fortune altogether. Like the moon's make swell and wane the Nessian sea. So too... The sky's chosen gods ordain the tidal fate of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours. Come, ebb, come, flow. Come, all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad, she chose you. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But... Those are hard to come by these days. He didn't see much a friend showing up and demanding you kill yourself, yes. It's not a demand he wanted to make of me. As Mistra's chosen, he had no choice but to deliver her message. However much it pained him to do so. For Mistra to have sent him. The severity of her bidding could not be clearer. Or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling. To realize how little of it one might have left. You're seriously considering doing what Elminster said? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted. The absolute will be gone. And I along with it. I don't know if that works if you're dead. I don't understand. Can't Mistra just destroy the absolute? Or Elminster is himself? I have no doubt she has the power to do so. But as for the permission. A.O. would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse. Not better. As for Elminster. He saved the realms more times than legend can recount. But a take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. That's why he can wield it. That's why he can wield it. Yeah, nee, die Götter, die dürfen sich nicht in die Affären Sterbliche einmischen. Ja, aber es wurde doch gerade gesagt, er bedroht selbst Götter. So what the fuck, ich glaube, das geht ein bisschen über die Affären der Sterblichen hinaus. Also dieses Argument ist absolut invalid aus meiner Sicht. There's surely another way. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas. Only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the absolute must be discovered before I can stop its beating. You're not blowing yourself up, Gale. I won't let you. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently, once we know what we're truly up against. No. Maybe. No. Maybe. Naja, wir werden sehen. Gut. Damit machen wir hier aber auch erstmal wieder Pause. End of the day, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht gerestet. Hat Shadow Hardmore irgendwas zu sagen? Ja, sehe ich auch so. I want to talk about your Shah-worship. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. My apologies, I didn't mean to pry. Fine. Just keep out of matters that don't concern you. Mach ich doch schon. Die anderen beiden Sachen mit Persuasion sind halt so Sachen, selbst wenn es funktioniert. Also, ich glaube, sie weiß, dass wir kein Problem mit Shah-worshippers haben. Und you should trust me. Das ist, wie gesagt, das ist ja gar nicht das Problem. Wir können ja nicht wirklich mit ihr darüber reden. Und alles andere ist auch irgendwie so im Kreis sich drehen. Das hatten wir, glaube ich, irgendwie schon mal. Ja gut, liefen wir hier das Camp, beziehungsweise End of the Day. Carla hat was zu sagen. Hey, Soldier. You are tough. Ja gut, wir müssen einen Mechanic finden. Das ist schlecht. Ich kenne keinen Mechanic. Dann kriegt jetzt erstmal noch der Huhn seine Pets. Ich hoffe, du hältst ihn gut, Freund. Muss ja sein, jedes Mal, wenn wir im Camp sind. Und dann geht's weiter auf der Journey. So, wir wollten hier den Mountain Pass überqueren. Ich weiß nur gar nicht, warum. You are about to progress your adventure. Make sure you tie up any loose ends before advancing. Okay. Dann gehe ich davon mal aus, dass wir erstmal in eine andere Richtung gehen. Ich hätte ja gerade erst in dem Gebiet hier angekommen. Dann sollten wir das hier wahrscheinlich auch erstmal erkunden. Ich wusste nicht, dass es so schnell weitergeht. Was haben wir hier? Blessed be you, Pilgrim. Take respite now in the dawn's loving gaze. Looks like Lathander, God of the dawning sun. Okay. Das ist ja gerade Tag. Lady Esther. Okay. It looks like a temple. It certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. They have the audacity to call that hole a crèche. As if it weren't actually a murderous training camp. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. You tried to buy one of their children? What? The society believes a Githyanki, raised in a peaceful, nurturing environment, can overcome its violent nature. Hogwash, of course. Hogwash, of course. A Githyanki can no more rise above its nature than gnomes can fly. Violence is taught and inherited and some things are in our blood. Only a fool would deny that. Ich stimme mir einfach mal zu. You are a learned soul from the moment I set eyes on you. Perhaps you could help me then. I may not be welcome there, but surely a person with your charm and worldliness could get into the crèche. I can try. Once inside, you could simply pollute an egg. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Wir wollen da ja sowieso rein. Payment up front? Warum nicht, wenn wir Persuasion kriegen? Auch 21. Äh, ja. Sollen wir nicht charm? Ja, wir probieren es mal mit Guidance. Wir kriegen ja schon mega viel Advantage daraus. Ja, easy. Guidance wäre nicht mal nötig gewesen. Ich gebe da auch nur plus ein. Ich glaube, es ist eine Grund, warum ich dich fragen möchte, um es zu tun. Sehr gut. Hier ist das Geld. Jetzt, ich erwarte eine schnellste Behandlung. 245, das ist nicht wirklich worth it. Das Ding hier unten? Ne, warte mal. Wo hat sie denn... Von wo sind wir... Ach, da unten ist der... Oh, der ist ganz schön weit weg. Ich meine, wie gesagt, das ist sowieso unser Ziel. Ja, es ist ein wunderschöner View hier. Ja gut, auf in Richtung Crèche. Noch mehr Lathander-Signs. Ah, wir können da einfach rüberfahren. Ich weiß nicht, ob wir den Strength-Test... Nein, nein, nein. Shadowheart, das musst du wohl machen. Shadowheart kriegt das hin. Wieso later? Shadowheart kriegt das nicht hin. Kommen wir jetzt nicht einfach unendlich häufig rollen, bis wir es hinkriegen? Jeder hat einen Versuch, okay. Assyrian. Das weißt du doch noch gar nicht. Mann, wenn du jetzt nicht ein Minus gehabt hättest, hättest du es geschafft. Okay, Gale ist unsere letzte Hoffnung. Gale, du kriegst es hin. Doch, go, du schaffst es. Siehste, gar kein Problem. Trotz deinem Malus auf Strength. Und ich denke, Gale ist unser Mann. Mann. Ich habe hier drüben auch irgendwo einen Bären. Wollen wir da gucken gehen? Da ist eine Chest. Wir haben ja noch hier Talk with Animals Active. Das heißt, uns kann ja nichts passieren. Hoffentlich. Eher ein Arrow für Styrian. Hail tragen. Wo ist dieser Bär? Wo haben wir den gehört? Hier kann man runterklettern. Hier könnte man dann rüberspringen und weitergehen. Das ist aber im Endeffekt doch einfach nur der längere Weg, statt dieses Cable-Card zu nehmen. Wir haben es jetzt nicht umsonst gerufen, ne? Ich hätte halt nur interessiert, wo ich diesen Bären gehört habe. Das klingt irgendwie von hier so rüber. Aber, keine Ahnung. Na gut, alle aufs Cable-Card. Und auf geht's. Und aufs Cable-Fall-Smelling-Beasts. Spoiler für ein Fight. Eine Mere Temple. Eine Monastery. Die Monastery. Die Worte so viel zu studieren wie zu worshipen. Oh, Herr. So, es wird frei von Fall-Smelling-Beasts, dann? Sehr gut, Gale. Sehr gut. Wer ist denn da? Wenn das nur die beiden sind, kille ich die. Nein, 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 ich komme nicht in da. Ich will nicht. Du bist tot. Yes. Schnell Angriff, er hat keinen Pfeil geladen. Jetzt sind sie weg. Na super. Das sind auch nur Vids of the Absolute. Auch nicht gerade meine Freunde, aber naja. Wie viele scrollen, um mit den Toten zu reden, haben wir? Scroll auf Speak with the Dead. Es wäre eine Überlegung wert, die auf ihnen hier eins zu sitzen, um zu fragen, was da drin abgeht. Aber, da ich nur zwei Stück habe. Ich weiß nicht, ob Gale noch welche hat. Gale... Oh, Gale hat einige. Dann setzen wir vielleicht doch eine ein. Kast Spell. Okay, wir müssen uns ja die Fragen einteilen, das wissen wir ja. Ja, das wissen wir auch. Was do Githyanki want with Kultists? Sektion, hunting, for weapon. Und why were you so desperate to run? Scared, hurt, bad things, Githyanki told you. Okay, man kann doch alle Fragen stellen. Where are you from? In einem kleinen Haus. Under a hill. Somewhere. Don't... Erinnern. Die Spells-Power wanes. Du kannst keine mehr Fragen fragen. Ja gut, die andere Frage wäre sowieso auch relevant gewesen. Das Ding hat Enchanted Security. Within the Artifact of feeling, stirbt. Uncertainty. Deine Curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. Warum? They're hunting you. They want the Artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Ja, aber ich kann die auch auseinandernehmen. Asterion bricht erstmal die Tür auf. Aber wir speichern einmal kurz vorher, falls da irgendein Alarm ausgelöst wird. Dogpicking impossible. Shadowheart? Hau drauf. Einfach mal anklopfen. Scheint nicht so gut zu funktionieren. Oh, aber wir können hier rein. Okay, hi. Das ist wohl eine Aufgabe für Asterion. Ich hoffe, das kriegt keiner mit. Wenn wir hier so ein bisschen rumsneaken. Ich meine, die scheinen alle zumindestens zu schlafen. Obwohl, ne, hier oben sind auch welche, die ein bisschen betrunkener sind. Asterion sneakt jetzt da einfach mal rein und nimmt alles auseinander, was er auseinandernehmen kann. Fuck. Wieso hat das auch einer gehört? Das ist gar kein Problem, weil die ja alle relativ low sind. Können wir hier irgendetwas tun? Okay, jetzt sind wir zumindest mit im Kampf. Machen wir einfach mal ein Feuer Arrow. Vielleicht explodiert dann auch alles. Ja, in der Tat ist alles explodiert. So, jetzt ist die Frage, können wir... Eins, zwei, drei. Alles explodiert. Nice, beide weg. Sieht doch bisher ganz gut aus. Der wirft einen Stein. Okay. Die wirft jetzt alle Steine auf ihn. Sind anscheinend keine Fans von ihm. Jetzt haben die da oben noch alles angezündet. Warum? Das hat uns doch nicht mal Schaden gemacht. Braucht keine Reaction. Nein, keine Reaction. Da explodiert einfach alles und gut ist, weg mit denen. Ich habe keine Ahnung, was ihr da oben macht. Aber egal, es funktioniert nicht. Styrian. Kannst du ihn von da abschießen? Anscheinend schon. Okay. Gut. Ist doch wunderbar hier. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Feuer aus ist und dann können wir sogar looten. Oh, der hat ein Maze. Schick einfach mal an Gale. Kann der zur Not essen? Was haben wir hier? Kobold Journal. Das können wir mal lesen. The Collection of Drawings, some cruder than others. Most of them feature Kobolds in varying degrees of nakedness. Some performing sexual acts. Okay, das interessiert mich nicht wirklich. Die Sache ist, hat jetzt niemand anders die Explosion hier in der Alkoholkammer gehört. Die andere Sache ist, kommen wir von hier aus weiter? Kommen wir hier irgendwie durch? Aber ich sehe jetzt auch nicht, obwohl vielleicht von hier oben runterspringen? Ja doch, von hier oben kommen wir auf jeden Fall da rein. Dann machen wir das doch mal. Dann könnten wir sogar noch weiter höher klettern. Können auch die Barricade kaputt machen. Wir klettern erstmal aufs Dach. Was ist denn? Unten ist was. Blut. Blut. Ein Ring. Und ein bisschen Geld. Da ist ein riesiger Adler. Mit Crystals. Ja, mit dem sprechen wir mal. Hallo Giant Eagle. Da sind mehrere. Alles gut. Intruder! In meinem Nest! Diese Aree war gebraucht, dass es sicher sein wird. Xavier, geh hinter mir. Ich bin einfach interessiert in das große Gerät. Ich versuche nicht, dass ich mit dem Nest medaille. Da will ich auf jeden Fall mal Guidance haben. Wenn ich das verkacke, wäre es... Gut, dass ich Guidance genommen habe. Oh, die hat es rausgehauen. Xavier, Xavier! Natürlich. Aber damit können wir nichts machen. Ich will nicht auf dem reingenden Ende von dieser Sache sein. Vielleicht ist das, was mit diesen Githen nahe passiert. Was liegt denn da im Nest? Ein toter Kobold. Gut, der wird wahrscheinlich nichts haben. Du kannst passen, aber du wirst nicht, was mit mir zu sprechen. Groß. Danke dafür. Was ist mit dir? Bitte, geh aus meinem Nest! Du hast die Ideen gebraucht. Okay. Ja gut, ich habe keine Ahnung, ob hier sonst noch irgendwas Sinnvolles ist. Ich weiß auch nicht, was dieser große Kristall da ist oder wie man ihn benutzt. Wir können hier noch ein bisschen rumklettern. Ich weiß nur nicht, wohin das führt, aber wir gucken einfach mal. Musstest du durch das Nest laufen? Haben wir gegen irgendwen Advantage? Ja, gegen beide sogar. Machen wir doch mal den großen kaputt. Schönen 31er-Hit. Das ist nicht so gut. Ich verleihe ihn einfach weg. Gail, finish ihn am besten. Du kannst ihn wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Kannst du ihn schaffen? Warum kriegen wir jetzt einen Hit ab, wenn ich ihn geschafft habe und das auch noch successful war? Mach ihn einfach weg. Ich wollte das nicht tun. Ihr habt das auf euch selber gebracht. Guiding Bolt, Level 3, auf den Vogel da. Das Problem ist, er hat schon Hilfe gerufen. Styrian, finish ihn bitte. Sehr gut. Macht mal eine Short Rest. Weil ich habe keine Ahnung, ob hier noch die Hilfe kommt, wenn die jetzt tot sind. Aber gut, jetzt können wir hier auch die Waffen sammeln. Ich meine, die Vögel hätten mir wahrscheinlich eh nicht geholfen. Was haben wir hier für ein Hammer gefunden? Shadowheart, ist das vielleicht was für dich? Macht auch 3 bis 12 Schaden, aber nee. So, und jetzt zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber erst mal speichern. Nämlich da runter. Hier ist so viel zu erkunden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Stained-Glass-Window. Examine the image marked Dawnmaster Seed. The Reconsecration of the Monastery, conducted by Dawnmaster Seed. Look at the picture of Dawnmaster Stockhold in the glass. Evensong, before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Inspect the Broken Stained Glass Window. Dawnmaster Vassaid, wielding... The rest of the inscription and picture has shattered away. Und take a look at Dawnmaster Welking Glory. Okay, wenn wir hier irgendwie Sachen auffüllen. Hier sind auch Plaques. Wer hatte den Hammer? Den hatte Seed, ne? Seed hatte den Hammer. Den haben wir Shadowheart gegeben. Ceremonial Hammer. Der hat das Schwert. Wir brauchen noch zwei weitere. Der hat so ein komisches Buch oder irgendwie sowas in der Hand. Stern, keine Ahnung. Und vom letzten weiß... Wissen wir es nicht, aber... Weißen wir es nicht. Wissen wir es nicht, aber... Wenn wir irgendeinen Ceremonial Gegenstand finden, kann das ja nur von ihm sein. Gut, dann hätten wir die Vögel wahrscheinlich eh besiegen müssen. Klopf, klopf. Okay, haben wir Advantage gegen die? Nein. Magic Allergy. Da oben ist auch noch einer. Du machst einfach mal das hier. Kommt ganz drauf an. Viecher sterben jetzt nämlich einfach da drin und sehen nix. Also ich glaube schon, dass das ganz sinnig war. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, wie diese Viecher funktionieren. Weg mit den ganzen Viechern, ey. Was ist jetzt mit Shadowheart passiert? Was zur Hölle passiert hier gerade? Warum wachsen die? Okay, wir müssen auf jeden Fall den Kleinen da finischen. Komm, bitte Hitte. Tut mir leid, Shadowheart. Alles gut. Okay. Keine Sorge. Ich habe hier alles im Griff. Ich kann es aber nicht nochmal machen. Okay, Gail, hau drauf. Sehr schön. Nein, nicht zu Dixis rüber. Der ist anscheinend ein bisschen pisst. Ui, 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 ui. Komm schon, kill ihn. Nice. Und dann hau nochmal auf ihn hier drauf. Einfach alles jetzt explodieren lassen. Es wäre so funny. Das wird uns wahrscheinlich auch losen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir noch eine andere Chance haben, hier noch zu gewinnen. Hier habe ich die absolute Disadvantage. Wie sieht es mit einer Shopwave aus? Ich schmeiß sie einfach weg. Ach, nee. Ja gut, dann das Ganze wohl nochmal. Hallo. Guardian of Faith. Bist du böse? Da ist aber die Battle Axe, die benötigen wir. Das heißt, wir sollten das Vieh killen. Und das wiederum heißt, dass wir uns hier ein bisschen aufteilen sollten. Und Shadowheart probiert jetzt mal die Axt. Also ich weiß nicht. So manche Skelette dürfen wir ja looten. Die waren nicht rot markiert. Ich will es nur sagen. Die waren nicht rot markiert. Ich weiß nicht, was das soll. Er hat eine High Defense. Wie sieht es mit einem Poison Spray aus? Ja, das ist besser. Verzeihung? Weg mit dir. Du schaffst das, Shadowheart. Mach einfach einen Rang. Drei Guiding Bolt auf ihn. Zwölf Prozent Hit-Chance. Mach's vielleicht doch nicht. Lazaret. Ja, aber er wird nicht bluten können. Sacred Flame. Das sieht doch gut aus auf ihm. Okay. Was auch immer das war, wir haben es überstanden. Dadurch haben wir jetzt die Symmeremonial Battle Axe auf. Und jetzt fehlt nur noch eins. Auch wenn ich mich frage, warum wir die anderen Skelette hier nicht looten durften, obwohl die nicht rot markiert waren. Ich meine, ich hab's mir schon fast gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt, aber... Ja. Es war ein langer Tag. Besser stoppen, zu kurz. Ja, das sehe ich ähnlich. Es hat gerade keiner was zu sagen, also können wir einfach... Danke, dass du dich gut hältst, Freund. Ja, du kriegst wieder deine Pets, natürlich. Und dann können wir ins Bett gehen. Wir müssen echt langsam mal wieder ein paar Camp Supplies einsammeln. Die werden langsam gering. Können wir hier runter gehen? Nicht auf normalem Wege, das ist klar, aber wir können hier doch bestimmt rüberspringen, oder? Ja, natürlich. Eine Büste. Gale, kannst du dir das angucken? Asterian? Keiner weiß, was da abgeht. Das hier ist eine Barricade, die wir durchbrechen könnten. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt gerade auch nichts und dann würden wir da reinkommen. Nee, ich glaube, ich will aber erstmal wieder nach oben. Ich will zu diesen komischen anderen Viechern da. Wir müssen ja irgendwo noch eine Ceremonial Weapon herbekommen. Und ich würde es nicht wundern, wenn diese hier drüben ist. Ah, rechts kommen wir an der Barricade vorbei. Okay, jetzt haben wir so langsam einen Überblick. Das hört sich an wie ein Baby. Wir speichern hier nochmal. Können wir hier irgendeine bessere Position beziehen? Nicht wirklich, weil sobald wir hier reingehen, greifen uns die Viecher ja an. Das heißt, ja gut, dann fangen wir doch mal direkt mit der schwarzen Wolke an. Ich meine, wenn wir sie killen mit einem Hit, dann ist das ja eigentlich auch scheißegal, ob die allergisch auf Magie reagieren, oder? Ja, dann sind die halt einfach tot. Kommt drauf an, wie schnell wir sie töten können. Okay, Gale, explodieren. Nein. Ähm. Die werden unstable einfach, wenn man Magie in deren Nähe macht. Das ist auch richtig klar. Die werden alle so unstable. Gibt es halt auch ein bisschen aus. Oh Gott, was passiert hier? Es reicht doch. Warum greifen die so häufig an? Okay, Gale, du kannst vielleicht eine Thunder Wave machen. Die macht 4 bis 32 Damage. Geh noch einen Schritt näher dran. Und dann schmeiß sie alle weg. Gut, das hat nur einer überlebt. Jetzt sind generell nur noch zwei am Leben. Komm, ist die Re-In. Meine Güte, macht das Schaden. Hast du noch einen Heiltrank? Ja. Trink den einfach mal. Ja, komm, dann schmeiß es nochmal weg. Sehr schön. Jetzt muss nur noch das Vieh hier sterben. Sehr gut, Leute. Machen wir jetzt mal ganz schnell den Short Rest. Irgendwer von denen noch so ein Cerebonial-Ding dabei. Sieht irgendwie nicht danach aus. Was ist das hier für ein... Ist das ein Knopf? Nein, das ist einfach nur... ein Säulending. Das ist ein Iron Gate. Das ist irgendwas hinter. Ein Buch. Und da auch. Assyrian. Kannst du das andere auch noch direkt lockpicken? Das ist alles gar kein Problem für dich. His Holy Blood Vol. 3 und... Elixir of Necrotic Resistance. Okay, lesen wir das hier mal. Ich hab nur keine Lust, da extra selber alles durchzulesen. Wir nehmen es einfach auch mal mit. Unsere Charaktere haben interessanterweise auch nichts dazu zu sagen. Was haben wir hier? The Parables of Dawnmaster Vaseit. Das ist, glaub ich, das... was fehlt, ne? An epic looking tome that opens with an illustrated panel of Dawnmaster Vaseit, riding into battle against an army of Sharon clerics. In his raised hand, his trusted battle axe. Ja, die haben wir auch schon gefunden. Das hab ich mir auch schon fast gedacht. Wir brauchen das, was sonst fehlt. Potion of Animal Speaking Recipe. Ja, du bist das, lest du das doch einfach mal durch. Brauchst du zwar nicht, aber jetzt haben wir das Knowledge immerhin. Ja gut, wo finden wir das letzte Ding? Hier ist die Battle Axe, das braucht er ja. Und jetzt brauchen wir noch, was auch immer... unser letzter Freund da hat. Wir brauchen, glaub ich... Stockholm? Ja. Tritt denn irgendwas auf der Plague vielleicht? Erstaunlich unhilfreich. Ich meine, hier hinter ist ja auch... ein Loch in der Wand. Ist hier vielleicht irgendwas? Ich weiß grad nicht, wo wir da rauskommen, wenn wir hier durchgehen. Ach, das ist auch einfach hier, wo die Axt war. Ja, das hilft uns auch nicht weiter. Der Vorteil ist, die Dinger heißen alle irgendwas mit Ceremonial. Das heißt, werden wir sie finden. Wissen wir auf jeden Fall, dass sie hier das ist. Ich habe nur keine Ahnung, wonach ich Ausschau halten muss. Aber wir werden sehen. Wie viel Schaden kriege ich, wenn ich hier runterspringe? Tod. Das ist eine Menge Schaden. Ja, das wollen wir nicht unbedingt eingehen. Dann wäre die Frage, wo wir hier in dem Tempel noch was erkunden können. Hier draußen waren wir ja bereits. Hier drüben ist noch eine Tür, die ich noch nicht erkundet habe. Hier ist auch noch eine Barrikade. Die Barrikade führt zu einem Waypoint, den ich aber schon hatte, weil hier draußen war ich ja schon. Gut, äh, Assyrian, dein Job ist es, diese Tür zu öffnen. Könnten sie auch kaputt machen. Na, mach sie erst mal auf oder probier's. Ich glaube, wir haben die Tür kaputt. Der hat eh schon nur eine schäbige Haltstür, die wird ja wohl aufgehen. Ja. Manchmal ist Ruhe Gewalt ein bisschen effizienter als versuchen, da irgendwas zu lockpicken. Journal of a Novismonk. Könnte hilfreich sein. Daunmasters innercircle think we don't know, but it's all anyone can talk about. What do they want? Can they be after the blood itself? How would they even have found out about it? Personally, I'm excited. If there really is a Gethenki attack, there's a chance they'll fire the lance. To see the light of Lothander himself launched forth from Rosimoron's roof. That would be something to write home about. Brother Wellen claims he saw it once, and it was so bright it nearly made him blind. Luckily, he says it's quite hard to fire. But once we do, those Gethenki won't know what hit them. Okay. Er ist also, das ist eine sehr starke Waffe da oben. Das haben wir uns schon gedacht. Aber wie wir sie abfeuern können, steht in den Sternen. Gut, aber was Sinnvolles war da jetzt ansonsten nicht. Machen wir die Barrikade doch hier einfach mal kaputt, dann sind wir ein bisschen mobiler. Ein Ancient Gethenki Warrior. Er hat eine Gethenki Slate. Okay. Ja, aber sehr alt. Ich frage mich, ob wir noch mal irgendwann in die Gelegenheit kommen, da etwas abzuschießen. Hier drüben waren wir, meine ich, auch noch nicht. Können wir denn da irgendwie rüberspringen, ohne all so viel Schaden zu nehmen? Weil hier durchkommen wir nicht. Von hier so da runter springen. Ja, wir kriegen drei Damage. Aber wir müssen eigentlich sowieso ringen, also. Kommt her, Leute. Ja, sie trauen sich nicht. Drüben ist der Pouch. Äh, kriegt eine Mage Hand das zu mir rüber? Kann die das denn da runterschmeißen oder irgendwie was? Ich meine, da unten, da musst du es ja eigentlich nur runterschmeißen. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie großartig was bewegen musst. Du sollst einfach das Ding nehmen und es werfen oder so. Wirf ist da rüber. Ach, perfekt. So geht's natürlich auch. Ein Hailtron. Das hat sich vorne und hinten nicht gelohnt. Hier drüben ist aber auch noch eine Chest. Painted Chest. Holy Lance Helm. Creatures, die ihre Attack-Rolls gegen den Wurrern müssen einen Dexterity-Saving-Throw oder 1-4 Radiant-Damage machen. Das kann auf jeden Fall mal an Shadowheart geschickt werden. Wenn's jetzt nicht das Item ist, was wir brauchen. Ja, das ist die einzige Frage, wie komme ich zurück? Weil ich glaube, da hochspringen kann ich nicht, aber ich hab doch hier Mistis. Guten Tag, Freunde. Der einzige Bereich, wo wir jetzt noch nicht waren, ist hier. Und hier drüben ist auch irgendein Grab. Und hier, ich hoffe nicht, dass wir hier Schaden kriegen, wenn wir hier runterspringen, oder? Nein, okay. Also tief ist das ja nicht. Dann buddeln wir doch mal ein bisschen Leichenschändung. Ist ja nicht schlimm. Ein Sarg. Oh, wer hätte das gedacht? Goldring. Na gut. Dawn Master Stockhold, Master of his craft. Ist das nicht genau das? Der, der uns fehlt? Beloved Dawn Master Stockhold, buried with his ceremonial maze in honor of the many humble mazes he wielded in his lifetime as he purged the evil from this land. Ist das das Ding? Hatten wir nicht schon ein Maze? Wir nehmen es mal mit, I guess. Hier geht's auch noch runter. Hier geht's sehr, sehr tief runter. Ich habe keine Ahnung, wo uns dieser Pfad hinführt, aber wir laufen einfach mal weiter. Okay, das sind wahrscheinlich einfach hier alles Möglichkeiten, irgendwie in diesen Tempel zu kommen, je nachdem, wo man halt lang möchte. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Da vorne habe ich irgendwie einen Gaub gehört. Oder nicht gehört, sondern eher gesehen. Ist hier noch irgendwer im Leben? Hallo? Ich glaube, da ist jemand in der Kiste drin. Guten Morgen! Und gute Nacht. Wie kann man so betrunken sein, dass man die ganzen Explosionen und sowas verpasst? Naja. Dann schauen wir doch mal. Also das eine, da ist ein Warhammer. Ist das hier Stockhold? Dann schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir das letzte Ding jetzt da drauflegen. In der Hoffnung, dass es das überhaupt ist. Eine Pouch. Dornmaster's Crest. Und ein Zettel, ein Brief. To the next Dornmaster, I don't think we are going to make it. But the blood is secure. We closed it off with magic. Only one of our own can take it. If anyone else tries, the walls will fall. And they won't get out of here alive. Should that happen, pray for Rosimorin Monastery. But do not mourn. It's for the best. In death, new life, always. Noch etwas, was wir suchen müssen. Aber ich bezweifle, dass das auch hier irgendwo ist. Sonst hätten wir es schon mittlerweile gefunden. Die andere Frage ist, wie kommen wir jetzt in diese Tür hier rein? Meine Blut ist hier ja an vielen Stellen. Aber das wird ja nicht einfach random irgendwo rumliegen. Außerdem ist das, glaube ich, größtenteils auch mein Blut. Na gut, gehen wir mal hier durch die Barrikade. Irgendwann kommen wir hier auch in die Monastery rein. Hello? Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite, ne? Ja. Dann, wie sieht es denn mit unseren Punkten aus? Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich ein Rest machen. Ja doch, time to rest. Das ist genau das, was ich gerade vorschlagen wollte. Keiner hat was zu sagen. Und kriegt seine Pets. Pidus, 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 caterz, pidus, 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 hood, pidu, pad us, pidus, 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 pids, pur, pidus, 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 pidus. Den nächsten Tag, es hat immer noch keiner was zu sagen. Wir aktivieren mal wieder unsere Spiklet Animals und ab geht's raus. So, was erwartet uns denn hier so? Ein Buch. Block of Visitors to Rosemary Monastery, okay. Holy Blood... Flothander? Ja, okay. Heißt das denn hier ist nichts mehr, oder? Hm. Was haben wir denn hier oben für ein Iron Gate? Was ist da denn hinter? Ist überhaupt irgendwas hinter? Irgendeine Scroll. Und hier auf der anderen Seite... Ach, wir können erstmal hier den Lever benutzen. Aber hier nehme ich das Main Gate offen. Viserion, es gibt wieder einiges zum Schloss knacken. Nummer 1. Und Nummer 2 da hinten. Go, go, go. Kein Problem hier. Hier ist Holy Blood von Nummer 1. Storn Monster irgendwas. Aber war das nicht genau das gleiche, was oben lag? Ich weiß es nicht. Die Scroll nehmen wir auf jeden Fall mit. Du sollst sie nicht feiern können, du sollst sie einpacken. Okay, noch mehr Bücher. Hm, Trank. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Leute uns hier gerne sehen. Von daher stelle ich mich mal wieder auf einen Kampf ein. Aber wir schauen mal. Hallo, Freunde. Oh, soll ich das... Soll ich das nehmen? Ich meine, wir haben den Frosch ja nicht bei uns. Deswegen... Ja, komm, gucken wir einfach mal, was passiert. Ich bin kein Thrall. Ich kam hier frei, nicht? Kann ich sein? You are infected. A source of plague. Nothing more. You could turn at any moment. I will protect my kin. Hataz! Hm. Muss das sein? Die haben auch alle so high defense anscheinend. Ja gut, schieß einfach mal Armin ab da unten. Klingt ja schon gut an. Okay, Gale macht einen Grease, dass die vielleicht umkippen gegebenenfalls. Und dann kommst du da irgendwie hoch. Nein, dann lauf hier rüber. Dann kannst du zumindest von dem da oben hoffentlich nicht angegriffen werden. Das Arming war voll unnötig, da sie danach eh gestorben ist. Äh, ja, sorry Shadow Hardware, das muss sein. Also sie nehme ich zumindest noch mit, wenn ich hier schon nicht rauskomme. Das hat sie davon, wenn sie ihr Kinn verteidigen will. Ja, das wird nochmal geladen. Die Frage ist, ob ich jetzt überhaupt sagen soll. Ich glaube nicht, ich sage gar nicht, dass ich infiziert bin. Das ist dumm. Das wäre wahrscheinlich nur gut, wenn man den Frosch dabei hätte. Yugi Sienki hate Illithate. I have proof that they are invading. We need your help. Ich glaube, da hilft mir auch alle Guidants der Welt nicht. Nee. Ich bin doch schön. Roll again. Klar, warum nicht? Das sieht doch schon besser aus. Weil wenn ich die nicht überzeugen kann, brauche ich da glaube ich gar nicht weiter drangehen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die mich ohne weiteres reinlassen, aber klar, warum nicht, nehme ich so hin. Das, was mich ein bisschen wundert, weil keiner von denen fragt ja jetzt so genau, warum ich hier einfach durch darf. Wenn ich die aber da vorne getötet hätte, hätten die mich hier alle angegriffen. Obwohl sie das ja auch nicht mitbekommen hätten eigentlich. Die Frage ist, soll ich mich hier erstmal umgucken, bevor ich zu dem Typen gehe? Ist vielleicht nicht schlecht, ne? So ein bisschen mit seinen Surroundings vertraut machen. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior, undeniably regal in her mean. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Fixterity, draw a new face up to the portrait. Nein. History. Inspect the symbol more closely. 21. Oh, klar, also geschafft. You recall stories of a prince riding a comet, just like this one. With sudden clarity, you realize it's the symbol of Orpheus, a forgotten hero from the tales of your youth. This Githyanki looks different from the others, you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features, gives her a distinctly otherworldly aspect. The way she looks like this. The way she looks like this. A bit of a cool in Shadowheart. Oh, there is a 20. Was ist das? Schnell weg hier Was ist das? Was ist das? Ich muss es raus, bevor die Inquisitor endet. Kriegt er es weg? Sieht irgendwie nicht da raus. Na ja, schauen wir später nochmal dahin. Was haben wir hier? Nicht jetzt, Kachucki! Wir sind jetzt busy! Was ist in das chest? Es macht eine riesige Geräusche. Würdest du gerne wissen? Ich denke, du solltest es nicht gut sein. Nein! Ja, stop es. Let das Ding aus. Wir haben Spaß! Intimidation. Look hier, ihr little shits. A sad stop. Alter, ich schieße ja gleich einen Pfeil in den Rücken. Ein bisschen Genozid hier übergehen. Assyrian, du schrittst das schon hin. Easy. Gar kein Problem. Gehen wem genau kämpfen wir hier? Gegen die komische Katze, okay. Ehrlich gesagt, die ist nicht mein Problem. Ich hoffe, dass sie dem Typen da einen richtig schön drüber zieht. Komm, wir hauen ab. Gail, versuch sie mal drüber zu schubsen. Schade. Dann... Die macht ganz schön viel Schaden. Lass doch die arme Katze am Leben. Die soll die Viecher töten. Die kleinen Kinder. Ja. Ist ja langweilig. I don't really care what I was expecting. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätte euch umgebracht. Aber okay. Ist das das Blut? Ne, what the fuck ist das? Das sieht fast aus wie so ein Mindflayer-Pod. Vertical incision. From pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? What are you hoping to learn from dissecting the thing? Nothing your kind is capable of understanding. The better question is. What brings an istic to my infirmary? Deception. My friend is infected. I'm looking for a way to help them. 20 easy roll. And you expected charity from us. You are a unique specimen. Alright. My curiosity is peaked. Tell me. How long has your friend been infected? Langer than you'd expect Ceramorphosis to take. And with none of the symptoms. I see you have some knowledge of the process. You'll be aware then that your friend is on borrowed time. Bring them here for purification. I will be waiting. Can I have any questions? Have you brought your friend? What will the CI-6 do to them? The specifics are... complicated. It's not a comfortable process, but... necessary one. Alright, then I go fetch them. They may soon be beyond even my capabilities to save. Have you brought your friend? It was me all along. I'm the one who's infected. Is that so? Then of course. You'll be treated first. Lie down when you're ready. Even Githyanki rarely experiences a atheist. You are very lucky, Ishtick. Hmm. Hmm. The device is strange. Made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. You feel your parasites stir. Do not fear. My experience in operating this machine is unparalleled. There is nothing on any plane stronger than the Zathis procuring unwanted afflictions. That looks like a machine from the Mindflyers. Look at your companions for guidance. I'm all for it, but... Well... You first. Have the others nothing to say? Ah, lie down. It's probably a bit of a bit of a pain. I wonder if not. Your body grows cold. Its warmth saped by the cold metal seat. The machine awakens. This is 100% of a Mindflayermaschine. There is focus on the Parasite at all times. The Zathisk. Go to the rest. Layers of magic weave themselves tightly around your head. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. You realize the device is hunting your parasite. But it's doing so blindly. Without direction, your faculties could be permanently damaged. Your skull groans and bends under the pressure. Then... Agony. Saving throw. Follow the doctor's instructions. Seat the tadpole. Uh, what was that? Through waves of torment, you search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger. Its craving. It wants the tadpole. But maybe something more. That's it. Ignore the pain. Think of the tadpole. Think of it purged. That's no cure. It's going to kill you. Get out! The parasite burrows deeper, sinking its teeth into your brain's exposed tissue. It sucks greedily. You feel yourself ebbing away while the parasite only grows stronger. It's evolving. It's solving. Saving throw. Get a guidance? Fuck. Throw again? Oh. Was geht denn hier auf? The Fiend? This putrid magic, its strength multiplied, it unleashes on the machine. The two forces fuse violently together, your brain their conduit, your body and mind drift apart. You are being undone. Enough! Holy shit. The room swims back into focus, your mind is intact, yet unfamiliar. Inside it the tadpole lives on, and you feel different. No! No! The Zaydisk! What have you done?! My life's work, gone! And yet you live, and so does your parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Your Zaydisk tried to kill me and failed. The Zaydisk does not fail. The only variable in this experience was you and your parasite. And I will uncover how this happened. Wait here. I will gather my tools. Incredible. Your parasite is even stronger now. Locked in. That's really good news. Hmm. I'll take that. Yeah, good. Can we a bit of a clown here? Locked in. That's really good news. Sind hier noch mehr von den Dingern? Oder nur das eine? Ich glaube, es war nur das eine. Aber holy shit, das war eine Experience. Was hat's jetzt mit dem Ding hier auf sich? Wir können einen neuen Spell lernen. Und ich glaube, Sage Fright ist ganz gut. In dem Fall. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, was es mit den Parasites auf sich hat. Sie wirken nicht gut. Aber, ja, warum nicht, ne? Wenn man sie schon mal hat. Ja gut, hier rauszukommen wäre jetzt nicht so das Problem. Aber wir speichern erstmal. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich kämpfen werden. Styrian, mach doch mal die Tür auf. Sollte ja kein Problem sein. Trotzdem nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas interessantes haben. Hier sind noch mehr Mindflyer Parasites. Zwei Stück sogar noch. Und hier sind Dead Headpoles. Die bringen uns, glaube ich, nix. Aber ich meine, wir können sie trotzdem mal mitnehmen. Dann können wir sogar noch mehr Skills erlernen. Ability Drain ist doch ganz nett. Und dann einfach, wo wäre ich mal das? Wir lernen einfach alles. Wenn wir noch mehr Poles finden. Wie viel weiter kann ich gehen? Okay. Mit sowas habe ich eigentlich auch schon gerechnet. Ich glaube aber nicht, dass wir das richtig überleben können. Schießen wir mal einen Feuerpfeil hier hin. Einfach so in die Mitte rein. Ein anderes Tyrian verziehe ich hier hinter. Oh, sie kommt hier mitten rein. Warum würde sie denn sowas tun? Weil sie auf das Tyrian schießen will. Dafür hat sie aber ganz schön viel Schaden bekommen. Okay, ich glaube wir müssen unbedingt die da außer Gefecht setzen. Das heißt, wir machen mal einen Guiding Bolt. Stufe 3 auf sie. Ich weiß nicht, die eine verbrennt, glaube ich, sowieso. Okay, vielleicht sollten wir sie da kaputt schießen. Vielleicht mit dem Guiding Bolt. Was genau ist gerade passiert? Weil irgendwie ist gar nichts passiert. Naja, hier ist Tyrian und gehen wir hier an die Seite. Gale, mach du einfach mal ein bisschen Fettbrand hier rein. Und geh dann auch hier in die Ecke. Oh, da kommen noch mehr, das ist nicht gut. Okay, ist Tyrian. Versuch sie mal zu finishen. Schade, dann beiß sie halt. Und bleibt da ruhig stehen. Und sie ist verbrannt. Den haben wir jetzt hier. Sollen wir nochmal probieren, so einen Guiding Bolt auf sie zu schießen. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Du komm mal näher ran. Gale, schieß sie ab. Weg mit dir. Und geh wieder in deine Ecke. Wir wissen irgendwie nicht so richtig mit sich anzufangen. Okay, Dixis geh auch mal ein bisschen aus dem Weg. Wie viele Leute sind denn hier noch draußen? Drei Stück. Ja, dann machen wir doch einfach mal sowas da rein. Mach's einfach hier hin. Shadowheart, schnapp dir mal Sida. Am besten mit einem Lazaret. Oder ihn und weg mit ihm. Gale, kannst gerne noch mehr Explosionen da reinpacken. Und geh wieder in deine Ecke. Oder so. Oder bleib da stehen, whatever. Die sehen da sowieso nichts. Das ist wunderschön. Die können kaum was machen. Greif erstmal sie von hinten an. Und dann finischt ihn da. Und plötzlich war es nur noch einer. Die Sache ist, der steht da ziemlich beschissen um der Ecke jetzt. Aber das macht nix. Wir lassen ihn einfach kommen. Er dasht jetzt echt da durch. Er ist wahnsinnig. Tja, das ist sehr schade für dich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Kampf könnten. Aber so kann man sich selber überraschen. Gut, dann looten wir hier doch mal nochmal schnell. Geithyanki Sword Short. Das wäre eventuell was für Shadowheart. Dabei fällt mir irgendwie auch noch den Helm für sie. Das ganze Fleisch und so kann auch mal zu Shadowheart geschickt werden. Wir brauchen nämlich ein paar Ressourcen. Eberians Hunters Amulet. Okay, kann eigentlich zu Lasel geschickt werden. Weil das ja ein Geithyanki anscheinend tragen muss. Er hat auch einen Infirmary Key. Gut, jetzt haben wir zwei davon. Ring of Element Infusion. Acid Cold Fire, Lightning of Thunder Damage using a spell or cantrip. That element infuses your weapon. Nehmen wir einfach mal. Und ein Geithyanki Longsword. Ich glaube, damit kann Shadowheart auch nicht umgehen. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht, wer es tragen sollte. Das war es anscheinend. Das Problem ist, jetzt ist wahrscheinlich das ganze Camp angepisst. Schauen wir doch mal eben schnell wegen Shadowheart. Sie kann auf jeden Fall den Helm anlegen. Mit dem Longsword kann sie nicht umgehen, wie bereits gedacht. Und mit dem Shortsword... Ich verstehe das nicht. Shadowheart kann mit keiner Waffe umgehen. Es ist furchtbar. Es ist ein Wunder, wenn man mal eine Waffe findet, mit der sie umgehen kann. Wie sieht es mit dem Ring aus, den du hier hast? Glaublich besser als so ein Garnet Ring. Nimm den doch einfach mal. Ich weiß zwar nicht, wie häufig du mit der Waffe angreifst. Aber die anderen machen nicht so viel Elemental Schaden. Da höchstens vielleicht Gale. Aber der macht dann... Der haut dann auch nicht mit seinem Stab drauf. Wo sind die kleinen Kinder hier hin? Die würde ich gerne umbringen. Wir haben hier ein paar Edelsteine. Wir packen einfach mal alles ein, was wertvoll aussieht. Müsste man ja eigentlich Assyrian zutrauen, aber ja. Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwie was schmieden können oder sowas. Das wäre ja eigentlich ganz interessant, wo wir schon die ganzen Materialien mitnehmen. Oder wir verkaufen sie halt einfach. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber die kleinen Brats sind abgehauen. Ich bin mal gespannt, ob andere Leute uns jetzt feindlich gesonnen sind. Ich weiß nicht, wie sehr sich hier die Nachricht rumgesprochen hat. Den scheint es ja nicht zu jucken. Hi! Oh nein, nein, nein! Oh, die Inquisitor haben wir unsere Necks für das! Hm? Könnte ich mir gut vorstellen. Was haben wir hier sonst noch so? Guten Tag! Vielleicht hat es sich auch nicht da oben gesprochen, ne? Aber hier müssen wir uns ein... Ei klauen. Brechen wir erstmal mal mit dir da vorne. Oh nein! Du musst besser bemerken, wenn du das Ding trinkst. Holy shit! Hier sind Pfeilen! Ist Sticker vermittelt, um die Pfeile zu sehen? Diese sind wunderschöne Zeiten. Schau auf, während wir hier sind. Unsere Hattelung ist durch die lethale Sicherung. Ich wünsche mir nicht, deine Zutaten aus ihnen zu finden. Ich dachte, eine Hattelung würde mehr Ecken haben. Die meisten sind zutaten. Nur eine Zutaten. Sie sind von Varsch-Kocken. 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 Sie können mit Varsch-Kocken sprechen, wenn du möchtest. Aber geh weg von dem Ecken. Es wird keine zweiten Warnung geben. Ist sie das da oben? Ja. Und wie kommen wir da hoch, ohne dass wir sterben? Ja, hier ist alles voll mit Fallen. Äh. Ja, lauf doch nicht durch das Asset. Müssen hier ein bisschen rumspringen. Gehen wir hier hoch? Oh, tatsächlich. Ist auch alles voller Traps. Wo hätten wir denn sonst lang gehen sollen? Styrian, kannst du dieses Arm? Ist jetzt nicht so schwer und du bist happy. Solange du keine 1 rollst, ist alles in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wie viele davon hier noch rumliegen. Da hier ist ja alles voll mit den Dingern. Und da hinten ist anscheinend das letzte Ei. Ich hoffe aber nicht, dass auf dem Weg hier zu dir irgendwelche Sachen sind. Du kannst sagen, Kithrak Therazin, dass meine Position nicht verändert hat. Das Ei braucht mehr Zeit. Außerdem. Oh. Ich war nicht erwartet. Was bringt dich zu meiner Hatcherie? Ich habe hier eine letzte Eiwelle. Ich habe hier eine letzte Eiwelle. Das Eiwelle ist mit Weirigkeit. Es ist die Aussage eines Mannes, die das Inevitable für lange Zeit kämpft. Persuasion. Warum interessiert ihr so viel über das Eiwelle? Ich brauche ein bisschen mehr. Wir geben mal ein bisschen Guidance dazu. Gut, dass ich Guidance genommen habe. Auch eine 1 hätte, also auch eine plus 1 hätte gereicht, aber ja. Nicht alle, die abendlich sind weiblich. Ich habe diese gesamte Hatcherie gebaut, obwohl es die letzte meiner Hatcherie zu sein war. Sie haben mich fast in der Hatching-Pool gebrochen. Wenn es nicht für die Hatcherie meiner Hatcherie gewesen wäre. Dieser hat die gleiche Chance verdient. Lass mich helfen. Ich kann es irgendwo sicher nehmen. Da muss ich schon ein bisschen höher. Ah, gut. Gut, dass ich so ein überzeugender Mensch bin. Gut, dass ich so ein überzeugender Mensch bin. Was weißest du über das Gith-Yanki-Children-Rehrung? Der Kapitän ist jetzt für die Inspektion jeden Tag. Und wenn sie es hier sieht... Sag mir, was würdest du damit tun, wenn ich es dir vertraue? Ich mache das beste Omlet, die du jemals hast! Nein! Ich werde es, als ob es mein eigenes Fleisch und Blut waren. Das ist das, was ich fehlte. Still. Ich bin sicher, dass ihre Natur verbreiten wird. Auch wenn sie zwischen weniger Spezien. Ich mag die Gith-Yanki irgendwie nicht. Ich kann nicht mehr ignorieren, dass Kith-Rak-Therazin's Patience ihre Grenzen hat. Sehr gut. Hier. Hier. Nehmt diese. Sie werden eure Beziehung zum Eingang helfen. Soll ich es mit deinen Brüdern und Brüdern kämpfen? Also... Kann ich das dann einfach nehmen? Was sind das für Boots? Acidic surfaces don't affect you. And you're resistant to acid damage. Kann ich dann da unten einfach reinspringen? Ich meine... Wahrscheinlich ist es auf jeden Fall gut, wenn die Leute nicht mitkommen. Die Repulsion Mind sollte ich ja trotzdem meiden. Warum kriege ich Damage, wenn ich hier unten reinspringe? Das ist Wasser. So, ich kann hier runterklettern. Fuck, hier ist irgendwo ne Trap und ich seh' sie nicht. Hier sind überall Traps. Oh, Junge, deine Perception. Egal, spring einfach. Einfach nichts berühren. A large green egg with an uneven shell. You can see a vague outline of something within it. Crush the egg now, reach out and touch the egg. Pick it up gingerly and stow it in your pack. Esma, reach out. The egg is warm to the touch. The rough shell like slate beneath your fingers. Whatever is within is stirring ever so slightly. Pick it up gingerly and stow it in your pack. Das Ding ist ganz schön schwer. Was ist das Problem? Äh, was kann ich denn kurz verschicken? Das Fleisch hier ist schwer. Send to camp. Slave Mind. Ich weiß grad gar nicht mehr, wo wir das her haben. Ich glaub, das haben wir noch aus dem, äh, Nautilus Schiff, oder? Von dem Mind Flayers ganz am Anfang. Einfach alles ins Camp schicken, was hier schwer ist. Hat er jetzt noch irgendwas zu sagen? Du brauchst nicht da runter gehen. Geh wieder hoch. Du sollst mit ihm reden. Das kannst du von oben. Das solltest du auch von oben. Du hast das Egg, nicht wahr? Du bist dann auf deinem Weg, bevor ich meine Meinung verändern kann. Fair enough. Jetzt müssen wir hier nur wieder irgendwie runter kommen, ohne Schaden zu kriegen. Und schnell raus, hier. Asterion disapproves aber auch immer so schnell von solchen netten Sachen, sag ich mal. Der ist eigentlich ein guter Companion, um ihn bei einem, naja, guten Run dabei zu haben. Aber der interessiert sich halt nur für sich selber. Und immer wenn man irgendwas trifft, was irgendwie für andere Leute wichtig ist. Was hätte ich ihm dann sagen sollen? Natürlich, ich hätte jetzt sagen können, oh, für wie viel verkauft es sich denn? Aber damit hätten wir das Ding ja nicht bekommen. So, der Asterion hatte einfach keine Ahnung, wie man mit den Menschen umgeht, um das zu kriegen, was man will. Es geht ja nicht mehr darum, dass wir das erziehen. Das war ja nicht die Wahrheit. Aber Asterion tut so, als wäre es die Wahrheit. What the fuck? Wen haben wir denn hier so? Was für dein Kind ist prattling, ist attraktiv ein Zuschauer. Du kämpfst wieder. Diesmal nur Dagger. Und bis zu der Tod, wie gesagt. Wer will diesen schmerzenden Istark? Leave the boy alone, you made your point. Kriegen wir nochmal ein bisschen Guidance. Weil 1,20 ist hoch. Ja, mit der Guid... Ja, auch ohne die Guidance hat es gepasst. Aber weil sowas immer besser safe sind, sorry. Aber das ist der Junge, ja... Das war großartig. Ich habe nie gesehen, dass jemand die Sauvage aus einer Rage zu machen hat. Er sagt uns immer, wie wir uns nicht zufrieden sind. Dass Tod ist die einzige Schmerzen, die wir deliveren. Aber du... Du hast Kompassion... Und Kindheit... Du bist wie... Oh... Nevermind. Just like who? If there is a like-minded soul here, I'd love to meet them. Vielleicht den... Typen meint er wahrscheinlich. Den mit dem wir gerade schon gesprochen haben, der das Ei beschützt hat. Geh ich mal von aus. Ne? Of Orpheus. The true Prince. He's so strong... And... And wise... And he rides a Comet! A Comet! We're forbidden to talk about him. They say Vlaketh knows if you even think his name. I found his book. Part of it anyway. I read it all the time. He's unbelievable. Where did you get this book? A group of warriors came. Outsiders. On a mission for Vlaketh herself. Savas Kethk. Made us clean their armor. And... I found it. Inside one of the breastplates. Wish I knew who it belonged to. I have so many questions. Hopefully... One day I'll find them. Sounds like quite the book. Can I have it? But... I... I... You endanger yourself by carrying this around. It must be disposed of. It must be disposed of. What do we have here for a book? Where is it landed? Is this a book? Okay. The stone disc had Githianchi runes carved into it. Below them... Strawn a translation into the common tongue. The prince of the comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. The red dragons belowed with righteous anger and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him. Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the heralds by the renegade Vlachith. Okay. But their true heir, the prince of the comet, could not overcome Vlachith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Vos. Jetsteel, Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. Hm. Who have we here? Unless you want to be set up as target practice, I suggest you leave, Istik. Okay, wir sind hier anscheinend am trespassen, weil die Karte hat auch gerade rot geleuchtet. Mercy is death, death is mercy. This is that it's will. Free to suggest it. I'm sure you're the priest. Hi. Please, Chitri. I can explain. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the Tower. They are ready to fight! Chitri! We could sift the missing artifact from the Tower's ashes if you would give us- Quiet! Find the astral prism, Therazin. My patience falters. Yes, Chitri! You heard him! Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. Okay. I have no idea if we should be here. The card is already red. But here are not many people. There should be some people. The Hunde and two of them. There is a Mind Flayer invasion in progress. Why is that not your priority? You are well informed. My crush discovered the same. We know infected flocked to moonrise towers. I reported the gathering masses back to Thunarath. In response they sent an inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. What is so important about this weapon? I do not know. This hunt is the inquisitors fully, not mine. What does this weapon look like? It is small, angular, metal, adorned with Tirsu's script. Stolen by true soul heretics. You sense shadow hearts worry. This weapon sounds like the artifact you carry. Yeah, we already know that it is that. You know something. Do you have it? I don't know what any... I don't know anything about it. We have a little guidance to get. Oh, let's go without it. Stop wasting my time, Istik! You are one of the mercenaries we engaged, are you not? Not exactly, I am here to loot the place. What's the reward again? A fortune in gold, vouched for by our queen herself. I have business to attend to. Return with the weapon or do not return at all. Hm. Sollen wir mal versuchen gegen die zu kämpfen? Ich will wissen, was hier ist. Wer bist du denn hier vorne? Die Wölfe machen mir ein bisschen Sorgen. I am not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Okay. Assyrian? Kannst du hier drauf. Das sollte jetzt schon verdächtig wirken. Aber egal. Wir positionieren unsere Streitkräfte. Weil ich will durch dieses Tor hier durch. Wieso ist der Hund draußen? Shadowheart? Wieso kriegst du durchgängig Schaden? What the fuck? Ganz ehrlich. Warum war sie nicht im Kampf? Sie war mitten drin. Nur weil sie nix sieht. Ja, ich stelle nicht, was los ist. Ich weiß nicht, kämpfen wir schon? Jetzt ist sie fast tot. What the fuck? Egal, solange die da drin gefangen sind. Meine Weapon wurde gedroppt? Shadowheart erhielt ich erstmal hoch. Das bringt ja sonst überhaupt nichts. Ach, da kommen noch mehr von draußen. Das ist kacke. Hat sie sich jetzt in den Mist rein teleportiert? Okay. Fixes, warum bist du viervoll? Da kommt noch einer. Die von draußen sind das Problem. Mit denen hier drin wären wir, glaube ich, locker klargekommen. Ja gut, das ist eh over. Die Frage ist, können wir es umgekehrt machen und zuerst mit denen hier draußen anlegen? Wir machen hier mal die Tür zu. Und dann hast du auch noch was fehlt. Okay. Und sie stört das gar nicht? Dass hier einer ihrer Kollegen tot rumliegt? Ich meine, wenn es dich nicht stört. Wie kannst du so häufig verfehlen? Und jetzt hast du einen. Wir müssen sowieso danach einmal kurz resten. Ich finde das nur interessant, dass es niemanden juckt. So jetzt kommt er hier rein und denkt sich so, ach ja, ist ja völlig normal, dass hier alles voller Blut und Leichen ist. Wie kannst du die ganze Zeit verfehlen? Assyrian, ich bitte dich. Triff doch mal irgendwas. Er ist surprised, immerhin. Aber ich sage ja, es juckt hier niemanden. Es juckt hier niemanden, was hier abgeht. Und jetzt können wir uns auch gleich mit denen da drinnen anlegen. Ist das Blut? Ist das Blut? Ja, es ist Blut. Es ist auch von euch veranlasst worden. Wir kämpfen hier mal kurz. Lazel, was hast du zu dem ganzen zu sagen? Das interessiert mich schon ein bisschen. Das Zathisk? Es könnte dich töten. Ich fühlte dich. Ich fühlte dich. Der Geist war immer mit ihm. Traitor! Und es könnte noch mehr sein. Das muss sein, weshalb die Inquisitoren kommen. Ein trauriger Doktor? Wie kannst du so sicher sein? Fracket hat nicht geblieben, Gityanki. Das Zathisk war mit ihm. Es gibt keine andere Erklärung. Es ist schnell. Wir müssen nach Chirai gehen und informieren ihn der Doktor. Sedition. Ich könnte mir ehrlich gesagt beides vorstellen. Ich hoffe, du hältst dich gut, Freund. Ich hoffe, du hältst dich gut, Freund. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze veranlasst worden ist. Das wirkt nämlich ehrlich gesagt ein bisschen wie so ein Camp aus den 30er, 40er Jahren, um es mal nicht genauer zu formulieren. Aber ja. Speak with animals. Impf heraufbeschwören. Ja, aber auch nicht häufig dabei irgendwie. Der Hund hat irgendwas. Was hast du da, Scratch? Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mir sagen. Salami. Was soll das denn heißen? Aber ja, braver Hund. Das ist heute Doppelpads. Probieren wir das Ganze doch jetzt nochmal. Trotzdem erstmal wieder die Tür zu. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die hatten nichts wirklich Sinniges zu besprechen. Das heißt, wir verteilen uns hier einfach mal, damit mit Shadowheart nichts passiert. Geht sie am besten mal hier hin. Und dann machen wir hier alles dunkel. Der Imp ist eine gute Ablenkung. Sei doch nicht so frightened. Ist Tyrion! Lern zu schießen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir ballern sie da hinten einfach mal weg. Sie ist schon mal nicht mal im Weg. Die anderen sind hier eh drin gefangen. Die muss da erstmal rauskommen. Weil ohne das passiert da drinnen erstmal nichts. Shadowheart muss diesen Hund hier zerstören. Sehr schön. Jetzt bist du auch nicht mehr gefrightend. Dann ballern wir jetzt den anderen Hund da weg. Dann können wir uns gleich komplett auf sie da konzentrieren. Der Hund kommt da eh nicht mehr raus. Das heißt, jetzt kriegt sie einen schönen Ice Arrow ab. Damit sie gegebenenfalls... Ja, wobei, bringt das irgendwas, wenn sie ausrutscht? Dann schießt sie einfach nochmal ab. Nice Hit. Obwohl der nur 30% war. Aber egal. Jetzt mache ich Cast 3. Einfach da auf sie rein. Sie lebt noch? Mit einem HP? Ja gut, dann ist sie jetzt aber tot. Shadowheart mache einfach eine Sacred Flame auf den Hund. Ich weiß nicht, warum das so häufig gesaved wird. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Es braucht keine Reaction. Er ist weg. Ja, irgendwie nicht. Ja, irgendwie nicht. Ja, irgendwie nicht. Wenn ich mich nicht verletzt habe, manchmal, stattdessen von einem Schraubung... Sie würde mich nicht verletzen. Sie würde mich nicht zurückkommen. Sie können mich zurück in 9. Warum sind es immer die schrecklichen Erinnerungen, die ich noch nicht verwenden kann? In any case, I'll be keen to avoid them. Everyone's got their own fears, I want that yours. You're unlike the mother superior then. Maybe that's what I like about you. You're different. Gut, was hatten die denn so? Die müsste ja zumindest den Stein dabei haben, ne? Ja, den brauchen wir. Und ein Soulbreaker Greatsword, das wäre so geil, wenn Shadowhunter mit umgehen könnte. Ein Reminder von irgendwas, was hier auf dem Tisch liegt. Queen to me, Inquisitor Vavarges, wie man das auch immer ausspricht. Was ist mit der anderen hier, was hatte die noch so? Die Junkie Swordshot, ja das bringt uns ja nichts. Und Scroll of Mirror Image. Gehen wir davon aus, du kannst nicht mit dieser Waffe umgehen, ne? Können wir das irgendwie beibringen, weil das wäre schon nicht schlecht, wenn du sowas könntest. Be aware, Kultus must be captured outside. Interrogation swift but effective. Search for the artifact thorough. Priority one. Map of Shadowhurst lands. So, jetzt können wir das Tor hier mal inöpnen. Insert item. Das hier, ne? Wer kennt mich? Swordrest. Hier oben ist aber ne Truhe. Ich meine, das ist doch der, der über den Lasel gerade gesprochen hat, oder? Hier hat doch was vom Inquisitor geredet. Aber, weiß ich nicht, naja. Wir schauen mal. Okay. Hier sind zu viele Leute. Plus, der hat fucking 112 Leben. Wenn wir hier kämpfen wollen, dann müssten wir uns zurück auf die Brücke ziehen. Das würde so schief gehen, naja. Soviel zum Thema zurück auf die Brücke ziehen. Die Tür wurde gerade geschlossen. Wir positionieren uns hier schon mal ein bisschen. Das ist ja gut. Interessant. Mein Ardenkst redet, dass ein Istik eine Kräfte der Geich-Slave-Vessel übergebracht hat. Sie haben vieles gemacht. Sie sind sehr gut. Ich bin froh, dass Sie endlich zu treffen. Ich habe gehört, dass es so viel Goblin-Blood auf Ihren Händen und das ist so enfermedet. Sie schief sie, dass es sokt. Und für Sie, ich denke, dass Sie etwas von der Geich-Slave aus dem Geich-Sario vergrößert. Warlock, hand over an artifact of immense power from nothing in return, you do insult me. Here's how deals like this work, I have something you need, I can bargain all I like. I do not know what base, naive entities you have made deals with before, nor do I care. But I will humor your greed for a moment. What would you ask of an inquisitor? Give me a treasure from the Gethyanki Empire's covers, one of immense power. You would lay claim to our hard-won treasures. You seek power, but do not seek to strive for it. A fool's request, denied. Give me the weapon. Now. Don't give it to him. I won't let you take it. Then your illustrious adventure ends here, Hitazif. That's obvious. Das wird nichts, das wird nichts. Er muss erstmal wieder seine Waffe aufheben. Hast du die denn jetzt wenigstens? Nein, du hast sie nicht equipped. Dann equip deinen Bogen wieder, ey. What the fuck? Schieß mal ein Guiding Bolt auf sie da, der Stufe 3 von mir aus. Und heal Gale. Wir geben dir auf jeden Fall nicht die Oberhand gegen uns, aber wir kommen da nicht hoch. Verdammt. Ja, sie kann nicht mit einer Shockwave der nächste Runde runterblasten. Das ist sein Plan. Läuft gerne noch ein bisschen näher zusammen. Im Pau sie schön kaputt. Und der Styrian knall sie weg. Komm schon, das schaffst du. Verdammter Mist. Wir müssen erstmal die hier wegblasten. Der wird hoffentlich jetzt gleich sterben. Weg mit der. Gut, der Imp ist weg, ist aber nicht so schlimm. Solange sie nicht nochmal zum Zuge kommt. Und ich glaube, da sollten wir Styrian ein bisschen bei helfen. Vor allem sollten wir ihn auch healen. Sie hat noch 9 HP. Wir haben Vorteile gegen sie. Ja, dann komm schon. Weg mit dir. Nice. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann Styrian, zieh dich zurück. Wir gehen jetzt da hoch. Dann kann er erstmal wieder durch diesen scheiß Mist durch. Genau so nämlich. Wir lassen ihn überhaupt nicht wissen, wo er lang muss. Warum ist Styrian schon wieder dran? Nicht, dass es mich sonderlich stört. Aber es wundert mich ein bisschen. Kannst du soweit schießen? Can't reach destination. Feuerball auch nicht. Ich glaube, dann kommst du wahrscheinlich mit gar nichts dran. Aber du bleibst trotzdem einfach mal da oben drauf stehen. Mach dich halt unsichtbar. Shadow Hachi ist ein Guiding Bolt auf ihn. Gale ist erstmal gesaved. Das ist sehr schön. Und er kriegt richtig schön Schaden da drin. Und jetzt. Ich glaube, hier können wir jetzt gerade nicht so viel machen. Das heißt, das was ich mache ist, ich habe nämlich immer noch die falschen Schuhe an. Ich nutze diesen Zug mal die anderen Schuhe anzuziehen. Dann kann ich nächste Runde Misty Step machen. Trink halt noch einen Heiltank. Voller HP ist auch gut. Probier ihn einfach mal wieder da rein zu schubsen. Und dann gib ihm noch eine Holy Flame. Ich weiß nicht, was er da macht mit diesen Mind-Verbindungen. Aber es wird dir nicht viel helfen. Kommen wir an ihn dran? Ja, wir kommen an ihn dran. Haben zwar keinen Vorteil, aber egal. Schieß ihn ab. Jetzt ist sowas von sterben, Jünger. Huch. Wen haben wir denn da? Oh. Malignant flame crosses your vision as your patron borrows your gaze, sizing up the vision in front of you. Not exactly a god, but not far off. Your patron recoils, but not before leaving a word of advice, caution. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. Who exactly are you? Who am I? I am Vlachis. Undying queen of the noble Githyanki. Good regent of the six arms of Tudorath. Hi. And you? You bear that which is ours. But are you friend? Or are you thief? Neither. I came here looking for a cure for my Deadpool. And you just happened to stumble on the astral prison. Yes. At least you brought it back. It is a start. We will test you. To assess whether you deserve reward or punishment. The astral prison. It is corrupted. There is someone inside. Their mind is warped, broken of blood. They are an agent of the grand design, sent to sabotage the astral prison. Our last defense against the return of the illicit Empire. As long as they live, the prism is compromised. Can we help our friend there? Gayle? Dem geht's not so good. I have no one died and killed them. Be aware. They are not alone. And they will appeal to your trust. They are not to be believed. You must accept. Refuse. And know my fury. Detect thoughts. Ist das dein scheißernst? Ich würde hier gerne speichern, bevor ich sowas ausprobiere. Detect thoughts. Ich probier's mal. Nur ne 10? Okay. Behind the veil of the god queen's outer thoughts. Death. Fear. Paranoia. She fears the one inside the artifact more than anything in the world. But she's hiding something. The veil snaps back. Vlacketh's mind shut out to you forever. Can't you kill the one inside yourself? I thought gods were all powerful. Perhaps I missheard. You would not speak ill of a god, would you? I spoke too hastily. Please forgive me. Obey and be forgiven. Use the planecasters power to enter the prison. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. Aaaaah. Wenn das jetzt nicht direkt im Kampf gefolgt hätte, hätte ich mich mit dir angelegt. Aber ich wollte nicht mehr nochmal diesen Kampf machen, weil es war ein Wunder, dass wir das überlebt haben hier. Wir haben auch alle ein Level Up. Wir machen kurz einen Short Rest. Wir müssen gleich noch eine richtige machen, aber erstmal Level Up. Gained a Spell. Gained a Spell. Hier könnte man machen, aber das erfordert Concentration, was doof ist. Ich glaube ich nehme einfach hier den Fireball Spell. Gained a Spell. Gained a Spell. Gained a Spell. Und ein Subclass Feature. Potent Cantrip. Your cantrips become harder to evade entirely. Das ist nice. Was haben wir hier für Spells? Das klingt eigentlich nicht schlecht. Ich überlege gerade, weil wir, wir machen ja eigentlich immer was mit dem Hunger of Hader, was man da drin noch so casten könnte. Und so eine Eis-Plattform da drin ist glaube ich schon mal nicht schlecht. Und der zweite, machen wir mal Fear bei ihm. Weil Lixus kann das nicht machen wegen, ja, wegen seinem Hunger of Hader. Weil das auch Concentration erfordert, aber Fear ist eigentlich nicht schlecht. Looten können wir noch schnell. Das ist glaube ich was für Gale. Ist es bitte nur nicht auf. Das legen wir ihm auch mal schnell an, bevor irgendwas passiert. Was hat er denn? Potion of Angelic Slumber. Klingt nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. Weil ansonsten sind hier viele Sachen zum Lesen. Aber nichts wirklich von Interesse. Die Statuen leuchten. Hm, ganz viele Potions. The Statue starts to rotate, but it's rusty mechanism jams stuck. I'll give it a shot. Shadowheart, kriegst du das hin? The Statue starts to rotate, but it's rusty mechanism jams stuck. Gale? Ich weiß nicht, wo die hingerichtet sein müssen. Ich meine, so viele Optionen gibt es ja nicht, ne? Oh, wo geht's hier denn hin? Okay. Ja, das scheint beides gerade längere Sachen zu sein. Machen wir ja erstmal Pause, ansonsten wird diese Folge viel zu lang. Haha. Ich hätte mich echt gefragt, was passiert, wenn man sich gegen sie auflehnt. Weil ich hätte es gerne gemacht. Aber einer von uns lag tot auf dem Boden. Die anderen hatten alle keine Spell-Points mehr und waren auch schon geschwächt. Und wenn das wirklich zumindest eine gottesgleiche Kreatur ist, weiß ich nicht mal, ob wir eine Chance gegen sie gehabt hätten, wenn wir alle full life gewesen wären. Das ist mal ein bisschen riskant, meiner Meinung nach. Ich habe den Kampf nochmal gespielt, einfach um zu gucken, was passiert, wenn wir uns mit ihr anlegen. Und ob wir sie auch bekämpfen können und ob wir überhaupt eine Chance gegen sie haben. Wir gucken einfach mal. I'm afraid I don't do the bidding of extraplanare Entities for free, bad for business. Is that so? Use this to enter the prism or deny me. The choice is yours. But know this. My wrath is carried with each of my faithful. It will find you. Es macht ans Schreien keinen großen Unterschied. Zumindest nicht in der Hinsicht. Mich hätte aber schon interessiert, ob man sie hätte bekämpfen können. Das Problem ist, in dem Kampf ist Shadowheart leider gestorben. Weil die Leute dachten, wir hauen mal auf sie drauf. Wir haben ja genug Reviving Scrolls. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir sagen, also wenn wir ihre Göttlichkeit infrage stellen. Perhaps I misheard. You would not speak ill of a god, would you? I just think a real god could kill whoever she wants. Blaspheme in tongue! You wish to see godhood! I wish you to end! Ja, gut, dass ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Okay, ja, sie mag zwar kein richtiger Gott sein, aber sie tötet uns trotzdem. Und wir haben jetzt die Wahl, entweder hier runter zu gehen oder hier durch. Falls ihr euch übrigens fragt, welcher Speicherstand das ist, weil wir waren ja letztes Mal auf ein paar mehrere. Es ist natürlich nicht der, wo wir am Ende gestorben sind. Es ist allerdings der, wo ich zumindest der Gottheit widersprochen habe. Und ich so gesagt habe, ich mach was du willst. Deswegen hat Shadowheart auch nicht so viel Leben. Ich glaube, unabhängig davon, was wir tun, sollten wir wahrscheinlich... Wir brauchen glaube ich gar nicht resten. Ich glaube eine Short Rest reicht da. Einmal kurz ein bisschen Leben auffrischen, weil wir haben noch einige Zauberpunkte. Ich glaube, ich gehe mal in den Planecaster rein. Weil ich bezweifle irgendwie, dass die Dame das so gut finden würde, wenn wir das jetzt erstmal verschieben. Nicht? Vielleicht auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich vertraue meinen Patreon auch nicht so ganz. Ich gehe da jetzt mal rein. Ich mache sowieso das, was ich am besten finde da drin. Die Kraft fließt aus der astralen Prism, als es beginnt zu flowern. Das ist diese Dimension, in der wir auch im Traum waren. Was ist das, was wir gucken? Astral Gravity, was bedeutet das denn? Heißt das, wir können jetzt hier runterspringen, ohne Schaden zu nehmen? Und können überhaupt so weit springen? In der Tat. Yay! Sollten wir hier nicht sowieso voll viele seltene Sachen finden, weil wir sind jetzt in so einem extraplanar Ding. Beckoning Cave, will ich da rein? Berühren. Und follow the voice. Wir wissen ja, wer es ist. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Ich will halt wissen, was abgeht. We have some explaining to do. Very well. What do you want to know? Why does Vlackith want you dead? Vlackith wants me dead, because I know her secret. It is a secret so great, that if her people ever found out, that would be the end of her rule. The end of her. That same secret is how I've been protecting you from the absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlackith warned you that I would try to deceive you. But consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you, freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Ich glaube, dir zumindest mehr als Vlackith, ehrlich gesagt. Es sei denn, du kämpfst jetzt gegen mich. Ich sagte Vlackith, ich würde dich nicht töten. Ich meine, was ich gesagt habe. Geh auf. Es sei denn, ich war richtig, dass ich meine Faith in dich, nachdem ich alles. Danke. Vlackith wird furchtbar, dass sie keine Mention von deinem Githyanki-Kumpanien machen. Die Lich-Queen schützt nichts mehr als die Lauf des Empires. Das Wissen, das ich habe, von ihrer Deception, wird das überwinden. What Deception? Ja, wahrscheinlich, dass sie sich als Gott ausgibt, würde ich mal sagen. Vlackith ist lying to the Githyanki. Sie glauben, dass sie weiß, wie ihre Mäste, Gith, die Mäste der Mindflayer-Empire hat. Aber sie macht es nicht. Sie wird kommen für dich. Let her try. Sie most certainly will. Die Hälfte der Crash ist auch schon tot. Chesson-Creep haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen. Und Scrapt-Githyanki-Slate. Slate's faded symbols are hard to distinguish, let alone decipher. Okay. Gehen wir trotzdem mal mit. Können wir hier noch irgendwo hinspringen anscheinend nicht? Das wäre ja auch zu schön. Da oben ist noch eine Truhe. Da ist doch noch was zu holen. Hätte ich fast verpasst. Mit ein wenig Gold. Ja gut, darauf hätte ich auch verzichten können zur Not. Ja gut, dann gehen wir jetzt aber wirklich raus. Okay. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und wir haben vor allem auch das Artifact wieder. Das war ja auch wichtig. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hatte ich vor. Lasel wird wahrscheinlich nicht begeistert sein. Werd mal. Von wo zur Hölle sind wir jetzt gekommen? Wir sind aus der Tür gekommen, oder? Gut, dann... Schnell mal hier durch. Warum genau? Turn-Based-Mode? Naja, macht nix. Mein Charakter ist gerade voll drauf. Der schafft das schon. Wahrscheinlich hätte das Ding sonst irgendwas gemacht. Das da ist die Energy Source, gehe ich mal von aus. Ich sehe jedenfalls sonst gerade keine andere. Die Frage ist, wie kommen wir da dran? Da ist noch eine. Ah, okay. Hier ist noch ein Durchgang. Den habe ich gerade nicht gesehen. Dann sollten wir aber trotzdem mal... Lieber ist Tyrion das zu Armen machen. Weil der ist ja ein bisschen geübter da drin, würde ich mal einfach behaupten. Und jetzt müssen wir nur noch das Ding da unten kaputt hauen. Das klingt nicht sehr einladend, aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Außerdem ist ihm die andere Richtung auch nicht ein viel besseres Schicksal uns vermittelt. Also, ja. Vielleicht gilt das aber auch für die andere Richtung, wenn man da rein will. Who knows? Vielleicht auch nicht. Wir haben ja hier das Blut von Lathander. Ich weiß nicht, ob ich es in die letzte Folge mit reingeschnitten habe. Wir haben es auf jeden Fall gefunden. Ne, das ist hier ein Strange Chunk of Amber. This Chunk of Amber has three drops of blood suspended inside. Und dann haben wir hier doch noch irgendwo das Ding, was wir brauchen für das Amulet. Oder das Ding. Oder das hier, ne? Dawn Master's Crest. Crest Panel. Ja, das haben wir beides. Wir haben die Crest. Wir haben das Amber. Ich weiß nur nicht, wie ich es miteinander kombiniere. Ich packe die Crest einfach mal da rein. Und das Amber. Oder auch nicht. Ich will das gerne da reinpacken. Insert. Jetzt haben wir den heiligen Morgenstern. Was kann der so? Shadow hat. Kannst du damit umgehen? Ich hoffe es. Ich meine, du hättest am Anfang einen Morgenstern benutzt. Ich weiß nicht, was der nächste Move ist. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann haue ich dich. Ja, sie kann damit umgehen. Und es macht sogar fast mehr Schaden als ihrer Lanze da. Aber die andere Sache ist, kommen wir hier jetzt raus. Da wäre auch eine Power-Dings gewesen. Aber ich denke mal, wir wären einfach verbrutzelt worden, wenn wir hier irgendwas versucht hätten. Während wir jetzt versuchen, hier rauszukommen. Ich dachte eigentlich, da geht es raus. Sehr schade. Wie viele Leute warten jetzt hier schon auf uns? Warum ist hier alles in schwarz-weiß? Das war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich sage ja, so viele können nicht mehr am Leben sein. Ich habe die ja alle getötet. Und mit dem Rest sollten wir hoffentlich auch noch klarkommen. Gehe ich einfach mal von aus. Außerdem können wir auf dem Weg hier dann auch looten. Jetzt. Da wir hier offiziell als Feinde angesehen sind. Hi! Ruhig dich. Ich glaube, den Weg gehen wir schon mal nicht. Können wir uns alle umschießen? Ich glaube, das Beste, was wir da machen können, ist tatsächlich abzuhauen. Und zurückzuziehen. Und dann hier auf die aufzulauern. Wir können sowieso niemanden abschießen. Das heißt, wir müssen auch laufen. Gale, sorg mal dafür, dass die nicht so einfach unterherkommen. Alter. Das ist doch Dixus in Ruhe. Jo! Natürlich kannst du direkt durch die Tür springen. Okay, Hauptsache erstmal da raus aus dem Zeug. Ich habe die, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen da eingekesselt. Ich weiß noch nicht, ob es mir noch irgendwas bringt. Die können einfach da wirklich schießen. Die Penner. Jetzt wollen die die auch noch töten, die Scheißpenner. Habt ihr denn nichts Besseres zu tun? Wo dashen die jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, was deren Plan ist, aber okay. Erstmal weg mit dir. Dann heile Styrian. Du hebst deine Waffe auf. Und dann ziehen wir uns am besten ein bisschen weiter zurück, glaube ich. Die sollen dann erstmal Shadowheart fokussen. Da haut halt noch mehr drauf. Gar kein Problem. Die Leute haben anscheinend keinen Bock für Shadowheart zu gehen. Die gehen für Asterion. Und die machen genau die gleiche Taktik wie wir. Die gehen nämlich in eine bessere Position. Holy shit. Wie häufig kann ich das anwenden? Der Sunbeam scheint ziemlich OP zu sein. Ich habe aber keinen Bock, mich von euch hier verarschen zu lassen. Deswegen versucht nur an Shadowheart vorbeizukommen, wenn ihr meint. Okay, was deren Plan ist, habe ich keine Ahnung. Aber ich werde nicht zu euch gehen, das sei euch gesagt. Eieieiei, das hat... Eieieiei, ja gut, solange die da oben nichts machen, ist das aber kein Problem. Habe ich denn irgendwas, was genug Schaden macht? Ich mache mal lieber ein Guiding Bolt. Aber das hat eine weniger Hit-Chance. Ich glaube, so ein Feuerball, der hat aber auch weniger Hit-Chance. Inflickt Wounds? Das ist ganz gut. Weil sie muss unbedingt sterben und normaler Hit hätte dafür nicht garantiert. Der hat jetzt auch nicht mehr viel HP. Der kann sich da auf jeden Fall nicht mehr wegbewegen. Wobei, wir kommen nicht dran, um ihn zu beißen. Auch nicht, wenn wir das... Ne, dann können wir nicht mehr beißen. Never mind. Eieieiei, die buffen sich da gegenseitig. Wenn die gekommen wären, wäre es problematisch gewesen für mich. Aber so... Jetzt ist es nur problematisch, weil Asterion es irgendwie nicht schafft, da... ...irgendwas zu erreichen. Asterion! Ich bitte dich! Vielleicht sollten wir einfach so ein Poison Spray machen. Aber das hat nicht so eine hohe Treffer-Chance. Ray of Sickness hat noch weniger. Ascent Splash hat immerhin 50%. Ich will mich nur nicht selber treffen. Ja, gut. Wer von euch hat denn die... Scroll of Revivacy? Beide welche, ne? Ja. Ich glaube, dann resten wir auch erstmal jetzt. Ja, wir machen deswegen auch erstmal eine Long Rest. Hallo, Lazel. Ich weiß aber nicht, ob ich mit dir jetzt schon reden will. Ich denke mal, am Morgen bist du noch genauso gesprichig. Will ich doch mal hoffen. Ich werde erstmal resten, weil, falls die irgendwie kämpfen will, ist es nicht so gut, wenn wir alle auf einem H-P sind. Aber erstmal wird Gritch wieder gepättet. Braver Hund. Feiner Hund. Ganz brav. Ich weiß nicht, was du hier so machst, aber du bist ein braver Hund. Someone in the camp wishes to speak with you. Go to bed anyway. Ach ja, komm. Lazel, wenn du uns umbringen willst... Hör mal schnell. Wir sind gerade alle geschwächt. Ihr Schull buzzes as the events of Crash Yillik flow from your mind into Laesal's No, it can't be All I have given you my might, my trust and you left me here to idle for you to deny my venerated queen I have wielded Vlacket's fury as a blade roared her wrath as a dragon and you have rendered it all for naught Calm down I will be branded as Sherlock, traitor because you failed Vlacket my own people will hunt me I have a plan the queen would have known my faith I would have seen her bidding done Tell Laesal what happened in the artifact Vlackets mission was untenable A hundred thousand daggers pierce your brain as Laesal's anger rises Its lies ring so loudly I hear them screeching from your head to mine There is no secret There is no plot Tell me you don't trust it Tell me you reject this abomination inside I have seen enough to know if Vlacket can't be trusted Silence follows As loud as thunder As heavy as lead I will prove to the undying regent that my faith is steadier than even the throne of skulls that she sits upon I will endure this test and she will reward me Then you will understand You will see truth I won't let my faith my life come to nothing Keep an eye on this one Her allegiance to her people may be stronger than her allegiance to us Ask Laesal about the disc from the crash The disc appears in your mind's eye Laesal sees it too and considers the vision Tirsu markings Ancient I recognize them but I can't make sense No Wait The texts are enciphered but there's a common speech translation beneath carved in a different hand It's a story about about Orpheus Your head buzzes in concert with Laesal's but it hardly matters Even without the connection you'd recognize her discomfort Yes, so you said What does that mean? Githyanki writing Every word a wheel Every letter is spoke The most powerful texts are engraved in slate Some so ancient Only the most erudite Gish can read them Who's Orpheus? A traitor A dead one This text is heresy I can hardly bear to read it Let alone speak it Okay, die haben da anscheinend unterschiedliche Meinungen gegenüber ihm That's fine I'll read them more on time If you must Nothing good can come of it Wir müssen sie ja nicht dazu zwingen noch irgendwie sowas zu machen Ich glaube, das spielt für uns keine große Rolle A hatchery with a single egg How many does a clutch usually contain? The clutch held three dozen eggs more or less Though I've learned of crashes that harbored a hundred Ich finde das interessant dass sie das jetzt alles approved einfach nur weil wir uns für sie interessieren Who does the laying? I'm curious about the logistics Shukyani Githyanki chosen by Vlacket herself to bear young The queen assigns when and where they must lay and how many eggs they must bear The Shukyani pass their eggs in the material plane in the astral time barely passes It is a meticulous process carefully timed so that the eggs hatch at once Okay Er ist mal genug ausgefragt Jetzt kann ich schlafen gehen Give it a shot Das war ein bisschen zu viel Essen aber egal Ich wusste nicht dass da alle drei von genommen werden Jetzt müssen wir erst recht gucken dass wir noch an Vorräte kommen So wir haben noch die Bogenschützen die einem da auf den Nerven gehen Ich weiß nicht ob hier in der Waffenkammer noch was abgeht Ja 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 nicht direkt nicht reinrennen Leute Den will ich auch eigentlich nicht töten Der könnte halt noch interessant sein Was sind die ganzen Jugendlichen ey Da wartet jemand auf uns Und natürlich auch da oben Auf beiden Seiten Vielleicht sollten wir doch hier her gehen Weil dann können wir da hoch und dann haben wir die Überhand Und da rechts sind ja nur zwei Bogenschützen Was ist das für ein Stab der da liegt Das ist Scales Waffe Das Problem ist die stehen hier ganz oben Das ist richtig kacke Erstmal alle sneaken Und ich glaube ich schicke die auch einzeln rum weil die sehen uns nämlich gar nicht wenn wir hier her sneaken Die andere Sache ist ob wir die trotzdem töten wollen Und ich glaube die Antwort da drauf lautet Ja Schon allein weil die wahrscheinlich sonst von hinten gleich kommen würden Shadowheart hat auch so viele mehr Spells Ich sollte da echt mal gucken was hier abgeht Das was wir auf jeden Fall machen können Styrian sollte sich unsichtbar machen können Sneakt sich dann direkt hier hinter Dix ist wenn er kann Macht Misty Step hier rüber Na gut die haben nichts mitbekommen Das sind nicht so die intelligentesten Leute hier Gut dann macht Esteria den Eröffnungsschlag Ist eigentlich egal gegen wen Und dann kommen Shadowheart und Gale und so auch noch dazu Dixis kann vielleicht sogar noch sowas casten Dann sehen die nämlich nichts mehr Das ist jetzt sehr schade Leute Damit ist der eine schon mal weg Brauchen eigentlich keine zauberverschwendenden Cantrips reichen für die Sieht ja eh nichts da drin Sehr schön Hier könnten wir jetzt sogar auch theoretisch raus Aber ich möchte mich mit dem da im Flur zumindest noch anlegen um zu gucken was die für einen Loot haben Wenn wir schon mal hier sind Alle in Sneak Modus und dann hier hoch Der einzige der uns sieht ist der hier Den gucken wir gleich mal ob wir den mit Esterian ausschalten können Die anderen können sowieso nicht viel machen Die kommen jetzt alle hier hoch Sehr nett Geben Esterian eine Chance für einen zweiten Hit Und boom Tja und die anderen Dann müsst ihr erstmal irgendwie hier hochkommen Den Weg blockieren wir euch aber Ich glaube das sind Und dann noch die beiden Ja dann Esterian gehen wir hier rüber dass du nicht angesoffen werden kannst Ich glaube Gale ist noch gar nicht im Kampf oder? Der wird noch gar nicht entdeckt Wie auch immer das passiert ist Dann castet doch einfach mal hier so ein bisschen Grease hin Dann haben wir auch direkt ein Problem Okay will der jetzt Ich weiß nicht was sein Plan ist Sie kommt hoch Okay Der ist Tyrian Kannst du sie finischen? Leider nicht Aber du kannst sie beißen Und jetzt kommt Shadowheart und ich weiß gar nicht was hier am besten wäre Sacred Flame Einfach draufhauen Wahrscheinlich einfach draufhauen Und direkt ein Crit noch weg Ja ich weiß jetzt nicht was mit unserem anderen Typen da ist Aber Solange der sich da nicht wegbewegt Ich habe keine Ahnung was er tut Ausrutschen tut er Das tut er Wieso hast du kein Vorteil gegenüber ihm Er liegt auf dem Boden Jo Gut gut Äh was haben wir hier so Einen Ring Wenn du damage mit einem Cantrip bekommst du eine Cain Synergy für zwei Turns Ich glaube das ist für Gale ganz praktisch Gale zieht einfach mal die Ringe an solange wir nichts besseres haben Dann gehen wir tatsächlich glaube ich trotzdem hier hinten raus Einfach weil mich interessiert wo wir da rauskommen Wo sind wir denn hier gelandet Die bessere Frage ist Kommen wir von hier aus überhaupt wieder zurück Anscheinend Und hier haben wir sogar noch eine Kiste Die wir schon gelootet haben Ach hier sind wir bei diesem Grab Ne Oh Wusste nicht dass es da auch runter geht Naja gut Wir können erstmal das Ei abgeben gehen Da Laser nicht dabei ist sollte es hoffentlich nicht so schlimm für sie sein hoffentlich Na schade Wir sind gar nicht dazu gekommen die Kanone oben auf dem Dach zu aktivieren Alle an Bord Alle an Bord habe ich gesagt Gail du auch Das wäre ja lustig wenn wir da einen zurücklassen würden Jetzt springen wir hier runter Ich höre hier trotzdem irgendwo einen Bären immer noch irgendwo von hier drüben kommend Keine Ahnung wo Guten Tag Frau Esther Wir haben etwas für sie Calling it Our project seems like a bit of a switch Das hat sie nicht gesagt I have the egg here Was hast du denn sonst noch so im Angebot Do you have anything to trade Irgendwas von Interesse Nichts wirklich Aber wir können ein paar Sachen eventuell verkaufen Ist das ein Stab Das ist ein Stab Der wäre vielleicht was für Gail Gail Was hast du für ein Stab Da wäre der Stab natürlich schon besser Frage ist ob wir Thunderous Might so häufig brauchen Keine Ahnung Ich horte irgendwie so das Gold Aber ich weiß halt auch nicht wirklich wann und wofür ich es ausgeben sollte Scroll of Speak with the Dead können wir auf jeden Fall kaufen Das ist glaube ich auf jeden Fall useful Na gut Was soll das denn heißen Soll ich dir einen Pfeil in den Rücken schießen oder was willst du mich loswerden Also wirklich Was sind das für Bear Sounds Kommt irgendwie von hier unten Das ergibt keinen Sinn Oh Okay Okay Ei 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 Das macht zum Glück anscheinend keinen Schaden Können wir da nicht einfach rüberspringen Anscheinend nicht Was ist wenn wir das Ganze hier anzünden Das sieht sehr flammable aus Anscheinend auch nicht Ist hier sonst nichts außer die Crash Anscheinend ist die Map hier sehr klein Rotten Warning Sign Auf geht's Ich meine wir müssen hier sowieso anscheinend lang Travel through the Mountain Pass To the Cursed Shadowlands Ja warum nicht Warum sind wir jetzt in der Campsite I mean Okay Aber Ja wir gehen jetzt in die Cursed Shadowlands Das geht uns ganz gut Braver Hund Ja fein Shadowheart Hast du noch irgendwas zu sagen Ja das habe ich aber doch schon alles gesagt oder How are we faring It's strange I've been dwelling on what I told you before About wanting to become a dark justicia But Perhaps I should be content with my lot I'm already blessed to have you at my side after all I want to talk about all that's happened to us How am I holding up in your estimation Das kann man anscheinend immer mal wieder fragen Ja gut Das ist dann irgendwie nichts besonderes Das kann man anscheinend von Zeit zu Zeit Immer mal wieder fragen Ja das war der erste Akt Von Baldur's Gate Im zweiten Akt Wird es aufgehen in die Shadowlands Schaut auch gerne da herein Wenn der Supercut herauskommt Oder gerne auch in meinen anderen Videos In der Playlist Aber damit bedanke ich mich Wie immer erstmal fürs Reinschalten Ich wünsche euch allen noch einen Wunderschönen Abend Eine wunderschöne Nacht Oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet Einen wunderschönen Tag im Allgemeinen Und dann Bis zum nächsten Mal Bei Akt 2 Von Baldur's Gate Bis dahin Bye bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020